Auch in dieser Nacht träumte er wieder von seinem Sohn. Es begann wie immer, Gesichter zu Grimassen verzerrt, wirbelten in einem rasenden Kaleidoskop des Schreckens um ihn herum. Er hörte sinnlose Laute, spürte die Hitze von Flammen, schmeckte den puren Geschmack von Gewalt, von Schmerz und unendlich viel Leid, das er über die Menschen und die Welt gebracht hatte, ohne es auch nur zu ahnen. Er träumte diesen Traum seit einem Jahr. Nicht jede Nacht, nicht einmal regelmäßig, aber doch mit bestürzender Häufigkeit. Und auch das Wissen, nur einen Traum zu erleiden, nahm diesem rein gar nichts von seinem Schrecken. Vielleicht, weil er zugleich auch wusste, dass es eben nicht nur ein Traum war, sondern die Erinnerung an schreckliche Dinge, die er niemals getan und niemals erlebt hatte und die doch wahr waren, heute jedoch war etwas anders. In dem Traum, den er jetzt träumte, hatte das Schrecken ein Gesicht. Es war das Antlitz eines weißhaarigen Jünglings mit den Zügen eines Engels und den brennenden Augen eines Dämons, die er in Wahrheit nie gehabt hatte, in diesem Traum aber höllische Wahrhaftigkeit erlangten. Er war wieder am Borsatal und der Bauernburg, die zum Grab aller geworden war, die er jemals gekannt und geliebt hatte, und wieder hatte er Stunde um Stunde in stummer Verzweiflung dagesessen und um seinen Sohn geweint, bis seine Tränen schließlich versiegten und aus dem Schmerz in seinem Herzen unerbittlicher Hass geworden war. Irgendwann wurde er sich seiner Umgebung und seiner selbst bewusst und machte sich an die letzte und schrecklichste Aufgabe dieses Tages, nämlich die, den Leichnam seines Sohnes zu begraben. Er wurde von Männern zu Tode gefoltert, die er nicht kannte, um für etwas bestraft zu werden, von dem er nicht einmal wusste, dass er es getan hatte. Er begrub ihn tief, damit sich keine Tiere an ihm vergingen, hatte er damals ein Kreuz auf seinem Grab aufgestellt. Es war so lange her, dass er sich nicht mehr daran erinnerte, aber in diesem grässlichsten aller Nachtmare tat er es und ging dann zu seinem Pferd, um diesen Ort des Schreckens zu verlassen und sein Leben fort an der Rache zu widmen. Und an dieser Stelle dann zeigte der Traum, was vielleicht gewesen war, er aber niemals erlebt hatte. Auf halbem Wege hörte er ein Geräusch und blieb noch einmal stehen, um sich umzudrehen, und obwohl er diesen Moment schon hundertfach durchlitten hatte, spürte er auch jetzt zuerst nichts als blankes Entsetzen, als er sah, wie sich das schlichte Holzkreuz zur Seite neigte und hob, gehalten von einer bleichen Kinderhand, die aus dem Grab emporwuchs. Es folgten ein Arm, eine Schulter und schließlich ein schmales Gesicht, umrahmt von schmutzigem weißem Haar. Unzählige Male hatte er diesen Augenblick durchlebt, und doch schlug sein Herz auch jetzt wieder in maßlosem Entsetzen bis in seine Schläfen und die Fingerspitzen. Und doch war der Gipfel des Schreckens noch nicht einmal erreicht. Er wusste zwar, was kommen würde, aber auch, dass ihm dieses Wissen keinen Schutz vor dem Grauen bieten konnte, zu dem der Traum ihn führte. Langsam, unendlich mühevoll, aber auch mit der Unaufhaltsamkeit eines Albtraumes arbeitete sich der tote Junge aus dem Grab heraus, dass er ihn mit eigenen Händen gelegt hatte. Feuchtes Erdreich und Schmutz klebten an seiner Haut, doch das verdeckte die schrecklichen Wunden nicht, die seine Folterknechte ihm zugefügt hatten, sondern schien sie ganz im Gegenteil nur noch zu betonen. Er machte einen Schritt auf seinen wiederauferstandenen Sohn zu, der niemals gestorben war, dann verweigerten ihm seine Muskeln den Dienst. Ein unsichtbares, eisernes Band legte sich um seine Brust und seine Kehle, schnürte ihm den Herzschlag und dann den Atem ab, bis er nur noch Entsetzen und alles Verzehrende Schuld empfand. Er wusste, was nun kam. Doch wie hätte ihn dieses Wissen schützen sollen? Vater... Der Junge konnte nicht sprechen, sein Herz schlug nicht, in seinen Adern floss kein Blut mehr, seine Kehle war verstopft mit der weichen Erde, mit der er sein Gesicht bedeckt hatte, aber seine Lippen bewegten sich, erbrachen Schleim und geronnenes Blut. Warum hast du mir das angetan, Vater? Wie hätte er es denn wissen sollen? Niemand hatte ihn gewarnt, niemand hatte ihn auf das vorbereitet, was kam oder was er war, was sein Sohn war. Er hatte es doch nicht gewusst. Aber wann hätte Unwissenheit jemals Schuld gemildert? Der Junge kam näher. Er wollte herumfahren, schreien, davonlaufen. Doch er war wie gelähmt, sah, wie der Knabe mit dem Gesicht eines mörderischen Engels mit torkelnden Schritten näher kam, eingehüllt in den schrecklichen Odem aus Tod und Zerfall, der unmöglich schon nach so kurzer Zeit entstanden sein konnte und ihm doch schier den Atem nahm. Seine Hand, deren Fingernägel sich lösten und an langen, schleimigen Fäden zu Boden tropften, hielt noch immer das schlichte Holzkreuz umklammert. Grauer Rauch kräuselte sich zwischen seinen Fingern empor, der nach verkohltem Holz und schmelzendem Fleisch und den Qualen tausend verdammter Seelen roch. Und nun begann auch das Gesicht des Knaben zu zerfließen, wie eine Maske aus Wachs, die dem Feuer der Hölle zu nahe gekommen war. Warum hast du das getan, Vater? Warum hast du mich? André fuhr mit einem Schrei in die Höhe, registrierte eine Bewegung aus den Augenwinkeln und riss ganz instinktiv den Arm hoch, um sich zu schützen, vielleicht auch um zuzuschlagen. Im letzten Moment noch begriff er seinen Irrtum und hielt im Hieb inne. Trotzdem erklang ein erschrockener Laut, und er spürte, wie sich jemand hastig zurückzog, wenn auch nur ein kleines Stück. Sein Herz raste. Er war zurück in der Wirklichkeit, aber der Traum ließ ihn nicht los, sondern hielt seine Gedanken weiter gefangen, wie ein klebriges Spinnennetz, in das er sich nur immer unrettbarer verstrickte, je verzweifelter er es zu zerreißen versuchte. Etwas tat sich in ihm auf, ein schwarzer Abgrund, in dem der Albtraum lauerte, um ihn endgültig zu sich hinunterzuziehen, zu verschlingen und vielleicht nie wieder freizugeben. Da waren unsichtbare Augen, die ihn voller Hass anstarrten und … André ballte die Hände so heftig zu Fäusten, dass seine Gelenke knackten und es wehtat. Er presste die Augenlider fest zusammen und konzentrierte sich auf ein paar einfache mentale Übungen, um seine Gedanken zu beruhigen und die letzten Spinnwebfäden zu zerreißen. Es half, wenn auch nicht vollständig, nicht einmal annähernd so gut, wie er gehofft hatte, aber die Augen erloschen und der Abgrund schloss sich. Langsam. »Ist … ist alles in Ordnung, gnädiger Herr?« Die Stimme schien aus keiner bestimmten Richtung zu kommen. Er hörte die Worte, aber sie ergaben keinen Sinn. Zitternd setzte er sich auf, zog die Knie an den Leib und fühlte raues Holz im Rücken. Alles drehte sich um ihn, selbst die Dunkelheit, als er die Augen widerschloss. Er wusste nicht, wo er war. Für einen schrecklichen Moment wusste er nicht einmal, wer er war. »Gnädiger Herr?« Diesmal erkannte er, woher die Stimme kam und konnte deutlich die Angst darin hören. Sein Gefühl sagte ihm, dass er sich an das Gesicht, das zu dieser Stimme gehörte, erinnern sollte, aber es wollte ihm nicht gelingen, so angestrengt er es auch versuchte. Endlich öffnete er die Augen, doch er fand sich in nahezu vollkommener Dunkelheit wieder. Erdrückende Enge umgab ihn und ein Hauch von staubig-grauem Licht, das durch ein winziges, trapezförmiges Fenster über seinem Kopf fiel. »Gnädiger Herr?« fragte die Stimme zum dritten Mal, und jetzt klang sie mehr besorgt als ängstlich. Etwas war hier nicht so, wie es sein sollte, aber er konnte nicht sagen, was. Mit schierer Gewalt zwang er sich, sich zu erinnern, wo er war. Die raue Wand in seinem nackten Rücken gehörte zu der schäbigen Dachkammer, die Abudun und er seit einer Woche bewohnten, und es war Nacht. Außerdem war er nicht allein. Doch damit hörte sein Wissen über das Hier und Jetzt auch schon auf. Dieses Mal hatte der Traum ihm wirklich zugesetzt. »Es ist, es ist alles in Ordnung,« sagte er mit einiger Verspätung und einer Stimme, die so brüchig und schwach wie die eines uralten Mannes klang und ihn selbst erschreckte. »Ich, ich wollte dich nicht erschrecken, es, es, es tut mir leid.« »Das habt ihr nicht, gnädiger Herr,«, was wohl kaum der Wahrheit entsprach und nicht einmal besonders überzeugend klang. Mühsam drehte er den Kopf, blinzelte und erkannte jetzt immerhin einen Schatten, der auf dem Rand des schmalen Bettes saß und das andere Ende der zerschlissenen Decke an sich presste, die auch ihn bis zur Hüfte bedeckte. Darunter trug er nichts, und trotz des Dämmerlichts erkannte er, dass dasselbe auch für die schmale Gestalt galt. Vielleicht erinnerte er sich auch daran, wenn auch nicht an mehr. Immerhin war klar, dass nicht Abudun auf seiner Bettkante saß, um ihn mit einer seiner sarkastischen Bemerkungen zu erheitern, die ihm in letzter Zeit zunehmend den Nerv raubten, sondern eine Gestalt, die höchstens halb so groß und um dreiviertel leichter war und außerdem ein anderes Geschlecht hatte. So viel zu der Frage, was er getan hatte, bevor er eingeschlafen war. Aber warum konnte er sich an nichts erinnern? War es schlimm? Zuerst verstand er die Frage nicht. Der Schatten rutschte wieder näher an ihn heran. Er hörte ein leises Knistern und roch den Duft von lockigem schwarzem Haar, das vor kurzem noch über jeden Zoll seines Körpers geglitten war. Wenigstens sah er jetzt ein Profil, auch wenn es ihn irritierte und er es nicht zuordnen konnte. Was? fragte er. Warme Haut, die klebrig von eingetrocknetem Schweiß war und andere Erinnerungen in ihm weckte, glitt an seiner Schulter herauf und eine sehr schmale, warme Hand berührte seine Seite, tastete sich fast scheu weiter und blieb dann mit leicht gespreizten Fingern auf seinem Bauch liegen. Lippen, so weich wie Samt und süßer als der kostbarste Honig, berührten seine Halsbeuge und wanderten auf der Suche nach seinem Mund weiter. André drehte den Kopf weg und griff zugleich nach ihrer Hand, lockerte seinen Griff aber auch sofort wieder, als er spürte, wie dünn und zerbrechlich das Gelenk war. Aber er ließ nicht los. Nicht, sagte er. Wart ihr nicht zufrieden, gnädiger Herr? Ihre Stimme klang leise und ehrlich besorgt und prompt meldete sich sein schlechtes Gewissen. Ich meine, hab ich euch nicht gefallen? Er konnte sich nicht einmal erinnern. Oder doch? Es hatte ihm gefallen. Aber das machte es eher schlimmer. Ihre Zerbrechlichkeit und ihre mädchenhaft kleinen Brüste an seiner Haut schürten nur noch sein schlechtes Gewissen, jemand mit auf sein Zimmer genommen zu haben, der ihm beim besten Willen nicht gewachsen war. Das, das ist es nicht, sagte André, indem er sich weiter aufsetzte und ganz automatisch die Decke enger um sich schlang, sodass der schlanke Körper neben ihm nun fast völlig entblößt war. Wirklich, es hat nichts mit dir zu tun. Ich war nur ... Es tut mir leid. Ein Moment herrschte Stille. Dann sagte sie mit einer Stimme, die plötzlich sehr viel ernergischer klang. Ihr hattet einen schlechten Traum, nicht wahr? Habe ich dich erschreckt? Das, das wollte ich nicht. Er hatte ihr doch hoffentlich nicht wehgetan, so zerbrechlich wie sie war. Das habt ihr auch nicht, gnädiger Herr, oder wenigstens nur ein bisschen. Gegen seinen Willen musste André lächeln, auch wenn da noch immer etwas Fauliges auf seiner Seele lag, wie der schlechte Geschmack im Mund, nachdem man versehentlich etwas Verdorbenes gegessen hat, der einfach nicht weggehen will, ganz egal, was man auch versucht. Behutsam setzte er sich noch weiter auf, schob ihre Hand endgültig von sich weg und fuhr sich mit der Zungenspitze über die Lippen. Sie waren so rissig und spröde, als wäre er stundenlang durch die Wüste geirrt. Sein Herz schlug noch immer schneller, als es sollte. Die junge Frau hauchte ihm noch einen Kuss auf die Wange, der diesmal aber eher freundschaftlich ausfiel. Dann glitt sie unter der Decke hervor und stand auf. Als es raschelte, vermutete André, dass sie sich nach ihren Kleidern bückte, um sich anzuziehen. Trotz seines schlechten Gewissens empfand er ein sachtes Bedauern. Er wollte jetzt nicht allein sein. Statt sich anzukleiden, richtete sie sich jedoch bald wieder auf, tappte vorsichtig in der Dunkelheit zum Tisch. Dann klickte es, Funken sprühten, und danach erhellte die Flamme einer ruhig brennenden Kerze die winzige Dachkammer. Schatten flohen auf lautlosen Pfoten vor dem Licht, verschwanden aber nicht ganz, sondern kauerten in Ecken und Winkeln, um ihn von dort aus zu belauern. Die junge Frau schenkte zwei Gläser Wein aus seinem Krug ein, kam zurück und sah ihn so lange auffordernd an, bis er die Decke zurückschlug und sie sich an seine Seite kuscheln konnte. André nahm das Glas entgegen, das ihm reichte, nippte vorsichtig daran und behielt den Schluck länger im Mund, als nötig gewesen wäre. Nicht etwa, um das Aroma des billigen Fusets zu genießen, sondern um den üblen Geschmack loszuwerden, den der Albtraum auf seiner Zunge zurückgelassen hatte. Wie feuchte Erde, in der etwas bei lebendigem Leib vermodert. »Wollt ihr darüber reden, gnädiger Herr?« fragte sie, als er auch nach einer ganzen Weile nichts sagte, sondern nur an ihr vorbei ins Leere starrte. Er wollte nicht einmal daran denken, geschweige denn über das grauen Sprechen, das ihn seit einem Jahr verfolgte. Dennoch wandte er langsam den Kopf und sah auf das schmale Gesicht hinab, das an seiner Schulter lehnte. Er fragte sich, warum er ausgerechnet sie ausgewählt hatte. Sie war sehr hübsch, in einigen Jahren würde sie selbst im Vergleich zu Meru eine wahre Schönheit sein, aber so zart und zerbrechlich, dass er sich besorgt fragte, ob er vorsichtig genug mit ihr gewesen war. »Meiner Großmutter ging es genauso«, fuhr sie fort, offenbar nach wie vor fest entschlossen, ihm zu helfen, ob er es nun wollte oder nicht. »Sie hatte oft schlimme Träume. Manchmal hat sie darüber gesprochen, und das hat ihr geholfen.« Ihre Naivität rührte ihn. Zu wissen, dass sich jemand um ihn sorgte, tat ihm gut. Er streichelte mit den Fingerspitzen über ihre Wange und zog die Hand dann fast erschrocken wieder zurück, als er in ihren Augen las, dass sie die Berührung falsch verstand. »Diese Art von Traum ist es nicht«, sagte er. Etwas in ihrem Gesicht irritierte ihn, ohne dass er genau sagen konnte, was. Sein schlechtes Gewissen meldete sich erneut, als er begriff, dass er sich nicht einmal an ihren Namen erinnerte. Vielleicht hatte er auch nie danach gefragt. »Wer ist Marius?« fragte sie. »Marius? Habe ich im Schlaf gesprochen?« Sie nickte. »Ja, aber macht euch keine Sorgen, gnädiger Herr. Ich konnte nichts verstehen, nur diesen... nur diesen Namen.« Das mochte wahr sein. Oder auch nicht. Und letzten Endes konnte es ihm auch gleich sein. Sie war ein Straßenmädchen, das sich für Geld feilbot, und seinen Namen und sein Gesicht genauso schnell vergessen haben würde, wie er, umgekehrt sie. Und doch war es ihm nicht gleich. Aus einem Grund, den er nicht benennen konnte, war es ihm mit einem Mal ungeheuer wichtig, dass sie ihn verstand. »Er war mein Sohn«, sagte er leise. »Wahr?« André nickte. Er spürte, sie wartete darauf, dass er weitersprach, aber die Worte wollten nicht kommen. Sie hatte recht. Schon der Entschluss, darüber zu reden, war eine Erleichterung. Aber etwas zu beschließen und es in die Tat umzusetzen, waren zwei verschiedene Dinge. Seine Stimmbänder versagten ihm einfach den Gehorsam. »Ich verstehe«, sagte sie. »Wenn ihr nicht darüber reden wollt, dann ist das in Ordnung. Ich wollte euch wirklich nicht bedrängen, gnädiger André.« Unterbrach sie André. »Hör auf, mich gnädiger Herr zu nennen. Mein Name ist André.« »Wenn ihr mich Corinna nennt.« Sie schien etwas in seinen Augen zu lesen, denn plötzlich lachte sie und schüttelte so heftig den Kopf, dass ihre schwarzen Locken flogen und seine Wange kitzelten. »Zerbrecht euch nicht den Kopf. Ihr habt meinen Namen nicht vergessen. Ihr habt gar nicht danach gefragt.« »Oh«, mummelte André. »Warum erinnerte er sich nicht einmal daran?« »Die meisten wollen ihn gar nicht wissen«, fuhr sie fort, kicherte und trank einen Schluck Wein, bevor sie hinzufügte. »Schon gar nicht, wenn sie so betrunken sind, wie ihr es wart.« »Betrunken«, wiederholte André verwirrt. »Oh, und wie«, bestätigte Corinna, »euer großer Freund und ich hatten Mühe, euch die Treppe herauf und in dieses Zimmer zu bekommen.« Sie zog einen Schmolmund. »Wenn man es genau nimmt, habt ihr mich getäuscht.« »Weil ich zu betrunken war, um deine Erwartungen zu erfüllen?« »Im Gegenteil«, antwortete sie, »ich dachte, es wäre leicht verdientes Geld. Die meisten schlafen auf der Stelle ein, wenn sie so viel getrunken haben wie ihr. Aber ich bin nicht eingeschlafen.« »Sagen wir es, es war kein wirklich leicht verdientes Geld«, erwiderte Corinna. »Jedenfalls sind wir beide ins Schwitzen gekommen.« Sie trank einen weiteren Schluck Wein und sah ihn plötzlich nachdenklich an. »Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so schnell wieder nüchtern geworden wäre wie ihr.« »Das liegt daran, dass Alkohol bei mir nur wirkt, wenn ich es zulasse«, antwortete André, »und auch nur so lange, wie ich es zulasse.« Das entsprach der Wahrheit. Doch es war nicht verwunderlich, dass sie ihn nur noch verwirrter ansah, vielleicht auch ein bisschen erschrocken, und sich schließlich darin rettete, noch einen dritten und größeren Schluck Wein zu trinken, mit dem sie das Glas nahezu leerte. »Das ist schon eine verrückte Geschichte. «, sagte sie. »So mancher Mann würde sich wünschen, so etwas zu können, aber wenn sie wahr wäre, dann müsste ich euch jetzt beinahe böse sein.« »Warum?« »Warte ich euch dann fragen müsste, warum ihr es zugelassen habt, dass der Wein seine Wirkung auf euch entfaltet, kaum dass ihr mich gesehen habt.« »Das muss vorher gewesen sein«, erwiderte André. Ihm gelang sogar ein Grinsen, auch wenn ihm ihre scherzhaft gemeinten Worte in Wahrheit einen schmerzhaft tiefen Stich versetzten. Er konnte sich tatsächlich nicht erinnern, wie er sie kennengelernt hatte, aber das erklärte nicht, warum er dem Wein gestattet hatte, seine Gedanken zu verwirren. Corinna sah ihn an und schien wohl zu ahnen, dass sie einen wunden Punkt berührt hatte, der besser unangetastet geblieben wäre, denn plötzlich lächelte sie nervös, griff nach dem Glas und trank einen großen Schluck, bevor sie es ihm zurückgab. Ein einzelner Tropfen blieb auf ihrer Lippe zurück, wie eine blutrote Träne, und André beugte sich vor und küßte ihn weg. Er schmeckte süß, sehr viel süßer als derselbe Wein, den er gerade aus seinem Glas getrunken hatte, und seine Lippen blieben, wo sie waren, auch nachdem seine Zungenspitze den Tropfen längst aufgenommen hatte. Ihre Lippen wurden noch weicher, das Glas fiel zu Boden und zerbrach, als sich ihre Arme hinter seinem Nacken schlossen. Sein schlechtes Gewissen wollte sich noch einmal regen, aber es kostete ihn keine große Anstrengung, es zum Schweigen zu bringen. Vielleicht war es ein Fehler. Seine Lippen ruhten noch immer auf denen des Mädchens, und während seine Hände über ihren Körper glitten, erwachte seine Lust erneut, und mit ihr ein anderes, düstereres Begehren, ein Hunger, den er Zeit seines Lebens gekannt und bekämpft hatte, ohne ihn jemals ganz besiegen zu können. Er gab sich ganz seiner Lust hin, konzentrierte sich vollkommen auf die wunderschöne Frau in seinen Armen, versuchte so dem Ungeheuer in sich Paroli zu bieten, und doch konnte er zunächst an nichts anderes denken, als an die blutfarben-schimmernde Träne, die er von ihren Lippen getrunken hatte, das warme Lebenselixier, das in ihren Adern floss, und nachdem es tief in ihm schrie, mit solcher Urgewalt, dass es ihn ungeheure Willenskraft kostete, dieser schrecklichen Gier nicht nachzugeben, und doch gelang es ihm irgendwie. Als er sie erneut in die Arme schloss, da war es nur noch das Mädchen, das er wollte, nicht mehr sein Leben. Sie war warm und jung und so lebendig, dass er sich beinahe verzweifelt an sie klammerte. Sie liebten sich zweimal kurz hintereinander, das erste Mal wild und ungestüm und fast schon brutal, beim zweiten Mal dafür umso zärtlicher und behutsamer, bis sie schließlich erschöpft nebeneinander lagen, wieder in Schweiß gebadet, der nun allmählich auf ihrer Haut zu trocknen begann. Erneut überkam ihn Schläfrigkeit, der er nur zu gerne nachgegeben hätte. Nicht, weil er müde war. Abudun und er konnten Tage ohne Schlaf auskommen, um Wochen, wenn es sein musste, sondern weil er jenen ganz besonderen Schlaf nach Momenten der Zärtlichkeit stets genoss. Aber er wagte es nicht, denn er hatte Angst, dass der Albtraum zurückkommen würde. Schließlich stand er auf, schlang sich die dünne Decke um die Hüfte und trat an das schmale Dachfenster. Es war so hoch in der schrägen Decke angebracht, dass er sich auf die Zehenspitzen hätte stellen müssen, um hinaus zu sehen. Er wusste, dass es dort draußen nichts zu sehen gab, was diese, wenn auch nur kleine Mühe, wert gewesen wäre. Das blinde Fenster ließ schon tagsüber kaum genug Licht herein, um die winzige Kammer zu erhellen. Jetzt waren selbst die Fassaden auf der gegenüberliegenden Straßenseite kaum mehr als rauchige Gespenster ihrer selbst, der Himmel darüber ein fleckiger, grauer Streifen, auf dem nicht ein einziger Stern zu erkennen war. Aber immerhin passte dieser Anblick zu seiner trüben Stimmung, an der auch die zurückliegende Stunde nichts hatte ändern können. Vielleicht würde das von heute an immer so sein, dachte er bitter. Der Traum, besser gesagt das, was ihn ausgelöst hatte, begann sein Leben zu vergiften. Seit er ihn vor einem Jahr zum ersten Mal geträumt hatte, war sein Blick für das Wirkliche getrübt, sein Lachen tot, und das ermähliche Sterben seiner Seele hielt nach wie vor an. Er konnte hören, wie auch Corinna aufstand und sich wieder raschelnd an irgendetwas zu schaffen machte. Er drehte sich weder vom Fenster weg, noch sah er über die Schulter zu ihr, fragte aber, schuldig dir jetzt noch einmal dieselbe Summe? Das Doppelte, wenn man es genau nimmt, antwortete sie. Andererseits. Andererseits. Corinna hob leicht verwirrt die Schuld an. Ich nehme an, ihr werdet jetzt glauben, dass ich das zu jedem Mann sage, weil es zum Geschäft gehört, aber ihr wart, ihr wart. Gut, schlug André vor. Du hast recht. Das sagst du zu jedem Mann, weil es zum Geschäft gehört. Ja, bestätigte Corinna. Ich sage es jedem, aber bei euch ist es die Wahrheit. Aber ihr wart nicht gut. Es war außergewöhnlich, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe. Ich nehme an, das sagst du nur zu jedem Zweiten. Es war so, so intensiv, fuhr sie unbeeindruckt fort, zwar immer noch lächelnd, aber auch auf fast furchtsame Art ernst. Vorhin, als ihr mich genommen habt, es war, als wärt ihr ganz tief in mir. Das war ich auch, erinnerte André sie mit sachtem Spott. Das Mädchen blieb ernst. Nicht so. Ich hatte das Gefühl, dass ihr mich berührt habt, ganz tief in mir drinnen. Nicht nur meinen Körper, sondern etwas anderes. Es war fast ein bisschen unheimlich, aber auch wunderschön. Ich habe ein bisschen Erfahrung, antwortete André lahm. Sein Herz begann schon wieder schneller zu schlagen und plötzlich hatte er Angst. Er hatte gespürt, wie sich die uralte Gier in ihm regte, aber nicht geahnt, wie nahe er daran gewesen war, ihr mehr zu stehlen als nur ein paar Küsse und eine gekaufte Umarmung. Ist das etwas, was ihr auf euren Reisen gelernt habt? Statt zu antworten, setzte er ein schiefes Grinsen auf und sagte, dann wäre es doch nur recht und billig, wenn du mir etwas bezahlen würdest, meinst du nicht? So außergewöhnlich, was nun auch wieder nicht, protestierte Corinna. Aber ich will nicht unbescheiden sein. Immerhin habe ich ja schon zugegeben, dass ich euch eigentlich übervorteilen wollte. Ich würde sagen, noch einmal dieselbe Summe reicht. Gegen sein Willen musste André lachen, wandte sich wieder um und legte den Kopf in den Nacken, um noch einmal aus dem Fenster und in den staubigen Nachthimmel hinauf zu sehen. Die Sterne verbargen sich noch immer hinter einem Vorhang aus samtiger Schwärze und auch der Mond war nun verschwunden, aber er glaubte, ein Augenpaar zu sehen, das mit kaltem Hass auf ihn herabstarrte und vor dessen Blicken es kein Versteck und kein Entkommen gab. Als es wieder raschelte und André sich erneut umdrehte, sah er, dass sie sich diesmal tatsächlich nach einem Stück Tuch gebückt hatte, allerdings nicht nach dem freizügigen Kleid, in dem sie gekommen war. Vielmehr hatte sie Abouduns schwarzen Mantel vom Stuhl genommen und versuchte sich nun an dem Kunststück sich in das riesige Kleidungsstück zu wickeln, ohne sich hoffnungslos darin zu verfangen, was ihr jedoch nicht gelang. Vermutlich machte ihr allein das Gewicht des Mantels schon zu schaffen, so zierlich wie sie war. Bei der heiligen Jungfrau Maria, was ist das? erkundigte sie sich. Ein Zelt? Für den einen oder anderen sicher, schmunzelte André. Für Aboudun ist es ein Mantel und sei vorsichtig damit. Aboudun ist ein, naja, ein wenig eigen, was seine Kleider angeht. Vermutlich sind sie nicht so leicht zu ersetzen, sagte Corinna. Ich nehme an, es braucht eine ganze Weberei, um den Stoff für dieses, dieses Ding herzustellen. André antwortete, nur mit einer zurückhaltenden Kopfbewegung, und das Mädchen streifte den Mantel mit einer überraschend, mühelosen Geste wieder ab, bückte sich nun doch nach ihrem eigenen Kleid und richtete sich dann aber wieder auf, ohne es angerührt zu haben. Wie sie so dastand, im warmen, gelben Licht der Kerze, rührte sich schon wieder etwas in André, doch diesmal kämpfte er das Gefühl nieder und begnügte sich damit, sich an ihrem bloßen Anblick zu erfreuen. Anscheinend hatte er sich doch nicht so gut in der Gewalt, wie er glaubte, oder Corinna war eine sehr aufmerksame Beobachterin, denn sie sah ihn mit schräg gehaltenem Kopf an und fragte dann, oder doch die doppelte Summe? Hab ein wenig Mitleid mit einem alten Mann, erwiderte André lächelnd, erntete aber nur einen spöttischen Blick. Ihr seid vielleicht ein wenig älter als ich, aber noch nicht so alt. Ich bin älter, als ich aussehe, glaub mir, sagte André, ungefähr fünfzehnmal so alt wie du, wenn nicht zwanzig. Um ein Haar hätte er es laut ausgesprochen, ging stattdessen aber wortlos zum Bett, bückte sich nach seinen Kleidern und zog den schmal gewordenen Geldbeutel aus der Rocktasche. André war sich der aufmerksamen Blicke bewusst, mit denen sie jeder seiner Bewegungen folgte. Vermutlich dachte sie zumindest für einen kurzen Augenblick darüber nach, wie sie auch in den Besitz der übrigen Münzen gelangen konnte, die sich noch darin befanden. Er sollte sich dieses Gedankens schämen, aber das wollte ihm genauso wenig gelingen, wie es ihr übel zu nehmen. Das Leben und die Menschen waren eben, wie sie waren. Er bezahlte das Mädchen und sah ihr mit unverhohlenem Wohlgefallen dabei zu, wie sie sich anzog, wofür sie länger brauchte, als notwendig gewesen wäre. Doch statt dann zu gehen, hob sie das Glas auf, das nicht zerbrochen war, trat an den Tisch und füllte es mit dem Rest aus dem Weinkrug. Sie trank nicht gleich, sondern hielt es ihm fragend hin. André schüttelte wortlos den Kopf und nippte dann bloß an der blutfarbenen Flüssigkeit. Auch diesmal blieb eine einzelne schimmernde Träne in ihrem Mundwinkel zurück. André war sich sicher, dass das ebenso wenig ein Zufall war, wie die Bewegung, mit der sie sie erst nach etlichen Sekunden mit der Zungenspitze aufnahm. Das Mädchen verstand sein Geschäft. Was es nicht verstand und auch nicht verstehen konnte, war, dass es mit seinem Leben spielte. Wäre das Ungeheuer in ihm nur ein wenig stärker? Warum seid ihr so traurig, André? fragte sie. Bin ich das? André begann sich anzukleiden, wobei er mit einem Mal schamhaft zuerst in seine Hosen schlüpfte, bevor er die Decke fallen ließ, als ob es irgendetwas an ihm gegeben hätte, was sie nicht gesehen oder mit den Lippen berührt hatte. Ihr gebt es nicht zu, aber ich weiß, wenn jemand einen Schmerz zu verbergen versucht, antwortete das Mädchen. André zog sich das Hemd über den Kopf und etwas gleichermaßen Sonderbares wie Beunruhigendes geschah. Sein Blick streifte ihr Gesicht und aus den Augenwinkeln wirkte sie beinahe androgyn. Wäre ihr Haar weiß statt schwarz und glatt und nicht lockig gewesen. André schüttelte den Gedanken fast erschrocken ab und beeilte sich, in die zerschlissenen Stiefel zu schlüpfen. Als letztes legte er den Waffengurt mit dem ungewohnt schmalen und lächerlich leichten Degen um, eine alberne Waffe, die diese Bezeichnung seiner Meinung nach kaum verdiente und niemals ein Ersatz für Gunnir sein würde. Aber Klingen wie diese, Kinderspielzeuge, wie Abudun sie nicht ganz unzutreffend genannt hatte, waren in dieser Stadt nun einmal in Mode und Abudun und er waren übereingekommen, sich so unauffällig wie möglich zu verhalten, was ihm in Begleitung eines Mannes wie Abudun allerdings schwerfallen würde. »Hat es mit eurem Sohn zu tun?« fragte Corinna. »Marius?« Zuerst wollte er sie anfahren und ihr endgültig klarmachen, dass sie das nichts anging. Stattdessen schlüpfte er nur mit einiger Anstrengung in seinen zweiten Stiefel, sah von der Bettkante zu ihr hoch und nickte stumm. »Ist er tot?« fragte Corinna. Vielleicht war es das beinahe unmerkliche Stocken, das ihn antworten ließ, statt einfach aufzustehen und zu gehen, wozu er eben noch fest entschlossen gewesen war. »Nein«, sagte er. »Was ist ihm dann zugestoßen?« »Das Schlimmste, was einem Menschen zustoßen kann.« »Ich.« »Was bringt dich auf die Idee, dass ihm etwas zugestoßen ist?« fragte er. »Ihr habt im Schlaf gesprochen schon vergessen?« »Und du hast behauptet, du hättest nichts verstanden?« »Vielleicht habe ich ja gelogen,« antwortete das Mädchen, lachte kopfschüttelnd und kam dann zu ihm, um sich auf seine Oberschenkel zu setzen. »Ich habe euch doch gesagt, dass ich es spüre, wenn jemand einen Schmerz in sich trägt. Ist ihm ein Unglück widerfahren?« »Ich weiß es nicht,« antwortete André. »Ich habe ihn vor einem Jahr das letzte Mal gesehen. Abudun und ich sind hergekommen, um nach ihm zu suchen, doch bisher erfolglos.« Corinna legte fragend den Kopf auf die Seite und begann, mit den Beinen zu baumeln, als wollte sie plötzlich das unbedarfte Kind nehmen. »Erzählt mir von ihm,« verlangte sie. »Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen,« antwortete André. »Ich habe ihn kaum gekannt.« »Euren eigenen Sohn?« »Ich habe ihn lange nicht gesehen,« sagte André, »fast sein ganzes Leben.« »Das verstehe ich nicht.« »Wie auch?« »Es ist kompliziert,« sagte er. »Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, da war er noch ein Kind. Ich habe ihn kaum gekannt, auch vorher nicht. Und dann ist er in meinen Armen gestorben.« Er schwieg einen kurzen, aber schmerzvollen Augenblick, der sich wie ein glühender Dolch in sein Herz senkte, und als er weitersprach, klang seine Stimme selbst in seinen eigenen Ohren wie die eines Fremden. »Jedenfalls dachte ich das.« »Ich habe ihn für tot gehalten.« »Verstehst du?« Er hatte viel mehr getan. Er hatte ihn mit seinen eigenen Händen begraben, aber wie hätte er es denn wissen sollen?« »Aber er war es nicht.« André schüttelte den Kopf. »Vor einem Jahr habe ich es erfahren,« sagte er. Die Worte taten weh, unsagbar weh. Aber zugleich tat es auch auf sonderbare Weise gut, sie auszusprechen, so wie der Schnitt, mit dem man eine eiternde Wunde öffnet, schmerzt und zugleich große Erleichterung bringt. Es war in London am Tag des großen Brandes. Hast du davon gehört? »Nein, vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Solche Dinge interessieren mich nicht. Ihr habt euren Sohn dort wiedergefunden, nachdem ihr viele Jahre lang gedacht habt, er wäre nicht mehr am Leben? Das muss schrecklich gewesen sein.« »Er war sehr krank,« sagte André. »Eine ganz besondere Art von Krankheit. Eine Freundin wusste einen guten Arzt für dieses Leiden in Konstantinopel. Ich konnte noch nicht fort, also hat sie sich angeboten, zusammen mit Marius vorauszugehen. Wir wollten uns hier wieder mit ihr treffen.« »Aber das habt ihr nicht?« Corinna beantwortete ihre eigene Frage mit einem Kopfschütteln und trank den letzten Schluck Wein. »Das muss nichts bedeuten. Venedig ist eine große Stadt, eine wirklich sehr große Stadt. Natürlich nicht so groß wie London, aber dennoch groß. Hier könnt ihr einen Monat nach jemandem suchen, ohne ihn zu finden. Und es ist ein weiter Weg von London hierher. Vielleicht wurde sie aufgehalten.« »Ja, vielleicht. Aber warum schickte Marius ihm dann diese Träume?« »Entschuldigt,« sagte Corinna, nachdem er eine Weile geschwiegen hatte. »Es tut mir leid. Ich habe kein Recht, solche Fragen zu stellen. Ich wollte euch nicht noch mehr wehtun.« »Das hast du auch nicht,« antwortete André. »Im Gegenteil, es hilft darüber zu reden. Und es ist wirklich eine große Stadt.« »Wenn auch nicht annähernd so groß wie London,« sagte Corinna noch einmal. »Ezählt ihr mir davon? Es gab ein Feuer,« sagt ihr, »das klingt nach einer aufregenden Geschichte. Ich mag aufregende Geschichten. Erzählt er sie mir?« André wollte ganz automatisch nicken, aber dann sah er sie nur nachdenklich an und fragte, »Das kommt ganz darauf an. Was bekomme ich denn dafür?« Corinna seufzte, übertrieben. Dann begann sie, ihr Kleid abzustreifen. »Sie suchen noch Männer für den Hafen,« sagte der Wirt am nächsten Morgen, während Aboudoun und er in seiner schäbigen Gaststube saßen und ein verspätetes Frühstück einnahmen. Aboudoun grunzte nur zur Antwort und schaufelte eine weitere Portion irgendeiner lokalen Spezialität in sich hinein, von der André gar nicht wissen wollte, woraus sie bestand. Zu einem der unbestreitbaren Vorteile dessen, was sie waren, gehörte es, dass sie nicht vergiftet werden konnten. Immerhin war ihnen bisher noch kein Gift begegnet, das ihnen wirklich ernsthaft zu schaden vermochte. Dennoch maß er den zerschrammten Holzteller mit einem unverhohlen, misstrauischen Blick, denn bis er an diesem Morgen die Augen aufgeschlagen und als erstes in Aboudouns missmutiges Gesicht geblickt hatte, war er fest davon überzeugt gewesen, vor den unangenehmen Nachwirkungen des Alkohols gefeit zu sein. Und doch hatte er heute einen gewaltigen Brummschädel und einen Geschmack auf der Zunge, dennoch übler war als der Anblick dessen, was auf Aboudouns Teller lag. Fragend sah er den Wirt an. Er wusste recht gut, wovon er sprach, zumal sie diese Unterhaltung nicht zum ersten Mal führten. Aber der Mann, André musste sich zu seiner Schande eingestehen, dass er nicht einmal seinen Namen kannte, war nicht nur schwarzhaft und neugierig, sondern auch überaus freundlich. Immerhin war dies das einzige Gasthaus in der nicht gerade kleinen Stadt, in dem sie überhaupt ein Zimmer bekommen hatten, das sie bezahlen konnten. Aha, sagte er schließlich aus reiner Höflichkeit und weil er nicht weiteressen musste, wenn er sich unterhielt. Ich weiß, dass es mich nichts angeht, fuhr der Wirt fort, wischte sich die fettigen Hände an seiner ebenso fettigen Schürze ab und nutzte die Gelegenheit gleich, um sich unaufgefordert zu ihnen zu setzen, was ihm einen schrägen Blick von André und ein genießerisches Schmatzen Aboudouns einbrachte. Ich persönlich halte nichts von all dem Gerede von Krieg und Verteidigung und der schrecklichen Gefahr durch die Türken. Ich meine, warum sollten sie uns angreifen? Venedig ist eine wohlhabende Stadt, gab André zu bedenken, wieder besseres Wissen. Ihm war nicht nach einem Schwätzchen mit einem rätseligen Schankwirt, aber es war natürlich längst zu spät. Die reichen Pfeffersäcke aus den besseren Vierteln, vielleicht, schnaubte der Wirt, aber selbst die stapeln ihr Geld nicht in Säcken auf dem Dachboden, sondern haben es auf Banken getragen oder in irgendwelchen Papieren angelegt. Er sprach das Wort aus, als handle es sich um etwas Wiedernatürliches. Tja, es sind moderne Zeiten. Die euch nicht gefallen? Was würde es schon ändern, ob sie mir gefallen oder nicht, antwortete der Wirt. Wir sollten uns angreifen. Und warum? Wir treiben seit vielen Jahren Handel mit den Muselmanen und sie profitieren genauso davon wie wir. Warum also sollten sie uns angreifen oder gar Krieg gegen uns führen wollen? Es wäre doch kurzsichtig, das Huhn zu schlachten, das goldene Eier legt, oder? So dumm sind nicht einmal die Turban-Träger. Ich glaube, es heißt die Gans, die goldene Eier legt, sagte Abudun mit vollem Mund und rückte den gewaltigen Turban auf seinem Kopf zurecht. Der Wirt sah ihn erschrocken an und fuhr dann hastig fort. Wenn ihr mich fragt, dann sind die einzigen Räuber, die unsere reichen Mitbürger zu fürchten haben, die Steuerschätzer und ihre Eintreiber und die Festungsmauer, die die nicht überwinden können, die ist noch nicht gebaut. André hütete sich auch nur mit einem einzigen Wort darauf einzugehen. Den Fehler hatte er nur ein einziges Mal an ihrem ersten Abend hier gemacht. Niemand mochte Steuereintreiber und sich das eine oder andere Mal über sie zu echauffieren oder auch einen derben Scherz auf ihre Kosten zu machen, war etwas, das er nur zu gut verstand. Ihr schwarzhafter Wohltäter jedoch schien einen ganz besonderen Groll auf diesen besonderen Zweig der Obrigkeit zu hegen, entweder aus schlechter Erfahrung oder einfach aus Prinzip. Kam die Sprache jedenfalls auf dieses besondere Thema, dann kannte er kein Halten mehr und steigerte sich in seinem Lamentieren in schiere Raserei, die Stunden dauern konnte. »Hm, du meinst also, wir sollten uns dem Heer anschließen?« fragte Abudun schmatzend. »The, Gott bewahre«, erwiderte der Gastwirt erschrocken. »Ich bin ein Mann des Friedens, kein Kriegstreiber, aber wo ein Heer zusammengestellt und eine Flotte ausgerüstet wird, da fällt immer eine Menge zusätzliche Arbeit an. Es wird bestimmt noch Monate dauern, bis alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, und sie werden eine Menge weiterer Arbeiter brauchen, die schließlich irgendwo unterkommen müssen.« Er feigste breit. »Und wie es der Zufall will, habe ich ein Gasthaus.« André nickte, sah auf seinen Teller hinab und fragte sich, wie viele seiner zukünftigen Gäste er wohl vergiften würde, bevor man ihn hinrichtete oder als Ruderer auf einer der zahlreichen Galleonen zwangsverpflichtete, die gerade draußen im Golf darauf warteten, sich zu einer Flotte zu vereinen und in den Krieg zu ziehen. Der Gastwirt fuhr fort. »Aber das alles erzähle ich euch nicht umsonst. Mein Schwager, der ansonsten ein richter Stinkstiefel ist, aber wer kann sich seine Verwandten schon aussuchen? Der arbeitet am Hafen und erst gestern hat er mir erzählt, dass sie noch nach Leuten suchen. Es ist schwere Arbeit, aber sie wird gut bezahlt und ihr, ihr seht mir nicht aus, wie Männer, die Angst davor haben, kräftig zuzupacken.« Abudun grunzte zu stimmen, schaufelte sich eine weitere Portion des unappetitlichen Breis in den Mund und drückte mit der anderen Hand erneut seinen Turban zurecht. »Wir sind nicht auf der Suche nach Arbeit,« sagte er mit vollem Mund und einem gierigen Blick auf den Teller, den André bisher kaum angerührt hatte. Wortlos schob André ihn ihm zu. »Ich sage das auch nur, weil ich nicht umhingekommen bin, eure, ähm, nun sagen wir, angespannte, pikuniäre Situation zu bemerken.« »Angespannte, pikuniäre Situation,« wiederholte Abudun. »Er meint, wir sind bankrott,« übersetzte André. »Nicht, dass es mich etwas anginge,« sagte der Wirt hastig. »Wie wahr,« bestätigte André. »Und es ist auch ganz und gar nichts, dessen man sich schämen müsste,« fuhr der Wirt ebenso ungerührt wie gönnerhaft fort. »Ich bin Gastwirt. Ich sehe die Reichen und die Armen. Um ehrlich zu sein, verirren sich die Reichen nicht ganz so oft in dieses Viertel wie die weniger Vermögenden. Aber ich kenne sie beide. Ihr seid keine armen Männer. Eure Kleider haben schon bessere Zeiten gesehen, aber sie waren nicht billig und würdet ihr nicht so aussehen, wie er es nun einmal tut, dann wäre es nicht ungefährlich, mit euren Waffen an der Seite durch dieses Stadtviertel zu laufen.« Immerhin war der Mann ein guter Beobachter. Das musste André ihm lassen. Vielleicht brachte das sein Beruf ja mit sich. »Ist es in dieser Stadt verboten, Waffen zu tragen?« fragte er. »Nein, aber es ist nicht ungefährlich. Wenn sie so kostbar sind wie eure.« Abudun schmatzte genießerisch und André begann sich nun zu fragen, worauf der Bursche eigentlich hinaus wollte. Vielleicht waren seine Worte ja mehr als das Geplapper, für das er sie bisher gehalten hatte. »Es stimmt«, sagte er. »Wir haben eine lange Reise hinter uns und unsere Reisekasse ist ziemlich erschöpft.« »Wir hatten unvorhergesehene Ausgaben«, stimmte ihm Abudun zu. André sah ihn überrascht an und der Nubier schenkte ihm ein freudloses Grinsen und kaute schmatzend und mit nur halbgestoßenen Lippen weiter. Bei diesem Anblick sah André rasch weg, was der Nubier zweifellos beabsichtigt hatte. »Eure Sorge ehrt euch«, fuhr er an den Wirtgewand fort, »auch wenn sie unbegründet ist. Wir haben Freunde, die uns helfen werden, sollte es sich als notwendig erweisen. Und Geld hat uns noch nie interessiert.« »So wenig wie mich«, sagte der Wirt, »außer wenn ich keines habe, was leider Gottes häufig der Fall ist. Ich helfe nun einmal gerne, wenn ich es kann. Meine Frau sagt immer, dass das mein größter Fehler ist und mir eines Tages noch einmal Ärger einhandeln wird. Aber ich kann nun mal nicht aus meiner Haut. Ich meine, wer kann das schon?« Abudun hörte aufzukauen, hob das schartige Messer, das neben seinem Teller lag, und betrachtete zuerst nachdenklich die Schneider und dann das Doppelkinn des Gastwirts. »Manchen soll es schon gelungen sein«, sinnierte er. André versuchte Abuduns Bemerkung mit einem leisen Lachen zu entschärfen. Er fand, dass der größte Fehler des Mannes seine Schwarzhaftigkeit war. »Warum sagt ihr nicht einfach, worauf ihr hinaus wollt?« fragte er. »Ich?« Der Wirt war nicht nur ein ausgezeichneter Beobachter, sondern auch ein passabler Schauspieler. Der leicht vorwurfsvolle Blick, mit dem er andere maß, wirkte sogar fast überzeugend. »Ich wollte nur helfen, das ist alles, es ist eine, eine ehrliche Arbeit.« »Die sogar ein Turban-Träger bewerkstelligen kann«, vermutete Abudun. Der Wirt starrte ihn mit steinerner Miene an, stand dann wortlos auf und treute sich hinter seine Theke, wo er demonstrativ mit Krügen und Geschirr zu scheppern begann. André sah ihm schweigend zu und wandte sich dann ruhig zu Abudun um. »Musstest du ihn so reizen?«, fragte er, allerdings mit einem Lächeln und vorsichtshalber auf Arabisch, dass der Wirt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verstand. »Ich traue dem Kerl nicht«, antwortete Abudun in derselben Sprache. »Er ist ein Schlitzohr und Halsabschneider.« »Der dasselbe vermutlich auch von uns denkt«, fügte André hinzu, »und uns ein Dach über dem Kopf und Essen gibt. Du bringst uns in Schwierigkeiten, Pirat.« »In Schwierigkeiten, Hexenmeister«, antwortete der Nubier betont, »bin ich seit dem Tag, an dem ich das Pech hatte, dich kennenzulernen.« Verärgert schluckte André die scharfe Antwort hinunter, die ihm auf der Zunge lag. Manchmal wusste selbst er nicht, wann Abudun es ernst meinte und wann er einen seiner derben Scherze trieb oder ob das überhaupt einen Unterschied machte. Doch seit sie in Venedig angekommen waren, wurde der Nubier zunehmend gereizt und undulzahm. Bisher hatte er noch nichts wirklich Dummes getan, aber es war abzusehen, dass bald etwas geschehen würde, das ihnen wirkliche Schwierigkeiten einbrachte. »Du warst gestern Nacht noch unterwegs?« fragte er, um auf ein anderes Thema überzuleiten. »Im Gegensatz zu gewissen anderen Leuten habe ich nicht ganz vergessen, warum wir hier sind,« knurrte Abudun und zu Andres Missfallen nun wieder auf Italienisch, obwohl wir offensichtlich beide genug Bewegung hatten. Der Wirt hinter seiner Theke hörte zwar nicht auf, mit seinen Krügen zu klappern, sah aber ganz unverhohen neugierig in ihre Richtung, und André meinte gerade, zu sehen zu können, wie seine Ohren größer wurden. »Nur kein Neid,« antwortete er. »Hast du etwas herausgefunden?« »Ja,« grunzte Abudun, »dass man Turban-Träger in dieser Stadt nicht besonders mag.« Er schaufelte auch noch den Rest von Andres Portion in sich hinein, rülpste in einer Lautstärke, als wäre irgendwo nicht sehr weit entfernt ein Haus zusammengebrochen, und warf dem Wirt ein schiefes Grinsen zu. »Verzeiht,« sagte er, »eine schlechte Angewohnheit aus dem Land der Barbaren und Turban-Träger.« »Bitte hör auf,« sagte André, jetzt wieder ins Arabische wechselnd und sehr ernst, »wir brauchen den Mann vielleicht noch.« »Ganz wie ihr befehlt, Sahib,« antwortete Abudun ungerührt und weiter auf Italienisch. »Und um eure Frage abschließend zu beantworten, Effendi, nein, ich habe nichts herausgefunden, außer dass die guten Leute in dieser prachtvollen Stadt anscheinend sofort mit Taubheit und Erinnerungsverlust geschlagen sind, sobald man ihnen auch nur eine Frage stellt.« »Vielleicht stellt ihr ja die falschen Fragen,« mischte sich der Wirt ein, »oder richtet sie an die falschen Leute?« Er kam wieder hinter seiner Theke hervor und schien fest entschlossen, den kleinen Zwischenfall zu vergessen. »Ihr seid immer noch auf der Suche nach euren Landsmänninnen?« »Man könnte meinen, du hättest uns belauscht, wenn der Gedanke nicht so absurd wäre,« sagte Abudun. Er hatte ein Stückchen Brot entdeckt, das er nun mit spitzen Fingern aufnahm, um damit einen Rest Soße von seinem Teller aufzutupfen. Jedenfalls nahm André an, dass es Soße war. »Ihr seid jetzt seit beinahe einer Woche hier,« sagte der Wirt. Er war wieder an ihren Tisch getreten, machte aber keine Anstalten, sich erneut zu setzen. »Und ihr habt in dieser Zeit jeden nach diesen drei schwarzen Frauen gefragt, der nicht schnell genug weglaufen konnte. Inzwischen beginnt man, über euch zu reden.« »Das sind wir gewohnt,« erwiderte Abudun. Der letzte Brotkrum war vertilgt und sein Blick wanderte suchend über die zerschrammte Tischplatte, fand aber nichts mehr. »Vielleicht, ähm, vielleicht kann ich euch ja behilflich sein,« sagte der Gastwirt. »Ihr würdet bei meinem Schwager nicht nur gutes Geld verdienen, wisst ihr. Hafenarbeiter sind ein, ähm, schwarzhaftes Völkchen und Neuigkeiten erreichen die Stadt meistens auf dem Seeweg. Wenn eure Freunde mit einem Schiff angekommen sind, dann hat sie dort gewiss jemand gesehen.« »Lass mich raten,« sagte Abudun, »du bekommst eine Provision für jeden Mann, den du deinem Schwager vermittelst, die demjenigen zweifellos vom Lohn abgezogen wird, ohne dass er es auch nur ahnt.« »Man muss sehen, wo man bleibt,« sagte der Wirt ein bisschen trotzig. »Nehmt es meinem Freund nicht übel,« sagte André rasch. »Wir haben schon einmal in einem Hafen gearbeitet und keine guten Erfahrungen dabei gemacht.« »Oh, was ist denn passiert?« wollte der Wirt wissen. »Die Stadt ist abgebrannt,« antwortete Abudun. »Und die Flotte gesunken,« fügte André hinzu. Das entsprach sogar der Wahrheit, auch wenn die Geschichte komplizierter gewesen war. Aber das Lächeln des Mannes erlosch und er drehte sich zum zweiten Mal mit einem Ruck auf dem Absatz herum und ging, um diesmal hinter einer niedrigen Tür hinter der Theke zu verschwinden. Abudun sah im Kopf schüttelnd nach. »Da ist man mal ehrlich, und so wird es einem gedankt.« »Undank ist der Weltlohn,« bestätigte André und wurde dann wieder ernst. »Vielleicht sollten wir aufgeben,« sagte er. »Wir sind jetzt seit einer Woche hier und haben noch nicht einmal eine Spur von Meru oder Marius gefunden. Wahrscheinlich sind sie nicht hier.« »Es war dein Vorschlag, hierher zu kommen.« »Ja, und es war eine dumme Idee,« erwiderte André. »Ich hätte auf dich hören sollen. Sie sind nicht hier und waren es wohl auch nie.« Abudun sah ihn so vorwurfsvoll an, dass eine Erwiderung überflüssig wurde. André suchte vergeblich nach einer schatzhaften Bemerkung, um die Situation zu entspannen. Abudun hatte ja vollkommen recht, vor allem mit dem, was er nicht sagte. Der Nubi hatte von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht, wie wenig begeistert er von der Idee war, Meru und ihre beiden Dienerinnen allein loszuschicken, um Marius in die Obhut jenes geheimnisvollen Arztes zu bringen, von dem sie behauptet hatte, er wäre der einzige auf der Welt, der ihm helfen könnte, ein Mann in Konstantinopel, dessen Namen sie nicht einmal kannte. Wie sich gezeigt hatte, war Abuduns Skepsis nur zu berechtigt gewesen. Knapp zwei Monate später waren sie den drei hübschen Kriegerinnen und Marius gefolgt. Sie waren geritten wie die Teufel, einmal quer durch Europa, von London nach Konstantinopel, doch weder hatten sie mehr Ruhe gefunden, doch hatte dort jemand von ihr gehört, geschweige denn von dem Arzt, von dem ihre Dienerinnen gesprochen hatten. Wie es aussah, waren sie niemals dort angekommen. Andre verscheuchte die trübseligen Gedanken. In diesem Moment flog die Tür auf und eine kleine Gestalt in einem schwarzen Mantel stürmte herein. Beinahe wäre sie über ihre eigenen Füße gestolpert, machte noch zwei hastig ungeschickte Schritte und wäre vermutlich der Länge nach hingefallen, hätte Andre nicht blitzschnell die Hand ausgestreckt und sie aufgefangen. Ein schmerzerfülltes Zischen erklang und Andre lockerte seinen Griff ein wenig, als er spürte, wie zerbrechlich der Arm unter dem schwarzen Stoff war. »Hilf mir, Andre«, sagte eine vor Angst bebende Stimme. »Andre?« Abudun runzelte die Stirn und legte fragend den Kopf auf die Seite, wobei er offensichtlich noch einen allerletzten Brotkruming gewahrte, den er mit der Fingerspitze aufnahm und zwischen den Lippen verschwinden ließ. Andre sprang auf und riss überrascht die Augen auf, als die kleine Gestalt mit der freien Hand ihre Kapuze zurückschlug und er das schwarze Lockenhaar und das schmale Gesicht erkannte, das darunter zum Vorschein kam. »Corinna?«, murmelte er. »Ist das der Name, den sie euch genannt hat?«, fragte eine Stimme von der Tür aus. Andre ließ den Arm des Mädchens los, drehte sich herum und trat zwischen sie und die zweite Gestalt, die in der Tür aufgetaucht war. Es war so Heldraußen, dass er nur einen Umriss erkannte und kein Gesicht, aber in der Stimme lag etwas, das ihm nicht gefiel. Aus den Augenwinkeln sah er, wie sich Abudun halb erhob und sich dann wieder zurücksinken ließ. »Und wie ist dein Name, mein Freund?«, fragte er. Der Schatten trat näher und wurde zu einem breitschultrigen Mann unbestimmbaren Alters mit dunklem Haar und einem kantigen Gesicht. »Der tut nichts zur Sache«, sagte er. Der Blick seiner harten Augen fixierte Corinna und verlor sie wieder, als sie sich hastig ganz hinter Andres Rücken verkroch. »Ihr habt sie festgehalten, das ist gut. Jetzt gebt sie heraus und überlasst sie mir. Und vielen Dank für eure Hilfe.« »Nicht ganz so schnell, mein Freund«, Andre hob die Hand, als der Fremde eine Bewegung machte, als wolle er um ihn herumgehen. »Was ist hier los?« »Du musst mir helfen, Andre«, flehte das Mädchen. »Sie wollen haben mich durch die halbe Stadt gejagt.« Die Küchentür flog auf und der Wirt kam herein. »Was geht hier vor?«, fragte er laut und eine Bratpfanne mit einem hölzernen Griff schwenkend. Die ganze aussah, als hätte sie schon mit mehr als nur einem Schädel Bekanntschaft gemacht. »Wer seid hier und was habt ihr hier zu suchen?« »Ich habe es schon gefunden«, antwortete der Fremde. Andre sah nicht hin, aber er konnte hören, dass draußen auf der Straße noch mindestens zwei weitere Männer warteten, vielleicht mehr. »Wir sind hinter einer Diebin her.« »Einer Diebin?«, fragte Andre. »Das ist nicht wahr«, protestierte Corinna. »Ich habe nichts gestohlen.« »Das ist mir gleich«, antwortete der Wirt. »Ich will hier keinen Ärger. Verschwinde!« »Gebt uns diese kleine Diebin und wir sind schon wieder weg«, antwortete der Fremde. Er wandte sich direkt an Andre. »Kennt ihr sie?« »Flüchtig«, antwortete Andre. »Aber gut genug, um eine Menge Ärger zu riskieren, nur wegen einer Hure- und Taschendiebin.« Andre zog es vor, darauf nicht zu antworten, aber nun erhob sich auch Abudun und nahm hinter ihm Aufstellung. Obwohl sich in den herausfordernden Blick des Fremden eine erste Spur von Unsicherheit mischte, schürzte er nur abfällig die Lippen. »Ich glaube nicht, dass ihr euch mit fünf Männern auf einen Streit einlasst, nur wegen einer kleinen Straßendirne. Oder war sie so gut?« »Wer weiß«, sagte Andre kühl, »auf jeden Fall spricht man so nicht über eine Dame, schon gar nicht, wenn sie dabei ist.« »Dame«, höhnte der Fremde, »in der Tat, sie muss wirklich Eindruck gemacht haben.« »Hört auf«, sagte der Wirt herrisch, »ich dulde in meinem Haus keinen Streit. Verschwindet oder ich rufe die Signori.« Weder Andre noch der hartgesichtige Fremde nahmen seine Worte zur Kenntnis, aber Andre zollte ihm doch in Gedanken zumindest widerwilligen Respekt. Mut hatte er. »Ich fürchte, jetzt haben wir ein Problem«, sagte Andre. »Oder auch nicht.« Er hörte, wie sich Abudun hinter ihm regte, dann das Rascheln von Stoff und einen halblauten Schrei, von dem er nicht genau sagen konnte, ob er erschrocken oder empört war. Er fuhr herum und sah erstaunt, dass Abudun Corinna mit einer Hand gepackt und mit der anderen Hand unter ihren Mantel gegriffen hatte. »Ist das deiner, Mädchen?« fragte er, als er die Hand wieder hervorzog und einen schmalen, mit einer dünnen, goldenen Schnur verschlossenen Geldbeutel schwenkte. »Natürlich ist es meiner«, fauchte Corinna, während sie sich vergebens loszureißen versuchte. »Es sind drei Goldmünzen darin«, sagte der Fremde, »ein halbes Dutzend Kupfermünzen und der erste Milchzahn meiner Tochter, den sie vor einem halben Jahr verloren hat. Mein Glücksspringer!« Abudun zog die goldene Kordel mit den Zähnen auf, mit der anderen Hand hielt er immer noch das Mädchen fest, sah in den Beutel und zog ihn dann auf dieselbe Weise wieder zu. »Stimmt«, sagte er, gab den Beutel an Andre weiter und griff noch einmal unter Corinnas Mantel, um einen zweiten, abgewetzteren und schlichteren Lederbeutel hervorzuziehen und ihn dem verblüfften Andre zu reichen. Der befestigte den Beutel wortlos an seinem Gürtel, von dem er ihm irgendwie im Laufe der zurückliegenden Nacht abhanden gekommen war, und drehte sich dann zu dem Fremden um. Noch immer schweigend gab er den ersten Fund seinem legitimen Besitzer zurück, der nicht einmal hineinsah, sondern ihn in der Jackentasche verschwinden ließ. »Das war sicher nur ein Missverständnis«, sagte er. »Es tut mir leid, aber nun habt ihr euer Eigentum ja zurück und die Sache ist erledigt.« Der Bursche sah ihn fassungslos an, fing sich aber sofort wieder. »So einfach ist das nicht. Niemand bestiehlt mich ungestraft.« »Ihr wollt sie den Behörden übergeben?«, vermutete Andre. »Aber das wäre doch eine Zeitverschwendung. Sie würde den Signori schöne Augen machen und wäre nach einer Stunde wieder frei. Da fällt uns gewiss eine bessere Lösung ein, eine gerechtere.« »Ich fürchte, das kann ich nicht zulassen«, sagte Andre. »Ihr habt euer Eigentum zurück und damit solltet ihr es gut sein lassen. Also geht jetzt besser, bevor die Sache hässlich wird.« »Und was genau versteht ihr unter hässlich?«, fragte der Fremde lauernd. »Wollt ihr euch hinter eurem großen Freund da verstecken?« »Was immer es ist, macht das unter euch aus und nicht hier drinnen«, sagte der Wirt. »Ich sage es nicht noch mal!« André seufzte. Er war nicht auf Streit aus, und sein Verstand sagte ihm, dass ihm die Sache nichts anging und er nicht den geringsten Anlass hatte, sich für eine kleine Dieben einzusetzen, die schließlich auch ihn bestohlen hatte. Aber dann schüttelte er doch den Kopf. »Tun wir, was der gute Mann sagt und klären die Angelegenheit draußen und wie zivilisierte Männer«, sagte er. »Ich bin sicher, wir finden eine Lösung.« Er schnallte seinen Waffengurt ab und legte den reich verzierten Degen mit einer demonstrativ vorsichtigen Bewegung auf den Tisch. »Und keine Sorge, mein großer Freund wird sich nicht einmischen.« Der dunkelhaarige Maske erinnert mit einem kurzen und verächtlichen Blick. Aber Dun ignorierte er. »Ich hoffe, sie ist es wert.« Und damit fuhr er auf dem Absatz herum und stürmte hinaus. »Da hast du in London etwas gründlich falsch verstanden, Hexenmeister«, sagte Abudun passend zu seinen Worten, diesmal in englischer Sprache. »Gentlemen setzen sich für unschuldige junge Ladies ein, nicht für kleine Diebinnen.« »Ihr könnt durch die Küche raus«, sagte der Wirt leise. »Wenn ihr über die Hofmauer steigt, dann könnt ihr verschwinden, bevor sie es auch nur merken.« »Und den ganzen Spaß versäumen?«, fragte Abudun und jetzt selbstverständlich in einer Sprache, die der Mann auch verstand. »Das würde euch schlecht bekommen«, sagte André rasch, »und ihr habt unsretwegen schon genug Ärger.« Er bedeutete, Abudun mit einer knappen Handbewegung den Mund zu halten und ihm zu folgen. Der Nubier kam der Aufforderung auch nach, allerdings ließ er Corinnas Arm dabei nicht los, sondern zerrte sie einfach hinter sich her. André blinzelte, als er in das unerwartet helle Licht der Morgensonne hinaustrat, erkannte zunächst nichts als verschwommene Schemen und konzentrierte sich ganz auf seine anderen Senne, rechnete er doch fest damit, dass die Männer seinen vermeintlichen Nachteil ausnutzen und sich unverzüglich auf ihn stürzen würden. Doch er hörte nur ein überraschtes Raunen, als Abudun hinter ihm aus dem Haus trat. Vielleicht hatten sie ja Glück, und es ging doch noch ohne Blutvergießen ab. André blinzelte noch einmal, und die Schatten flossen zu Körpern zusammen, drei auf der linken Seite, dann noch einmal zwei weitere auf der anderen, womit sich in keiner Richtung ein Fluchtweg bot, selbst wenn die Straße nicht so schmal gewesen wäre, dass Abudun die Wände auf beiden Seiten mit den Fingerspitzen berühren konnte, wenn er die Arme ausstreckte. Und? fragte der Bursche, dem er nach draußen gefolgt war. Wollt ihr es immer noch mit uns allen aufnehmen, mein Freund? Bevor André antwortete, ließ er seinen Blick noch einmal taxierend über die vier anderen Burschen wandern. Er las auf allen Gesichtern dieselbe Mischung aus Entschlossenheit und grimmiger Vorfreude und ganz besonders auf dem eines vierschrötigen Burschen, dessen nackte Oberarme beinahe missgestaltet wirkten, so muskulös waren sie. Er war fast so groß wie Abudun ohne Turban und sah so friedfertig aus wie ein nordafrikanisches Flusspferd, das sein Territorium verletzt sieht. »Ich nehme an, wir können noch einmal über alles reden, wenn ich euch das Mädchen ausliefere?«, fragte er. »Ehr nicht«, antwortete der Hartgesichtige. »Ich meine, eure kleine Hure da bekommen wir sowieso, und Paolo hat sich jetzt schon so auf ein bisschen Spaß gefreut. Er kann ziemlich unangenehm werden, wenn man ihm seine kleinen Vergnügungen verwehrt, wisst ihr?« André nickte, seufzte resigniert und stieß Paolo die Fingerspitzen der Linken wuchtig gegen die Kehle. Der schwarzhaarige Hühne stolperte zwei Schritte zurück, schlug beide Hände gegen den Hals und rang mit hervorquellenden Augen nach Luft. Röchelnd sank er auf die Knie und kippte von dort aus zur Seite. André drehte sich wieder zu dem Hartgesichtigen um. »So wütend sieht er eigentlich gar nicht aus«, sagte er lächelnd. »Soll ich mich jetzt noch mit einem weiteren deiner Freunde unterhalten oder gleich mit allen zusammen?« Offenbar mit allen zusammen. Die Überraschung der Burschen dauerte nur einen kurzen Moment. Dann stürzten sie sich mit einem Aufschrei auf ihn. André spürte sofort, dass er es mit erfahrenen Männern zu tun hatte, die das Kämpfen gewohnt waren. Er empfing den ersten Burschen mit einem Fausthieb in den Leib, der diesen nach Luftjapsen zu seinem Kumpan am Boden schickte. Es gelang ihm auch, den Fausthieb eines zweiten mit dem Unterarm abzublocken. Ein anderer jedoch schlug ihn mit solcher Gewalt in die Nieren, dass er vor Schmerz aufstöhnte, und der vierte warf sich gleich auf seinen Rücken, schob die Arme unter seinen Achseln hindurch und verschränkte die Hände hinter seinem Nacken, ein Griff, mit dem man auch einen sehr viel stärkeren Gegner mühelos halten konnte. André hätte ihn trotzdem sprengen können, doch stattdessen warf er sich so wuchtig zurück und gegen die Wand, dass der Bursche mit einem sonderbar quietschenden Schrei nach Luft drang und dann kraftlos zusammenbrach. André musste ihn nicht einmal mehr abschütteln. Doch vor seinen Augen tobten rote und grüne Blitze. Er schmeckte Blut, und der rasende Schmerz in seinem Rücken ebbte nur allmählich ab. Er sah kaum mehr als Schemen, schaffte es trotzdem, irgendwie zwei weitere Schläge abzuwehren, und wurde praktisch im gleichen Augenblick von einer dritten Faust mit solcher Wucht an der Kinnspitze getroffen, dass er beinahe das Bewusstsein verloren hätte. Dennoch griff er ganz instinktiv nach dem zu der Faust gehörigen Arm, verdrehte ihn mit einem Ruck und wurde mit dem dumpfen Laut belohnt, mit dem ein Körper auf dem harten Boden aufschlug. Er stolperte weiter, immer noch halb blind vor Schmerz und der Schwäche, die seinen Körper in Schüben erfasste. Als ihn ein weiterer brutaler Schlag in den Leib traf, packte er den Angreifer und schmetterte ihn gegen die Wand auf der anderen Seite. Zwar reichte seine Kraft nicht mehr ganz, und der Bursche fiel auf halber Strecke zu Boden und rappelte sich sofort wieder hoch, aber sein hartnäckiger Widerstand schien die Kerle beeindruckt zu haben. Er wurde nicht sofort wieder attackiert, sodass er sich ein paar Schritte weit zurückziehen und genug Zeit gewinnen konnte, um zu Kräften zu kommen. Auch vier seiner fünf Kontrahenten standen bereits wieder aufrecht, abgesehen von Paolo, der sich noch immer am Boden krümmte und keuchte, als würde er das Atmen neu zu lernen versuchen. Aber sie wirkten jetzt deutlich zögerlicher. Mit einem so heftigen Widerstand hatten sie anscheinend nicht gerechnet, so wenig wie er umgekehrt damit, es mit so entschlossenen Gegnern zu tun zu haben. André war noch weit davon entfernt, Sorge oder gar Angst zu empfinden, aber er wusste, dass er seine Rücksicht zumindest zum Teil aufgeben musste. Er wollte keinen dieser Männer töten, begriff aber, dass er wohl nicht darum herumkommen würde, wenigstens einen von ihnen zu verletzen, damit die anderen zur Vernunft kamen. Die Entscheidung wurde ihm abgenommen. Die vier Burschen begannen ihn zu umkreisen und versuchten, sich mit Blicken und Gesten zu verständigen, wohl um ihn erneut gemeinsam anzugreifen. Gerade als André seinerseits einen von ihnen fixierte, um ihn zu packen und ihm den Arm oder die Schulter zu brechen, hörte er hinter sich einen Schrei. Er wirbelte herum und sah, dass Abudun einen der Kerle ergriffen hatte und ihm den Arm verdrehte, sodass sein Handgelenk wie ein trockener Ast brach und der Bursche mit einem schrillen Heulen in die Knie ging. Und das war wohl endgültig zu viel. Die drei anderen fuhren auf der Stelle herum und rasten wie von Furien gehetzt davon, ohne sich auch nur noch einmal nach ihrem verwundeten Kameraden umzusehen. André bedachte den wimmernden Burschen vor sich noch mit einem zornigen Tritt, ging dann mit schnellen Schritten zu Paolo hin und überzeugte sich davon, dass er noch am Leben war und es auch bleiben würde. Dann drehte er sich wütend zu Abudun herum. »Sag mal, hattest du nicht versprochen, dich nicht einzumischen?«, fauchte er. »Bitte verzeiht eurem unwürdigen Diener, Sahib«, antwortete Abudun mit einem spöttischen Nicken. Er hielt ein Messer mit einer fünf Zoll langen Klinge in die Höhe, von dem André wusste, dass es nichts seines war. »Ich wollte nur verhindern, dass dieser Bursche euch ein unwillkommenes Geschenk macht.« André funkelte ihn trotzdem zornig an und ließ sich dann neben dem verzweifelt nach Luft japsenden Hühnen in die Hocke sinken. Paolos Atem ging unregelmäßig und pfeifend. André konnte sehen, wie rasend schnell sein Herz in dem vergeblichen Versuch jagte, Sauerstoff in seine Adern zu pumpen, die ihm seine Lungen nicht lieferten. Nachdem er behutsam nach einem bestimmten Nervenknoten im Nacken des Mannes getastet und ihn massiert hatte, wurde es ein wenig besser, aber André wusste, dass es trotzdem noch Stunden dauern würde, bis er wieder ganz ohne Schmerzen atmen konnte und Tage, um wieder wie gewohnt zu schlucken. Sein Mitgefühl hielt sich in Grenzen. »Verstehst du mich?«, fragte er. Paolos Blick blieb leicht verschleiert, aber er nickte. »Gut«, sagte André. »Dann hör mir gut zu. Ich lass dich am Leben und deinen Freund dahinten auch, aber du wirst deinen Kameraden etwas von mir ausrichten. Ich trage euch nichts nach, aber wenn ihr mich oder Corinna noch einmal belästigt, dann töte ich euch. Alle.« Ohne auf eine Antwort zu warten, die er ohnehin nicht bekommen hätte, stand er auf, ging zu dem Burschen mit dem gebrochenen Arm und zerrte ihn unsanft auf die Füße. »Du hast gehört, was ich gesagt habe«, fuhr er ihn an. »Jetzt hilf deinem Freund von hier zu verschwinden und komm nicht wieder, es sei denn, euer Leben ist euch nicht viel wert.« »Das war beeindruckend«, sagte Abudun und machte ein gewichtiges Gesicht, während er zusah, wie die beiden Kerle sich gegenseitig stützend davonhumpelten. »Du solltest dir diese Worte aufschreiben, falls du noch einmal dieselbe Rede halten musst.« André würdigte ihn keine Erwiderung, sondern ging an ihm vorbei, ergriff Corinnas Arm und zerrte sie wenig sanft hinter sich hier in die Gaststube zurück, wobei er um ein Haar den Gastwirt über den Haufen gerannt hätte, der mit offenem Mund in der Tür stand und ihn anglotzte wie das achte Weltwunder. Er stieß sie auf die Bank hinab, auf der Abudun zuvor gesessen hatte, und nahm ihr gegenüber Platz. Er wartete, bis auch der Nubier zu ihnen hereingekommen war und sich gesetzt hatte. »Du hast interessante Freunde, Corinna«, sagte er dann. »Das waren nicht meine Freunde«, antwortete das Mädchen nervös. »Wenn das nicht deine Freunde waren, woher kennst du sie dann?«, fragte er. »Gar nicht«, behauptete das Mädchen. »Ich habe sie heute zum ersten Mal gesehen.« »Was dich nicht daran gehindert hat, sie sofort zu bestehlen«, sagte Abudun. »Ich habe nicht gestohlen«, begehrte Corinna auf. »Dann sammelst du nur Milchzähne«, fragte Abudun. Corinna funkelte ihn nur trotzig an, und André war beinahe erleichtert, als in diesem Moment der Wirt an ihren Tisch trat und zwei Krüge mit frisch gezapftem Bier vor ihnen abstellte. »Bei der Jungfrau Maria und allen Heiligen«, sagte er, »so etwas, so etwas habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen, und hätte es mir einer erzählt, dann würde ich es nicht glauben.« Er zeigte mit beiden Händen auf die Krüge. »Trinkt! Das geht auf Kosten des Hauses, und auch noch eine zweite Runde, wenn ihr es wollt. Was für ein Kampf!« Er bedachte Abudun und André mit einem Bewundernden, und Corinna mit einem missmutigen Blick wischte sich wieder einmal die Hände an seiner schmierigen Lederschürze ab und wollte gerade noch mehr sagen, als die Tür hinter der Theke aufging und seine Frau neugierig den Kopf hereinstreckte. Seine Miene verfinsterte sich schlagartig. »Was gibt es da zu starren?«, fragte er scharf. »Hast du nichts zu tun, dass du hier herumstehst und Maulaffenfeil hältst? Scher dich in die Küche, neugieriges Weib!« Seine Frau zog sich erschrocken wieder zurück, und der Wirt fügte mit einem ärgerlichen Sturmrunzeln an André gewandt hinzu. »Wenn ich etwas auf der Welt nicht ausstehen kann, dann ist das neugieriges Weibervolk!« André tauschte einen vielsagenden Blick mit Abudun und schwieg. »Ich wusste gleich, dass ihr etwas Besonderes seid,« fuhr der Wirt fort, »schon als ich euch das erste Mal gesehen habe. Ihr gebt euch als harmlose Reisende aus, haha, aber in Wahrheit seid ihr Krieger. Sicherlich tapfere Helden, die in geheimer Mission unterwegs sind, von der keiner etwas wissen darf, habe ich recht?« »Gibt es denn geheime Missionen, von denen jeder wissen darf?« erkundigte sich Abudun todernst. Der Wirt starrte ihn an, und Abudun fuhr fort. »Wenn wir das wären, wofür du uns zu halten scheinst, wäre es dann nicht sehr leichtsinnig von dir, uns diese Fragen zu stellen, und vielleicht sogar gefährlich.« Jetzt wirkte der Wirt irritiert und auch ein bisschen erschrocken und rettete sich dann in ein nervöses Lachen. »Ich verstehe, ihr beliebt zu scherzen, aber macht euch keine Sorgen. Euer Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben. Ich werde gewiss niemandem etwas verraten. Wenn es etwas gibt, wofür ich bekannt bin, dann ist es meine Verschwiegenheit.« Abudun starrte ihn nur an, und da er es auf eine Art tat, zu der von allen Menschen, die André kannte, nur er allein imstande war, verschwand der Wirt sehr schnell sehr eilig in der Küche. André konnte selbst durch die geschlossene Tür hören, wie er mit seiner Frau zu keifen begann. »Kein Wunder, dass seine Frau so kocht«, sagte er. »Wahrscheinlich hofft sie, dass er irgendwann versehentlich etwas davon isst.« Abudun warf ihm einen verständnislosen Blick zu, deutete einen Schulterzucken an und wandte sich wieder dem Mädchen zu. »Du wolltest uns von deinen Freunden erzählen.« »Es sind nicht meine Freunde«, antwortete sie. »Ich kenne sie nicht.« »Weil du normalerweise nur die bestehlst, die du kennst?«, fragte André. Corinna hielt seinen Blick trotzig stand. André spielte ihr Spielchen noch einen Augenblick mit, bevor er den Lederbeutel von seinem Gürtel löste und auf den Tisch legte. »Ihr müsst nicht nachzählen«, sagte Corinna. Immer noch klang sie leicht verstockt. »Es ist alles noch da, bis auf den letzten Heller.« »Du bist noch nicht dazu gekommen, es auszugeben«, vermutete Abudun. Corinna funkelte ihn an, wandte sich dann aber wieder an André. »So war's nicht«, beteuerte sie. »Lass mich raten«, sagte André. »Du hast ihn ganz versehentlich eingesteckt und bist gleich hergekommen, als du es gemerkt hast, um mir mein Geld zurückzugeben.« »Ja«, antwortete Corinna. »Ich meine, nein.« »Aha«, sagte André. »Was?« »Ich meine, ich habe ihn nicht versehentlich eingesteckt. Aber es war ein Fehler, und als ich das eingesehen habe, da bin ich hergekommen, um ihn euch zurückzugeben. Das ist die Wahrheit.« »So wie es auch die Wahrheit ist, dass du diese Burschen von gerade nicht kennst«, schnaubte Abudun. »Es ist wahr«, beharrte Corinna. »Sie haben Bemerkungen gemacht, anzügliche Bemerkungen, die sich nicht gehören einer Dame gegenüber.« »Für die sie dich zweifellos gehalten haben«, spottete Abudun. »Es war nur recht und billig«, verteidigte sich Corinna, eine Logik, der André nicht ganz folgen konnte. »Und ich muss schließlich von irgendetwas leben«. Nachdem sie mit treuherzigem Augenaufschlag vergebens auf eine Antwort gewartet hatte, schob sie schließlich die Hand über den Tisch, um nach André zu greifen, aber der zog seinen Arm schnell zurück. »Es tut mir wirklich leid«, sagte sie. »Das müsst ihr mir glauben. Wäre ich sonst hier, wenn es nicht so wäre?« »Das weiß ich nicht«, sagte André kühl. »Wahrscheinlich verachtet ihr mich jetzt«, André tat ihr nicht den Gefall, den Kopf zu schütteln oder ihr gar laut zu widersprechen. »Das weiß ich auch noch nicht«, sagte er. »Aber ich weiß, dass ich es nicht schätze, bestohlen zu werden.« Er war nicht einmal wirklich zornig, aber doch ein wenig enttäuscht, was ihm selbst sonderbar erschien, denn schließlich kannte er sie gerade einmal einige wenige Stunden. »Ja. Wahrscheinlich habe ich das auch verdient«, seufzte Corinna. »Und so wie es aussieht, stehe ich jetzt sogar noch tiefer in eurer Schuld, nachdem ihr mir das Leben gerettet habt.« »Das Leben gerettet?« André runzelte die Stirn. »Jetzt übertreibst du. Ich glaube nicht, dass sie dich gleich umgebracht hätten.« »Nein, sicher nicht gleich«, antwortete Corinna. »Zuerst hätten sie ihren Spaß mit mir gehabt, einer nach dem anderen oder auch alle zugleich, und dann hätten sie mich umgebracht.« André fragte sich, ob sie die Wahrheit sagte. Andererseits, selbst wenn sie tatsächlich zurückgekommen war, um ihm sein Geld zu bringen, dann änderte das rein gar nichts an der Tatsache, dass sie ihn bestohlen hatte. Oder vielleicht doch. Es war kompliziert. Als hätte er seine Gedanken gelesen, verdrehte Abudun die Augen, griff nach Andrés Geldbeutel und ließ ihn in der Manteltasche verschwinden. »Nur zur Sicherheit«, sagte er, »du bekommst es zurück, sobald ich weiß, dass du wieder bei Sinn bist.« »Was soll der Unsinn?«, fragte André. »Das frage ich dich«, erwiderte Abudun schärfer, als André angemessen schien. Er stand auf. »Schalt einfach zur Abwechslung einmal deinen Verstand ein, Hexenmeister. Und sollte noch etwas davon übrig sein, dann findest du mich bei unserem Wohltäter in der Küche. Ich sehe nach, ob noch etwas zu essen da ist.« Er ging. André sah ihm leicht verdutzt nach, und auch Corinna schüttelte traurig den Kopf und ließ ein abermaliges Seufzen hören. »Euer Freund mag mich nicht«, stellte sie fest. »Nein«, antwortete André. Als Corinna betroffen guckte, beeilte André sich zu ergänzen. »Ich meine, nein, es hat nichts mit dir zu tun. Abudun ist in letzter Zeit ein wenig gereizt. Er ist sonst nicht so, musst du wissen.« »Und warum jetzt?« »Wir sind seit einer Woche hier und haben noch keine Spur von Meru und meinem Sohn gefunden«, antwortete er. »Er ist kein sehr geduldiger Mensch und er sorgt sich um Meru.« »Die Frau, der ihr euren Sohn anvertraut habt?« André nickte. »Ich dachte, sie wäre eure Freundin gewesen.« »Nicht so«, antwortete André. »Sie ist wirklich nur eine Freundin, unsere Freundin. Wir hätten sie niemals allein gehen lassen dürfen. Abudun würde es niemals aussprechen, aber er nimmt es mir ziemlich übel, glaube ich.« »Was nimmt er euch übel?« Er sollte diese Frage nicht beantworten, aber wie schon in der Nacht zuvor vertraute er ihr aus irgendeinem Grund, auch wenn der Gedanke ihm selbst absurd vorkam.« »Ich habe dir von dem großen Feuer in London erzählt. Es gab einen Kampf und Meru wurde verletzt, ziemlich schlimm verletzt. Wir hätten sie niemals gehen lassen dürfen, nicht in dem Zustand, in dem sie war.« »Und warum habt ihr es dann getan?« André lachte humorlos und Corinna sah ihn verletzt an. »Hab ich etwas Falsches gesagt?« »Nein«, antwortete André. »Es hat nichts mit dir zu tun. Du kannst es nicht wissen, aber wenn sich Meru einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, dann gibt es auf der ganzen Welt nur einen einzigen Menschen, der sie noch davon abbringen kann. Und das ist Meru selbst.« »Nicht einmal ihr oder euer großer Freund?« »Nicht einmal ich oder mein großer Freund«, bestätigte André. Corinna dachte angestrengt über diese Worte nach, bevor sie nickte. »Dann muss diese Meru eine wirklich interessante Frau sein.« »Das ist sie«, bestätigte André. In seiner Stimme schwang eine Düsternis mit, die ihn selbst erschreckte. Corinnas zierliche Hand litt erneut über den Tisch und tastete nach seinen Fingern. Und diesmal zog er den Arm nicht zurück, sondern ließ die Berührung zu. Überrascht stellte er fest, dass sie seltsam wohltuend war. Eine Weile saßen sie einfach schweigend da, dann sagte Corinna leise. »Was eure Freundin angeht, kann ich euch nicht helfen, aber vielleicht«. »Vielleicht?« fragte André, als sie nicht weiter sprach. »Vielleicht, was euren Sohn angeht«, sagte Corinna leise. »Ich will euch keine falsche Hoffnung machen und wahrscheinlich ist es sowieso nur Unsinn, aber«. Sie verstummte erneut, wich plötzlich seinen Blick aus und versuchte, die Hand zurückzuziehen, aber diesmal war es André, der sie festhielt. »Was ist Unsinn?« drängte er. »Was ihr mir gestern Nacht erzählt habt«, antwortete das Mädchen, seinen Blick immer noch meidend. André meinte ihr anzusehen, dass sie es längst bedauerte, das Thema angeschnitten zu haben. Sie sprach erst nach einem Zögern weiter. »Die Geschichte hat mir keine Ruhe gelassen. Ich weiß selbst nicht, warum, aber ich musste immer wieder daran denken. Vielleicht, weil ich gespürt habe, wie sehr es euch zu schaffen macht. Heute Morgen jedenfalls, habe ich mit einem der anderen Mädchen darüber gesprochen und … und sie hat mir eine seltsame Geschichte erzählt.« Sie schüttelte den Kopf. »Wahrscheinlich wollte sie sich nur wichtig machen. Das tun sie oft, wisst ihr. Komm, erzählt eine von uns eine Geschichte, er findet die andere sofort eine neue, um sie zu übertrumpfen.« »Was für eine Geschichte?« fragte André. Sein Herz klopfte. »Die Geschichte von einem sonderbaren Jungen, der vor einem knappen Jahr hier in der Stadt aufgetaucht sein soll«, antwortete Corinna, »eines sehr kranken Jungen, den drei unheimliche schwarze Frauen gebracht haben sollen.« Andrés Herz schlug plötzlich noch härter, und sein Mund war mit einem Male so trocken, dass er Mühe hatte zu sprechen. »Dieses … dieses Mädchen, das dir diese Geschichte erzählt hat«, sagte er stockend, »kannst du mich zu ihr bringen?« »Nein«, antwortete Corinna, »aber ich kann euch zeigen, wo sie den Jungen hingebracht haben.« Wenn es etwas gab, das André zutiefst verabscheute, dann waren es Schiffe. Er hatte einen gar nicht geringen Teil seines Lebens auf Schiffen verbracht, als einfacher Matrose, Galerensklave, Kapitän oder Kanonier, einmal sogar als Kommandant einer noch nicht einmal kleinen Flotte. Doch immer noch hasste er es, nur auf ein paar beunruhigenden Lagen Holz zu stehen, unter denen ein schwarzer Abgrund lauerte, egal ob die Entfernung zum Meeresboden nun nur wenige Fuß oder auch etliche Meilen maß. Er war stets angespannt und gereizt, wenn er sich an Bord eines Schiffes befand, und atmete immer zutiefst erleichtert auf, wenn er den Fuß wieder auf festen Boden setzte. Auch das Schiff, auf dem er sich jetzt aufhielt, machte da keine Ausnahme, auch wenn es gar kein Schiff war, sondern eher ein Boot, und streng genommen nicht einmal das, sondern eine Gondola, wie die Einheimischen die sonderbaren Gefährte nannten, mit denen sie die Wasserstraßen ihrer Heimatstadt befuhren. Er war nur noch nicht ganz sicher, ob er auch dieses Mal wieder wie gewohnt erleichtert würde aufatmen können, wenn sie ihr Ziel erreicht hatten, denn wenn man es wirklich ganz genau nahm, dann war ja diese ganze Stadt nichts anderes als ein bizarres Schiff aus Stein, das auf unzähligen hölzernen Beinen aus dem Wasser erragte. Sie waren jetzt seit einer Woche hier, und dennoch empfand er vor allem Verwirrung beim Anblick einer kompletten Stadt, die direkt aus dem Meer herausgewachsen zu sein schien wie die Zinnen eines mythischen Reiches, das lange vor den Zeiten der Menschen in den Tiefen des Ozeans versunken war und nun in einem endlosen magischen Moment wieder aus dem Vergessen auftauchte. Viele Gebäude hatten weiße Linien, die wie mit einem riesigen Lineal gezogen die Höchststände verschiedener Hochwasser der Vergangenheit anzeigten. In manchen Wänden hatten sich Schimmel und Fäulnis eingenistet, die zumindest seinem und Abouduns feinem Geruchssinn nicht verborgen blieben, und er mutmaßte, dass es hinter so mancher prachtvollen Fassade nicht besser aussah. Dennoch wusste dieser Teil der Stadt noch immer zu beeindrucken. Ein gedämpfter Knall ertönte, gefolgt von einem nicht annähernd zu gedämpften Fluch in einer Sprache, die seit 500 Jahren ausgestorben war, zusammen mit allen, die sie gesprochen hatten, und André musste nicht einmal hinsehen, um zu wissen, dass Abouduns Schädel schon wieder unliebsame Bekanntschaft mit einer der niedrigen Brücken gemacht hatte, die die schmalen Kanäle in scheinbar unendlicher Zahl überspannten. Er sparte sich jeden Kommentar dazu, genau wie den Versuch, eine Antwort auf die Frage zu finden, warum Aboudun darauf beharrte, im Bug der schlanken Gondel zu stehen, statt sich hinzusetzen, wie Corinne und er es getan hatten. Aboudun war eben Aboudun, so einfach war das. »Es ist jetzt nicht mehr sehr weit«, sagte Corinna in einem mitfühlenden Ton, der die Frage obsolet werden ließ, ob man ihm sein Unbehagen ansah. »Nur noch ein paar Abzweigungen, und wir sind da.« André nickte nur, aber Aboudun knurrte. »Und wo ist dieses »da«?« »Ich muss zuerst noch mit einer Freundin sprechen«, antwortete Corinna. »Aber keine Sorge, es dauert nicht lange.« »Hast du nicht behauptet, du wüsstest, wo der Junge ist?« erkundigte sich der Nubier misstrauisch und zog hastig den Kopf ein, als er einen Schatten aus den Augenwinkeln gewahrte und die Gondel unter einer weiteren steinernen Brücke hindurchgläht. Als er sich wieder aufrichtete, saß ein Turban ein wenig schräg auf seinem Kopf. Ein entgegenkommender Gondoliere beschwerte sich lautstark bei ihrem Fahrer, da ihre beiden Gefährte gefährlich nah aneinander vorbeischrammten. »Das weiß ich auch«, antwortete Corinna. »Aber man kommt nicht so ohne weiteres hinein. Ich werde eine ganze Menge gefallen.« Als er sich wieder aufrichtete, saß ein Turban ein wenig schräg auf seinem Kopf. Ein entgegenkommender Gondoliere beschwerte sich lautstark bei ihrem Fahrer, da ihre beiden Gefährte gefährlich nah aneinander vorbeischrammten. »Das weiß ich auch«, antwortete Corinna. »Aber man kommt nicht so ohne weiteres hinein. Ich werde eine ganze Menge Gefallen einfordern müssen, um euch Zutritt zu verschaffen. Vor allem dir, schwarzer Mann.« »Mir bricht das Herz«, spottete Abudun. »Wie können wir diese Großzügigkeit nur wieder gut machen?« »Das ist gut sein, Pirat«, seufzte André. Abudun zog eine Grimasse und durchbohrte abwechselnd ihn und Corinna mit Blicken, war aber wenigstens still. André fragte sich, wer von ihnen nun eigentlich übertrieb. Der Nubia mit seiner unverhohlenen Feindseligkeit oder er mit seinem großen Vertrauen zu einem Straßenmädchen, das er gerade einmal ein paar Stunden kannte und das ihn noch dazu bestohlen hatte. So viel Vertrauensehrlichkeit war sonst gar nicht seine Art. Nur um auf andere Gedanken zu kommen, drehte er sich auf der unbequemen Bank zur Seite und betrachtete das bunte Treiben beiderseits des schmalen Kanals. Trotz Abuduns hartnäckigem Bohren hatte Corinna sich beharrlich geweigert, auch nur eine Andeutung über ihr Ziel zu machen, und André begann allmählich zu verstehen, warum. Nachdem ihr eigenes Quartier zumindest in unangenehmer Nähe der Saka Fisola lag, hatte er zumindest etwas Besseres erwartet. Zwar waren die Häuser hier größer, die Menschen besser gekleidet und genährt, und alles wirkte insgesamt sauberer und fröhlicher, aber zugleich auch schmuttliger. Ein passenderes Wort dafür fiel ihm nicht ein. Sie hatten drei Gondoliere angesprochen, bevor sich der erste bereit erklärt hatte, sie zu fahren. Was natürlich auch an Abuduns Anwesenheit liegen mochte und seinem Gesichtsausdruck, der noch finsterer war als gewohnt. Immerhin waren die Wege breit und einigermaßen gepflegt, und das Treiben war hier nicht nur im übertragenen, sondern auch im wortwörtlichen Sinne bunt. Viele Häuser waren mit Fahnen, Blumen oder farbigen Tüchern geschmückt, und aus mehr als einer offenstehenden Tür drang laute Musik. Mancherorts herrschte ein solches Gedränge, dass es ihn wunderte, nicht den einen oder anderen Passanten ins Wasser fallen zu sehen, und auch die Kleidung der meisten Menschen war farbenfroh, selbst die Uniform der Soldaten, von denen es für André's Geschmack vielleicht ein bisschen zu viele gab. »Ist es hier immer so?«, fragte er. »Ja«, antwortete Corinna, »aber im Moment sind alle ein bisschen aufgeregt, die letzten Vorbereitungen für den Karnevale, wenn du verstehst.« André nickte zwar, war aber nicht ganz sicher, ob er tatsächlich verstand. Er hatte zwar von diesem Fest gehört, bei dem sich die halbe Stadt in mehr oder weniger bizarre Verkleidungen hüllte und etliche Tage lang feierte, aber nie den Grund für diesen seltsamen Brauch erfahren und sich auch nicht dafür interessiert. Er mochte solcherlei Volksbelustigungen nicht, und nach Feiern war ihm schon gar nicht zumute. Er verzichtete darauf, eine der Fragen zu stellen, die Corinna mit ihrer Antwort so offensichtlich hatte herausfordern wollen, sondern sah dem scheinbaren Chaos beiderseits des Kanals eine Weile schweigend zu, ehe er seinen Blick schließlich von dem fröhlichen Treiben losriss und sich wieder an Corinna wandte. »Wo sind wir hier?« »Die Karampane«, antwortete Corinna. »Aha«, sagte André, sah sich noch einmal langsam um und fragte dann, »Und, ähm, was heißt das?« »Das wollt ihr nicht wissen«, behauptete Corinna lachend, »obwohl ich mir vorstellen könnte, dass es euch gefällt.« Abudun feigste nun ganz unverhohlen und drehte sich so abrupt ganz zu ihnen herum, dass das zerbrechliche Bötchen prompt zu schwanken begann und Abudun instinktiv die Arme ausstreckte, um die Balance zu halten, woraufhin die Gondel noch heftiger zu schaukeln begann und möglicherweise sogar ganz aus dem Gleichgewicht geraten wäre, hätte der Gondeliere nicht hastig seine lange Stange in den schlammigen Kanalgrund gerammt und das Gefährt damit vor dem Kentern bewahrt. Man musste des Italienischen nicht mächtig sein, um die Bedeutung des Wortschweiz zu begreifen, mit dem er den nubischen Hühnen überschüttete. »Vielleicht setzt du dich besser doch hin«, sagte André, »nichts gegen dich als Galionsfigur, aber vielleicht doch an einem größeren Schiff.« Abudun ließ sich in den Bug des Schiffchens plumpsen, sodass es erneut bedrohlich in Schwanken geriet, was den Gondeliere zu einem erneuten Temperamentsausbruch veranlasste. Corinna beruhigte ihn mit einigen wenigen Worten, die André genauso wenig verstand wie die Schimpfkanonade des Mannes. Immerhin verstummte dieser und stagte mit finsterem Gesicht weiter. »Was hast du ihm gesagt?« fragte André. »War das eine Art Zauberspruch?« »Einer, der immer und überall funktioniert«, sagte Corinna und blinzelte Abudun schalkhaft zu. »Ich glaube, in deiner Heimat nennt man ihn Bakschisch.« Abudun sah finster auf sie herab. »Woher willst du wissen, wo meine Heimat ist?« Corinna gab mit einem Seufzen auf. Sie deutete nach rechts auf eine der zahllosen gemauerten Treppen, die nach oben führten. »Wir sind auch schon fast da!« Sie bat den Gondeliere anzulegen und stand mit einem Geschick auf, als wäre sie nicht nur an Bord eines dieser winzigen, schwankenden Gefährte geboren, sondern auch aufgewachsen. Leichtfüßig sprang sie von Bord, noch bevor das Boot ganz angelegt hatte, und hüpfte so schnell die Treppe hoch, dass André beinahe damit rechnete, dass sie auf Nimmerwiedersehen in der Menge untertauchte. Oben angekommen blieb sie jedoch stehen, drehte sich nach ihnen um und bedeutete ihnen aufgeregt, ihr zu folgen. André kam der Einladung nach, doch als Abudun das Boot ebenfalls verlassen wollte, vertrat ihm der Gondoliere den Weg und begann aufgeregt mit seiner Stange zu furchteln. »Wir müssen die Fahrt noch bezahlen«, sagte Corinna. André griff automatisch an seinen Gürtel und erinnerte sich erst jetzt daran, wo sich sein Geldbeutel jetzt befand. Als er Abudun jedoch einen auffordernden Blick zuwarf, hob dieser nur die Arme und machte ein hilfloses Gesicht. »Das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden«, grinste der Nubia. »Wie es der Zufall will, sind wir bestohlen worden, Signorina, und zurzeit völlig mittellos.« André wollte ihn gerade scharf zurechtweisen, als das Mädchen ihn mit einer müden Geste zum Schweigen brachte und tiefseufzend unter ihren Mantel griff, um eine weitere Geldbörse hervorzuziehen. André fragte sich, wie viele davon sie noch in ihrem Besitz hatte und wem sie wohl gehört haben mochten. »Das ist wirklich großmütig von euch, Signorina«, spöttelte Abudun, »und vergesst nicht das Backschisch. Gute alte Bräuche sollte man ehren.« Corinna schnitt ihm eine Grimasse, kramte aber gehorsam in ihrem Beutel und bezahlte den Gondoliere, und seinem Gesichtsausdruck nachzuschließen sogar äußerst großzügig. »Allmählich fragte ich mich, ob es wirklich so klug von mir gewesen ist, auf mein Gewissen zu hören und noch einmal zu euch zurückzukommen«, soffzte sie. »Die Sache kommt mich allmählich teuer.« »Dann bringt uns zu eurer Freundin, geschätzte Signorina, und ihr seid uns gleich wieder los und könnt zu eurem gewohnten, gottesfürchtigen Leben zurückkehren«, sagte Abudun. »Ansonsten bleiben wir noch ein bisschen.« Das Mädchen war immerhin klug genug, nichts mehr darauf zu erwidern. Umständlich verstaute sie ihren Geldbeutel wieder unter dem Mantel und schlug dann die Kapuze nach vorne. »Ihr müsst hier auf mich warten«, sagte sie. »Dort hinten ist ein Gasthaus, ich treffe euch dort in wenigen Minuten.« »Und wer sagt uns, dass du wirklich zurückkommst?«, fragte Abudun. »Niemand«, antwortete Corinna. »Aber wenn ich das nicht vorhätte, warum wäre ich dann überhaupt erst zu euch zurückgekommen?« Das schien sogar Abudun zu überzeugen, auch wenn er sich alle Mühe gab, es sich nicht anmerken zu lassen. Er schwieg und beschränkte sich darauf, der jetzt wieder vermummten Gestalt nachzublicken, bis sie in der Menschenmenge verschwunden war. André tat dasselbe, die Stirn runzeln wie der Nubier, wenn auch aus einem anderen Grund, denn er hatte etwas bemerkt, dass Abudun in seinem Bemühen, den Missmutigen zu spielen, vielleicht entgangen war. Sowohl vor als auch hinter ihnen quoll die Straße geradezu über von Menschen, die mit tausenderlei Dingen beschäftigt und zum Großteil sichtbar guter Laune waren, aber seltsamerweise kam ihnen niemand nahe. Wer konnte, machte bei ihrem Anblick unauffällig kehrt und ging in eine andere Richtung, und wenn ihm das nicht möglich war, dann passierte er sie in großem Abstand, selbst wenn er dazu anhalten und erst andere vorübergehen lassen musste. Abudun und er waren wie zwei Felsen in einem bunten Strom, um den herum sich das Wasser teilte, ohne seine Oberfläche zu benetzen. Für sie war es nichts Ungewohntes, Abudun überragte ausnahmslos jeden hier mindestens um Haupteslänge, und seine nachtschwarze Kleidung und das gleichfarbene Gesicht machten ihn auch nicht gerade vertrauenserweckender. Doch was er in vielen Gesichtern las, zumindest in denen, die nicht hastig gesenkt oder in eine andere Richtung gewendet wurden, das war mehr als Scheu und Erstaunen oder das instinktive Erschrecken beim Anblick des schwarzen Riesen. In mehr als einem Augenpaar las er Feindseligkeit, manchmal Angst, und in dem einen oder anderen Blick auch beides. Auch in dem arme Leuteviertel, in dem sie Unterkunft gefunden hatten, fielen sie mit ihren kostbaren Kleidern und den wertvollen Waffen auf, weckten aber vermutlich vor allem Neid und Begehrlichkeit, und die gehörige Abreibung, die er Corinnas Verehrern verpasst hatte, trug vermutlich auch nicht dazu bei, sich beliebter zu machen. Hier jedoch, in diesem wohlhabenderen Viertel, sollte das eigentlich anders sein. Denn Venedig war eine Stadt, die seit Jahrhunderten vom Handel mit fremden Völkern lebte, wenn sie nicht gerade Krieg gegen sich führte und deren Anblick gewohnt war, auch denen noch weit exotischere Erscheinungen als der eines siebenfußgroßen nubischen Hühnen. »Irgendetwas ist hier«, begann er und Abudun fiel ihm ins Wort, »vielleicht sollten wir doch in dieses Gasthaus gehen, von dem deine neue Herzensdame gesprochen hat.« »Sie ist nicht meine Herzensdame«, sagte André scharf. »Dann kümmert sie sich eben um ein anderes Körperteil.« Abudun hob ungerührt die Schultern. Dann tat er so, als überliefe ihn ein Schauder. »Mir ist jedenfalls kalt. Jemand hat mir einmal erzählt, dass es hier immer warm sein soll, aber er hat gelogen. Oder es gibt noch ein anderes Venedig in einem anderen Teil der Welt. Ich würde mich nicht wundern, wenn es gleich zu schneien begönne.« Das war zweifellos übertrieben, aber kalt war es tatsächlich. Die Luft roch leicht nach Schnee, auch wenn André sicher war, dass es nicht schneien würde, und vom Wasser stieg ein eisiger Hauch auf, der in die Kälte noch mehr fühlen ließ, vor allem jetzt, wo Abudun ihn darauf aufmerksam gemacht hatte. »Es ist Januar«, sagte er nur. »Ja, und kalt wie im tiefsten Winter am Land der Nordmänner«, sagte Abudun. Er zog eine Grimasse. »Komm, ich bin es leid, angestarrt zu werden, und ich hab wenig Lust, hier festzufrieren. Ich lad dich auf einen Krug Bier ein. Vielleicht bekommen wir ja hier eines, das auch danach schmeckt. »Du lädst mich ein«, fragte André, »von meinem eigenen Geld? Wow, wie großzügig. So bin ich nun mal«, feigste Abudun. »Du kennst mich doch.« Und aus eben diesem Grund erwiderte André nichts darauf, sondern signalisierte Abudun nur mit einem knappen Nicken seine Zustimmung, woraufhin sich der Nubier umwandte und vorausging, um ihnen mit der puren Präsenz seiner breitschulterigen Gestalt einen Weg durch die dichte Menschenmenge zu bahnen. Der Weg, obwohl nur ein knappes Dutzend Schritte weit, geriet zu einem Spießrutenlauf. Niemand kam ihnen auch nur nahe. Männer und Frauen, die zufällig ihren Weg kreuzten, hatten es so eilig, ihnen auszuweichen, dass sie mit anderen zusammenstießen oder einen grotesken Stolperschritt machten, was André belustigt hätte, wenn die Woge der Furcht und – ja fast schon Hass, die ihnen entgegenschlug – nicht beinahe mit Händen zu greifen gewesen wäre. Hätte er es nicht besser gewusst, er hätte geschworen, dass viele dieser Menschen Abudun nicht zum ersten Mal sahen und einen guten Grund hatten, ihn zu fürchten. Was für ein Unsinn! Das Gasthaus, das Corinna ihnen genannt hatte, wäre von außen nicht einmal als ein solches erkennlich gewesen, hätte die Tür nicht offen gestanden, sodass Gelächter und die Stimmen ausgelassener Zeche auf die Straße hinausdrangen. Abudun und er steuerten einen freien Tisch im hinteren Teil des düsteren Raumes an, von dem aus sie den Eingang im Auge behalten konnten, ohne selbst sofort gesehen zu werden. Als sie sich setzten, standen zwei schon halb betrunkene Burschen am Nachbartisch auf und tockten sich demonstrativ ans andere Ende des Raumes. André hielt ganz instinktiv den Atem an, doch zu seiner Erleichterung tat Abudun so, als wäre ihm gar nichts aufgefallen und hob nur die Hand, um dem Wirt zuzuwinken. Der Mann bedachte sie zwar mit einem finsteren Blick, rührte sich aber nicht hinter seiner Theke hervor. Ja, das sieht mir ganz nach einem Etablissement aus, in dem deine neue Freundin verkehren würde, sagte Abudun. André schwieg. Er hätte gerne widersprochen, aber ihm wollte einfach kein gutes Argument einfallen. Und was tun wir jetzt hier? fuhr Abudun auf Arabisch fort. Außer nichts zu trinken, meine ich. Hattest du mich nicht auf einen Krug Bier eingeladen? fragte André. Eben, antwortete Abudun. Ich zahle. Mit meinem Geld. Und du holst die Getränke. André stand wortlos auf und ging zur Theke. Der Wirt sah ihm mit steinernem Gesicht entgegen, doch sein flackernder Blick und die pochende Ader an seinem Hals verrieten ihn. Was muss man tun, um hier zwei Krüge Bier zu bekommen? fragte André. Solche wie er? Der Mann schob kampflos sich die Unterlippe vor. Nichts. Ach, wir bekommen es umsonst? fragte André lächelnd. Solche wie ihr bekommen hier gar nichts. Solche wie wir? wiederholte André ruhig. Dann schwieg er, wartete einfach ab und schwieg, bis der Wirt schließlich wieder das Wort ergriff. Was wollt ihr hier? Wollt ihr mir das Geschäft verderben? Eigentlich wollten wir hier nur etwas trinken, antwortete André freundlich. Vor allem mein Freund da hinten ist sehr durstig. Ihr wisst, wen ich meine, den großen, finsteren Kerl, der so aussieht, als könnte er deine ganze Schankstube in Stücke schlagen, ohne auch nur aufzustehen. Der Wirt starrte erst ihn an, dann Abudun, und schließlich rang er sich zu einem widerwilligen Nicken durch. »Zwei Krüge Bier«, sagte er, »setzt euch, ich bringe sie.« André ging zum Tisch zurück, wo Abudun ihn mit einem Blick begrüßte, von dem er nicht ganz sicher war, ob er spöttisch oder er verächtlich war. »Was hast du ihm gesagt?« fragte er. »Dass du durstig bist«, antwortete André, »und wirklich unleidlich wirst, wenn du nichts zu trinken bekommst.« Abudun verzog nur knapp die Lippen, eine Reaktion, die André beunruhigte. Situationen wie diese hatten sie hundertmal erlebt, tausendmal, wenn er ehrlich war. Man reiste nicht mit einem Mann wie Abudun, erst recht nicht in Zeiten wie diesen durch ganz Europa ohne Anfeindungen gewohnt zu sein. Abudun gab sich Mühe, sich nichts anmerken zu lassen, und das sehr geschickt, doch André kannte ihn einfach zu gut, um nicht hinter seine Stirn zu blicken. Der Nubier brodelte innerlich vor Zorn, und das war nun wirklich ungewöhnlich. Sie schwiegen sich an, bis der Wirt kam, nach erstaunlich kurzer Zeit, und zwei nur halbgefüllte Krüge ohne Schaum vor ihnen auf den Tisch knallte. »Woher bekommst«, sagte er, »das geht aufs Haus, trinkt aus und verschwindet.« »Auf ein Wort«, sagte André. »Kaum«, der Wirt wollte gehen, doch Abudun machte eine Bewegung mit dem linken Fuß zu schnell, um sie zu erkennen, die aber zur Folge hatte, dass sich der Stuhl daneben selbstständig machte und den Mann mit solcher Wucht in den Kniekehlen traf, dass dieser auf den Stuhl sackte und erstaunt den Mund aufriss. André sah aus den Augenwinkeln, wie sich einer der Burschen, die sich gerade so demonstrativ weggesetzt hatten, halb von seinem Platz erhob und dann wieder zurücksank, als sein Begleiter ihm die Hand auf den Unterarm legte und den Kopf schüttelte. »Keine Sorge«, fuhr André mit einem falschen Lächeln fort, »wir wollen deine Zeit nicht über Gebühr in Anspruch nehmen. Mein durstiger Freund und ich haben nur eine oder zwei Fragen, dann verschwinden wir wieder.« Der Wirt war klug genug, nichts zu sagen. »Wir sind hergekommen, weil wir gehofft hatten, hier einen Freund zu treffen«, begann André. »Eine Freundin, um genau zu sein.« Der Wirt schwieg. Pure Angst flackerte in seinem Blick. André zeigte mit dem Kopf auf Abudun hin und fuhr fort. »Wenn sie hier gewesen wäre, dann würdest du dich bestimmt an sie erinnern. Sie sieht aus wie mein Freund hier, nur nicht so hässlich, versteht sich.« »Versteht sich«, sagte Abudun. Der Wirt wurde noch ein bisschen nervöser. »So jemand war nicht hier«, sagte er. »Wie ihr es sagt, ich würde mich daran erinnern, wenn es so wäre. Zweifellos«, knurrte Abudun. »Was? Was wollt ihr denn von dieser Fremden?«, fragte der Wirt. Andrés Blick ließ den des Mannes nicht los, aber ihm entging dennoch nicht, dass ihr Tisch mittlerweile in den Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit gerückt war. Er konnte die feindseligen Blicke, mit denen Abudun und er gemustert wurden, beinahe körperlich spüren, und es war mit einem Male so still, dass man die berühmte Stecknadel hätte fallen hören können. »Ihr nur ein paar Fragen stellen«, erwiderte André. »Vielleicht dieselben wie dir. Du hast gerade gesagt, dass solche wie wir hier nicht gerne gesehen wären. Was hast du damit gemeint, solche wie wir?«, erwies mit dem Kopf zu Abudun. »Solche wie er?« Der Blick des Mannes folgte seiner Geste und hielt Abuduns durchdringendem starren erstaunlich lange Stand. Dann schüttelte er den Kopf. »Wo einer herkommt und welche Farbe seine Haut hat oder an welchen Gott er glaubt, interessiert mich nicht«, sagte er. André glaubte ihm. »Gut«, saftste er, »noch einmal zu unserer Freundin. Hast du sie gesehen oder nicht?« Der Wirt wandte den Blick von Abudun ab und schwieg. »Es muss ungefähr ein halbes Jahr her sein, dass sie durch diese Gegend gekommen ist«, fuhr André fort. »Vielleicht etwas weniger.« »So jemand war nicht hier«, antwortete der Mann trotzig. »Darann würde ich mich erinnern.« »Und du wüsstest es, wenn sie in der Stadt gewesen wäre«, hakte André nach. »Eine schwarze Frau, die einen Knaben bei sich hatte, vielleicht auch einen jungen Mann.« »Gewiss«, antwortete der Wirt. »Ich hätte davon gehört, aber das habe ich nicht. Und auch sonst niemand.« Er raffte sichtbar all seinen Mut zusammen, sah Abudun an und stand dann mit einem Ruck auf. »Und jetzt trinkt euer Bier aus und geht.« Tatsächlich griff Abudun nach seinem Krug, nippte daran und verzog angewidert das Gesicht. Dann streckte er den Arm aus und drehte den Krug, sodass sich sein Inhalt platschend auf den Boden ergoss. Zornige Blicke gingen in ihre Richtung und es wurde noch stiller. »Deinem Freund scheint es nicht zu schmecken«, sagte der Wirt nervös. »Er ist Musulmane«, erwiderte André, äußerlich ruhig, hinter der Maske aber vollkommen perplex und mehr als nur ein wenig alarmiert. »Sein Glaube verbietet ihm den Genuss von Alkohol, aber du hast doch gesagt, dass es dir gleich ist, wo einer herkommt und an welchen Gott er glaubt, oder?« Der Wirt starrte die Pfütze aus tatsächlich schalem Bier an, dann die Flecken auf seinen Schuhen und schließlich wieder André. Er schwieg, aber in seinen Augen blitzte die schiere Mordlust auf. André hörte, wie hinter ihnen Stühle scharrten. Niemand stand auf, noch nicht. Er fragte sich, wie weit Abudun es noch treiben wollte und vor allem, warum. »Es wäre uns etwas wert, einen Hinweis auf unsere Freunde zu erhalten«, sagte er, »und in einem Gasthaus machen Neuigkeiten doch schnell die Runde, oder nicht?« Der Wirt sagte immer noch nichts, sondern blickte mit steinernem Gesicht auf die Bierpfütze und seine besudelten Schuhe hinab. André konnte regelrecht spüren, wie in Abudun einen Entschluss heranreifte und spannte sich an, um schlimmstenfalls eingreifen zu können. Nicht, dass er sich große Chancen ausrechnete. Wenn der siebenfußgroße Nubier einmal richtig wütend wurde, dann brauchte es schon etwas vom Kaliber eines Schiffsgeschützes, um ihn aufzuhalten. Und vielleicht wäre es tatsächlich jetzt schon zur Katastrophe gekommen, hätten nicht in diesem Moment zwei weitere Männer das Gasthaus betreten und zielsicher ihren Tisch angesteuert. Beide waren groß und ebenso farbenfroh wie elegant gekleidet, und André musste nicht zweimal hinsehen, um zu wissen, dass sie die Degen und Dolche an ihren Gürteln nicht nur zur Zierde trugen. »Signor Delany«, wandte sich der Ältere an André. André nickte, und der Mann drehte sich zu dem Gastwirt um und machte eine knappe Geste, die André eher befehlend als beruhigend vorkam. »Es ist in Ordnung, Antonio, das sind Freunde der Signorina. Sie hat uns geschickt, um sie abzuholen.« »Freunde«, der Wirt maß sie, vor allem Abudun, auf eine wenig freundschaftliche Weise und schürzte die Lippen. »Dann richtet der Signorina doch aus, dass sie bei der Auswahl ihrer Freunde ein bisschen sorgsamer vorgehen könnte.« Er war auch klug genug, sich sofort auf dem Absatz herumzudrehen und hinter seiner Theke zu verschwinden. Der Dunkelhaarige wandte sich auf dieselbe halb besänftigende, halb befehlende Art an Abudun und ihn. »Folgt mir bitte!« Das letzte Wort, fand André, war ihm wie etwas Ungewohntes über die Lippen gekommen. »Aha, und wohin?« Der Mann antwortete erst, nachdem sie aufgestanden und ihm und seinem Begleiter wieder hinaus in die Kälte gefolgt waren. »Ich soll euch zum Dottore bringen, mehr weiß ich nicht«, sagte er, »und keine weiteren Fragen beantworten.« André wusste nicht genau, was er von dieser Antwort halten sollte. Die beiden Burschen gefielen ihm nicht, insbesondere der größere, Schweigsame, der bisher kein einziges Wort gesprochen hatte und Abudun für keinen Moment aus den Augen ließ. Seine Hand lag auf dem Gürtel unmittelbar neben dem Degen. »Wo ist Corinna?«, fragte André. »Wer?« »Eure Signorina«, sagte Abudun, »die, die dich angeblich geschickt hat.« »Ich weiß nicht, von wem ihr redet«, behauptete der Mann. »Ihr Name ist nicht Corinna, und selbst wenn er es wäre, so stünde es uns nicht zu, sie damit anzusprechen.« Er drehte sich demonstrativ zu André um. »Man hat mich gewarnt, dass euer Freund schwierig sei. Wollt ihr nun den Dottore sehen oder nicht?« André überlegte tatsächlich noch einen kurzen Moment. Der Vorschlag, diese beiden Fremden zu einem unbekannten Ort und einem Dottore zu begleiten, von dessen Existenz sie vor einer Minute noch nicht einmal gewusst hatten, behagte ihm nicht. Was, wenn es eine Falle war? Trotzdem nickte er, und sein sonderbarer Führer wandte sich ohne ein weiteres Wort um und ging mit schnellen Schritten voraus. Sie eilten zurück zur gleichen Treppe, auf der sie aus dem Kanal gekommen waren. Wo vorhin jedoch die schlanke Gondel gelegen hatte, erwartete sie jetzt ein plumpes Ruderboot, das sicher Platz für ein Dutzend Passagiere geboten hätte und in dieser Umgebung nicht nur wie ein Fremdkörper wirkte, sondern auch seltsam feindselig. Tatsächlich entdeckte Andrés' kundiges Auge sofort eine Halterung in der Rumpfmitte, in der mit wenigen Handgriffen ein Mast befestigt werden konnte, und eine kniehohe metallene Gabel am Bug, in die eine Muskete oder auch eine kleine Kanone passte. Obwohl der Gedanke absurd war, war er sich dennoch beinahe sicher, so etwas wie ein kleines Kriegsschiff zu sehen, das eigens für den Einsatz auf den schmalen Kanälen der Stadt konstruiert worden war. Beiläufig registrierte er eine außergewöhnlich große Gondel, die in einiger Entfernung auf dem modrigen Wasser des Kanals lag und von ihrem Gondoliere mit einiger Mühe auf der Stelle gehalten wurde. Schwarz, ein gutes Stück größer als die meisten anderen und mit dezenten goldenen Verzierungen versehen, schien sie ihm so gar nicht in diese Umgebung zu passen, doch der Gedanke entglitt ihm, bevor er ihn auch nur ganz ergreifen konnte. Der Ältere ihrer beiden Begleiter sprang in das Boot hinab, ohne den Umweg über die Treppe zu nehmen, balancierte das heftige Schwanken des Rumpfs mit einer unbewussten, aber geschickten Bewegung sofort aus und sah auffordernd zu ihnen hoch. Doch André rührte sich nicht. »Wohin fahren wir?«, fragte er. »Eure Signorina wollte uns hier treffen.« »Der Weg ist nicht weit.« Der Mann wiederholte seine auffordernde Geste und wirkte nun verärgert. Wie er immer er sein mochte, begriff André, er war es nicht gewohnt, dass seine Anweisungen nicht sofort und widerspruchslos ausgeführt wurden. »Wir können zu Fuß gehen, wenn ihr darauf besteht, aber das wäre nicht klug. Fremde sind im Arsenale nicht gerne gesehen.« »Vor allem Fremde wie euer Freund«, fügte sein Blick hinzu, so deutlich, dass André für einen ganz kurzen Moment nicht einmal sicher war, ob er es nicht doch laut ausgesprochen hatte. Ebenso meinte er regelrecht hören zu können, wie Abouduns Laune noch weiter sank und ging rasch die drei Stufen zur Wasserlinie hinab und trat dann mit einem raschen Schritt in das flachrumpfige Boot hinein. Der Schauken verstärkte sich, als Aboudun ihm folgte und sich einen Spaß daraus machte, sich so heftig auf die schmale Sitzbank fallen zu lassen, dass das Holz bedrohlich knirschte. Als auch ihr zweiter Begleiter an Bord kam, fiel André ein weiterer Unterschied zu den allgegenwärtigen Gondeln auf. Die beiden Männer nahmen Platz und tauchten zwei Ruder ins Wasser, wodurch sich ihr Boot zwar sehr viel schneller bewegte als die kleineren Gefährte, aber für Unmut und einen Kur ärgerlicher Rufe, Beschwerden und Flüche sorgte, der ihnen folgte, nahmen sie doch nahezu die gesamte Breite des Kanals in Anspruch. André fiel allerdings auch auf, dass sich der Ausdruck auf den Gesichtern der meisten Gondoliere in eine Mischung aus Schrecken und ängstlichem Respekt verwandelte, während sie sie passierten, und auch ihre Verwünschungen deutlich leiser wurden und zum Großteil ganz verstummten. Abouduns Anblick schien eine beeindruckende Wirkung auszuüben, falls es tatsächlich der Anblick des nubischen Riesen war. André kamen mehr und mehr Zweifel daran, während sich das Boot rücksichtslos durch die engen Kanäle zwängte und die schlanken Gondeln zwang, ihnen so weit auszuweichen, dass die sorgsam polierten Rümpfe mit einem hässlichen Geräusch an der gemauerten Wand des Kanals entlang schrampen. Zum ersten Mal nahm er ihre beiden wortkargen Begleiter genauer in Augenschein. Ihrer auffälligen Kleidung hatte er bisher kaum eine Bedeutung beigemessen, aber vielleicht war das ein Fehler gewesen. Dass die Menschen in dieser Stadt eine Vorliebe für kräftige Farben und einen gewissen Prunk hatten, war auch hier beiderseits des Ufers unübersehbar, obwohl sie sich ganz gewiss nicht in einer der vornehmeren Gegenden der Stadt aufhielten. Er nahm sich vor, sich zu erkundigen, was Carampane bedeutete, aber Kleidung und vor allem Auftreten dieser beiden unterschieden sich von dem der anderen Bewohner dieses Stadtteils. Er fragte sich, wie er es bisher hatte übersehen können. Auch die beiden Männer waren farbenfroh gekleidet und wenig dezent, aber ihre Kleidung war edler und von ungleich besserer Qualität als das meiste, was er beiderseits des Kanals sah. Ihre Degen, die sie ganz bewusst so trugen, dass sie selbst unter den schweren Mänteln noch deutlich zu sehen waren, wirkten auf den ersten Blick wie der teure Zierrat angeberischer eitler Gecken, aber André kannte sich zu gut aus, um sich täuschen zu lassen. In dem vermeintlichen Tant erkannte er robuste Waffen von ausgezeichneter Qualität, wie sie ihm in dieser Art noch nicht untergekommen waren, seit sie in Venedig walten. Zusammen mit den aufmerksam prüfenden Blicken, mit denen insbesondere der größere sie maß, und der rücksichtslosen Art, mit der sie sich fortbewegten, gab das André Anlass zu Rückschlüssen, die ihm ganz und gar nicht gefielen. Was meint ihr eigentlich in dieser wunderschönen Stadt, wenn ihr sagt, »nicht sehr weit«, knurrte Abudun, nachdem sie eine Weile durch die Kanäle gepflügt waren und ein gutes halbes Dutzend beinahe Kollisionen verursacht hatten, von den vielen zerschrammten Gondeln und tobsüchtigen Gondoliere ganz zu schweigen. »Wir müssen die breiten Kanäle nehmen«, antwortete der Ältere, ohne im Mindesten auf Abuduns scharfen Ton zu reagieren. »Der kürzere Weg ist zu schmal für das Boot, aber es wird gleich besser. Nur noch ein Moment Geduld.« Und als wäre das ein Stichwort gewesen, glitt das Boot nun tatsächlich unter einer letzten, geschwungenen Brücke hindurch und ins offene Wasser der Lagune hinaus. Aus dem ruhigen Dahingleiten des Bootes wurde ein sachtes Schaukeln, als es in die kaum sichtbare, aber dennoch starke Dünung geriet, und es wurde schlagartig noch kälter. André fragte sich, ob er sich nicht doch getäuscht hatte, als er Abuduns Sorge es könne schneien so einfach abgetan hatte. Immerhin war es Januar, der kälteste Monat des Jahres, in einem der kältesten Jahre, an die sich die Menschen in dieser Stadt zurückerinnerten. Unwillkürlich sah er nach links, aufs offene Meer hinaus, und obwohl ihm der Anblick nicht neu war, erschreckte er ihn. Allein von hier aus sah er mindestens ein Dutzend Schiffe, und er wusste, dass es noch mehr waren und noch sehr viel mehr werden würden. Die Stadt rüstete zum Krieg, wieder einmal. Sie tat es langsam, nicht mehr annähernd so effizient und tödlich wie in der Zeit, als sie noch eine Großmacht gewesen war, die den Lauf der Welt wesentlich mitbestimmte und diesen Namen auch verdiente, aber wieder einmal würde Blut fließen, ohne dass die allermeisten derer, denen es gehörte, wussten, warum. Bei diesem Gedanken überkam André eine Bitterkeit, die ihn überraschte. Abudun und er hatten in mehr Kriegen gekämpft, als die meisten Menschen auch nur kannten, und er hatte schon vor Jahrhunderten aufgehört, die Leben zählen zu wollen, die er mit eigener Hand ausgelöscht hatte. Aber das hier war … Es gelang ihm nicht, das Gefühl in Worte zu fassen. Aber es war auch nicht das erste Mal, dass ihm diese seltsamen Überlegungen kamen, die so gar nicht zu ihm passen wollten. Dort vorn. Ihr Führer wies mit dem Kopf auf das Meer hinaus, wo Andrés Blick an einem wuchtigen Umriss hängen blieb, der vor langer Zeit einmal vielleicht ein beeindruckender Turm gewesen sein mochte. Jetzt war nur noch ein trauriger Rest davon geblieben, der André aber eine Menge über seine frühere Bedeutung verrät. Das hier musste vor langer Zeit einmal eine mächtige Festung gewesen sein, die sich auf festem Boden erhoben hatte, nicht auf dem morastigen Untergrund, auf dem der Großteil der bizarren Lagunen stattbalancierte. »Dort wohnt der Dottore?« fragte Abudun. »Im Palazzo Stronzo?«, der Größere lachte. »Niemand wohnt dort.« »Palazzo was?«, wiederholte Abudun den Dummkopf spielend. »Wir sind gleich da, dann könnt ihr ihn selbst fragen,« sagte der andere Mann. In den Worten lag ein scharfer Verweis an seinen Begleiter. Daher bedeutete André Abudun mit einer verstohlenen Geste still zu sein, bedankte sich mit einem schlichten Kopfnicken für die Auskunft und sah noch einmal zu der unheimlichen Turmruine hin, bevor sein Blick rasch, aber sehr aufmerksam über die Gebäude längs des Ufers tastete. Er begann zu ahnen, was ihr Führer mit seiner kryptischen Bemerkung gemeint hatte. Vom Prunk und der Großzügigkeit der Stadt, die sie bisher kennengelernt hatten, war hier nicht mehr viel zu sehen. Auch hier herrschten ein reges Treiben und emsige Geschäftigkeit, aber niemand war bunt gekleidet und er hörte auch keine Musik oder ausgelassenes Gelächter. Auf halbem Wege zwischen ihnen und dem zerbrochenen Turm befand sich die kleinste Werft, die er jemals gesehen hatte, und auch aus anderen Gebäuden und Schuppen drangen emsiges Hämmern und Sägen und Hantieren. Die Häuser waren klein und zum größten Teil schäbig, die die mehr zugewandten Fassaden von Wind und Salzwasser gezeichnet. »Baut ihr eure eigene Flotte, um die Stadt zu verteidigen, falls die bösen Muselmane zurückschlagen?«, witzelte Abudun. Der Größere ihrer beiden Begleiter sah ihn nur böse an, aber der andere antwortete ruhig. »Die meisten Boote sind für die Muschelfischer, oder sie fahren zu den Inseln, aber wir sind gleich da. Und dann können wir den Dottore selbst fragen. Ich weiß«, seufzte André. Allmählich wurde er wirklich neugierig auf diesen Mann. Vielleicht war alles falsch gewesen von Anfang an. Vielleicht war die Leere, die er in diesen dunklen Augen sah, der Preis, den das Schicksal ihm für den Frevel abverlangte, sich ihm widersetzt zu haben. Es war fast auf den Tag genau ein Jahr her, dass er das letzte Mal in dieses Gesicht geblickt hatte. Aber der Anblick hatte nichts von seinem Schrecken verloren. Er war älter geworden, obwohl es doch eigentlich unmöglich war. Statt eines Knaben erblickte er einen schönen Jüngling, der seine allerbesten Jahre erst noch vor sich hatte. Seit jener furchtbaren Nacht, in der sie nebeneinander auf dem Turm gestanden hatten, um auf das brennende London hinabzusehen, schienen für Marius fast ebenso viele Jahre vergangen zu sein, wie für ihn Monate. Doch das allein war es nicht, was ihn erschreckte. Es war die Leere. In den Augen des Dämons, der ihn in seinen Träumen heimsuchte, war ein böses, ein unechtes Leben, ein verzehrendes Feuer, das nicht sein sollte. In diesen aber war nichts als eine schreckliche, alles verzehrende Leere, die sich wie Säure in seine Seele brannte und einen Schmerz darin weckte, den er sich in all den unzähligen Jahren seines Lebens zuvor nicht einmal hatte vorstellen können. Damals, in jener schrecklichen Feuernacht in London, hatte er nichts als Hass gespürt. Später war dann Bitterkeit hinzugekommen, die nach und nach zur Resignation geworden war. Doch der Hass war immer in ihm lebendig geblieben. Damals hatte er geglaubt, an diesem Hass zerbrechen zu müssen. Doch das, was er jetzt sah, war noch tausendmal schlimmer, als wäre aus Traum Realität und aus Realität Traum geworden, so dass das, was einst sein Fleisch und Blut gewesen war, nun auf ewig in den Abgründen des Nachtmars gefangen war und er einer leeren Hülle gegenüber saß, die atmete und deren Herz schlug, aber an Wahrheit nicht mehr war, als eine menschengroße Puppe, die aß, wenn man ihr zu essen gab, trank, wenn man ihr Wasser reichte und es zuließ, dass man sie wusch, ihr Haar kämmte, ihre Finger und Zehennägel schnitt und ihr dann und wann saubere Kleider anzog. Aber war das Leben? Wie lange ist er schon so? Es war nicht André, der diese Frage stellte, sondern Abudun, und es verging eine geraume Weile, bevor er eine Antwort erhielt. Seit man ihn hergebracht hat, seit einem halben Jahr, fünf Monate, wenn ich es mir recht überlege, vielleicht ein bisschen mehr. Die Stimme der ältlichen Schwester, die diese Worte gesprochen hatte, zitterte vor Furcht. André fragte sich, wem diese Furcht wohl gelten mochte, dem schwarzen Riesen, der mit seiner hühnenhaften Gestalt die kleine Kammer beinahe zu sprengen schien, ihm selbst wusste er doch nur zu gut, dass sein Anblick zur Zeit nicht mehr Vertrauen erweckte, oder dem blassen Jüngling, mit dem weit bis über die Schultern fallenden glatten weißen Haar. Doch nicht nur die schreckliche Leere in diesen dunklen Augen machte ihm Angst, sondern vielmehr noch das Wissen, wozu dieser engelsgleich aussehende Junge fähig war. Es war sein Sohn, sein Eigenfleisch und Blut, und doch wusste er manchmal nicht, ob dieser Knabe mit dem Engelsgesicht überhaupt noch ein Mensch war. Vielleicht hatte er ja ein Ungeheuer gezeugt, und das Schicksal hatte ihn nur zu diesem einen Zweck erschaffen. Was, wenn auch er nicht mehr als ein Spielball der uralten Mächte war, von denen die Menschen glaubten, sie wären Götter, ohne auch nur zu ahnen, welch finstere und zerstörerische Kraft ihnen innewohnte. Er wollte etwas sagen, irgendetwas, und sei es vollkommen sinnlos, nur um diese drückende Wortlosigkeit zu beenden. Aber seine Stimme verweigerte ihm den Dienst. »Was ist passiert?« fragte Abudun. Schwester Innozenz, sie hieß wirklich so, was Abudun auf dem Weg hier ihr Anlass zu einigen derben Scherzen in seiner Muttersprache gegeben hatte, bis sie die Kammer betraten und ihnen beiden das Lachen verging, maß ihn mit misstrauischem Blick und fragte, »Passiert?« »Passiert,« wiederholte Abudun in ganz sacht verändertem Ton, der der barmherzigen Schwester klarmachte, wie wenig ihm ihre Absicht gefiel, Zeit zu gewinnen, wozu auch immer. »Etwas muss ihm zugestoßen sein. Als wir den Jungen das letzte Mal gesehen haben, da war er noch nicht in diesem Zustand. War er krank, oder hatte er einen Unfall?« »Wir haben ihn nach bestem Wissen gepflegt.« Schwester Innozenz funkelte den schwarzgekleideten Hühnen so herausfordernd an, als wäre sie es, die ihr Gegenüber um gleich drei Haupteslängen überragte und fünfmal so viel wog und nicht umgekehrt. »Was willst du damit sagen, Muselmane, dass wir unseren Pflichten nicht nachkommen? Er bekommt die beste Medizin und das beste Essen und der Dottore ist der beste Arzt in der ganzen Stadt, wenn nicht im ganzen Land. Und meine Schwestern und ich schließen ihn in jedes unserer Gebete ein und...« Sie wandte sich beistandsuchend, aber auch vorwurfsvoll an André. »Jeden Sonntag halten wir eine Messe nur für ihn, genauso, wie ihr es gewünscht habt.« André konnte sich nicht erinnern, einen solchen Wunsch geäußert zu haben, weder mir Ruhe noch sonst jemandem gegenüber. Ganz im Gegenteil. Er war sich sogar sicher, es nicht getan zu haben. Wenn es etwas gab, das seinem Sohn helfen konnte, dann war es ganz gewiss nicht ein Gott, an den sie beide niemals geglaubt hatten. Trotzdem riss er seinen Blick endlich vom erstarrten Antlitz seines Sohnes los und zwang ein entschuldigendes Lächeln auf seine Lippen. »Ich...« »Ich muss mich für meinen Freund entschuldigen, Schwester«, sagte er, die Tatsache ignorierend, dass Innozenz linke Augenbraue beim Klang des Wortes »Freund« missbilligend nach oben rutschte. »Er hat es nicht so gemeint. Er ist fremd in eurem Land und eurer Sprache noch nicht in dem Maße mächtig, wie es wünschenswert wäre.« Aboudoun zog vielsagend die Stirnkraus. Schwester Innozenz funkelte André zornig an. Aboudoun hatte nicht nur flüssig Italienisch gesprochen, sondern auch weitaus akzentfreier als die meisten, denen sie bisher in diesem Land begegnet waren, die gestrenge Schwester eingeschlossen. »Wollt ihr euch über mich lustig machen, Signor Delany?« fragte sie spröde. »André«, verbesserte sie André und schüttelte heftig den Kopf. »Und ich wollte euch gewiss nicht verspotten, Schwester. Es ist nur so, dass Aboudoun zwar die Sprache gut beherrscht, sich in der Wahl der Worte aber manchmal noch nicht sicher genug ist. Er wollte euch gewiss nicht beleidigen.« »Ach!« Die barmherzige Schwester dachte angestrengt über diese Bemerkung nach und maß den Nubier dann mit einem milderen, wenn auch nicht angenehmeren Blick. »Aboudoun«, fragte sie dann, »das bedeutet so viel wie Vater des Todes, nicht wahr?« Aboudoun sah die schmalschultrige Ordenschwester verblüfft an. »Ihr!« spricht Arabisch. »Das eine oder andere Wort,« bestätigte Innozenz, in einem Arabisch, das nahezu so akzentfrei und fließend war wie Aboudouns Italienisch. »Ich habe mein halbes Leben als Missionarin in deiner Heimat verbracht, schwarzer Mann, und auch wenn es mir nicht gelungen ist, so viele Seelen auf den rechten Weg zu bringen, wie ich es mir gewünscht hätte, so habe ich in dieser Zeit doch zumindest deine Sprache gelernt.« Und vermutlich hatte sie jedes Wort verstanden, das Aboudoun im Zusammenhang mit ihrem Ordensnamen und dessen Wort wörtlicher Bedeutung gemacht hatte, dachte André. Wahrscheinlich konnte Aboudoun noch von Glück sagen, dass sie ihm nicht die Augen ausgekratzt oder gleich für eine Neuauflage der römischen Inquisition gesorgt hatte, um höchstpersönlich die Fackel an seinen Scheiterhaufen zu halten. Er wusste zwar, dass es bei Aboudouns nachtschwarzer Haut unmöglich war, meinte aber dennoch, aus den Augenwinkeln zu sehen, wie der Nubier erbleichte. »Du hast einen nicht besonders christlichen Namen, schwarzer Mann,« bemerkte sie noch. »Das mag daran liegen, dass mein Vater, von dem ich diesen Namen habe, kein Christ war,« antwortete Aboudoun liebenswürdig. »Aber ist es bei euch Musemanen denn nicht üblich, euch selbst einen Namen zuzulegen?« fragte Schwester Innozenz. »Ganz recht,« antwortete Aboudoun, »doch das muss nicht unbedingt etwas mit dem wirklichen Betragen dessen zu tun haben, der sich diesen Namen ausgesucht hat. Manchmal ist es sogar genau umgekehrt, Schwester Innozenz.« Die Ordensschwester sog scharf die Luft zwischen den Zähnen ein. André deutete rasch ein Kopfschütteln an und warf Aboudoun einen fast beschwörenden Blick zu, auf den der Nubier mit einem ebenso stummen Verziehen der Lippen reagierte, so schnell, dass es vermutlich auch Schwester Innozenz entging, obwohl sie ihm immer noch ins Gesicht sah. Aboudoun hatte diesen kindischen Streit wohl nur vom Zaun gebrochen, um ihn aufzuheitern, aber in dieser Schreckenskammer war kein Platz für Scherzer, nicht einmal, wenn sie gut gemeint waren. Die Augen der streitbaren Ordensschwester blitzten kampfeslustig, doch in diesem Moment wurde die Tür geöffnet und eine weitere Gestalt kam herein, obwohl das Verlies schon für sie kaum genug Platz bot. Auf den ersten Blick hätte man sie für eine weitere Schwester halten können, nur dass sie statt eines grauen Gewandes einen schwarzen Mantel trug, der noch vor Kälte dampfte. Sie musste den Turm gerade erst betreten haben. Selbst neben der kleinwüchsigen Innozenz wirkte sie noch fast zierlich. André wusste, in welches Gesicht er blicken würde, noch bevor sie die Arme hob, um mit einer anmutigen Geste die Kapuze zurückzuschlagen. Auch Schwester Innozenz schien nicht im Mindesten überrascht. Was André umso mehr überraschte. Er kannte die Ordensschwester nicht, aber allein ihr bisheriges Verhalten und gewisse Vorurteile, die auf schlechten Erfahrungen beruhten, hatte ihn erwarten lassen, dass Corinna, die, schmeichelhaft ausgedrückt, eine Person zweifelhafter Reputation war, ihre Missbilligung finden musste. Doch Innozenz wirkte nicht nur erfreut, André hatte für einen winzigen Moment das Gefühl, dass sie sich gerade noch beherrschen konnte, einen Hofknicks oder das hier geläufige Äquivalent zu machen. »Signorina Co...« begann sie doch, Corinna unterbrach sie mit einer Geste, die vielleicht eine Spur zu hastig war, um nicht erschrocken zu wirken. »Schwester Innozenz, ich freue mich ja so, euch endlich einmal wiederzusehen.« Sie umarmte Innozenz stürmisch, löste sich dann schnell wieder von ihr und fuhr mit entschuldigender Miene fort. »Ich weiß, ich hätte mich schon viel früher einmal wieder melden müssen und es tut mir leid. Ich bin eine unmögliche Person. Ich hoffe, ihr könnt mir noch einmal verzeihen, wenn ich euch Besserung gelobe.« »Aber ich bitte...« begann Innozenz leicht verwirrt und Corinna brachte sie erneut zum Schweigen, indem sie auf André deutete. »Ich sehe, ihr habt meinen guten Freund André schon kennengelernt.« Schwester Innozenz sagte jetzt nichts mehr, aber ihr Blick sprach Bände. Anscheinend war der Wirt nicht der Einzige, der insgeheim der Meinung war, dass Corinna bei der Auswahl ihrer Freunde etwas sorgfältiger vorgehen könnte. Das Mädchen drängelte sich mit einiger Mühe an Abudun vorbei, stellte sich auf die Zehenspitzen, um André einen Kuss auf die Wange zu hauchen und drehte sich dann herum, um auf Marius hinunterzusehen. Der Junge hatte auf ihr Eintreten ebenso wenig reagiert wie auf alles andere. Er starrte einfach durch sie hindurch. André las Neugier in ihrem Gesicht, aber auch sachte Verwunderung, aus der nach einem kurzen Augenblick Mitgefühl wurde und eine Trauer, deren Ehrlichkeit und Tiefe ihn überraschten. »Das ist Marius?« fragte sie. André nickte wortlos und behielt Marius Gesicht aufmerksam im Auge. Auch der Klang seines Namens bewirkte keine Reaktion. Corinna ließ sich in die Hocke sinken und streckte die Hand aus wie um sein Gesicht zu berühren. »Nicht!« André hielt ihre Hand so eilig fest, dass er ihr wehtat, denn ihre Mundwinkel zuckten. Vor allem aber las er Überraschungen in ihren Augen. Misstrauen flackerte auf, das aber auch sofort wieder erlosch. Er lockerte seinen Griff, ließ aber nicht ganz los, sondern drückte ihren Arm weiter herunter, schüttelte den Kopf und zwang sie dann mit sanfter Gewalt nicht nur wieder aufzustehen, sondern auch einen Schritt vor Marius zurückzuweichen. »André!« fragte sie verwirrt. »Entschuldige!« sagte André. »Es ist nur...« Er suchte nach Worten, fand sie nicht und rettete sich in die wohl unzureichendste Antwort, nämlich ein angedeutetes Schulterzucken. Aus Hilflosigkeit wandte er sich wieder an Schwester Innozenz. »Was ist meinem Sohn zugestoßen?« fragte er, »War jemand hier und hat mit ihm gesprochen?« »Euer Sohn?« André hätte sich am liebsten selbst auf die Zunge gebissen. Marius, selbst jetzt und auf so unheimliche Weise gealtert, war zwar deutlich jünger als er, ging aber dennoch höchstens als ein jüngerer Bruder durch und kaum als ein Sohn, einmal ganz davon abgesehen, dass zwischen ihnen nicht die geringste äußere Ähnlichkeit bestand. »Ich habe früher angefangen«, sagte er kühl, »und ich habe mir vielleicht den falschen Teil der Welt ausgesucht, um mich um verlorene Seelen zu kümmern,« antwortete die Ordensschwester. »Und um eure Frage zu beantworten, Signor Delani, niemand war hier. Es war genau so, wie ich es gesagt habe. Er war schon so, als er zu uns gebracht wurde. Wir haben alles für ihn getan, was wir konnten. Meine Schwestern und ich haben für sein Seelen heil gebetet. mich allein habe mehr als ein Dutzend Kerzen für ihn angezündet und der Dottore hat ihn allein dreimal zur Ader gelassen. Na, wenigstens habt ihr ihn damit nicht umgebracht,« knurrte Apodun. André wünschte, er würde seine abweisende Haltung aufgeben. Schwester Innozenz würdigte den Nubier nicht einmal eine Antwort, aber der Blick, mit dem sie Corinna streifte, war vorwurfsvoll. »Das ist alles, was ich euch sagen kann,« beharrte sie. »Ich bin mir keiner Verfehlung bewusst, Gott ist mein Zeuge und wenn euch das nicht genügt, könnt ihr gerne mit dem Dottore selbst reden.« »Das wollten wir ohnehin,« brummte Apodun. »Ich bin überzeugt, dass ihr und eure Schwestern allen euren Pflichten nachgekommen seid,« sagte André rasch. »Ich weiß um die Krankheit meines Sohnes und auch, dass sie die Ärzte vor ein Rätsel stellt. Ich war nur überrascht, dass es so schnell ging. Ich dachte, uns bliebe noch etwas mehr Zeit.« Schwester Innozenz setzte zu einer geharnischten Antwort an und wieder war es Corinna, die schlichtend eingriff. »Abt ein wenig Nachsicht mit André,« sagte sie rasch. »Welchen Vater würde es nicht berühren, seinen Sohn so zu sehen? Wenn er ein wenig zur Ruhe gekommen ist, wird er verstehen, dass er hier in guten Händen ist.« »Er ist in Gottes Händen,« antwortete Innozenz verteidigend. Und selbstverständlich ließ es sich Apodun nicht nehmen, in abfälligem Ton zu erwidern. »Wenn euer Gott von der Existenz dieses Jungen wüsste, würde er persönlich von seiner Wolke heruntersteigen und die Sache erledigen, Schwester.« »Unser Gott, schwarzer Mann?« gab Innozenz spitz zurück. »Und ich dachte bisher immer, wir haben denselben Gott.« André verdrehte seufzend die Augen und trat rasch zwischen die beiden so ungleichen Kampfähne, bevor der eine dem anderen an die Kehle ging oder sie sich gegenseitig die Augen auskratzten, wobei er sich fragte, wer von beiden wohl den ersten Schritt machen würde. »Bitte«, sagte er, gleichermaßen an sie beide gewandt, »nicht hier.« Die Ordensschwester wandte sich in ihrem heiligen Zorn nun ihm zu, da ergriff Corinna das Wort. »André hat Recht, Schwester Innozenz«, sagte sie sanft, aber auch auf eine Art, die keinen Widerspruch zuließ, vielleicht gerade, weil Sorain gar nichts Befehlendes in ihrer Stimme war. »Der Junge hat schon genug Leid erdulden müssen. Lasst uns draußen weiterreden. Und du, schwarzer Mann«, wandte sie sich in schärferem Ton an Abudun, »solltest dich schämen. Such dir einen Gegner in deiner Größe, wenn dir nach Streiten zumute ist.« »Ich dachte, das hätte ich«, sagte Abudun. Corinna rollte in gespieltem Entsetzen die Augen und war zur Andres Erleichterung klug genug, den albernen Disput nicht fortzusetzen. Stattdessen bedachte sie den Nubier mit einem strafenden und Schwester Innozenz mit einem fast flehenden Blick und drehte sich dann zu Marius um. Sie versuchte nicht noch einmal ihn zu berühren, aber ihr Blick wurde weich und wieder glaubte André in ihren Augen eine Anteilnahme und Trauer zu lesen, die ihm unangemessen schien, ja sogar so etwas wie einen Stich absurder Eifersucht in ihm auslöste. »Er ist sehr schön«, sagte Corinna. »War seine Mutter auch so schön?« »Nicht so schön wie du«, hörte sich André antworten, mit einer Stimme, die nicht ihm gehörte. Die Wahrheit war, er wusste es nicht mehr. Wie beinahe jeder, den er gekannt und geliebt hatte, war auch Marius Mutter tot, und das seit so langer Zeit, dass er nicht nur ihr Gesicht vergessen hatte, sondern auch beinahe ihren Namen. Das war erschreckend. »Ihr schmeichelt mir, Herr«, sagte Corinna, ohne den Blick von dem Jungen zu lösen. In die Trauer und das Mitgefühl mischte sich nun etwas anderes, etwas, was er für Neugier hätte halten können. »Die Signorina hat recht«, sagte Innozenz. »Lasst uns draußen weiterreden. Der Dottore wollte ohnehin noch mit euch sprechen, und der arme Junge braucht Ruhe.« Der arme Junge saß seit einem halben Jahr in diesem Loch von kaum fünf auf fünf Schritten fest, in dem Abudun selbst ohne seinen gewaltigen Turban Mühe hatte, aufrecht zu stehen, und in dem es so erbärmlich stank, dass er Mühe hatte zu atmen, dachte André bitter, und vermutlich bekam er nichts von dem mit, was rings um ihn herum vorging oder mit ihm geschah. Aber er bekundete der Ordensschwester trotzdem mit einem wortlosen Nicken seine Zustimmung, denn plötzlich ertrug er den Anblick dieses leeren Gesichts und der erloschenen Augen nicht mehr. »Warum hast du mir das angetan, Vater?« »Ganz wie er meint, Schwester«, sagte er. Seine Stimme war noch immer rau, und er hatte das Gefühl, sich zu jedem einzelnen Wort überwinden zu müssen. Schwester Innozenz wandte sich gehorsam zur Tür, und André wollte ihr gerade folgen, als er eine Spiegelung in Abuduns dunklen Augen wahrnahm, und als Corinna erschrocken die Hand vor den Mund schlug, er fuhr mit einer Bewegung herum, die schneller war, als dass ein Auge ihr hätte folgen können, zog seine Waffe und bemerkte erst dann seinen Irrtum. Es war nicht Marius, der sich bewegt hatte. Der Junge saß noch immer genauso reglos da wie seit einem halben Jahr, den Blick ins Leere gerichtet und die Hände mit gepolsterten Eisenringen aneinandergefesselt, damit er sich nicht wundscheuerte. Die Bewegung, die er in Abuduns Augen gesehen hatte, war nicht die seine gewesen, sondern die von etwas Kleinem und Struppigem, das nun über ihn hinweg kuschte und in einem Loch in der Wand verschwand. Ein rosafarbener, nackter Schwanz, wie eine zuckende Peitschenschnur, verschmolz mit den Schatten. Eine Ratte? fragte Abudun auf Arabisch, worauf Schwester Innozenz ihn mit Blicken durchbohrte. Doch der Nubier fuhr wieder ins Italienische wechselnd unbeeindruckt fort. Ja, das passt. Ich glaube, ihr habt die Wahrheit gesagt, Schwester. Anscheinend sorgt ihr wirklich gut für alles hier. Die Ratte jedenfalls sieht sehr wohl genährt aus. Das Tier ist vollkommen harmlos, antwortete Innozenz in leicht trotzigem Ton. Abudun wollte antworten, aber André kam ihm zuvor. Das Tier? Am Anfang haben wir sie verjagt, antwortete Innozenz, jetzt widerwillig. André vermutete zuerst, dass sie Marius nur ansah, um seinem Blick auszuweichen. Doch dann fiel ihm die Weichheit auf, die noch nicht dagewesen war, als sie Abudun und ihn angesehen hatte und die ihn an den Ausdruck in Corinnas Augen erinnerte. Sie sorgte sich wirklich um den Jungen. Der Gedanke sollte ihn beruhigen, tat es aber nicht. Irgendwann ist uns aufgefallen, dass es immer dasselbe Tier war. Sie tut ihm nichts. Manchmal scheint es mir sogar, als täte das Tier ihm gut. Gut? wiederholte Corinna. Es ist eine Ratte. Ich bin nicht sicher, antwortete Schwester Innozenz ausweichend, aber vielleicht, vielleicht ist sie ja so etwas wie sein Freund. Eine Ratte, ächzte Abudun. Schwester Innozenz sah André an, nicht Abudun, als sie mit fester Stimme antwortete. Jemand anders gab es ja nicht, der sich um ihn kümmerte. Außer euch, sagte Abudun. Es war gewiss nicht meine Idee, den armen Jungen in Ketten zu legen und hier einzusperren, versetzte Schwester Innozenz, ohne dass ihr Blick den Andrés losließ. Wollt ihr jetzt den Dottore sehen, Signor Delany? André nickte zwar erleichtert, wandte sich aber trotzdem noch einmal der weißhaarigen Gestalt auf dem Bett zu und versuchte, ihren Blick einzufangen, obwohl er doch genau wusste, dass es ihm nicht gelingen würde. Als Corinna fragte, André, begriff André mit sachtem Erschrecken, wie lange er reglos dagestanden und Marius angestarrt hatte. Er bedeutete ihr, mit einer Geste zu schweigen, ging in die Knie und tat genau das, woran er sie eben fast gewaltsam gehindert hatte. Unendlich behutsam streckte er sowohl die Hand als auch seine geistigen Fühler aus. Marius' Haut fühlte sich kalt an und so glatt und leblos wie Porzellan. Und wenn da noch so etwas wie ein Bewusstsein war, dann hatte er es sich so tief unter die Leere zurückgezogen, dass er nicht einmal mehr ein Echo davon spürte. Die Angst befiel ihn, dass das einzig Lebendige, was von seinem Sohn noch existierte, das Ungeheuer aus seinen Träumen war und er sich nur einer Hülle gegenüber sah, einem grässlichen, seelenlosen Golem, der nur noch aus dem einzigen Grund existierte, ihn zu verhöhnen und den Pfeil aus Schmerz noch tiefer in sein Herz zu treiben. Brennende Nässe füllte plötzlich seine Augen und er wollte Marius' Hand loslassen. Doch nun war es, als hielten die schmalen Finger des Knaben seine Hand mit einer eisernen Kraft fest, der er nichts entgegenzusetzen hatte. André? fragte Corinna noch einmal. Jetzt klang sie fast ein bisschen ängstlich. Es... es ist alles in Ordnung, wachte er mühsam hervor. Nichts, aber auch rein gar nichts war in Ordnung und auch der Klang seiner eigenen Stimme vermochte den Bann nicht zu brechen. Er war in etwas gefangen, das ihm unbekannt war, etwas unerträglich Grauenhaftem. Wie gelähmt saß er da und blickte in Marius' leeres Gesicht und seine seelenlosen Augen. Und zugleich war da ein anderes Augenpaar, dunkler und verzehrender, wie zwei Feuerräder, die aus den tiefsten Tiefen der Hölle emporgestiegen waren, um ihn zu verbrennen, und eine Stimme wehte herauf, »Warum hast du mich allein gelassen? So lange, so unendlich lange?« Er konnte nicht sagen, ob er geschrien hatte. Seine Kehle schmerzte, vielleicht aber auch wegen der Anstrengung, mit der er gegen die Tränen gekämpft hatte. Abudun jedoch sah ihn alarmiert an und die beiden Frauen ein wenig erschrocken. Schwester Innozenz räusperte sich. »Wenn ihr mir dann folgen würdet, Signori, der Dottore wartet und meine Schwestern und ich haben noch viel zu tun.« Ohne seine Antwort abzuwarten, fuhr sie auf dem Absatz herum und stürmte so forsch aus dem Raum, dass Abudun hastig zur Seite trat, um nicht umgerannt zu werden. Kopfschüttelnd sah der nubische Riese ihr nach, bedachte André noch mit einem weiteren, dieses Mal besorgten Blick und folgte ihr. André löste Marius' Finger behutsam von seinen, stand auf und wollte dem Nubier folgen, verhielt aber noch einmal, als er Corinnas Blick begegnete. In ihm lasse ein so tief empfundenes Mitgefühl, dass es sich wie eigener Schmerz anfühlen musste. Ihre Hand berührte seinen Arm so leicht wie der Flügelschlag eines Schmetterlings und doch so wohltuend, dass er schauderte. »Willst du darüber reden?«, fragte sie. »Ja«, antwortete André. »Aber nicht hier.« Mit einem Ruck wandte er sich zum Gehen um. Er wartete zwar, bis das Mädchen vor ihm die Zelle verlassen hatte, verbot es sich aber selbst, sich an der Tür noch einmal zu Marius herumzudrehen, sondern machte nur einen raschen Schritt zur Seite, damit Schwester Innozenz die Tür schließen und einen Riegel vorlegen konnte, der ihm fast zu schwer erschien, um von ihren schmalen Händen bewegt zu werden. Befriedigt stellte er fest, dass die barmherzige Schwester nicht nur ihre selbst gewählte Aufgabe sehr ernst nahm, sondern auch die Anweisungen, die ihr bezüglich ihres seltsamen Patienten gegeben worden waren. Schließlich wusste er am besten, wozu dieser Jüngling mit den engelhaften Zügen fähig war. Sie folgten Innozenz eine kurze Treppe aus dem Keller heraus, dessen bloße Existenz in dieser Stadt ihn überrascht hatte. Oben angekommen, drehte sie einen Schlüssel in einem schweren Vorhängeschloss, dessen Bügel so gut geölt war, dass selbst André scharfe Ohren nur ein ganz leises Klicken wahrnahmen. Es ist eine Schande, murmelte sie, während sie den Schlüssel in einer der zahlreichen Taschen ihrer Schwestern Tracht verschwinden ließ. Es klirrte, als trüge sie darin noch andere Dinge aus Metall, möglicherweise scharfe. Was ist eine Schande? fragte Corinna. Was man diesem Jungen antut, antwortete Schwester Innozenz, allerdings an André gewandt und in Vorwurfs vor ihm Ton. Er wird dort unten gefangen gehalten wie ein gefährliches Tier. Und das aus gutem Grund, sagte Abudun. Corinna zog die Brauer hoch. Er liegt in Ketten, jede einzelne Stunde an jedem einzelnen Tag, den Gott hat werden lassen, sagte Schwester Innozenz. Ihre Augen loderten vor Zorn. Er ist hinter zwei Türen eingesperrt und er sieht nie das Licht des Tages. Niemand darf mit ihm reden oder ihn auch nur anrühren. Was hat dieser arme Junge getan, um eine solche Strafe zu verdienen? Abudun warf ihm einen warnenden Blick zu und auch Andrés innere Stimme, ebenso wie sein Verstand, schrien ihm zu, jetzt besser nichts mehr zu sagen. Aber er konnte nicht anders. Warum, Vater? Was habe ich dir getan? Gar nichts, sagte er wie zur Antwort auf beide Fragen. Mein Sohn hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, weder nach den Gesetzen der Menschen noch nach denen Gottes. Aber das ändert nichts daran, dass er gefährlich ist. Er hat schlimme Dinge getan, sehr schlimme Dinge. Aber es ist nicht seine Schuld. Wenn jemand die Schuld daran trug, was aus Marius geworden war, dann er. Aber wie hätte er es wissen können? Dennoch muss man die Menschen vor ihm schützen. Und ihn auch vor sich selbst, nicht wahr? Woher wisst ihr das, Schwester? fragte Abudun scharf. Weil es derselbe gotteslästerliche Unsinn ist, den auch der Dottore immer redet, antwortete Innozenz plötzlich aufgebracht. Einen armen Jungen, dem man vor sich selbst schützen muss, das ist Heresie, dieses Kind ist unschuldig. Und das wisst ihr genau? fragte Abudun. Hat Gott es euch gesagt, Schwester? Gott hat uns nicht so geschaffen, dass wir uns selbst etwas zu leide tun. Der Mensch wird unschuldig geboren und alles Schlechte, was er tut, kommt ganz allein von ihm selbst. Und alles Gute ganz allein von Gott, fügte Abudun mit einem bedächtigen Kopfnicken hinzu. Eine etwas einseitige Theorie will mir scheinen, aber ich werde darüber nachdenken. Schwester Innozenz setzte zu einer noch schärferen Entgegnung an. Doch da erklang hinter André eine leise, tadelnde Stimme. Euer Vertrauen in Gott in Ehren, Schwester. Aber wenn ihr nicht wolltet, dass wir unser Leben selbst gestalten, warum hätte er uns dann wohl einen freien Willen gegeben? André und der Nubier wandten sich gleichzeitig um und sahen sich einem schmalbrüstigen alten Mann gegenüber, der kaum größer war als die Ordensschwester, aber mindestens noch einmal zwanzig Jahre älter. Er hatte gütige Augen, fand André, aber auch ein Gesicht, das nicht nur von Alter gezeichnet war, sondern auch von einem vagen Schmerz, der im Laufe viel zu vieler Jahre zu einem Misstrauen gegen alles und jeden geführt hatte. Zwar lächelte er, als er auf André zutrat und zuerst ihm und dann Abudun die Hand entgegenstreckte, und André spürte auch, dass dieses Lächeln nicht gespielt war. Doch zugleich nahm er auch eine Reserviertheit wahr, die nicht feindselig, dennoch aber präsent war. »Señor Delany nehme ich an. Mein Name ist Scalzi, Alessandro Scalzi.« Dass er Abudun nicht mit Namen ansprach, musste nichts bedeuten. Das taten die wenigsten, selbst die nicht, die um die wirkliche Bedeutung von Abuduns Namen wussten. Doch er wich auch Abuduns Blick aus, was der Nubier mit einem ärgerlichen Stirnrunzeln quittierte. »Dottore Scalzi!« fügte Schwester Innozenz hinzu. Scalzi sah fast schuldbewusst aus, und erst dann hörte André den tadelnden Ton in Innozenz' Stimme, der ganz eindeutig dem Doktor galt, nicht ihnen. Der Arzt ließ einen gleichermaßen verwirrten wie tadelnden Blick in die Runde schweifen, wobei er jetzt auch Abudun ansah, wandte sich dann aber Corinna zu, und seine Miene veränderte sich augenblicklich. Mit ehrlicher Freude trat er auf sie zu und ergriff ihre ausgestreckte Rechte mit beiden Händen, eine fast großväterlich anmutende, warme Geste. »Signorina, wie schön, euch endlich wieder einmal hier zu sehen. Was haben wir euch getan?« »Nichts, mein lieber Dottore,« antwortete Corinna. »Ich bin es, die sich entschuldigen muss, euch so lange vernachlässigt zu haben. Ich habe schon zu Schwester Innozenz gesagt, dass ich Besserung gelobe.« Sie setzte ein schuldbewusstes Gesicht auf. »Es muss ein Jahr her sein.« »Na, mindestens,« bestätigte Skalzi. Er ließ endlich Corinnas Hand los und drohte ihr spielerisch mit dem Finger. »Aber lass das nicht zu einer schlechten Angewohnheit werden, Contessa. Ich bin ein alter Mann. Wenn ihr mich nur noch im Jahresabstand besucht, na ja, dann könnte jedes Treffen unser letztes sein.« »Jetzt übertreibt aber nicht,« erwiderte Corinna und drohte nun ihrerseits ihrem Greisen gegenüber mit dem Zeigefinger. »Ja, so als seid ihr nun auch noch nicht, Dottore. Wir werden noch öfter Gelegenheit haben, miteinander zu reden, als euch lieb ist. Ihr wisst doch, wie schwatzhaft ich sein kann. Aber jetzt solltet ihr mit meinem Freund André reden, denke ich. Er hat einen weiten Weg auf sich genommen, um euch zu sehen.« Skalzi machte keinen Hehl aus seiner Enttäuschung, wandte sich aber dennoch wieder zu André um. Das Lächeln auf seinem Gesicht erlosch. »Ja, zweifellos. Ihr habt euren Sohn schon gesehen, Signore Delany?« Es war eine rhetorische Frage, auf die André auch nur mit einem angedeuteten Nicken reagierte, aber Abudun knurrte. »Ja, und auch seinen Freund, die Ratte.« Skalzi runzelte die Stirn und sein Mund wurde zu einem dünnen, faltigen Strich. Dann warf er einen nachdenklichen Blick auf die geschlossene Tür hinter André, enthielt sich aber jeglichen Kommentars, und auch André selbst beließ es bei einem mahnenden Blick auf Abudun und schloss sich Skalzi an, als dieser sich umwandte und den Raum verließ, um in den winzigen Innenhof der Turmruine hinauszutreten. André blinzelte abermals ins helle Licht der Sonne, das nach dem Dämmerlicht der winzigen unterirdischen Zelle wie mit dünnen Nadeln in seine Augen stach. In der Helligkeit empfand er die plötzliche Kälte besonders intensiv. Neben ihm schlang auch Abudun ganz instinktiv den schwarzen Mantel enger um die Schultern. Dennoch konnte er schlagartig besser atmen, als hätte ihm dort drinnen etwas die Luft genommen. Und es war nicht der Gestank und die erdrückende Enge des unterirdischen Kerkers gewesen. »Sie wurden von unserem Kommen benachrichtigt?«, fragte André. »Aber von wem?« Skalzi nickte knapp und schüttelte dann gleich den Kopf. »Ich habe euch erwartet«, sagte er. »Um ehrlich zu sein, habe ich schon viel eher mit eurem Kommen gerechnet. Was hat euch aufgehalten?« André wollte antworten, doch Abudun kam ihm auch jetzt wieder zuvor. »Vielleicht der Umstand, dass wir nach einem Spital gesucht haben und nicht nach...« Er sah sich demonstrativ missbilligend um. »Dem hier!« Skalzi ließ sich nicht dazu herab, ihn anzusehen, antwortete aber trotzdem. »Das hier war einmal ein Gefängnis«, sagte er ungerührt. »Aber das ist lange her.« »Es ist dennoch ein seltsamer Ort«, sagte André. Skalzi hob auf eine Art die Schultern, die es überflüssig werden ließ, eigens auszusprechen, wie wenig ihn diese Einschätzung interessierte. Dennoch antwortete er auch jetzt wieder und machte eine einladende Geste auf eine schmale Tür auf der anderen Seite des Hofes. »Früher einmal war dies Teil eines Kerkers und später diente es wohl auch als Folterkammer und Hinrichtungsstätte, ein dunkler Ort aus der dunklen Zeit, um den sich noch dunklere Geschichten ranken.« Er zuckte abermals mit den Schultern, als wollte er auch ganz sicher gehen, dass André verstand, wie gleichgültig ihm die Geschichte dieses Ortes war. »Ihr dürft nicht alles glauben, was die Leute reden.« »Und ihr haltet es für eine gute Idee, an einem solchen Ort ein Spital zu betreiben?«, fragte Abudun. »Das ist doch ein Spital, oder?« »Es ist vor allem kalt,« mischte sich Corinna ein. »Warum besprechen wir das alles nicht in eurem Büro, Dottore? Dort gibt es wenigstens einen Kamin.« »Oh, selbstverständlich, Contessa,« sagte Skalzi erschrocken, »verzeiht, wie dumm von mir.« Er eilte unerwartet leichtfüßig los, öffnete die Tür, auf die er gerade gedeutet hatte, und verschwand in der Dunkelheit dahinter. »Contessa?«, André hielt Corinna fest, als sie dem Arzt folgen wollte. »Oh, das«, Corinna lachte, »der Dottore ist ein unverbesserlicher alter Chameur. Für ihn ist jede Frau eine Contessa, mindestens.« Sie versuchte, sich loszumachen, und nach einem Augenblick ließ André es auch zu. »Lassen wir den armen Dottore nicht unnötig warten. Er ist immer schrecklich beschäftigt. Und es ist wirklich kalt.« André wartete, bis sie Skalzi gefolgt war und auch Schwester Innozenz den Hof durch eine andere Tür verlassen hatte, schüttelte aber auch fast unmerklich den Kopf, als sich Abudun ebenfalls in Bewegung setzen wollte. »Was soll das, Pirat?«, fragte er scharf, dennoch im Flüsterton. »Warum bist du so feindselig?« »Weil hier etwas nicht stimmt,« antwortete Abudun. »Und erzähl mir nicht, dass es dir nicht aufgefallen ist. Sieh dich doch hier um. Mehr Ruhe würde den Jungen doch niemals in einem solchen, äh, solchen Loch lassen.« André konnte schwerlich widersprechen. Er versuchte es trotzdem. »Sie wird ihre Gründe gehabt haben.« »Ach«, sagte Abudun, »nenn mir einen.« André zuckte die Achseln und hoffte, dass Abudun ihm seine wahren Gefühle nicht ansah. Dass hier etwas nicht stimmte, war eine schon fast groteske Untertreibung. Dass er hier draußen nicht nur das Gefühl hatte, sondern tatsächlich freier atmen konnte, lag nicht nur an der stickigen Luft und der Enge des Kellers. Dieses Gebäude machte ihm Angst oder flößte ihm zumindest Unbehagen ein. »Fragen wir den Dottore,« sagte er. »Vielleicht weiß er mehr.« »Ja, ganz gewiss.« Abudun schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn, dass es klatschte. »Warum ist mir das nicht selbst eingefallen? Wo er doch ein so liebenswürdiger alter Mann ist.« Doch André beeilte sich nur, Corinna und dem greisen Arzt zu folgen, die in einem winzigen Raum hinter der Tür auf sie warteten. Hier drin war es nicht so stickig wie in Marius' Kellerverlies, aber womöglich noch dunkler, erst recht als Abudun, der hinter ihm eingetreten war, die Tür schloss, um die Kälte auszusperren. Es gab keine Fenster, und das einzige Licht kam von einer kleinen Sturmlaterne, die Skalzi in der rechten Hand trug, und so tief hielt, dass sie Corinnas und sein Gesicht von unten beleuchtete, was nicht nur seinen Zügen ein fast dämonisches Aussehen verlieh, sondern auch denen Corinnas. »Gehen wir in mein Arbeitszimmer,« sagte Skalzi. »Dort kann ich euch alles erzählen, was ich über den Jungen weiß. Ich fürchte nur, allzu viel wird es nicht sein.« Skalzis Spital war eigentümlich. Schlecht riechend, wenn auch auf eine Art, die André nicht wirklich einordnen konnte, schien es zu jenen, gar nicht einmal seltenen Gebäuden zu gehören, deren Inneres größer war, als der äußere Anschein vermuten ließ. Außerdem konnte es seine Vergangenheit nicht verhehlen. Während der Arzt sie durch einen niedrigen Gang ohne Fenster führte, dessen Wände so dick waren, dass man es spüren konnte, schien ein dumpfes Raunen aus allen Richtungen zugleich auf sie einzustürmen, und ein vages Gefühl von Kummer, als hätte der ehemalige Kerker eine Stimme bekommen, um all das Leid auszudrücken, das seine Mauern gesehen hatten. Und es erging nicht nur ihm so. Abudun konnte nicht verhehlen, wie unwohl er sich hier fühlte. Etwas Böses beherrschte dieses Gebäude. André war an vielen schlimmen Orten gewesen, Schlachtfelder, Hinrichtungsstätten und Siechenhäusern und andere und noch viel üblere Plätze, von deren Existenz die meisten Menschen nicht einmal etwas ahnten. Aber das hier war auf seine ganz eigene Art grauenvoll. Skalzi führte sie eine kurze Treppe hinauf und deutete nach rechts auf eine Tür am Ende des Ganges, doch Abudun schüttelte den Kopf und wies in die entgegengesetzte Richtung. Auch dort endete der Gang nach wenigen Schritten vor einer massiven Tür, und auch hier gab es keine Fenster. »Was ist dort?«, fragte er. André konnte dem Arzt ansehen, dass er auch jetzt wieder überlegte, ob der Nubier überhaupt den Atem für eine Antwort wert war. Schließlich deutete er eine Bewegung an, die sich mit viel gutem Willen als Schulterzucken deuten ließ. »Nichts, was du sehen willst, schwarzer Mann!« Abudun sog hörbar die Luft durch die Nase ein, und André sagte rasch, »Aber immerhin erwartet ihr von mir, dass ich euch das Leben meines Sohnes anvertraue.« »Habt ihr das nicht schon vor einem halben Jahr?« André wollte auffahren, doch er wollte sich nicht von Abuduns Gereiztheit anstecken lassen. »Ihr habt recht, Doktor«, sagte er Kür. »Wir haben Geschichten über diesen Ort gehört, beunruhigende Geschichten.« Das war glattweg gelogen. Tatsächlich hatten sie vor weniger als einer Stunde ja noch nicht einmal gewusst, dass es dieses Spital gab, und schon gar nicht, dass Marius sich hier befand, aber konnte der angebliche Arzt das wissen. Und wirklich. Skalzi sah einen Augenblick lang irritiert aus, aber André begriff rasch, dass dies wohl dem Umstand geschuldet war, dass er Abuduns Partei ergriff. »Wie ihr wünscht,« sagte er schließlich. »Aber es wird euch nicht gefallen.« »Gibt es denn eine Krankheit, deren Anblick einem Mann gefallen sollte?« fragte Abudun. Wie nicht anders zu erwarten, ignorierte Skalzi die Worte des Nubiers. Doch nun mischte sich Corinna ein. »Zeigt es ihm, Doktor, er wird es verstehen.« Skalzi sah nicht begeistert aus, zog aber dennoch einen Schlüssel aus der Manteltasche und trat an ihm vorbei, um die Tür zu entriegeln. Er musste einen Gutteil seiner Kraft aufwenden, um sie zu öffnen. Selbstverständlich rührte Abudun keinen Finger, um ihm zu helfen. Ein Schwall abgestandener Luft schlug ihnen entgegen, gesättigt mit Schwärze und einem intensiven Geruch nach Krankheit und Tod. André musste sich beherrschen, um nicht angeekelt das Gesicht zu verziehen, und Abudun versuchte es erst gar nicht. »Ich habe gesagt, es wird euch nicht gefallen«, sagte Skalzi, während er zur Seite trat, um den Weg freizugeben und zugleich seine Lampe hob. »Ich warte hier«, sagte Corinna. Sie klang nervös. Der Gang vor ihnen war breiter, aber so dunkel, dass selbst seine scharfen Augen nur Schemen erkannten. Es gab auf jeder Seite drei niedrige, mit schweren Eisenbändern verstärkte Türen, kaum anderthalb Meter hoch und aus drei Zoll dicken Eichenbohlen mit gerade einmal handflächengroßen Kucklöchern, die zusätzlich vergittert und ausnahmslos geschlossen waren. Die Tür gleich hinter dem Eingang stand offen, sodass André einen Blick in die winzige Zelle dahinter werfen konnte, ein Viereck mit einem Sack voller fauligem Stroh in einer Ecke. Alles war feucht, und der Gestank, den Wände und Decke und Boden verströmten, war nahezu unerträglich. Und schlimmer noch war das, was ihm seine Sinne über die Zellen verrieten, deren Türen geschlossen waren. Da war ein Wimmern und ein Weinen, ein Wehklagen und stummes Schluchzen, aber auch Geschrei und sorniges Kreischen und Gebrüll, und an mehr als einer Tür wurde von innen mit den Fäusten gehämmert und mit Fingernägeln gekratzt, als hätten diejenigen, die dahinter eingesperrt waren, auf geheimnisvolle und auch unmöglicherweise gespürt, dass sie nicht mehr allein waren. Es war gerade einmal ein halbes Dutzend Türen, doch was in seinen Ohren und seiner Seele widerhallte, das war das Wehklagen tausender gepeinigter Seelen, als höre er nicht nur das Weinen derjenigen, die jetzt hier eingesperrt waren, sondern auch die Klagen all der Unzähligen, deren Leid zuvor in den Stein, der sie umgab, gesickert war. Skalzi trat an die gegenüberliegende Tür, bedeutete ihm mit einer fast unwilligen Geste, ihm nachzukommen, und öffnete dann die vergitterte Klappe. Übelkeit erregender Gestank schlug ihnen entgegen, gefolgt von einem Geräusch wie dem Knurren eines wütenden Tieres, das dahinter eingesperrt war. Abudun verzog angeekelt das Gesicht, gehorchte aber Skalzis befehlendem Wink als erster und beugte sich weit genug vor, um durch die Klappe zu säen. Das Knurren hinter der Tür wurde lauter und klang jetzt eher wie ein fauchendes Bellen. Nach einer Weile und mit nach wie vor steinerner Miene trat der Nubia zurück und bedeutete André, seinen Platz einzunehmen. André gehorchte, und gleichzeitig streckte er seine geistigen Fühler aus und tastete nach dem Bewusstsein auf der anderen Seite der Tür. Er hätte nicht sagen können, was schlimmer war, das, was er sah, oder das, was er spürte. Er fühlte einen verheerten Geist, ein Bewusstsein, das in die Hölle geschleudert worden war und seit tausend Ewigkeiten Qualen litt, sodass es schon lange zu keinen anderen Empfindungen mehr fähig war als Hass und Wut und Zorn und mörderische Eifersucht auf alles, was dachte und fühlte und nicht litt. André's Geist prallte vor diesem Bewusstsein zurück wie eine Hand, die glühender Kohle zu nahe gekommen ist. Plötzlich war ihm, als habe er sich besudelt und mit einer üblen Krankheit angesteckt. In seine Augen zeigten ihm einen heruntergekommenen nackten Mann, der fünfzig Jahre alt sein konnte, ebenso gut aber auch schon achtzig oder erst dreißig. Er hatte rückenlanges, strähnig verdrecktes Haar, einen ungepflegten Bart und faulende Zähne. Von seinem Gesicht war wenig mehr zu erkennen als der schmerzverzerrte Ausdruck. Irgendwann einmal musste dieser Mann eine stattliche Erscheinung gewesen sein. Jetzt war er fast bis zum Skelett abgemagert. Seine Haut starrte vor Dreck und war mit Pusteln und entzündeten Stellen ebenso übersät wie mit schlecht verhalten Wunden und alten Narben. Der Gestank, den die bejammernswerte Gestalt verströmte, nahm ihm den Atem. Was daran liegen mochte, dass der Gefangene sich mit seinem eigenen Kot und Urin beschmiert hatte. Als er Andres ansichtig wurde, warf er sich mit einem schrillen Heulen vor und wurde nach kaum einem Schritt von den schweren Ketten zurückgerissen, die ihn an die Wand fesselten. Er begann zu schreien, unartikulierte Laute der Wut, die etwas in André berührten und ihn sich vor Entsetzen krümmen ließen. »Warum ist er nackt?«, fragte Abudun. »Das ist Giacomo,« sagte Skalzi, ohne zunächst auf Abuduns Frage einzugehen, an André gewandt. Beiläufig fragte er sich, was der Arzt eigentlich damit beabsichtigte. Wollte er herausfinden, wie lange er den Nubier noch reizen konnte, bevor dieser ihm den Arm auskugelte? »Niemand weiß, wie er wirklich heißt oder was seine Geschichte ist oder wo er herkommt. Er wurde vor drei Jahren hergebracht. Jemand hat ihn an Händen und Füßen gefesselt und einfach vor das Tor gelegt. Seither kümmern sich Innozenz und ihre barmherzigen Schwestern um ihn.« »Kümmern?«, spie Abudun verächtlich hervor. »Das nennt ihr Kümmern?« »Wäre er nicht hier, dann wäre er schon lange tot,« fuhr Skalzi unbeeindruckt fort. »Jemand hätte ihn erschlagen, sei es nur, um sein eigenes Leben zu retten, oder er wäre verhungert oder hätte sich selbst etwas angetan?« Sein Blick streifte nun doch kurz Abuduns Gesicht, und für genau diesen winzigen Moment erschien etwas in seinen Augen, das André ganz und gar nicht gefiel. »Und nackt und gefesselt ist er, weil er sich selbst jeden Fetzen vom Leib reißt, den man ihm anzuziehen versucht, und demjenigen, der den Versuch wagt, auch gleich das Fleisch von den Knochen.« »Es ist eines Menschen nicht würdig, so leben zu müssen,« beharrte Abudun. »So würde ich nicht einmal ein gefährliches Tierhalten.« Skalzis Gesicht verfinsterte sich. »Bist du Arzt, schwarzer Mann?« »Nein,« antwortete Abudun. »Er?« Jetzt flammte blanke Hass in Skalzis Augen auf. An André gewandt sagte er. »Sagt eurem Freund, dass es mir keine Freude bereitet, einen Menschen so zu sehen.« »Warum sagt er es ihm nicht selbst?« »Ich habe den Eid des Hippokrates geschworen, Delani,« fuhr Skalzi fort, seine Antwort und den dezent darin verborgenen Hinweis auf Abuduns Existenz ignorierend. »Und ich nehme diesen Eid ernst. Es bricht mir das Herz, einen Menschen so leidend zu sehen und genau zu wissen, dass es nichts gibt, was ich oder irgendein anderer Arzt auf der Welt für ihn tun könnte.« »Warum zwingt er ihn dann weiter so zu vegetieren?«, fragte Abudun. »Glaubst du nicht? Ich hätte schon hundertmal daran gedacht, sein Martyrium zu beenden,« fragte Skalzi bitter. »Aber wäre das eine Lösung?« Er beantwortete seine eigene Frage mit einem heftigen Kopfschütteln. »Ich habe einen Eid geschworen, Leben zu bewahren, nicht zu zerstören.« »Das nennst du Leben?«, fragte Abudun. »Ich studiere ihn,« fuhr Skalzi unbeeindruckt fort. »Ich versuche, seine Leiden zu lindern, wenn ich ihn schon nicht heilen kann. Und wenn ich auch das nicht kann, dann kann ich ihn vielleicht untersuchen und so späteren Generationen von Ärzten ermöglichen, späteren Generationen von Kranken zu helfen.« »Wie noble,« sagte Abudun. Skalzi schloss die Klappe und aus dem Kettenrasseln und Kreischen des Wahnsinnigen wurde ein Wispern, das nur noch für Andres und Abuduns scharfe Ohren zu hören war. Erst dann antwortete der Arzt, »Hör auf, von Dingen zu reden, von denen du nichts verstehst, schwarzer Mann!« »Aber tut das denn hier nicht jeder?«, erkundigte sich Abudun in nun beinahe liebenswürdigem Tonfall. Der Arzt starrte ihn an, setzte zu einer Antwort an und stürmte dann doch wortlos davon. André betrachtete die anderen Türen. Nachdem Skalzi gegangen war und die Laterne mitgenommen hatte, erkannte selbst er nicht mehr als rechteckige Flecken wie schwarze Schlünde in der Dunkelheit. Etwas Schreckliches laute an diesem Ort, das spürte er. »Hör endlich auf!«, sagte André müde. »Wir brauchen diesen Mann. Marius braucht ihn.« »Womit soll ich aufhören?«, fragte Abudun unschuldig. »Er hat gefragt und ich habe geantwortet. Hätte ich den guten Doktor vielleicht belügen sollen?« André gab auf und ging mit schnellen Schritten hinter dem Arzt her. Skalzis Arbeitszimmer befand sich noch eine Etage höher im letzten intakten Stockwerk des verfallenen Turms. Doch trotz der dicken Wände zog es erbärmlich und die Kälte war längst hereingekrochen und ließ ihren Atemzugraum Dampf vor den Gesichtern werden. Wie Corinna es gesagt hatte, verfügte der Raum über den Luxus eines Kamins, in dem ein knisterndes Feuer brannte. Aber es war viel zu klein, um der Kälte tatsächlich Einhalt gebieten zu können, und auch das wenige Licht, das die spärlichen Flammen verbreiteten, focht einen aussichtslosen Kampf gegen die Dunkelheit, die einfach zu diesem Gebäude zu gehören schien. Das einzige Fenster war mit einem groben Lappen zugestopft worden und ließ allenfalls eine blasse Ahnung des Tageslichts durch, das von außen gegen die uralten Mauern drängte. Schweigend hatte Skalzis sie heraufgeführt, und schweigend nahm er nun hinter einem Schreibtisch Platz, dessen gewaltige Ausmaße geradezu winzig wirkten, weil sie unter einem Wust aus Büchern, Pergamentrollen und eng bekritzelten Blättern verschwanden. Auch das Zimmer war zwar groß, wirkte jedoch klein, denn sein Bewohner hatte es bis in den letzten Winkel mit Regalen, Schränken und Tischen mit allerlei Krempel vollgestopft, dessen Zweck André zum größten Teil nicht einmal zu erraten vermochte. Es gab keinen Besucherstuhl, sondern nur einen zusätzlichen Schemel vor dem Kamin, auf dem Corinna wortlos Platz genommen und die Hände ausgestreckt hatte, um sie über den knisternden Flammen zu wärmen. André vermutete, dass ihr sonderbarer Gastgeber ihnen auch dann keinen Platz angeboten hätte, hätte es einen gegeben. Er trieb seine Unhöflichkeit sogar noch auf die Spitze, indem er eine Zeit lang in dem Papierberg vor sich grub und eine von zahlreichen Schubladen seines Schreibtisches öffnete, um ein einzelnes Blatt herauszunehmen, das er so eingehend studierte, als hätte er nicht nur ganz vergessen, dass er nicht allein war, sondern als hinge sein Leben davon ab. André Delany und Abu Thun, sagte er schließlich, bedachte sie beide mit einem sehr langen, prüfenden Blick und legte das Blatt dann in die Schublade zurück. Die Beschreibung herauszunehmen, dass er so eingehend studierte, als hätte er nicht nur ganz vergessen, dass er nicht allein war, sondern als hinge sein Leben davon ab. André Delany und Abu Thun, sagte er schließlich, bedachte sie beide mit einem sehr langen, prüfenden Blick und legte das Blatt dann in die Schublade zurück. »Die Beschreibung scheint zu stimmen, die euer Freund mir gegeben hat. Wie war doch gleich sein Name? Ihr wisst, wen ich meine, diesen, äh, diesen großen Burschen mit dem blonden Haar.« »Sein Name ist Merur«, antwortete André, »und er ist eine große Frau mit rotem Haar und einer Haut, die ebenso schwarz ist wie die Abouduns.« »Und ihre beiden Dienerinnen sehen genauso aus,« fügte Aboudun hinzu, »nur ohne Haare.« Zum allerersten Mal erschien die Andeutung eines Lächelns auf Skalzis Lippen, wenn auch nur, um genauso rasch wieder zu erlöschen. »Ihr seid anscheinend wirklich die, die eure Freundin mir avisiert hat.« »Habt ihr daran gezweifelt?«, fragte Aboudun. »Ich kenne euch nicht«, erwiderte Skalzi gelassen. »Man hat mir zwar Fremde angekündigt, auf die eure Beschreibung zu passen scheint. Einen großen Mann mit einer auffälligen Tätowierung und einen schwarzen, der größer ist als der Dom der Markuskirche. Aber ich habe auch strikte Anweisung erhalten, eure Identität zu verifizieren.« »Weri-was?«, fragte Aboudun. Corinna lachte leise, aber Skalzi tat ihm nicht den Gefallen zu lächeln. »Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, welches Geheimnis den armen Jungen wohl umgeben mag.« »Geheimnis?«, wiederholte André. Hinter ihm bewegte sich Aboudun unruhig und auch Corinna sah auf und legte die Stirn in Falten. Skalzi lächelte ein freudloses Lächeln. »Viele unserer Schutzbefohlenen umgibt ein Geheimnis, das nichts mit dem zu tun hat, was ihrem Körper oder ihrer Seele zugestoßen ist, wenn ihr versteht, was ich meine.«, antwortete er umständlich. »Nein«, sagte André. Plötzlich lag eine Spannung in der Luft, die von vollkommen anderer Art war als noch vor einem Augenblick. Ohne hinzusehen wusste er, dass auch Corinna aufmerksam in ihre Richtung blickte. »Dies ist nicht nur eine Heimstatt für die, die krank im Geiste sind«, antwortete Skalzi. »Ich habe euch den bedauernswerten Giacomo gezeigt, und es gibt noch andere wie ihn. Arme Menschen, denen Gott eine harte Prüfung auferlegt hat. Wenigstens würde Schwester Innozenz es so ausdrücken. Die Krankheit mancher unserer Patienten besteht einzig und allein darin, zur falschen Zeit und von der falschen Mutter geboren worden zu sein oder vom falschen Vater gezeugt. Wenn ihr versteht, was ich meine, euer Sohn wurde mir anvertraut.« »Wofür ihr äußerst großzügig entlohnt wurdet, nehme ich an.« »Zweifellos«, antwortete Skalzi und schüttelte den Kopf. André hatte das unheimliche Gefühl, dass diese Bewegung eine Entsprechung in den Schatten fand wie ein lautloses Huschen. »Aber es geht nicht um Geld. Nicht nur, jedenfalls. Mich fasziniert die Krankheit eures Sohnes.« »Fasziniert«, wiederholte Abudun in seiner Stimme schwang eine Drohung mit. »Vom rein wissenschaftlichen Standpunkt aus«, sagte der Arzt rasch, »sagt mir André, ist er wirklich euer Sohn?« »Weil er mir so wenig ähnlich sieht?« André fragte sich, was Skalzi einfiel, ihm eine solche Frage zu stellen, und wieso er sich überhaupt auf dieses Gespräch einließ. Vielleicht warte er nur noch die Fassung, weil Corinna bei ihnen war und er ihre bohrenden Blicke spürte. »Ich habe den Jungen gründlich untersucht«, antwortete Skalzi, »und ohne euch zu nahe treten zu wollen, André. Aber als Arzt fällt es mir schwer zu glauben, dass dieser Knabe wirklich euer leiblicher Sohn ist, vor allem jetzt, wo ich euch vor mir sehe.« »Ach, er ist ein … ein vollkommen anderer Typus als ihr«, sagte Skalzi. »Seine Mutter kam aus dem Norden«, antwortete André und fragte sich erneut, warum er diesem Mann Rede und Antwort stand. Überhaupt hatte sich Skalzi verändert in dem Moment, in dem sie das Zimmer betreten hatten. Missmutig und überheblich war er noch immer, doch wie er so hinter seinem gewaltigen Schreibtisch und der Wehrmauer aus Büchern und Papier saß, gab er André das Gefühl, sich in einen armen Sünder verwandelt zu haben, der vor den Richterstuhl zitiert worden war. Dieser Effekt wurde von Skalzi ganz bewusst inszeniert, das wusste er, was ihm leider nicht half, sich ihm zu entziehen, und Abodun schien es ganz ähnlich zu ergehen. »Dieser Junge ist der Sohn eines Edelmannes«, fuß Skalzi ruhig fort. »Er ist ausgezeichnet genährt. Er hat keine einzige Narbe, nicht den kleinsten Makel. Wenn ihr mich fragt, dann hat er in seinem ganzen Leben noch keine Stunde gearbeitet, und trotzdem befindet sich sein Körper in perfekter Verfassung.« Er legte eine nachdenkliche Kunstpause ein. »Tatsächlich habe ich niemals jemanden gesehen, der dem Idealbild eines gesunden jungen Mannes so sehr entspricht. Stünde es in meiner Macht, einen vollkommenen Menschen zu erschaffen, so würde er vermutlich aussehen wie »Euer Sohn, André Delany«. André entging keinesfalls, wie eigenartig er die Worte »Euer Sohn« betonte. Er fragte sich, was Skalzi wohl sagen würde, wüsste er, unter welchen Umständen er den Jungen kennengelernt hatte. Ein halb verhungertes Kind, voller Narben und Grinz und von Krankheiten gezeichnet, das von Diebstählen und Kleinbetrügereien gelebt und oft genug streunende Katzen und Ratten gefangen hatte, um überhaupt etwas zu essen zu haben. Stattdessen jedoch fragte er nur »Und?« »Umso erschreckender erscheint mir das, was einem Geist widerfahren ist«, fuhr Skalzi fort. »Ich hatte die Hoffnung, dass ihr mir eine Frage beantworten könnt, die mir schon seit einer Weile Kopfzerbrechen bereitet.« »Kopfzerbrechen«, grollte Abudun. »Das Wort gefällt mir«. André hörte das Knacken seiner Knöchel, als er die Faust ballte. »Und welche wäre das?« fragte er rasch. »Ob sein Zustand vielleicht der Preis ist, den man für Perfektion zahlen muss?« antwortete Skalzi. »Könnt ihr mir sagen, was ihm zugestoßen ist?« Abudun kam André zuvor. »Nein, er war gesund, als wir ihn das letzte Mal gesehen haben.« Skalzi lachte abfällig. »Zweifellos! Weshalb mir eure schwarze Freundin ja auch strengste Anweisungen erteilt hat, ihn in Ketten zu legen, nicht wahr? Ihn nur in Gegenwart mindestens zweier bewaffneter Männer zu füttern und zu waschen und ihn sofort zu betäuben, sollte irgendetwas Ungewöhnliches geschehen. Wobei sie sich nicht die Mühe gemacht hat, mich darüber aufzuklären, was dieses Ungewöhnliche sein könnte.« »Diese Anweisungen mögen euch seltsam erscheinen«, sagte André. »Aber glaubt mir einfach, Sie haben einen guten Grund. Der Junge ist gefährlich.« »Für wen?« »Für jeden, der ihn unterschätzt«, polterte Abudun. Er begann unruhig im Raum auf- und abzugehen, verfolgt von Skalzis misstrauischen Blicken. »Dieses harmlose Kind hat Menschen getötet, Doktor, und es wird weiter töten, wenn es die Gelegenheit dazu bekommt. Das muss euch genügen.« André sah Skalzi an, wie wenig ihm das genügte. Er klaubte ein schon halbbeschriebenes Blatt von einem der zahlreichen Stapel vor sich und klappte mit der anderen Hand den Deckel eines schweren silbernen Tintenfässchens auf. »Und wie wünscht ihr nun, dass wir weiter mit eurem Sohn verfahren, André Delany?« »Darüber habe ich noch nicht endgültig entschieden«, antwortete André und verfluchte sich im Stillen selbst für den unsicheren Klang seiner Stimme. Was war das für eine Macht, die dieser sonderbare Mann über ihn ausübte? Skalzi tauchte eine Feder in das Tintenfässchen und begann, einen Satz zu Ende zu schreiben, den er vielleicht schon vor Tagen unterbrochen hatte. »Unsere Übereinkunft galt für ein halbes Jahr«, sagte er plötzlich in fast desinteressiertem Ton, »das nun beinahe verstrichen ist. Ihr müsst verstehen, wie aufwendig seine Pflege ist. Wir mussten eigens ein halbes Dutzend Männer einstellen, um ihn rund um die Uhr zu bewachen, wie es euer Wunsch war. Innozenz und ihre barmherzigen Schwestern haben sehr viel zusätzliche Arbeit mit ihm.« »Die vielen Kerzen, die sie seinetwegen anzünden müssen, nicht wahr?« knurrte Abudun. Skalzi kritzelte unverdrossen weiter, ohne von seinem Blatt aufzusehen. »Und auch die Medizin, die ich ihm auf Anweisung eurer Freundin hin verabreichen soll, ist sehr teuer. Es ist nicht leicht, die Zutaten zu besorgen.« »Aber ihr gibt sie ihm regelmäßig.« Abudun war an eines der überladenen Regale getreten und nahm unschlüssig dies und das zur Hand, nur um es sofort wieder zurückzulegen. »Bitte fass nichts an«, sagte Skalzi, ohne auch nur aufzublicken. »Es mag nicht den Anschein für dich haben, aber es gibt ja ein Ordnungssystem.« »Wo?« erkundigte sich Abudun. »Und um deine Frage zu beantworten, der Junge bekommt seine Medizin zweimal täglich, genau wie es in den Anweisungen eurer schwarzen Freundin stand. Obwohl ich das Rezept eingehend studiert habe und der Meinung bin, dass es keinerlei gesundheitsfördernde Inkredenzien enthält, abgesehen von einem leichten Beruhigungsmittel. Darf ich fragen, wozu es gut ist?« »Was dürft ihr?« antwortete Abudun und schwieg. »Hm? Ich verstehe,« sagte Skalzi. »Nun, André, es ist euer Sohn und somit auch eure Entscheidung, wie ihr mit ihm verfahrt. Ich habe mich penibel an meine Anweisungen gehalten. Darüber hinaus kann ich euch nicht sagen, was geschehen ist. Ich kenne mich ein wenig mit den Verwirrungen des Geistes aus, denn immerhin studiere ich sie seit Jahren. Manchmal frage ich mich sogar, ob wir es mit unserer angeblichen Hilfe nicht nur schlimmer machen.« Nun sah er doch auf, wartete vergebens auf eine Antwort und fuhr schließlich fort. »Es wäre hilfreich zu wissen, gegen welche Krankheit ich eigentlich kämpfe.« »Keiner, gegen die eure Medizin etwas ausrichten könnte,« sagte Abudun. »Bitte legt das weg!« Skalzi machte eine unwillige Geste, als Abudun ein schweres und in uraltes Leder gebundenes Buch zur Hand nehmen wollte und bespritzte dabei seine Papiere und Aufzeichnungen mit unzähligen schwarzen Tintenpunkten. »Und wenn es wirklich so ist, schwarzer Mann, dann lass mich dir dieselbe Frage stellen, die du mir gerade stellen wolltest. Warum habt ihr seinem Leiden kein Ende bereitet?« Kopfschüttelnd wandte er sich wieder an André und beantwortete seine eigene Frage. »Weil er euer Sohn ist und niemand gezwungen sein sollte, über das Leben seines eigenen Kindes zu richten. Doch ihr solltet euch fragen, was gnädiger ist.« »Dottore, bitte«, sagte Corinna. Sie klang entsetzt, zumindest aber fassungslos. Doch André sah nicht zu ihr hin. Ihr solltet euch fragen, was gnädiger ist. Als ob er das nicht getan hätte, an jedem einzelnen Tag des zurückliegenden Jahres. André schwieg. »Ich verstehe,« sagte Skalzi. »Wie gesagt, es ist euer Sohn und es steht mir nicht zu, eure Entscheidung zu kritisieren.« Er schrieb weiter. »Wo finden wir mehr Ruhe?«, fragte André, nachdem er den Arzt einige Atemzüge lang verwirrt angestarrt und erst langsam begriffen hatte, dass er offensichtlich vorhatte, Abudun und ihn schlichtweg zu ignorieren. Skalzi hob widerwillig den fragenden Blick von seinem Blatt. »Scusi?« »Die Frau, die meinen Sohn hergebracht hat.« »Das weiß ich nicht,« antwortete Skalzi. »Habt ihr euch denn nicht irgendwo mit ihr verabredet?« »Doch,« sagte Abudun. »Hier.« »Das hier ist ein Spital. Kein Wirtshaus,« erwiderte Skalzi kühl. Seine Schreibfeder kratzte erneut über das Papier, ohne dass er hinsah. »Jetzt, wo ihr es sagt, erinnere ich mich, dass Schwester Innozenz mir davon erzählt hat. Sie hat wohl tatsächlich den Wunsch geäußert, hier auf euch warten zu dürfen, was wir natürlich ablehnen mussten.« »Natürlich,« grollte Abudun. »Wir brauchen hier keine Fremden,« sagte Skalzi ungerührt. »Sie würden nur alles durcheinanderbringen und uns bei unserer Arbeit stören.« »Und wohin ist sie gegangen?« fragte André. »Das weiß ich nicht,« behauptete Skalzi. »Uns wurde der Junge übergeben, die vereinbarte Summe und ein Blatt mit Anweisungen, wie wir mit ihm zu verfahren haben. Und das ist alles, was ich euch sagen kann.« »Darf ich es sehen?« fragte André. Skalzi runzelte ärgerlich die Stirn und kritzelte unbeirrt weiter, öffnete aber zugleich auch mit der anderen Hand die Schublade und zog dasselbe Blatt heraus, das er gerade schon einmal konsultiert hatte. Schweigend reichte er es André, der nur einen flüchtigen Blick darauf warf. »Das ist nicht mehr Ruhe's Handschrift,« sagte er. »Natürlich nicht,« erwiderte Skalzi gelassen. »Weder ich noch irgendein anderer außer Schwester Innozenz ist des Arabischen mächtig. Sie hat ihr ihre Anweisungen diktiert. Ihr könnt dieses Schreiben mitnehmen, wenn ihr es wünscht. Ich kenne es ohnehin auswendig.« Abudun trat mit zwei schnellen Schritten neben André, nahm ihm das Blatt aus der Hand und studierte es einen Moment länger als André zuvor. »Und auch nicht mehr Ruhe's Wortwahl,« sagte er dann. »Das soll sie diktiert haben?« »Du kannst das lesen,« fragte Skalzi. »Und nicht nur das,« erwiderte Abudun liebenswürdig, legte das Blatt aus der Hand und nahm stattdessen wahllos eines der Bücher auf, die sich auf Skalzi schreibte, stapelten. Er klappte es auf, las zwei Sätze in fließendem Latein vor und schloss es wieder, um erst dann einen Blick auf den Einwand zu werfen. »Hm, ein gutes Buch, das eine Menge Weisheit enthält,« sagte er. »Aber ich ziehe das Original in Altgriechisch vor. Diese Übersetzung ist mangelhaft.« Skalzi überwand seine Überraschung erstaunlich schnell, riss ihm das Buch aus der Hand und warf es so wuchtig auf den Stapel zurück, dass der ganze Turm bedrohlich ins Wanken geriet und vielleicht sogar umgestürzt wäre, hätte Abudun ihn nicht hastig festgehalten und mit einiger Mühe wieder ausbalanciert. »Wohin ist sie gegangen?« fragte Abudun. »Das weiß ich nicht,« beharrte Skalzi. »Mir wurde gesagt, dass jemand kommt, der mir weitergehende Anweisungen überbringt. Dann ist sie weitergezogen.« »Ich weiß nicht, wohin. Vielleicht fragt ihr in der Stadt nach. Groß genug ist sie ja.« »Von da kommen wir gerade,« sagte Abudun. »Wir suchen seit einer Woche nach ihr. Niemand hat sie gesehen.« »Nun, wie dem auch sei,« Skalzi hob betont beiläufig die Schultern und senkte die Feder wieder auf das Papier. »Für Unterbringung und Pflege eures Sohnes ist vorerst bezahlt, und selbstverständlich könnt ihr jederzeit kommen, um ihn zu besuchen. Und wenn die Herren mich jetzt entschuldigen würden, ich, ähm, ich habe noch zu arbeiten.« Die Dämmerung senkte sich bereits wieder über die Stadt, als sie das Gasthaus erreichten. Jetzt im Januar waren die Tage kurz, und im gleichen Maße, in dem sich der Himmel grau färbte, wurde es kälter. Von dem von Abudun prophezeiten Schnee war immer noch nichts in Sicht, aber ihr Atem erschien nun auch hier draußen als grauer Dunst in der Luft. Andres Fingerspitzen und Gesicht prickelten vor Kälte, sodass er erleichtert aufatmete, als sie die Gaststube betraten. Das Licht war so trüb und die Luft so schlecht, wie Andres in Erinnerung hatte, aber es war wenigstens warm. Das Schankzimmer war ungewohnt gut gefüllt. Drei der vier Tische, die in dem engen Raum gerade noch Platz hatten, waren besetzt. Als sie eintraten, wandte sich ihnen fast ein Dutzend Gesichter zu, und für einen Moment wurde es vollkommen still. Die Blicke meidend, deutete Andres nur ein knappes Nicken in die Runde an und schlug seinen Mantel zurück, während sie den einzigen freigebliebenen Tisch ansteuerten, den, an dem Abudun und er immer zu sitzen pflegten, als hätte der Wirt ihn eigens für sie freigehalten. Das allgemeine Geschnatter und Lachen der Zecher hob wieder an, als sie sich setzten, und Andres verzichtete ganz bewusst darauf, auch nur ein einziges Wort verstehen zu wollen. Dennoch kam er nicht umhin zu bemerken, dass sich die meisten Gespräche und auch die eine oder andere abfällige Bemerkung nur um den Nubier und ihn drehten, von ebenso scheuen wie abfälligen Blicken ganz zu schweigen, mit denen sie bedacht wurden. Er ignorierte beides, hob die Hände vor den Mund, um seine Fingerspitzen mit seinem Atem aufzuwärmen, und wollte den Wirt an den Tisch winken, doch der Mann kam ihm zuvor, indem er bereits zwei Krüge Bier brachte, auf dem sogar noch Schaum war, soweit sich Andres erinnerte, das erste Mal, als sie in diese Nobelherberge gezogen waren. »Und ich dachte schon, ihr kommt nicht mehr«, sagte er, »gerade an einem Tag wie heute. Wo ist eure entzückende Begleitung, Andres? Kommt sie noch nach? Soll ich einen dritten Krug bringen? Sie hatte noch zu tun«, antwortete Abudun knapp. Tatsächlich hatte Corinna sie nur noch einige wenige Schritte weit begleitet, bevor sie sich unter einem fadenscheinigen Vorwand verabschiedet hatte und in dem Labyrinth schmaler Gässchen des Arsenal verschwunden war, was Andres mit einer Mischung aus Bedauern und Erleichterung registriert hatte. Erleichterung, weil er jetzt einfach hatte allein sein wollen und selbst Abuduns Nähe nur schwer akzeptierte. Bedauern, weil er eine Menge Fragen über den Dottore und sein bizarres Spital hatte, die er ihr nur zu gerne gestellt hätte. »Zweifellos«, bestätigte der rätselige Wirt mit einem anzüglichen Grinsen, aber auch mit beiden Händen auf die Krüge deutend, »lasst es euch schmecken! Das geht aufs Haus und alles andere auch, was ihr heute noch trinkt!« Der Mann kannte Abudun nicht, dachte Andres, sonst hätte er dieses Angebot gewiss nicht gemacht. Laut sagte er, »und wie kommen wir zu der Ehre, wo ihr doch unseretwegen so viel Ärger hattet?« »Ärger?« Der Gastwirt machte ein überraschtes Gesicht und schüttelte so heftig den Kopf, dass irgendetwas aus seinem schmutzigen Haar flog und in Andres Krug landete. »Aber ich bitte euch, etwas Besseres konnte mir gar nicht passieren. Was ihr getan habt, hat sich im ganzen Viertel herumgesprochen. Seht euch doch nur um. Ich kann mich kaum retten vor Gästen, die den ganzen Tag über kommen und alles über diesen, diesen fantastischen Kampf hören wollen.« »So viel zum Thema unauffällig bleiben,« knurrte Abudun auf Arabisch. »Übertreibt es nicht,« erwiderte André an beide Gewand. »Es waren nur ein paar dahergelaufene Halunken.« »Fünf, um genau zu sein,« sagte der Wirt, »und ihr habt es ihnen richtig gezeigt. Die Leute hier mögen es nicht, wenn fremdes Gesindel in unser Viertel kommt, um Ärger zu machen.« »Fremdes Gesindel?«, fragte Abudun und drückte seinen bereits perfekt sitzenden Turban zurecht. André schob unauffällig seinen Kug ein Stück von sich weg. Irgendetwas zappelte in dem gelblichen Schaum, der knisternd in sich zusammensank. Eigentlich schade, dachte André. Ihm war nicht nach Alkohol, aber es war das erste wirklich frische Bier, das sie bekamen, seit sie in dieser Stadt waren. »Oh nein, damit meine ich nicht euch,« sagte der Wirt hastig, »sondern die Kerle, die Signora André Mores gelehrt hat.« Abudun grunzte missgelaunt, aber André vergewisserte sich. »Sie waren also noch nie zuvor hier?« Etwas an diesem Umstand störte ihn, auch wenn es nur ein vages Gefühl war. »Ich habe sie noch nie gesehen,« bestätigte der Wirt. »Und das Mädchen?« hakte Abudun nach. »Die hübsche Signorina?« Der Mann entblödete sich, natürlich nicht André auf anzügliche Weise zuzublinzeln, und schüttelte dann den Kopf. »Ich habe sie hier noch nie gesehen, aber das muss nichts heißen. Wenn der Karnevale vor der Tür steht, verirren sich auch solche aus den feinen Gegenden zu uns, die man sonst nie hier sehen würde.« »Leute aus der Karampane?« vermutete Abudun, und André runzelte die Stirn. »War die Karampane nicht das Prostituiertenviertel?« »Und wenn ja, was sollte diese blöde Anspielung dann?« Der Wirt starrte Abudun an, als frage er sich, ob ihn sein Gast vielleicht auf den Arm nehmen wollte, und rettete sich schließlich in ein ganz und gar unechtes Lachen. »Ja, solche auch, aber wirklich vornehme Signori und Signorine.« »Und unsere Signorina ist ja nun wirklich etwas Besonderes, oder?« stichelte Abudun. Das Feixen des Gastwirtes wurde noch einmal anzüglicher. »Etwas Besonderes, mit Sicherheit«, kriente er, fragt sich nur, »in welcher Beziehung?« »Du kennst sie also doch«, sagte Abudun, bekam auch jetzt wieder ein heftiges Kopfschütteln zur Antwort, und das zappelnde etwas in Andres Biergesellschaft. »Nein, sie war niemals hier. Eine so feine Dame würde sich normalerweise niemals zu so armen Leuten wie uns verirren.« André schob seinen Bierkrug über den Tisch und machte eine auffordernde Geste. Abudun sah ihn erstaunt an. »Ich bin nicht so durstig«, sagte André. »Ich glaube, ich habe gestern ohnehin zu viel getrunken. Vielleicht bleibe ich heute bei Wasser.« »Du hast das Mädchen also noch niemals hier gesehen?«, vergewisserte sich Abudun noch einmal. »Daran würde ich mich erinnern«, bestätigte der Wirt. »Weil du Damen zweifelhaften Rufs nicht in deinem Etablissement duldest«, vermutete Abudun. Falls der Wirt die Spitze bemerkt hatte, überging er sie. »Weil sich die feinen Herrschaften normalerweise nicht hierher verirren.« »So besonders kam sie mir gar nicht vor«, sagte Abudun. »Ich finde, sie hat sogar den ein oder anderen unfeinen Zug an sich.« André warf ihm einen giftigen Blick zu, und der Wirt schüttelte noch einmal den Kopf. »Habt ihr ihre gepflegten Hände nicht bemerkt, und ihr prachtvolles Haar und die reine Haut?«, fragte er. »Oh nein, nein, ich weiß nicht, wer diese entzückende Signorina war. Gewiss niemand, der reich und adlig geboren wurde und in einem Palazzo lebt, aber ich bin sicher, sie geht in einigen ein und aus, vor allem in gewissen Zimmern.« Er grinste André schmierig an. »Ihr habt einen guten Geschmack, Signor«, machte André. »Und du willst das Bier wirklich nicht?«, vergewisserte sich Abudun, griff aber vorsichtshalber schon einmal nach dem Krug, bevor André es sich vielleicht doch noch anders überlegen konnte. »Dann bringe ich euch einen Chianti«, sagte der Wirt eifrig. »Den besten, den ich habe, den habt ihr euch verdient.« »Und zugleich den einzigen, den er vermutlich hat«, murmelte Abudun, als sich der Mann abwandte und den Schlangenlinien zwischen den überfüllten Tischen die Theke ansteuerte. »Ich hoffe nur, er ist dir auch fein genug.« André wechselte wieder ins Arabische, und seine Stimme wurde schärfer und auch lauter. »Das reicht, Pirat. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mich bei deinen Frauengeschichten meist zurückgehalten.« »Ich hatte es ja auch nie mit so feinen Damen aus der besseren Gesellschaft zu tun«, stichelte der Nubier unverdrossen weiter. Er schien aber auch selbst zu spüren, dass er den Bogen zu überspannen drohte, denn er hob besänftigend die rechte Hand. Mit der anderen setzte er den erbeuteten Bierkrug an und nahm einen gewaltigen Schluck, wie André nicht ohne eine gewisse Schadenfreude registrierte. Etwas Kleines bewegte sich zwischen seinen Zähnen, als er sich den Schaum von den Lippen wischte, und fortfuhr. »Neinem Ernst, Hexenmeister, kommt es dir nicht selbst ein wenig komisch vor?« »Dass du neidisch auf mich bist? Seit wann wäre das etwas Neues? Ich werde immer misstrauisch, wenn etwas zufällig geschieht«, antwortete Abudun. Er trank einen weiteren Schluck, aber der schwarze Fleck blieb auf seinen Zähnen. »Weißt du, warum es in jeder Sprache der Welt das Wort Zufall gibt?«, erwiderte andere gereizt. Er wusste sehr wohl, worauf der Nubier hinaus wollte, und auch, dass er vermutlich nicht falsch mit seiner Vermutung lag. »Weil es eben doch so etwas wie Zufall gibt!« Abudun legte den Kopf auf die Seite und sah ihn nun beinahe mitleidig an, fuhr aber trotzdem fort, »und rein zufällig verirrt sich eine Dirne aus den besseren Kreisen in dieses von Ratten verseuchte Viertel, gerade als wir mit unserem Latein am Ende sind und ernsthaft überlegen, aufzugeben. Rein zufällig lässt sie sich genau mit dir ein.« Er machte ein grüblerisches Gesicht. Seine linke Augenbraue hob sich, als erwarte er energischen Widerspruch. Doch André betrachtete fasziniert den kleinen schwarzen Punkt, der auf Abuduns strahlenweißen Zähnen ganz besonders gut zur Geltung kam und nun winzige Beinchen und Flügel bekam. Deshalb fuhr er nach einer Weile fort, »Ich will dir nicht zu nahe treten, Echsenmeister, aber unser Wohltäter hat recht, was unsere Kleidung angeht, und was uns selbst betrifft wohl auch. Wir haben schon bessere Zeiten erlebt. Du bist ein gutaussehender Mann, fast so gut wie ich, aber zurzeit gehen wir allerhöchstens als gutaussehende Tagelöhner durch.« »Einer von uns nicht einmal das«, sagte André, doch Abudun ignorierte ihn. »Eine Dirne dieser Preisklasse würde einem wie uns nicht einmal gestatten, ihren nackten Knöchel zu sehen, von allem anderen ganz zu schweigen.« »Vielleicht ist sie ja eine Tochter aus gutem Haus, die auf ein Abenteuer aus war«, sagte André. »Wie hat es geilt sie sie genannt? Kontessa?« Aber dann dachte er wieder daran, was sie oben in der Dachstube mit ihm gemacht hatte, und schob den Gedanken als lächerlich von sich. »Eine nette Idee«, antwortete Abudun. »Solche Fantasien hatte ich auch mal. Damals war ich zehn oder elf, glaube ich.« »Worauf willst du hinaus?«, fragte André, als ob er die Antwort nicht längst wüsste oder sich dieselbe Frage nicht auch schon gestellt hätte. »Ganz zufällig bestielt sie dich, bekommt prompt ein schlechtes Gewissen und kommt reumütig zurück, um dir alles zu beichten. Und dann wird sie auf dem Weg hierher überfallen und schaffte es gerade noch bis in deine starken Arme, damit du sie retten kannst.« Abudun schnaubte. »Grade im richtigen Moment, damit du den tapferen Recken spielen kannst, der sie aus höchster Not befreit.« Er schnalzte laut und abfällig. »Pah, sie waren zu fünft, Hexenmeister.« »Und?« »Es war zu leicht.« »Zu leicht?« André ächzte. »Was war deiner Meinung nach zu leicht? Das Messer, das ich beinahe in den Rücken bekommen hätte, oder der Umstand, dass ich noch drei Tage lang Blut pinkeln werde.« »Wirst du nicht,« sagte Abudun. »Nein,« räumte André ein, »werde ich nicht. Aber du weißt genau, was ich meine.« »Und du weißt, was ich meine,« erwiderte Abudun gereizt. »Sie haben sich entweder zurückgehalten oder sie haben gewusst, dass sie dich nicht verletzen können. Welche Erklärung ist dir lieber?« »Keine.« André schwieg. »Und als wäre das noch nicht genug, drehen wir seit einer Woche jeden Stein in dieser Stadt um, ohne auch nur einen Schritt weitergekommen zu sein. Und ausgerechnet sie kennt jemanden, der jemanden kennt, der weiß, wo wir Marius finden.« Abudun trank einen weiteren Schluck Bier. »Es sind ein paar Zufälle zu viel für meinen Geschmack.« »Und was genau willst du mir damit sagen?« »Ganz genau das, was du dir auch schon selbst gesagt hast,« antwortete Abudun. »Was zum Teufel tun wir hier eigentlich noch?« »Wir haben Marius gefunden. Sag mir einen einzigen vernünftigen Grund, warum wir nicht den Jungen nehmen und noch heute von ihr verschwinden sollten. Damit er noch mehr Menschen tötet?« »Der Junge ist dein Sohn, André,« erwiderte Abudun. »Und sie halten ihn dort unten wie ein Tier. Bei Allah, sein einziger Freund ist eine Ratte.« »Miruhe wird sich etwas dabei gedacht haben,« antwortete André. »Und du weißt, was passiert, wenn er frei ist.« »Miruhe ist nicht hier,« schnappte Abudun, den letzten Satz einfach nicht beachtend, wie er es mit allem tat, was ihm nicht passte. »Sie hat den Jungen bei diesem angeblichen Arzt gelassen, und sie mag ihre Gründe dafür gehabt haben. Wir können sie nicht fragen.« »Dann sollten wir dafür sorgen, dass wir es können,« antwortete André missgestimmt. »Wenn du mir sagst, wo sie ist,« sagte Abudun, »dein neuer Freund, dieser nette alte Doktor, weiß es ja anscheinend auch nicht.« »So freundlich, wie du zu ihm warst, hätte ich dir auch nicht mehr verraten,« antwortete André. »Er weiß nichts,« behauptete Abudun. »Hat er dir das gesagt, als ich gerade mal nicht hingehört habe?« »Er ist ein arroganter, menschenverachtender, alter Mistkerl,« antwortete Abudun, »aber er hat die Wahrheit gesagt. Ich hätte es gemerkt, wenn er gelogen hätte. Und du auch, wenn du nicht...« Er verstummte, sah mit einem Mal betroffen aus und hob dann hastig seinen Krug, um einen diesmal sehr langen Schluck zu nehmen. Als er ihn nach einer kleinen Ewigkeit wieder absetzte, war der schwarze Fleck von seinen Zähnen verschwunden. »Hm. Ist du mir leid,«, sagte er. »Entschuldige.«, Als André nichts erwiderte, setzte er den Krug noch einmal an, trank aber dieses Mal nicht und stellte ihn sofort wieder ab. Er druckste noch eine Weile herum, dann riss er sich so weit zusammen, dass er ihm in die Augen blicken konnte. »Es war taktlos von mir,« sagte er mit veränderter Stimme. »Es tut mir leid. Es muss hart für dich gewesen sein, Marius so zu sehen.« Das war es gewesen. Und André bildete sich nicht ein, den Schrecken in seinem ganzen Umfang bisher begriffen, geschweige denn überwunden zu haben. Doch darum ging es im Augenblick nicht. »Du willst nicht hierbleiben?«, fragte er behutsam. »Wozu?«, wollte Abudun wissen. »Um mir den Karneval anzusehen.« »Wir haben Marius gefunden. Ich schlage vor, wir holen den Jungen und bringen ihn nach Konstantinopel, genau wie mir Ruhe es vorgeschlagen hat.« »Eine gute Idee,« lobte André. »Binden wir ihn doch einfach auf dem Marktplatz fest wie einen streuenden Hund und hoffen, dass ihn jemand mitnimmt und füttert.« »Du weißt, was ich meine,« sagte Abudun jetzt wieder in leicht gereiztem Ton. »Wir müssen mehr Ruhe und die beiden Mädchen finden,« antwortete André. Es irritierte ihn, den Nubier überhaupt darauf hinweisen zu müssen. Und zugleich fragte er sich, ob hier vielleicht der wahre Grund für das sonderbare Verhalten lag, das Abudun nun schon seit Monaten an den Tag legte. Sie hatten niemals wirklich darüber gesprochen, schon weil er gespürt hatte, dass der Nubier nicht über dieses Thema reden wollte. Aber André war dennoch sicher, dass Abudun nie ganz verwunden und vielleicht nicht einmal endgültig akzeptiert hatte, dass mehr Ruhe sich für ihn entschieden hatte. Eifersucht war Abudun ebenso fremd wie André, zumal auch die Liebe zwischen ihm und der rothaarigen Unsterblichen längst zu Freundschaft geworden war und sich ihre Wege schon vor mehr als einem Jahrhundert getrennt hatten. Aber vielleicht täuschte er sich ja auch. »Hast du es mir eigentlich jemals verziehen?« fragte er. »Was?« Abudun spielte perfekte Verständnislosigkeit, aber André durchschaute ihn. »Mehr Ruhe!« »Ach Blödsinn!« polterte Abudun. »Ist es das?« beharrte André. »Wir hatten schon mehr als einmal dieselbe Frau,« sagte Abudun, »ein- oder zweimal sogar gleichzeitig, wenn ich mich richtig erinnere.« »Du weißt, wovon ich spreche.« Als Abudun ihn nur anfunkelte, fuhr André fort, »was nimmst du mir übel, dass er sich für mich entschieden hat oder dass wir nicht zusammengeblieben sind?« »Wer erträgt es schon, ein Jahrhundert lang mit demselben Menschen zusammen zu sein?« antwortete Abudun. »Du«, erwiderte André, »mit mir und sogar noch sehr viel länger.« »Und wer sagt dir, dass ich es ertrage?« gab Abudun zurück. Es klang wie ein Scherz, und in seinen Augen blitzte es auch spöttisch auf. Doch André spürte, dass da noch mehr war. »Mir ist nicht nach Scherzen zumute,« sagte er. »Und wenn, wären sie schlecht,« brummte Abudun. »Ich halte es für Zeitverschwendung, noch länger hier zu bleiben. Wenn mir Ruhe hier wäre, hätten wir sie längst gefunden oder wenigstens etwas über sie gehört. Venedig ist eine große Stadt, aber mir Ruhe ist niemand, den man so schnell vergisst. Lass uns den Jungen nehmen und von dir verschwinden, am besten noch heute oder spätestens morgen.« André wollte antworten, schluckte die Worte aber dann wieder hinunter, als der Wirt zurückkam und nicht nur einen weiteren Krug Bier brachte, sondern auch eine bauchige Karaffe, die einen dunkelroten und stark riechenden Wein enthielt. »Mein bester Chianti«, sagte er strahlend, während er sie vor ihm auf dem Tisch abstellte. Das dazugehörige Glas grub ihr aus seiner Schürzentasche und war sogar so fürsorglich, es mit der Manschette seines Hemdes auszuwischen. »Er wird euch munten, da bin ich sicher. Einen solchen Tropfen bekommt ihr nicht einmal im Palast des Dogen.« »Das glaube ich dir aufs Wort«, spüttelte Abudun. Verletzt sah der Wirt ihn an, schenkte André aber nur ein umso strahlenderes Lächeln und schenkte ihm ein. Da er keine Anstalten machte, wieder zu gehen, nahm André all seinen Mut zusammen, kostete den Wein und erlebte eine Überraschung. Er war köstlich. »Ausgezeichnet«, lobte er. Der Wirt strahlte, blieb aber weiter stehen und Abudun polterte. »Was ist da noch?« »Habt ihr euch mein Angebot von heute Morgen überlegt?«, fragte der Wirt. »Die Arbeit am Hafen?« André verneinte. »Das ist nichts für uns.« »Und wir verlassen die Stadt bald«, fügte Abudun unaufgefordert hinzu. »Vielleicht schon morgen.« »Morgen?« Der Wirt nutzte die Gelegenheit, einen Stuhl zurückzuziehen und sich uneingeladen darauf niederzulassen. »Das könnte schwierig werden.« »Warum?«, fragte André. »Man merkt, dass ihr zum ersten Mal hier seid. In ein paar Tagen beginnt der Karnevale. Wenn ihr die Stadt nicht zu Fuß verlassen oder schwimmen wollt, werdet ihr Probleme haben, von hier wegzukommen. Zurzeit wollen alle in die Stadt, nicht hinaus.« Abuduns Miene wurde finster, aber André sagte, »Es muss doch ein Schiff geben, das von hier ablegt.« »Nicht in absehbarer Zeit«, erwiderte der Wirt. Er versuchte angemessen betrübt auszusehen, aber es gelang ihm nicht. »Die Kriegsvorbereitungen, ihr versteht, sie konfiszieren jedes Schiff, das größer ist als eine Gondel, und auch die, die nicht kriegstauglich sind, werden zumeist erst nach dem Karnevale wieder auslaufen, sobald die Matrosen wieder nüchtern genug sind, um nicht sofort ins Wasser zu fallen. Und die wenigen, die sich nicht für den Karnevale interessieren, André sollte nie erfahren, was der Mann meinte, denn in diesem Moment erscholl aus der Küche ein gellender Schrei. Blitzartig sprang Abudun auf und über den Tisch und lief los, wobei er zwei oder drei der anderen Zecher mitsamt dem Wirt über den Haufen rannte. André jagte kaum weniger schnell hinter ihm her, warf sich durch die Tür und prallte auf der anderen Seite mit solcher Wucht gegen den breiten Rücken des Nubiers, dass ein weniger starker Mann als Abudun wohl von den Füßen gerissen worden wäre. Selbst der nubische Riese wankte, gab aber nur ein unwilliges Knurren von sich. André fand mit einiger Mühe sein Gleichgewicht wieder, trat um den Nubier herum, und erstarrte dann genau wie dieser. Der Anblick war bemerkenswert. Der Schrei hatte ganz wie der eines Menschen in blanker Todesangst geklungen, und genau den dazu passenden Ausdruck las er auch auf dem Gesicht der Frau, die vor ihm stand. Genauer gesagt stand sie sogar ein Stück über ihm, versuchte mit rudernden Armen ihr Gleichgewicht zu halten, und hätte sich vermutlich im nächsten Augenblick den Hals gebrochen, wäre Abudun nicht endlich aus seiner Starre erwacht und hätte sie von dem Stuhl heruntergehoben, auf den sie in ihrer Panik gesprungen war. Etwas floh auf schnellen Pfoten vor ihnen, und André sah gerade noch einen rosafarbenen nackten Schwanz hinter dem Herd verschwinden. »Eine Ratte?« fragte er erstaunt. »Die, die größte Ratte, die ich jemals zu Gesicht bekommen habe,« stammelte die Frau. »Und sie hat mich angegriffen.« Sie zitterte noch immer am ganzen Leib. André konnte ihre Furcht riechen. »Hat sie dich gebissen?« fragte er. »Nein.« Die Frau schüttelte heftig den Kopf und maß ihn zugleich mit einem Blick, als hätte er ihr ein ehrenrühriges Angebot gemacht. »Aber das hätte sie, wenn ich mich nicht auf den Stuhl gerettet hätte. Ganz gewiss, ich habe es in ihren Augen gelesen. Na, red keinen solchen Unsinn, Weib!« Der Wirt drängte sich hinter Abudun herein und sah sich alarmiert um, wirkte zugleich aber auch verstimmt. Hinter ihm erschienen weitere neugierige Gesichter, und André warf die Tür kurzerhand ins Schloss. »Es war nur eine Ratte. Die gibt es überall.« »Und vor allem in dieser Küche«, dachte André. Mit wenigen Schritten ging er um den Herd herum und hielt ohne große Hoffnung nach der Ratte Ausschau, die die arme Frau so erschreckt hatte. Aber natürlich war sie verschwunden. Dafür sah er mehr von der Küche, als ihm lieb war. Es hat ihm jetzt noch weniger leid, Abudun sein Bier überlassen zu haben. »Aber ich sage die Wahrheit«, protestierte die Frau mit einem Unterton von Hysterie. »Sie hat mich angesehen. Ich meine nicht einfach nur so oder zufällig, sondern als hätte sie es auf mich abgesehen. Sie wollte meinen Tod. Das konnte ich in ihren Augen lesen. Gewiss hätte sie mich umgebracht, wenn diese beiden tapferen Männer nicht gekommen wären. Mein eigener Mann befand es ja nicht für nötig, mich zu verteidigen.« »Jetzt reicht es aber, Weib«, fuhr ihr Mann sie an. »Geh und schau, ob du irgendeine nützliche Arbeit findest, statt unsere Gäste mit deinem Unsinn zu erschrecken.« »Das ist kein Unsinn«, behauptete seine Frau. »Das war keine normale Ratte. Kein Tier hat solche Augen, das weiß ich. Gewiss hat der Teufel selbst sie geschickt. Allerhöchstens, wenn er schon einmal von deinem Essen probiert hat,« polterte der Wirt. »Und jetzt verschwinde, Weib, bevor ich es mir anders überlege und dir die Tracht Prügel verabreiche, die dir zusteht. Schere dich nach draußen und kümmere dich um die anderen Gäste.« Sie ging, und der Mann wandte sich entschuldigend an André. »Bitte verzeiht. Sie ist ein hysterisches Weib, ich weiß.« »Sie ist nicht die Einzige, die Angst vor Ratten hat,« sagte Abudun, und der Mann pflichtete ihm mit einem heftigen Nicken bei und schüttelte dann beinahe noch heftiger den Kopf. »Es hat schon immer viele gegeben, aber seit einer Weile sind sie zu einer richtigen Plage geworden.« Er sah sich missmutig um, lachte unecht und blickte dann zuerst Abudun und danach André beifallheischend an, begriff irgendwann, dass er diese nicht bekommen würde, und wollte weiterreden, als aus der Gaststube aufgeregte Stimmen drangen am lautesten die seiner Frau. Unverzüglich ergriff er die Gelegenheit, das immer unangenehmer werdende Gespräch zu beenden und stürmte hinaus. André setzte dazu an, ihm zu folgen, doch Abudun legte ihm rasch die Hand auf die Schulter. »Die Ratte«, sagte er. »Was soll damit sein?«, fragte André, als der Nubier nicht weitersprach, sondern ihn nur besorgt ansah. »Hat sie Rauch und Schwefe gespuckt, oder hatte sie ein umgedrehtes Kreuz auf der Stirn?« Abudun blieb ernst. »Die arme Frau ist vielleicht nicht ganz so hysterisch, wie ihr Mann behauptet«, sagte er. »Ich hab das viel gesehen. Irgendetwas stimmte wirklich nicht mit ihm.« Er hielt anklagend den Zeigefinger in die Höhe, und jetzt war es André, der erstaunt die Augen aufriss. Die dazugehörige Wunde war längst wieder verschwunden, aber auf Abuduns Fingerkuppe glänzte ein einzelner dunkelroter Blutstropfen. »Sie hat dich gebissen?« André's Grinsen verschwand, wie weggezaubert. Er kannte Abudun gut genug, um zu wissen, dass sein plötzlich besorgter Ton nicht gespielt war. Den Kratzer konnte er kaum gespürt haben, doch das war nicht der Grund für seine Besorgnis. »Immerhin hat sie dir nicht gleich den Arm abgerissen.« »Die Frau sagt die Wahrheit«, antwortete Abudun. »Die Ratte hat sich«. Er suchte nach Worten, hob aber dann nur die Schultern und wedelte anklagend mit dem blutigen Finger. »Merkwürdig verhalten. Nicht richtig. Ich hab es ja gar nicht richtig sehen können, aber es kam mir auch so vor, als hätte dieses Vieh einfach nur dagestanden und sie lauernd angestarrt. So etwas tun Ratten nicht. Sie beobachten keine Menschen, um sie dann anzugreifen. Wenn sie sich bedroht fühlen, flüchten sie lieber.« »Vielleicht war sie krank«, vermutete André. »Ja, vielleicht«, sagte Abudun, doch zögernd und nicht, als würde er wirklich daran glauben.« Diesmal war der Traum anders. Auch in dieser Nacht träumte er wieder von Marius. Es begann wie immer. Er war auch jetzt wieder am Borsatal und hatte in stummer Verzweiflung dagesessen und um seinen Sohn geweint. Und auch jetzt stand er irgendwann auf, um zu seinem Pferd zu gehen, und machte auf halbem Weg wiederkehrt, als er ein Geräusch hörte und sich gegen einen Schrecken wappnete, gegen den er sich nicht wappnen konnte. Hatte er ihn doch in schon so vielen Nächten heimgesucht, ohne auch nur einen Deut an Stärke zu verlieren. Er beobachtete, wie sich das schäbige Holzkreuz zur Seite neigte, das er mit eigenen Händen zusammengebaut hatte, wie die furchtbare Gestalt aus dem Grab kroch und auf ihn zuwangte. Und auch jetzt hörte er wieder die entsetzlichen Worte, die sich wie ätzende Säure in seine Seele brannten und Narben darauf hinterließen, die nie, nie ganz verheilen würden. »Warum hast du mir das angetan, Vater?« »Aber ich habe es doch nicht gewusst,« wimmerte er. »Wie hätte ich es denn wissen können?« Der Traum sollte jetzt enden, aber er tat es nicht. Etwas geschah, ein weiterer Schritt dorthin, wo der Wahnsinn wohnte. Heute ging der Traum weiter, als sein Sohn näher kam, zerfloss sein Gesicht zu einer grotesken Verhöhnung jeglichen menschlichen Antlitzes, grauenhafter noch, als jeder Albtraum es sein durfte. Maden regten sich unter seiner Haut, krochen zusammen und bildeten dicke Geschwüre und Pusteln, die mit einem widerlichen Geräusch platzten und den Gestank von Verwesung freisetzten, und von dickflüssigem Eiter, der wie wieder natürliche Tränen über das verheerte Antlitz lief. Geschmolzenes Fleisch tropfte von seinen Händen und Armen und gab den Blick auf bleiche Knochen frei, die schon brüchig zu werden begannen. »Sieh, was du mir angetan hast, Vater!« Die Hände kamen näher, und er wollte zurückprallen, schreien, laufen, irgendetwas tun, denn er wusste mit vollkommener Sicherheit, dass er sterben würde, wenn diese grässlichen Hände ihn berührten, sowohl hier im Traum als auch in der realen Welt. Doch er war zu keiner Regung fähig. Selbst seine Stimme verweigerte ihm den Dienst. »Sieh dir an, was du mir angetan hast! Deinem eigenen Sohn schießt dir an!« André hatte dem Willen des Knaben nichts entgegenzusetzen. Er wollte es nicht. Er wollte nicht wissen, was die Zeit und er selbst seinem Kind angetan hatten. Aber sein Widerstand brach zusammen. Er sah hin und schrie so gellend auf, dass dieser Schrei allein genügte, die Fesseln des Albtraums zu sprengen und ihn in die Wirklichkeit zurückzuspeien. Mit einem Schrei fuhr er hoch, versuchte vergeblich zu atmen und einen klaren Gedanken zu fassen, und sank wieder auf die Seite. Etwas zerbrach. Rings um ihn erlosch die Wirklichkeit, und schwarze Schatten lieferten sich ein verbissenes Ringen, aber der Traum gewann. Wenigstens im allerersten Moment. Er ließ ihn nicht los. Die Stimme war fort, aber er spürte noch immer den Blick dieser erloschenen Augen, und statt eines wandelnden Golems aus brodelnder Verwesung sah er sich einer zusammengesunkenen Gestalt auf einem harten Bett gegenüber, mit Ketten an die Wand gebunden, und in einem anderen Gefängnis, dessen Wände härter waren, schwärzer und erstickender und unüberwindlicher. André zog die Knie an den Leib, umschlang sie mit beiden Armen und begann leise zu wimmern. Schweiß bedeckte nicht nur seine Stirn, sondern seinen ganzen Körper, und tief in ihm wühlte der Schmerz. Die Luft stank so faulig, dass er nicht mehr richtig atmen konnte, und da war ein Klirren und Scharren wie von silberfarbenen Ketten, die sich in weiches Fleisch scheuerten, und eisenharten Krallen, die über Stein scharrten. Er schmeckte Blut. Das stumme Ringen von Traum und Wirklichkeit ging weiter, und André spürte mit entsetzlicher Klarheit, wie die Vision endgültig die Oberhand zu gewinnen begann und ihn weiter und weiter auf den Rand eines bodenlosen schwarzen Abgrundes zuzerrte, aus dem es kein Entkommen mehr geben würde. Hätte er die Wahl gehabt, zu leben oder zu sterben, er hätte den Tod gewählt. Aber nicht einmal dieser Ausweg blieb ihm. »Seid ihr wach, Herr?« André drehte mit einem so heftigen Ruck den Kopf, dass die schmale Gestalt in der Tür erschrocken zurückprallte. Die Angst, die immer noch in ihm wühlte, benebelte seinen Blick, sodass ihr Gesicht zerfloss, zu einer Fratze aus eiterndem Fleisch wurde mit Augen wie schwarze Feuerräder, und unter ihren Umrissen bewegte sich etwas anderes, wie zusätzliche haarige Gliedmaßen die Gestalt annehmen wollten und es dann doch nicht konnten. »Sieh es dir an, so lange, so unendlich lange.« Mit einer gewaltigen Willensanstrengung drängte André den Horror zurück, und aus der Schreckensgestalt im Türrahmen wurde der schmale Umriss der Wirtin, die sich nur deshalb nicht den Schädel am niedrigen Türsturz anschlug, weil sie ihm mit einer Bewegung auswich, die er schon vor einem halben Menschenleben in Fleisch und Blut übergegangen war. Er konnte hören, wie schnell ihr Herz schlug. Sie war der Panik nahe. »Ich, ich habe geklopft, aber ihr habt nicht geantwortet.« »Schon gut«, mummelte André. Seine Stimme war undeutlich, weil sich seine Zunge immer noch weigerte, seinem Willen ganz zu gehorchen, war sie doch nicht mehr als ein Klumpen aus faulendem Fleisch in seinem Mund. André begriff die Gefahr, sich endgültig in dem Albtraum zu verlieren, verscheuchte die Schreckensvision mit einer gewaltigen Willensanstrengung und atmete tief ein. Die Luft schmeckte immer noch ein wenig faul, und er hatte das Gefühl, seine Lungen und seine Kehle mit etwas Klebrigem zu besudeln, wie ein letzter Gruß des Albtraumes. Doch das war nichts gegen das Entsetzen zuvor. »Entschuldigt«, sagte er, immer noch ein wenig atemlos. Sein Puls raste. »Ich, ich wollte euch nicht erschrecken, es ist alles in Ordnung.« Er bekam keine Antwort, aber er spürte den Zweifel in ihrem Blick und fügte hinzu. »Ein schlechter Traum.« »Ich dachte, dass ich etwas gehört hätte,« sagte die Wirtin ausweichend und mit einer Stimme, die kaum mehr als ein erschrockenes Flüstern war. »Geräusche, schreie vielleicht, aber ich muss mich wohl getäuscht haben.« »Nein, das habt ihr nicht.« André wollte aufstehen, besann sich gerade noch rechtzeitig darauf, dass er unter der zerschlissenen Decke nackt war, und sah stattdessen in ihre Richtung. »Wie gesagt, ich muss wohl einen Albtraum gehabt haben. Wirres Zeug, aber schlimm.« »Das tut mir leid«, sagte die Wirtin ebenso verlegen wie ehrlich. Nervös fuhr sie sich mit dem Handrücken über das Kinn und wusste mit einem Male nicht mehr, wohin mit ihrem Blick. »Verzeiht.« »Da gibt es nichts zu verzeihen. Ihr habt mir einen Gefallen getan, als ihr mich aufwecktet.« André sah zu dem schmalen Fenster über seinem Kopf hoch und stellte ohne besondere Überraschung fest, dass draußen noch finstere Nacht herrschte. Kein einziger Stern war am Himmel zu sehen. Trotzdem fügte er hinzu, »Ich wollte ohnehin nicht so lange schlafen.« Am liebsten hätte er nie wieder geschlafen. Nicht jetzt, wo er wusste, was auf der anderen Seite in seinen Träumen auf ihn wartete. Aber woher hätte er es wissen sollen? »Es ist Mitternacht, Herr«, antwortete die Wirtin verstört. »Ich weiß«, log André, »aber ich brauche nicht viel Schlaf.« »Mitternacht?« Er sah sich in der winzigen Dachkammer um. »Wo war Abudun?« Als hätte sie seine Gedanken gelesen, sagte die Wirtin. »Euer Freund wartet unten auf euch. Er hat mich geschickt. Da ist jemand, der mit euch sprechen will.« »Jetzt?« André sah wieder zur Tür hin und versuchte, im Gesicht der Frau zu lesen. Es war zu dunkel dazu. Doch so, wie sie die Worte gesprochen hatte, vermutete er, dass dieser jemand kein gern gesehener Gast in ihrem Haus war. Er nickte aber nur wortlos, richtete sich weiter auf und sah sie so lange stumm an, bis sie endlich begriff und die Tür hinter sich entschloss zog. André blieb reglos sitzen und wartete darauf, dass der dumpfe Druck hinter seiner Stirn nachließ. Das geschah nicht, und auch der faulige Geschmack blieb auf seiner Zunge. Der Traum war hartnäckig. Für dieses Mal hatte er seinen Biss verloren, aber etwas von ihm war immer noch da, wie eine schwarze Spinne, die unsichtbar im Zentrum ihres Netzes lauerte und nur auf einen Moment der Unaufmerksamkeit wartete, indem sie ihn anspringen und ihre Klauen erneut in ihn schlagen konnte. André versuchte über diesen Gedanken zu lachen, aber das machte es eher schlimmer. Schließlich schlug er die Decke zurück, stand auf und zog sich rasch an. Während er die schmale Treppe hinunter eilte, lauschte er auf Geräusche von unten, vernahm aber nichts. Die letzten Gäste mussten schon vor einer geraumen Weile gegangen sein. Auch die Gaststube war dunkel. Auf der Theke brannte eine einzelne Kerze, deren winzige Flamme aber gerade einmal für eine doppelt handgroße Pfütze aus Licht reichte, die den übrigen Raum nur noch dunkler erscheinen ließ. Die Tür stand offen, und André meinte, eine vage Bewegung draußen auf der Straße wahrzunehmen. Vielleicht war da auch eine Stimme, aber er war sich nicht ganz sicher. Die Wirtin deutete stumm zur Tür und folgte ihm mit einem Blick, von dem er nicht sagen konnte, ob er wegen der nächtlichen Störung tadelnd oder er besorgt war. Vorsichtshalber bedeutete er, André zurückzubleiben, und trat durch die Tür. Seine Hand senkte sich auf den Schwertgriff am Gürtel, ohne dass er sich der Bewegung bewusst war. Draußen wartete jedoch nichts Bedrohliches auf ihn, sah man von einer riesenhaften schwarzen Gestalt ab, deren bloßer Anblick so manchen tapferen Mann zu Tode erschreckt hätte. Abudun verzog jedoch keine Miene, und auch André runzelte nun leicht beunruhigt die Stirn und fragte, »Was ist los?« »Besuch«, antwortete der Nubier in sonderbarem Ton und wies mit dem Kopf nach links. »Wenn ihr das Zimmer braucht, sag es mir einfach. Ich gehe dann in der Zeit ein bisschen spazieren.« Abuduns boshafte Bemerkung wäre gar nicht nötig gewesen. Corinna war ein gutes Dutzend Schritte entfernt, und ihr Gesicht lag auch jetzt wieder im Schatten ihrer Kapuze, die sie weit nach vorn gezogen hatte. Doch er wusste sofort, dass sie es war. Es war seltsam. Ein Teil von ihm war zutiefst enttäuscht gewesen, dass Corinna weder an jenem Abend zurückgekommen war, an dem sie sie zu Skalzi und damit auch Marius gebracht hatte, noch am nächsten oder dem darauf folgenden Tag. Nun freute er sich über die Maßen, sie endlich wiederzusehen. Doch zugleich schrak er auch innerlich vor ihr zurück, ohne zu wissen, warum, aber so heftig, dass er etliche sekundenlang einfach nur dastand und sie anstarrte. »Corinna«, sagte er schließlich nur. Das Mädchen machte einen einzelnen Schritt in seine Richtung, blieb dann wieder stehen und schlug die Kapuze auf dieselbe anmutige Art zurück, die ihn schon einmal so sehr irritiert hatte. »Immerhin erinnerst du dich noch an meinen Namen«, sagte sie spöttisch, »obwohl es schon so lange her ist. Drei Tage.« »Ich glaube, jetzt legt ihr es wirklich darauf an, mich zu verletzen, Signor Delany«, antwortete sie spöttisch und kam nun endgültig näher. »Die meisten Männer brauchen drei Jahre, um mich zu vergessen, mindestens, und manchen gelingt es ihr Leben lang nicht.« »Vor allem, wenn du einfach verschwindest und dich nicht mehr meldest«, antwortete André. »Wo bist du gewesen? Es gibt da noch ein paar Fragen, weißt du?« »Nein«, antwortete Corinna, in ganz leicht schnippischem Ton, der aber auch schon wieder aus ihrer Stimme verschwunden war, als sie weitersprach. »Aber ich nehme an, es geht um deinen Sohn.« »Ihr seid tatsächlich mindestens ebenso scharfsinnig wie schön, Signorina«, sagte Abudun spöttisch. »Wie habt ihr das nur so schnell erraten?« André holte Luft, um ihn in seine Schranken zu weisen, doch Corinna kam ihm zuvor. »Das habe ich jetzt wohl verdient, schwarzer Mann«, sagte sie, »aber vielleicht kann ich es ja wieder gut machen.« »Du weißt etwas über Marius?«, fragte André. »Nein«, antwortete Corinna. Sie kam noch näher, und André sah etwas unter ihrem Mantel flüchtig aufblitzen, ein kostbares Schmuckstück, das sie bei ihrem ersten Zusammentreffen noch nicht getragen hatte. »Aber vielleicht über eure Freundin?« André spürte, wie Abudun hinter ihm plötzlich aufmerksam wurde, und auch er fuhr leicht zusammen. »Miruhr?«, fragte er. »Wenn das ihr Name ist?« Abudun trat mit einem einzigen Schritt neben ihn und überragte nicht nur André, sondern vor allem Corinna wie ein schwarzer, drohender Berg. »Was weißt du über Miruhr?« »Auch nicht mehr als ihren Namen«, antwortete Corinna, ohne sich auch nur mindestens von Abuduns drohendem Gebaren beeindrucken zu lassen. »Aber ich habe jemanden mitgebracht, der euch vielleicht weiterhelfen kann.« Sie drehte sich um, hob die Hand und rief mit etwas lauterer Stimme. »Du kannst jetzt kommen, Balean. Keine Angst, niemand tut dir etwas.« Eine weitere Gestalt löste sich aus den Schatten und kam mit zögerndem Schritt näher. André spürte Angst, aber auch noch etwas, das er nicht einordnen konnte. Es war ein magerer Junge von vielleicht neun oder zehn Jahren, in wenig mehr als Lumpen gekleidet und mit schulterlangem schmutzigem Haar. Seine Augen waren so groß vor Angst, dass sie schier aus den Höhlen zu Quellen schienen und an seinem schmutzigen Hals pochte eine Ader. »Das sind André Delany und Abudun, von denen ich dir erzählt habe«, sagte Corinna. »Du musst keine Angst vor ihnen haben.« »Muss er nicht«, fragte Abudun. André warf dem Nubier einen warnenden Blick zu. Er war Abuduns derbe Scherze gewohnt, solange sie sich kannten, aber seit einer Weile wurden seine Bemerkungen härter und es gab Momente, in denen er ganz und gar nicht mehr sicher war, ob seine Worte wirklich nur scherzhaft gemeint waren. »Nein, das musst du nicht«, sagte André rasch. »Dein Name ist Balean?« Ängstlich deutete der Junge ein Nicken an. André ließ sich in die Hocke sinken und streckte die Hand aus, erreichte damit aber nur, dass Balean erschrocken zurückprallte und erst wieder stehen blieb, als Corinna ihm beruhigend die Hand auf die Schulter legte. »André sagt die Wahrheit«, sagte sie rasch. »Niemand tut dir etwas, keine Angst«. Sie machte eine auffordernde Geste zu Abudun. »Das ist der Mann, von dem ich dir erzählt habe. Erkennst du ihn wieder?« »Kaum«, knurrte Abudun. Balean sah aus großen Augen zu dem schwarzen Koloss hoch und schien all seinen Mut aufbieten zu müssen, um nicht die Flucht zu ergreifen, nickte aber dann und schüttelte gleich darauf den Kopf. »Er sieht aus wie Sie«, sagte er. »Aber er ist größer.« »Abudun ist größer als jeder«, antwortete André schon fast automatisch. Das entsprach auch durchaus der Wahrheit, aber das Lächeln, das bei Bemerkungen wie diesen gewöhnlich über seine Lippen huschte, wollte diesmal nicht kommen. »Und ich glaube, es war eine Frau«, fügte der Junge hinzu. »Hatte sie rotes Haar?«, fragte Abudun. »Das ... das weiß ich nicht«, antwortete Balean. Seine Stimme zitterte ganz sagt, und André konnte ihm ansehen, welche Überwindung es ihn kostete, Abuduns Blick standzuhalten. Aber es gelang ihm, seine Furcht unter Kontrolle zu bringen, und André zollte dem Mut dieses jungen Respekt. Er hatte gestandene Männer gesehen, die unter Abuduns Blick zusammengebrochen waren, nicht dieses halbverhungerte Kind. »Sie hatten solche Tücher auf dem Kopf.« »Tücher?« »Er meint einen Turban«, sagte André, ohne Baleans Gesicht auch nur für einen Sekundenbruchteil aus den Augen zu lassen. »Und ihr Gesicht? Konntest du ihr Gesicht erkennen?« »Nicht viel davon. Aber es war schwarz. Richtig schwarz, meine ich, nicht braun wie die meisten.« »Eine Nubierin«, sagte André auf Arabisch. »Wir Ruhe oder eine ihrer Dienerinnen«, bestätigte Abudun in derselben Sprache. An den jungen Gewand und wieder auf Italienisch fuhr er fort. »Wo hast du sie gesehen und wann?« »Das darf ich nicht sagen, und« Abuduns Hand zuckte so schnell vor, dass André die Bewegung nicht einmal wirklich sah, mit der er den Jungen an der Jacke packte und mit nur einer Hand von den Beinen riss, bis sich ihre Gesichte auf gleicher Höhe befanden. »Wo?« fauchte er. »Abudun, bist du verrückt?« André war mit einem Satz bei ihm, drückte seinen Arm herunter und schob den Jungen hinter sich, wo Corinna ihn empfing und schützend in die Arme schloss. »Was ist in dich gefahren, Pirat? Hast du den Verstand verloren?« Abudun sah auf ihn hinab, als dächte er ernsthaft darüber, nach ihm zu schlagen, verzog aber dann nur abfällig die Lippen. »Ganz wie du meinst, Hexenmeister«, sagte er. »Dann rede du mit ihm. Du kennst dich ja ohnehin besser mit Kindern aus.« André musste sich beherrschen, um ihm nicht die Faust ins Gesicht zu schlagen, und hätte Corinna nicht in diesem Moment etwas zu Balian gesagt, hätte er es vielleicht sogar getan. So ließ er sich abermals in die Hocke sinken und sah den Jungen an. Er beging nicht den Fehler, noch einmal die Hand auszustrecken oder auch nur irgendetwas zu tun, was dem Kind als bedrohlich erscheinen konnte. »Nimm es ihm nicht übel,« sagte er unbeholfen. »Die Frau, von der du erzählt hast, ist eine gute Freundin von ihm. Er macht sich große Sorgen um sie, und deshalb ist er ein bisschen nervös. Verstehst du?« Balian starrte ihn nur aus Augen an, die noch einmal größer geworden zu sein schienen und jetzt vollkommen schwarz vor Angst waren. Aber Corinna sagte, »Ich habe zwei Tage gebraucht, um Balian zu finden, André, und Stunden, um ihn davon zu überzeugen, dass er euch vertrauen kann.« Sie funkelte zuerst Abudun, dann, beinahe noch zorniger, ihn an. »Vielleicht war das ja ein Fehler.« André lächelte den Jungen beruhigend an, richtete sich dann wieder auf und bemühte sich um einen möglichst ruhigen Ton, als er sich zu Abudun umdrehte. Zugleich wechselte er wieder in eine Sprache, die weder Corinna noch der Junge verstanden, doch seine Worte waren nicht so sanftmütig wie sein Ton. »Jetzt reiß dich zusammen, Pirat, oder verschwinde, und ich rede allein mit dem Jungen. Was ist los mit dir? Willst du nicht, dass wir sie finden?« »Schon wieder ein Zufall weh,« spottete Abudun. »Unglaublich. Man sollte ein neues Wort dafür erfinden, meinst du nicht?« Statt auf den Spott des Nubiers zu reagieren, wandte sich André wieder nach dem Jungen um. »Du weißt also, wo unsere Freundin ist?« Der Junge starrte ihn nur weiter an. »Es tut mir wirklich leid, Balian,« sagte er. »Abudun ist sonst nicht so. Glaub mir.« »Ich nehme an, sonst benimmt er sich noch schlimmer,« sagte Corinna Spitz. Sie schnaubte zornig, aber ihre Hände blieben auf Balians Schultern liegen, und André war nicht sicher, ob es wirklich nur eine beruhigend gemeinte Berührung war. »Der Junge weiß nicht, wo eure Freundin ist, und wenn sein Vater wüsste, dass er hier ist, würde er ihn wahrscheinlich halbtot prügeln. Und so dankt ihr es ihm?« »Und mir«, fügte ihr Blick hinzu. »Wenn er nichts weiß, warum ist er dann hier?«, fragte Abudun. »Weil er jemanden kennt, der mit dieser Frau gesprochen hat.« »Ist das wahr?«, fragte André. Balian nickte. Er schwieg weiter, und André spürte, dass er längst weggelaufen wäre, hätte Corinna ihn nicht festgehalten. »Und noch ein richtig großer Zufall,« sagte Abudun. Corinna ignorierte ihn, ebenso wie André. »Ich habe ihm versprochen, dass ihm nichts passiert,« sagte Corinna, »und dass niemand erfährt, dass er mit euch gesprochen hat.« Sie machte ein ärgerliches Gesicht. »Und dass er eine Belohnung bekommt.« »Allzu groß wird sie nicht ausfallen,« murrte Abudun. »Du bekommst eine Belohnung,« sagte André rasch, »und ich verspreche dir, dass niemand erfährt, dass du mit uns gesprochen hast.« Der Junge warf einen fast flehenden Blick in Corinnas Gesicht hinauf. Erst als sie ihm mit einem aufmunternden Lächeln zunickte, sah er André wieder an. »Du hast also diese Frau gesehen?«, sagte er. »Zwei,« antwortete der Junge. »Es waren zwei, aber ich habe nicht mit ihnen gesprochen.« »Aber du weißt, wer mit ihnen gesprochen hat?«, fragte André. »Und worüber?«, fügte Abudun hinzu. »Mein Onkel,« antwortete Balian nervös. »Onkel Enrico, ich weiß nicht, worum es ging, aber er war sehr wütend, als sie wieder weg waren, und ich glaube, er hatte auch ein bisschen Angst.« »Wann war das?«, fragte André. Balian hob unglücklich die Schultern. »Es ist schon lange her,«, sagte er stockend. »So ungefähr ein halbes Jahr,« vermutete André. »Für ein Kind in seinem Alter tatsächlich eine sehr lange Zeit.« Er überlegte kurz, dann fragte er. »Bringst du uns zu deinem Onkel Enrico?«, Balian schwieg. »Ich verrate ihm nicht, was du uns erzählt hast,«, sagte André. Balian starrte ihn weiter an. Und endlich begriff er. Mit einem lautlosen Seufzen löste er den Geldbeutel von seinem Gürtel und hielt ihm den Jungen hin. Viel war ohnehin nicht mehr darin, aber alles, was sie noch besaßen. Aus den Augenwinkeln sah er Abuduns verärgerte Stirnrunzeln. Dann verschwand der Beutel auch schon so schnell in Balians Jackentasche, als hätte er ihn weggezaubert. »Bringst du uns hin?«, fragte er. »Wir bringen euch hin,«, sagte Corinna an seiner Stelle. »Der Junge hat mir sein Vertrauen geschenkt und ich passe auf ihn auf.« »Wie du meinst,« André stand auf. »Ist es weit?« »Im Arsenale,« antwortete Corinna. »Nicht einmal weit vom Spital des Tortore entfernt. Aber wir werden zu Fuß gehen müssen. So spät in der Nacht bekommen wir kein Boot mehr.« »Ein Spaziergang in einer lauen Sommernacht und noch dazu in angenehmer Begleitung,« knochte Abudun. »Was will man mehr?« In den zurückliegenden vier Tagen waren sie diesen Weg täglich gegangen, aber niemals war er ihm so weit vorgekommen und niemals so, so unwirklich. Allein ihre beschränkten Mittel hatten es ihm verboten, ein Boot zu mieten und die örtlichen Wucherpreise zu zahlen, die nicht nur, zumindest für Ausländer, exorbitant hoch waren, sondern auch noch mit jedem Tag höher kletterten, den der Karneval in er kam. So waren sie zu Fuß gegangen und hatten als kleine Dreingabe einmal mehr die sonderbare Feindseligkeit zu spüren bekommen, die ihnen die Menschen in dieser Stadt entgegenbrachten. Finstere Blicke und ein böses Getuschel hinter ihrem Rücken, das vor allem Abudun galt. Davon war jetzt nichts mehr zu spüren, doch der Marsch in das Arbeiter- und Hafenviertel gestaltete sich auch jetzt kein bisschen erbaulicher. Fast hatte die Stadt selbst nun die Rolle ihrer Bewohner übernommen, um sie ihrer Ablehnung spüren zu lassen. Die Dunkelheit zwischen den schmalbrüstigen Häusern kam ihm tiefer vor, als sie sein sollte. Ihre Schritte erzeugten zu laute und zu lang nachhallende Echos, und er meinte, die Gegenwart von etwas zu spüren, das in den Schatten lauerte und sie aus gierigen Augen beobachtete. Natürlich wusste er, da war nichts, abgesehen vielleicht von ein paar Ratten oder einer Katze, die Jagd auf diese machte. Und selbst wenn da etwas gewesen wäre, so gab es in der ganzen Stadt vermutlich nichts, was Abudun und ihm wirklich gefährlich werden konnte. Doch mit jedem Schritt fühlte er sich unwohler. Er begann zu ahnen, was es hieß, die Dunkelheit zu fürchten, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben. Und diese Erkenntnis war vielleicht noch beunruhigender als die Dunkelheit selber. Sie mussten eine Unzahl Brücken überqueren, die schmaler und auch schäbiger wurden, je weiter sie sich dem Arsenal näherten, und am Schluss wichen sie auch von der Strecke ab, die Abudun und er zum Palazzo Stronzo genommen hatten, was André aber nicht verwunderte. Schließlich lebte der Junge hier und kannte sich in den schmalen Sträßchen besser aus. Nach einer Weile aber fiel ihm auf, dass weder Corinna noch Balearen auch nur mit einem Wort erwähnt hatten, wohin sie gingen. Aber was immer ihr Ziel war, sie näherten sich ihm nicht auf dem kürzesten Weg, sondern folgten dem langgestreckten Bogen, den die Uferstraße beschrieb, wenn man das zerbröckelnde Band aus jahrhundertealtem Kopfsteinpflaster den Straßenstraße nennen wollte. Bevor André den Jungen fragen konnte, kam ihm Abudun zuvor. »Wohin führst du uns eigentlich, Bürschchen?« knurrte er. »Zu Enrico, meinem Onkel,« antwortete der Junge. »Ihr wollt doch mit ihm sprechen, oder?« »Werd nicht frech, Junge,« polterte Abudun. »Wir kennen den Weg, und das ist auf jeden Fall nicht der kürzeste.« »Aber der sicherste,« antwortete Balian, indem er Abudun einen unsicheren Blick über die Schulter hinweg zuwarf. »Und der Sauberste. Ich will nicht, dass sich die Signorina ihr kostbares Kleid ruiniert, und ihr eure teuren Schuhe.« Abudun blickte finster, und André hatte Mühe, ein Grinsen zu unterdrücken. Allmählich begann ihm der Junge zu gefallen. »Wir sind auch schon da!« Balian blieb stehen und zeigte mit flatternder Hand in die Dunkelheit vor sich. »Hier?«, wiederholte Abudun zweifelnd, bekam aber keine Antwort, denn Balian war bereits so lautlos wie ein Schatten verschwunden. Selbst Corinna wirkte verdutzt. André konnte den zweifelnden Blick des Nubias durchaus verstehen. Wäre die Nacht nicht so schwarz und mondlos gewesen, hätten sie die Turmruine des Dottoro von hier aus vermutlich sehen können. Jetzt erstreckte sich links von ihnen nur die endlose schwarze Wasserebene der Lagune, und in den drei anderen Richtungen umgaben sie die schwarzen Silhouetten größtenteils leerstehender Gebäude. Es war nahezu vollkommen still, und nirgendwo brannte ein Licht. Das allein überraschte ihn nicht. Sie waren oft genug hier gewesen, um zu wissen, dass in diesen Häusern nur wenige Menschen lebten. Dies war das Viertel der kleinen Schiffswerften, Netzknüpfer und Handwerker, und die meisten der kleinen Manufakturen schlossen bei Sonnenuntergang. Dennoch war es ihm beinahe zu still. Etliche der Arbeiter mussten in ihren Werkstätten leben, und selbst zu dieser späten Stunde hätte noch irgendjemand wach sein müssen. Aber als er lauschte, hörte er rein gar nichts. Kommt dir das auch ein ganz kleines bisschen komisch vor? flüsterte Abudun. Oder ist das auch wieder nur ein Zufall? Der Junge riskiert eine Menge, um euch zu helfen, sagte Corinna. Anscheinend hatte Abudun doch nicht so leise gesprochen, wie er geglaubt hatte. Und dabei ist er so uneignützig, fügte Abudun hinzu. Corinna drehte sich nun ganz zu ihnen um und maß den Nubier mit einem verächtlichen Blick. Ich habe lange gebraucht, um sein Vertrauen zu gewinnen, schwarzer Mann. Es wäre nett, wenn ihr es nicht sofort wieder zerstören würdet. Abudun schob kampflustig die Unterlippe vor, schüttelte aber dann nur den Kopf und entfernte sich ein paar Schritte, gerade weit genug, um Corinna glauben zu lassen, er wäre außer Hörweite. Dein Freund ist ein sonderbarer Mann, sagte sie auch prompt und mit gesenkter Stimme. Ja, so könnte man es ausdrücken. André seufzte. Manchmal ist er sogar noch sonderbarer als sonderbar. Und du bist sicher, dass er dein Freund ist? Eigentlich schon, antwortete André. Er ist seit ein paar Tagen etwas gereizt, aber das ist eigentlich gar nicht seine Art, glaub mir. Das tue ich. Corinna sah zu Abudun hinüber, der fast mit dem Schatten der Nacht verschmolzen war. Es hätte auch nicht gepasst. Was? Dass du mit einem Mann wie Abudun befreundet bist, sagte sie. Diesem Abudun. Das traf ein Schwarzer. André sah nun ebenfalls zu Abudun hin, und obwohl seine Augen ungleich schärfer waren als die Corinnas, hatte er zuerst beinahe Mühe, ihn zu sehen. Dann begriff er, dass er ihn zwar sah, aber ihn nicht erkannte. Was, wenn sie recht hatte und Abudun vielleicht schon lange nicht mehr der Mann war, den er zu kennen glaubte. André war beinahe erleichtert, in diesem Augenblick ein Geräusch zu hören und eine Gestalt hinter Corinna aus den Schatten hervortreten zu sehen. Gleich darauf gefolgt von einer zweiten, dritten und vierten. Ohne sich umzusehen wusste er, dass hinter ihnen noch einmal mindestens dieselbe Anzahl von Männern aufgetaucht war. Sie waren bewaffnet, und es war eine Falle. Selbstverständlich war es eine Falle. »Enrico?« fragte er trotzdem. Er bekam nicht sofort eine Antwort, aber Abudun trat mit zwei schnellen Schritten wieder neben ihn, stug seinen Mantel zurück und legte die Hand auf den Schwertgriff. Die stumme Front drohender Schatten kam weiter näher, wurde aber langsamer. »Was geht denn hier vor?« fragte Corinna. Sie klang empört, aber auch erschrocken. »Wir wollten mit!« Die Männer blieben stehen. Abudun machte eine Bewegung, wie um seine Waffe zu ziehen, und zwei der vier Gestalten vor ihnen wichen hastig nach rechts und links und hielten plötzlich Musketen in den Händen, die sie auf Abudun und ihn anlegten. »Die Waffen weg!« sagte eine scharfe Stimme. »Legt eure Schwerter auf den Boden!« Nach einem ganz kurzen, aber gefährlichen Moment des Zögerns spürte er, wie sich Abudun entspannte, was ihn aber keineswegs beruhigte. Rasch löste André seinen Gürtel und ließ ihn fallen. Es klirrte, und dann noch einmal und sehr viel lauter, als auch Abuduns gewaltiger Krummsäbel zu Boden fiel. »Was soll denn das?« empörte sich Corinna. »Wir sind gekommen um...« Einer der beiden anderen Männer schlug sie, nicht sehr fest. Das helle Klatschen verriet ihm, dass es nicht mehr als eine leichte Ohrfeige war, mit dem einzigen Zweck, sie zum Schweigen zu bringen. Aber Corinna schlug mit einem halblauten Schrei die Hand vor das Gesicht und trat zwei Schritte zurück. André sagte ruhig, »Wenn du das noch einmal tust, töte ich dich.« »Wie melodramatisch«, sagte dieselbe Stimme, die ihn gerade aufgefordert hatte, die Waffe abzulegen. Enrico, vermutete er zumindest. Corinna wich mit zwei weiteren Schritten ganz zu ihnen zurück und presste sich zitternd an ihn wie ein Kind, das instinktiv Schutz bei einem Erwachsenen sucht. Schritte näherten sich. Einer der Männer, die hinter ihnen aufgetaucht waren, trat rasch neben ihn und stieß seinen Degen mit einem Fußtritt davon. Auf der anderen Seite versuchte ein zweiter dasselbe mit Abouduns gewaltigem Krummsäbel. André konnte ein schadenfrohes Grinsen nicht ganz unterdrücken, als sich der Säbel zwar kaum bewegte, der Bursche aber ein schmerzerfülltes Zischen ausstieß und auf einem Bein davonhüpfte. »Geh zur Seite!« Der Schatten, zu dem die Stimme gehörte, machte eine herrische Geste und nun richteten sich beide Gewehrläufer auf Aboudun. Als der Nubi ihm fast unmerklich zunickte, machte André zwei vorsichtige Schritte zur Seite, wobei er Corinna mit sich zog. Er spürte ihre Verwirrung und ihre Angst und konnte hören, wie schnell ihr Herz schlug. Sie war ebenso überrascht wie er. Eine Falle, sicherlich. Aber sie hatte nichts davon gewusst. »Bist du Enrico?« wandte er sich an den Redeführer. »Wir müssen mit dir sprechen!« Er bekam keine Antwort. Aber der Mann trat abermals näher, sodass André jetzt sein Gesicht erkennen konnte. Er hatte kurzgeschnittenes dunkles Haar, er war älter, als André erwartet hatte, und seine Kleidung war ebenso wie die Baleans gepflegt, aber ärmlich. Trotz des großen Altersunterschiedes war die Familienähnlichkeit zwischen ihnen nicht zu übersehen. Sein Blick huschte kurz über Andrés Gesicht und heftete sich dann verändert auf Aboudun. »Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor,« begann André und sprach dann nicht weiter, als er begriff, dass Enrico ihm gar nicht zuhörte. Er konzentrierte sich ganz auf Aboudun, und auch die anderen Gestalten rückten nun näher, um den Nubier einzukreisen. Mit Ausnahme eines einzelnen Mannes, der noch immer mit einer Muskete in seine ungefähre Richtung zielte, aber ebenfalls Aboudun ansah, schien niemand mehr von Corinna und ihm Notiz zu nehmen. André zog überrascht die Brauen zusammen, als er das Gesicht desjenigen erkannte, der Corinna geohrfeigt hatte. Es war kein Mann, wie er angenommen hatte, sondern eine Frau, vielleicht etwas jünger als Enrico, aber mit derselben unübersehbaren Familienähnlichkeit, und anders als in Enricos Augen stand in ihren blanker Hass geschrieben. Dann erschien ein weiterer, etwas kleinerer Umriss neben ihr, und er erkannte Balearen. So viel dazu, dass der Junge sie hergebracht hatte, ohne dass seine Familie etwas davon erfahren durfte. »Ist er das, Gina?«, fragte Enrico, indem er auf Aboudun deutete. Er hielt etwas in der Hand, das André bisher für einen Speer oder eine altertümliche Hellebarde gehalten hatte. Jetzt sah er, dass es sich um eine Art Mistgabel mit nur zwei auf sonderbare Weise gebogenen, aber äußerst spitzen Zinken handelte. »Er gehört zu Ihnen, da bin ich ganz sicher,« antwortete die Frau aufgebracht. »Bringt ihn um! Tötet ihn! Er gehört zu diesem, zu diesem Mörderpack!« Und als wolle sie sich auf den Nubier stürzen, hob sie die Arme, doch Enrico hielt sie mit einer raschen Bewegung zurück. »Ist das wahr?«, fragte er an Aboudun gewandt. »Gehörst du zu denen, die meinen Schwager getötet haben?« »Ich habe niemanden getötet,« antwortete Aboudun gelassen. »Zumindest keine Schwäger und schon gar nicht in dieser Stadt.« Enrico machte einen weiteren Schritt in seine Richtung und zielte mit den Spitzen seiner hölzernen Forke nun genau auf Abouduns Gesicht. Auch die anderen Gestalten rückten dichter heran und bauten sich mit finsteren Minen rings um den nubischen Riesen auf, um ihn mit ihren diversen, zumeist improvisierten Waffen in Schach zu halten. Gewalt lag nun wie etwas Greifbares in der Luft. »Antworte, Kerl!«, sagte Enrico Barsch. »Und rühre dich nicht! Oder doch, gib mir einen Grund, dich abzustechen!« »Tu es!«, verlangte Gina. »Das ist einer von Ihnen! Bringt ihn um!« Einer der anderen Männer versuchte, sie zurückzuhalten, doch in ihren Händen blitzte plötzlich eine schartige Klinge auf, und er handelte sich nur eine hässliche Schramme auf dem Handrücken ein, die sofort zu bluten begann. André spannte sich, als er sah, wie Aboudun sich nun der Frau zuwandte und in seinen Augen ein Ausdruck erschien, den André nur zu gut kannte. Die Männer verstanden die Bewegung falsch, wie er vermutet hatte. Aboudun behielt jedoch zu seiner Erleichterung und sachte Überraschung die Nerven und versuchte nicht einmal, sich zur Wehr zu setzen, als er von gleich vier Männern an den Armen gepackt wurde, während sich die Forke nun seiner Kehle näherte. »Bringt ihn um!«, schrie Gina. Sie schwang ihr Messer, und gewiss hätte sie auch versucht, diesen Wunsch eigenhändig in die Tat umzusetzen, hätten sie nicht jetzt gleich zwei Männer festgehalten, während Enrico ihr mit sanfter Gewalt die Waffe entrang. Mit der anderen Hand drückte er noch immer die Mistgabel an Abouduns Kehle. »Beruhige dich, Gina!«, sagte er. Sein Blick tastete kurz über Andrés Gesicht und konzentrierte sich dann wieder auf Aboudun. »Erst soll er uns noch ein paar Fragen beantworten. Dann sehen wir weiter!« Die Spitzen der Forke drohten sich nun, in Abouduns Hals zu bohren. Jeder andere Mann an seiner Stelle hätte spätestens jetzt den Kopf nach hinten gebogen, um der heimtückischen Waffe zu entgehen. Nicht zu Aboudun. Er starrte sein Gegenüber nur an. »Es muss sich um ein Irrtum handeln!«, sagte André rasch. »Ich nehme an, ihr verwechselt uns!« »Ihr gehört zu ihnen!«, schrie die Frau. »Seht ihn euch doch an!« Ihre Stimme war strill und drohte überzuschnappen, aber es war nicht nur schierer Hass, den André darin hörte, sondern auch ein verzehrender Schmerz, ebenso schlimm wie der, den er selbst tief in seiner Brust spürte. Und auffällig schob er Corinna zur Seite und dann hinter sich, um sie nötigenfalls mit seinem eigenen Körper zu schützen. Noch sah es aus, als behielte Aboudun die Nerven, aber er wusste auch, wie unberechenbar der Nubier sein konnte. Und er wollte hier keine Toten. Schon gar nicht wollte er, dass Corinna etwas geschah. »Du wirst uns jetzt sagen, wer du bist und was du hier zu suchen hast,« fuhr Enrico fort. »Und sag die Wahrheit, das rate ich dir. Wir merken, wenn du lügst.« »Mein Name ist Aboudun,« antwortete Aboudun, »und ich suche hier gar nichts. Ich bin nur auf der Durchreise und wollte in ein Gasthaus und schlafen, das ist alles. Ich wusste nicht, dass ich eure Erlaubnis dafür brauche. Wenn ich eure Sitten verletzt oder eure Götter beleidigt habe, dann tut es mir leid, das wollte ich nicht.« »Wird nicht frech, Kerl,« sagte Enrico drohend. Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, ruckelte er an seiner Waffe, und das vielleicht etwas zu heftig, denn nun quoll ein einzelner Blutstropfen aus Abouduns Kehle und versickerte im schwarzen Stoff seines Mantels. Im Gesicht des Nubiers zuckte kein Muskel, aber Enrico zog die Mistgabel hastig wieder ein Stück zurück. André schien es, als habe es ihm leid getan, den Nubier verletzt zu haben. Trotzdem fuhr er in unverändert scharfem Ton fort. »Vielleicht brauche ich auch gar keinen Grund, um dich zu töten. Das solltet ihr euch vielleicht doch noch einmal überlegen, mein Freund,« sagte André rasch, »jemanden zu töten ist ein ziemlich endgültiger Entschluss.« »Sag das deinem schwarzen Freund hier,« antwortete Enrico. Doch André fuhr mit einem Kopfschütteln fort. »Es ist genau so, wie Aboudun sagt. Wir sind fremd in dieser Stadt und kennen weder eure Sitten noch eure Gebräuche oder Gesetze. Aber ich nehme dennoch an, dass es selbst hier verboten ist, Fremde einfach so zu töten.« Sämtliche Angreifer blickten nun in seine Richtung, zumindest die, die nicht damit beschäftigt waren, Aboudun und die tobende Frau festzuhalten. André spürte, wie ihre Gefühle regelrecht explodierten. Dies war kein wütender Mob, sondern nur eine Handvoll Menschen, die Angst hatten. Doch das machte sie nur noch gefährlicher. »Wer bist du?« sagte Enrico endlich. Die Spitzen seiner Forke wiesen nun in seine Richtung, auch wenn sie dabei so heftig zitterten, dass er Mühe hatte, sein Werkzeug überhaupt noch zu halten. Ein Blutstropfen schimmerte rot darauf. Der Anblick erinnerte André an etwas. Etwas, das er gesehen und schon wieder vergessen hatte. Aber es war wichtig. »André,« antwortete er, »mein Name ist André Delany. Das da ist Aboudun. Wir reisen zusammen. Dann ist dieser Kerl dein Freund.« »Bringt ihn um!« schrie Gina weiter. »Gib mir mein Messer zurück, damit ich ihm die Kehle durchschneiden kann!« André sah kurz in ihre Richtung. Erst glaubte er, dass auch Aboudun auf sie hinabblickte. Dann erkannte er seinen Irrtum. Der Nubia starrte nicht sie, sondern den Mann neben ihr an und, um ganz genau zu sein, den immer noch blutenden Schnitt auf dessen Hand. »Sind das die beiden?« Enrico wandte sich an Balian, der abwechselnd ihn und Aboudun aus großen Augen anstarrte und nervös nickte. »Er hat gesagt, dass sie zusammengehören,« bestätigte er. »Er hat nach den schwarzen Frauen gefragt und gesagt, sie wären seine Freunde.« »Und du hast uns belogen, Birschchen,« rollte Aboudun. »Gib uns unser Geld zurück.« Eine lächerliche Forderung für einen Mann in seiner Situation. Enrico blinzelte auch nur verständnislos, aber Balian griff tatsächlich unter seine Jacke, zog den Geldbeutel hervor und warf ihn dem Nubia so wuchtig vor die Füße, dass er aufplatzte und sein Inhalt klimpernd in alle Richtungen davon rollte. »Ist das wahr?«, fragte Enrico an André gewandt. »Ihr kennt diese Frauen?« »Es spielt doch gar keine Rolle, ob er sie kennt oder nicht,« Gina schluchzte jetzt. »Seht ihn euch doch nur an. Er sieht genauso aus wie sie. Er gehört zu ihnen.« »Ich weiß nicht, was hier geschehen ist,« sagte André ruhig. Aboudun hatte den Blick immer noch fest auf den blutigen Schnitt geheftet. »Aber ich bin sicher, dass es eine Erklärung gibt. Erzählt mir, was geschehen ist.« »Hört nicht auf ihn,« schluchzte Gina. »Ihr müsst euch den schwarzen Teufel doch nur ansehen.« Statt den schwarzen Teufel anzuschauen, senkte Enrico seine Forke endgültig und sah jetzt beinahe verlegen aus. »Sie?« »Waren nicht dabei?« wandte er sich erneut an Balearen. Der Junge schüttelte heftig den Kopf. »Nein, aber er hat gesagt, dass sie Freunde sind.« »Da hört ihr es,« begehrte Gina auf. »Er gibt es sogar zu!« Und mit einer trotz allem überraschenden Bewegung riss sie sich los, stürzte sich auf den Nubier und begann mit den Fäusten auf seine Brust einzutrommeln. André hielt nicht nur in Erwartung dessen, was kam die Luft an, sondern spannte sich auch. Abudun überraschte ihn jedoch abermals, indem er sich nicht einmal zu verteidigen versuchte, sondern nur stoisch auf die Frau hinabsah. Erst als sie auch noch auf sein Gesicht einschlug, hob er die Hand und umschloss fast sanft ihre beiden Gelenke mit einer seiner gewaltigen Pranken. Es war Balearen, der die Katastrophe auslöste, denn er kreischte. »Fass meine Mutter nicht an!« Der Junge stürzte sich auf den nubischen Riesen, urplötzlich ein winziges Messerchen mit einer schartigen Klinge in der Hand haltend, dass er Abudun ohne das mindeste Zögern in den Oberschenkel rammte. Der Nubier knurrte vor Zorn wie ein gereizter Hund, ließ Ginas Arme los und versetzte dem Knaben einen Stoß mit der flachen Hand, der diesen meterweit zurückstolpern und dann schwer auf dem harten Kopfsteinpflaster aufschlagen ließ. Dann geschah alles gleichzeitig und schlimmer, als André es erwartet hatte. André sah, wie sich gleich vier Angreifer auf Abudun stürzten und auch Enrico seine Forke wieder setzte dem Knaben einen Stoß mit der flachen Hand, der diesen meterweit zurückstolpern und dann schwer auf dem harten Kopfsteinpflaster aufschlagen ließ. Dann geschah alles gleichzeitig und schlimmer, als André es erwartet hatte. André sah, wie sich gleich vier Angreifer auf Abudun stürzten und auch Enrico seine Forke wieder hochriss und herumwirbelte, registrierte gleichzeitig eine Bewegung aus den Augenwinkeln und stieß Corinne aus dem Weg. Er duckte sich unter dem Gewehrkolben weg, der nach seinem Kopf gestoßen wurde, und aus der gleichen Bewegung heraus, in der er herumwirbelte und dem Burschen die Faust in den Leib rammte, trat er nach hinten aus und zertrümmerte Enricos Forke, bevor er sie Abudun in den Leib rammen konnte. Er hörte, wie Abudun vor Wut brüllte, doch da ging er auch schon unter dem Ansturm von gleich zwei Männern zu Boden und wurde von mehreren so harten Faustschlägen getroffen, dass André sich mit aller Macht zurückhalten musste, um nicht seinerseits mit seiner ganzen gewaltigen Kraft zuzuschlagen und womöglich einen von ihnen zu verkrüppeln oder gar zu töten. Wahrscheinlich würde es sich dieses Mal nicht vermeiden lassen, dachte er erschrocken, denn die Übermacht war einfach zu groß. Aber er wollte wenigstens nicht der Erste sein, an dessen Händen Blut klebte. So verschaffte er sich lediglich mit zwei, drei kraftvollen Bewegungen Luft, stieß einen besonders hartnäckigen Gegner wuchtig genug von sich herunter, dass dieser mit wildrudernden Armen drei Schritte zurücktaumelte und dann mit einem gewaltigen Platschen im eiskalten Wasser der Lagune verschwand und sprang auf die Füße. Um ein Haar hätte er erleichtert aufgeatmet, denn der Kampf war praktisch schon vorbei, doch bevor er richtig begonnen hatte, und es sah sogar so aus, als wäre es ohne Tote abgegangen. Abudun stand schon wieder und die meisten Angreifer, Enrico eingeschlossen, befanden sich auf einem mehr oder weniger chaotischen Rückzug und rannten oder humpelten davon, so schnell sie nur konnten. Hätten sie es mit Gegnern zu tun gehabt, die auch nur ein wenig Erfahrung in einem echten Kampf besaßen, dann hätte diese Geschichte ein wirklich böses Ende nehmen können, dachte André, denn die Übermacht ihrer Feinde mochte sogar für ihn und Abudun zu groß gewesen sein. Aber es waren einfache Handwerker oder Fischer, die allenfalls Erfahrung in der ein oder anderen Wirtshausschlägerei hatten. Schon Abuduns unerwartet heftiger Widerstand musste die meisten von ihnen so erschreckt haben, dass sie gar nicht erst auf die Idee kamen, ihre improvisierten Waffen einzusetzen, sondern ihr Heil lieber in der Flucht suchten, was dem einen oder anderen vermutlich das Leben rettete. André sah rasch zu Balean hin und aus seiner Erleichterung wurde schnell entsetzen. Der Junge lag immer noch und auch noch immer in derselben Haltung, in der er gestürzt war. Gina kniete neben ihrem Sohn und versuchte ihn wachzurütteln, wobei sie mit schriller Stimme immer wieder seinen Namen schrie. Hör auf damit, sagte André, du wirst ihn nur noch mehr. Er vernahm ein erschrockenes Keuchen und André brach mitten im Wort ab und fuhr herum, die Hände hochgerissen und darauf gefasst, sich erneut zu verteidigen. Er wurde nicht angegriffen, dafür bot sich ihm ein grausiger Anblick. Nicht alle Angreifer waren geflohen, gut die Hälfte der Männer hatte sich lediglich ein paar Schritte weit zurückgezogen und starrte entsetzt auf Abudun, der einen ihrer Kameraden gepackt und auf den Rücken geworfen hatte. Während er diesen mit dem linken Knie niederhielt, hatte er die rechte Hand mit gespreizten Fingern auf dessen Gesicht gepresst, als wollte er dessen Kopf in den Boden hineindrücken. Aber André wusste auch, was er wirklich tat. Es dauerte eine Weile, bis er sich eingestehen wollte, was er da sah. Abudun wollte den Mann nicht umbringen, jedenfalls nicht so, wie Enrico und die anderen glauben mussten. André sah das Blut auf der zerschnittenen Hand, mit der er verzweifelt um sich schlug und den schwarzen Koloss von sich hinunterzustoßen versuchte. Er konnte es riechen, und auch in ihm erwachte die uralte Gier, doch der lähmende Schrecken überwog. Es war der Vampir in Abudun, der erwacht war und der das Leben des Mannes nahm. »Abudun!« keuchte er entsetzt. »Was tust du da?« Dann schrie er so laut er konnte. »Um Gottes Willen, Pirat, hör auf!« und warf sich mit aller Macht gegen den Nubier, um ihn von seinem wehrlosen Opfer herunterzuzerren. Es war, als wäre er gegen einen Fels geprallt. Abudun gab nur ein unwilliges Knurren von sich, presste den Mann mit nur noch größerer Gewalt gegen den Boden und versetzte André mit der anderen Hand einen Stoß, der ihn zwei Schritte weit zurück und gegen eine Wand schleuderte. Etwas knallte. Eine winzige Wolke aus Staub und Blut explodierte aus Abuduns Rücken, und ein tiefes, gepeinigtes Stöhnen entrang sich seiner Kehle. Der Nubier wankte, ließ aber immer noch nicht von seinem Opfer ab, und André spürte sogar über die Entfernung hinweg, wie eine unsichtbare Macht in die Seele des Mannes hineingriff und nach seiner Lebenskraft tastete, um sie aus ihm herauszureißen und der des Vampirs in Abudun hinzuzufügen. Fast schon verzweifelt stieß André sich von der Wand ab, um sich auf Abudun zu stürzen und ihn von seinem Opfer wegzuzerren, und möglicherweise wäre es ihm dieses Mal sogar gelungen, hätte ihn nicht in diesem Moment irgendetwas in der Seite getroffen und ihn zu Boden geschleudert. Er fiel, kam mit einer blitzartigen Rolle wieder auf die Beine und sah den Schatten einen Sekundenbruchteil zu spät. Ein Gewehrkolben traf ihn mit solcher Wucht im Gesicht, dass er zurück und erneut gegen die Wand taumelte und schließlich benommen in die Knie ging. Den Tritt gegen seinen Magen, der ihn endgültig zusammenbrechen ließ, spürte er kaum noch. André verlor nicht das Bewusstsein, nahm aber alles nur noch wie durch einen Vorhang aus dicker, schwarzer Watte wahr. Schreie gelten. Wieder krachte ein Musketenschuss, und diesmal schrie der Nubier vor Schmerz auf, schlug beide Hände vor das Gesicht und kippte nach hinten, als sich gleich mehrere Männer auf ihn warfen. Sie mussten aufhören, dachte André verzweifelt, selbst die Musketenkugeln würden den Nubier nur ein paar Augenblicke aufhalten, und wenn er erst wieder halbwegs bei Sinnen war, würde er wie ein Dämon über die ahnungslosen Männer kommen und ein Blutbad anrichten, wenn nicht Schlimmeres. Allein die Vorstellung gab ihm die Kraft, die unsichtbaren Fesse in der Benommenheit zu sprengen und sich hochzustemmen. Der Kolbenhieb, der diesmal gezielter seine Schläfe traf, wäre hart genug gewesen, um einem normalen Menschen den Schädel zu zertrümmern. Auch jetzt verlor er nicht das Bewusstsein, schlitterte aber nun endgültig in einen Abgrund aus Schwärze und Pein, in dem Geräusche und Bilder nur noch verzerrte Echos aus einem bizarren Traum zu sein schienen. Die Schreie wurden lauter, und die Muskete entlud sich zum dritten Mal, und jetzt, wie es schien, unmittelbar neben seinem Ohr mit solchem Getöse, dass er vor Schmerz aufschrie. Er ahnte mehr, als er sah, wie Abudun zurücktaumelte und dann wie ein gefällter Baum auf die Seite kippte. Schatten führten einen irren Tanz ringsum auf. Er hörte Schreie, Schritte, wurde gepackt und herum und hart auf den Rücken geworfen. Dann trafen Tritte und Schläge seine Brust, sein Gesicht und seinen Hals und seinen Unterleib. Doch er spürte sie kaum noch, denn er konzentrierte sich ganz darauf, den Schmerz auszublenden und die diversen Verletzungen tief in seinem Körper zu heilen. Ganz gleich wie, er musste wieder zu Kräften kommen, bevor Abudun ihm zuvor kam und er all diesen Dummköpfen hier die Köpfe abriss. Immerhin gelang es ihm, sich auf den Rücken zu rollen und halb auf die Ellbogen zu stemmen. Dann stieß ihn ein Fußtritt zurück, und sein Hinterkopf knallte mit solcher Gewalt gegen den Stein, dass er kurze Zeit nur rote Blitze sah. Ihm wurde übel. Als sich sein Blick erklärte, schwebte Enricos Gesicht über ihm, verzerrt zu einer Grimasse aus Zorn, aber auch abgrundtiefem Schrecken. Die zerbrochene Forke hatte er wieder aufgehoben und zielte mit den Zinken auf seine Augen. »Und jetzt sagst du mir, wer du bist und was du mit diesem schwarzen Teufel zu tun hast,« sagte er drohend, »oder ich schicke dich auf der Stelle zu ihm.« André las in seinen Augen, wie bitter ernst diese Worte gemeint waren, schüttelte aber nur benommen den Kopf und versuchte, den Hölz seinen Zinken auszuweichen, die seinen Augen unbarmherzig folgten. Wenn der Bursche ihm das Ding in den Schädel rammte, konnte das durchaus seinen Tod bedeuten. Er musste einen Mund voll halbgeronnenes Blut und einen abgebrochenen Zahn hinunterschlucken, bevor er auch nur einen Laut herausbekam. »Verschwindet,« nuschelte er undeutlich. »Lauft weg, solange es noch geht.« Das musste Enrico so absurd vorkommen, dass er gar nicht darauf antwortete. »Sag mir einen einzigen Grund, dich nicht zu töten,« zischte er, »und was hast du mit diesem schwarzen Hund zu schaffen?« Seltsam, aber André hatte das sichere Gefühl, dass er es ernst meinte, sowohl mit seiner Drohung als auch mit seinem fast verzweifelten Wunsch, ihn nicht töten zu müssen. Aber dafür war jetzt keine Zeit. Er hörte ein Rascheln, dann einen überraschten Aufschrei und einen ungläubigen Ausruf. »Der Kerl lebt immer noch!« Das letzte Wort ging halb im Krachen einer weiteren Muskete unter, unmittelbar gefolgt von einem zweiten Knall, und als André ungeachtet der drohenden Zinken den Kopf drehte, sah er gerade noch, wie Abudun, der sich wieder aufgerappelt hatte, wie von einem Fausthieb getroffen gegen die Wand taumelte und abermals zusammenbrach. »Fesselt ihn,« befahl Enrico, »wenn er noch einmal aufsteht, dann schlagt ihm den Kopf ab!« Ohne auch nur Atem zu holen, versetzte er André einen Tritt, der ihm auch noch eine Rippe brach und fuhr mit bebender Stimme fort. »Und du wirst mir jetzt sagen, was das zu bedeuten hat! Was ist das für eine Teufelei? Bring die Zähne auseinander, Kerl, oder ich schlage sie dir ein!« André konnte ihm ansehen, dass er diese Drohung nur zu gerne auf der Stelle wahrgemacht hätte, und sei es nur aus Angst. Doch er kam auch jetzt nicht dazu zu antworten. Hinter ihm wurde ein qualvolles und zugleich unendlich wütendes Grunzen laut, und dann erschallte ein ganzer Chor ebenso entsetzter wie ungläubiger Schreier. Abudun wankte schon wieder auf die Füße. Einer der Männer war tatsächlich mutig oder auch dumm genug, ihn anzuspringen, doch der Nubier schleuderte ihn nur mit einer fast beiläufigen Bewegung zu Boden und machte einen schwerfälligen, tapsenden Schritt. André konnte seinen Schmerz spüren und seine tobende Wut, aber auch, wie sehr ihm die Musketenkugeln zu schaffen machten. Aber wie lange noch? Ein paar Augenblicke? André warf all seine Bedenken über Bord, drückte sich auf den linken Ellbogen hoch und griff mit der anderen Hand nach der Forke, deren Spitzen nur noch einen Finger breit von seinen Augen entfernt waren. Mit einem Ruck entriss er sie ihrem Besitzer, schleuderte sie weg und stemmte sich noch ein Stück weiter in die Höhe, um ganz aufzustehen. Doch auch dieses Mal gelang es ihm nicht. Enrico starrte zwar fassungslos auf seine plötzlich leeren Hände, aber einer der anderen Männer reagierte dafür umso schneller und trat ihm gegen die Kehle, sodass ihm die Luft wegblieb und er wirkend zurücksank. Hinter ihm richtete sich Abudun wie ein zorniger Bär zu seiner vollen Größe auf und hob auch ganz wie ein solcher beide Arme zweifellos, um den erstbesten Mann zu packen und einfach in Stücke zu reißen. Etwas Dunkles und irgendwie Rauchiges senkte sich über ihn und zerrte ihn abermals zu Boden. Es war ein Netz, das gleich drei Männer mit vereinten Kräften herbeigeschleppt und mit dem Mut der Verzweiflung über ihn geworfen hatten. Unter normalen Umständen hätte es ihn vermutlich nicht einmal große Anstrengungen gekostet, es einfach zu zerreißen, aber Abudun war angeschlagen, fast von Sinnen vor Wut und desorientiert. Statt sich zu befreien, verstrickte er sich immer nur noch tiefer in die engen Maschen und seine Gegner ließen ihm keine Zeit, wieder zur Besinnung zu kommen. Ein halbes Dutzend weiterer Kolbenstöße prasselte auf ihn herab, selbst dann noch, als er längst aufgehört hatte, sich zu bewegen. Weitere Männer schleppten Seile herbei, mit denen sie den Nubier zusätzlich fesselten, dann wurde er von gleich vier Männern gepackt und zum Keil geschleppt, wo sie ihn ohne das mindeste Zögern ins Wasser warfen. André konnte hören, dass er wie ein Stein unterging. »Und jetzt zu dir!« Enrico zerrte ihn auf die Füße, stieß ihn gegen die Wand und griff dann mit beiden Händen zu, als André sofort wieder in die Knie ging. »Wer ist dieser Kerl, der Teufel persönlich, und was hast du mit ihm zu tun?« Er schlug ihm ins Gesicht, und André war sich sicher, dass er das auch weiter tun würde, ganz egal, was er antwortete. Also nahm er noch zwei oder drei weitere Hebe hin, verdrehte die Augen und ließ sich an der rauen Wand in seinem Rücken zu Boden sinken, als Enrico seinen Griff ein wenig lockerte. Prompt traf ihn ein weiterer Fußtritt in die Seite, und wahrscheinlich wäre auch noch mehr und Schlimmeres gefolgt, hätte sich in diesem Moment nicht eine scharfe Stimme eingemischt. »Hört sofort auf damit!« Noch ein weiterer Schlag traf ihn, diesmal ins Gesicht und so hart, dass seine Ober- und Unterlippe aufplatzten und er erneut sein eigenes Blut schlucken musste. Dann geschah für die Dauer von zwei oder drei Herzschlägen gar nichts, bis er eine sachte Berührung auf der Wange fühlte. Als er die Augen aufschlug, blickte er in ein schmales Gesicht, das eine erschreckende Ähnlichkeit mit dem seines Sohnes hatte. »Es tut mir leid, André«, sagte Corinna. »Das wollte...« Sie brach ab, biss sich auf die Unterlippe und drehte dann schnell den Kopf, um zu Enrico zu sehen. In ihren Augen flammte es wütend auf. »Was soll das? Ihr habt euch nichts getan!« »Er gehört zu Ihnen, oder?« fragte Enrico. »Sieht er etwa so aus?« fuhr Corinna ihn an. »Heilige Mutter Gottes, was seid ihr, blind oder nur närrisch vor Rachedurst? Sieht er etwa schwarz aus?« Enrico schwieg. Er sah trotzig aus, fand André, aber auch ein wenig schuldbewusst. Aber es kostete ihn zu viel Kraft, bei Bewusstsein zu bleiben, um diesen Gedanken weiter zu verfolgen oder gar über Corinnas Worte nachzudenken. »Es... es tut mir leid, André«, sagte Corinna noch einmal und jetzt wieder an ihn gewandt. »Das alles ist... irgendwie außer Kontrolle geraten. So hätte es nicht enden dürfen.« André versuchte vergeblich zu verstehen, was sie meinte. Er hatte Schmerzen, und allein der Gedanke an das, was Abudun zugestoßen war, brachte ihn an den Rand der Panik. Und auch die Vorstellung eines vor Wut schnaubenden Abuduns, der sich gerade aus seinem nassen Grab befreite, trug nicht gerade zu seiner Beruhigung bei. »Verschwindet«, murmelte er schwach, »bringt euch in Sicherheit.« Verständnislos sah Corinna ihn mit großen Augen an, während Enrico für einen Moment nach gerade misstrauisch wirkte. André drehte rasch den Kopf und suchte nach dem verletzten Jungen und seiner Mutter, nutzte die Gelegenheit aber auch, um sich einen raschen Überblick zu verschaffen. Enricos Männer kehrten nach und nach zurück. Zwei von ihnen standen mit angelegten Gewehren am Ufer und schienen darauf zu warten, dass der gefesselte Nubier wieder auftauchte. Etliche andere standen hilflos da. Auf allen Gesichtern las er die gleiche Mischung aus Verwirrung und blankem Entsetzen. »Ballean«, fragte er. Corinna schüttelte so heftig den Kopf, dass ihr Haar flog. »Er ist verletzt, aber nicht schlimm«, sagte sie. »Er wird das überstehen.« »Gut«, sagte André. Dann stieß er sich ab, schleuderte Enrico und auch den Mann neben ihm zu Boden und rannte mit weit ausgreifenden Sprüngen los. Es waren vielleicht vier, fünf Schritte bis zum Wasser, und seine Flucht kam wohl so überraschend, dass niemand wirklich begriff, was er tat. Ein einzelner Gewehrschuss krachte, doch die Kugel verfehlte ihn, und noch bevor der zweite Schütze auf ihn anlegen konnte, tauchte er mit einem eleganten Hechtsprung ins schwarze Wasser der Lagune. Das Wasser war so kalt, dass ihm der Schock des Eintauchens beinahe das Bewusstsein geraubt hätte. Sein Herz machte einen Satz, blieb für etliche Sekunden ganz stehen und hämmerte dann unregelmäßig und viel zu schnell weiter. Für einen Moment verlor er vollkommen die Orientierung. Seine Lungen schrien bereits nach Luft, weil er vor seinem verzweifelten Sprung ins Wasser nicht tief genug eingeatmet hatte, doch statt an die Oberfläche zurück schwamm er mit den beiden ersten Zügen nur noch tiefer und berührte schon fast den schlammigen Grund der Lagune, bevor er seinen Irrtum bemerkte und kehrtmachte. Auf halbem Wege sauste etwas an seinem Gesicht vorbei und zog eine schnurgerade Perlenkette aus silbernen Luftblasen hinter sich her. Doch Atemnot und Kälte machten ihm schon jetzt so sehr zu schaffen, dass es nur noch eine Frage von Augenblicken war, bevor er tatsächlich das Bewusstsein verlieren und sich zu Abudun auf den Meeresgrund gesellen würde. Daher blieb ihm nur darauf zu hoffen, dass die Männer einfach blindlings ins Wasser feuerten und diese eine Kugel ihn nur zufällig beinahe getroffen hätte. Wenn nicht, war es möglicherweise um ihn geschehen. Der Gedanke weckte Trotz in ihm. Er hatte immer gewusst, dass es Feuerwaffen sein würden, die eines Tages sein Schicksal besiegelten und sie allein schon deshalb zutiefst verabscheut, aber auch gefürchtet. Aber doch nicht hier, nicht jetzt. Ganz gewiss konnte das Schicksal nicht so grausam sein, Abudun und ihn von ein paar dahergelaufenen Tagedieben töten zu lassen, statt ihnen ein Ende auf dem Schlachtfeld zu bereiten, wie es Kriegern wie ihnen zustand. Dabei begriff André sehr wohl, dass sich seine Sinne bereits zu verwirren begannen. Auf dem allerletzten Stück glaubte er einen weißen Schemen neben sich im Wasser zu sehen, etwas wie ein gleiches Gesicht von einem diabolischen Heiligenschein fallen Haares umweht, das ihn anstarrte, als warte es darauf, dass er zu ihm käme, für immer in einen Kerker, dessen Wände höher und und undurchdringlicher waren, als jede von Menschenhand geschaffene Mauer es sein konnte. Doch gerade als er spürte, wie ihn das Bewusstsein endgültig verließ und seine Kräfte erlarmten, brach er durch die Wasseroberfläche und konnte endlich wieder atmen. Nur einen Sekundenbruchteil später traf ihn ein Schlag mit der Wucht eines neuerlichen Kolbenstoßes im Gesicht. Etwas Riesiges und Dunkles wuchs über ihm hoch und versuchte ihn abermals unter Wasser zu drücken. André hätte geschrien, hätte er nicht mit gierigen Zügen ein- und ausgeatmet, riss aber dennoch ganz instinktiv die Arme hoch, um sich zu verteidigen. Er traf irgendetwas, das so hart war wie Stein, und seine Knöchel aufriss, warf sich zur Seite und spürte einen zweiten dumpfen Schlag gegen die Schulter, bevor sich das Chaos hinter seiner Stirn wenigstens so weit beruhigte, dass er begriff, was tatsächlich geschah. Niemand hatte ihn geschlagen oder versuchte gar, ihn zu ertränken. In seiner Panik war er der Kaimauer zu nahe gekommen und hatte sich Gesicht und Hände am rauen Stein aufgeschürft. Das war alles. Er hatte schlichtweg Glück gehabt. Über ihm polterten Schritte und waren aufgeregte Stimmen zu hören, die durcheinander schrien. Einer der Männer hatte eine Fackel entzündet, die rote Halbmonde über das Wasser huschen ließ, und als die beiden Musketen sich erneut mit einem nahezu synchronen Knall entluden, der noch in der halben Stadt zu hören sein musste, stießen zwei grell-orangefarbene Blitze ins Wasser hinab. Aber es war wohl so, wie er gehofft hatte. Die Männer sahen ihn nicht, sondern schossen einfach aufs Grate wohl, und so unglaublich es ihm auch selbst schien, keiner von ihnen kam auf die Idee, den letzten Schritt bis ganz an die Kaimauer heranzutun und einen Blick nach unten zu werfen. Hätte er noch einen Beweis gebraucht, dass er es nicht mit Kriegern oder gedungenen Mördern zu tun hatte, dann wäre es wohl das gewesen. Sie waren einfach nur Dummköpfe, denen ihr eigenes Tun einen solchen Schrecken eingejagt hatte, dass sie kaum noch zu einem klaren Gedanken fähig waren. André hoffte inständig, dass das auch so blieb. Er war nicht in der Verfassung zu kämpfen, nicht gegen eine solche Übermacht und nicht, ohne einen oder auch mehrere töten zu müssen, um die anderen hinlänglich zu entmutigen. Und das wollte er immer noch nicht. Trotz allem glaubte André nicht, dass die Männer Abudun und ihn wirklich hatten umbringen wollen. Auch mit Gewalt musste man umgehen können, sonst neigte sie nur allzu leicht dazu zu eskalieren. Zwei weitere Schüsse, diesmal in größerem Abstand, wurden abgegeben, und die Stimmen und Schritte wurden noch einmal lauter. Er erkannte Corinna-Stimme, die immer noch sehr erregt klang, ohne aber zu verstehen, was sie sagte. Dann sah er Metall über sich schimmern, und etwas versank mit einem lauten Klatschen nur eine armes Länge neben ihm im Wasser, unmittelbar gefolgt von einem zweiten und noch einmal deutlich schwereren Gegenstand, der wie ein Stein unterging. Abuduns Waffengurt und sein eigener. André wunderte sich, dass die Männer die kostbaren Waffen einfach so wegwarfen, ließ sich aber wieder tiefer ins Wasser gleiten, als sich nun doch eine der Gestalten über ihm vorbeugte und ihre Fackel hob. Das rote Licht kam ihm fast bis auf eine Handspanne nahe und huschte dann in die andere Richtung davon. Wären seine Lippen nicht unter Wasser gewesen, hätte er vermutlich erleichtert aufgeatmet. Zugleich aber fragte er sich, wie lange er es hier noch aushalten konnte. Die Kälte war grausam und schien mit jedem Moment nur noch schlimmer zu werden. Längst war jedes Gefühl aus seinen Fingern und Zehen gewichen. Seine Muskeln waren verkrampft und schmerzten höllisch, und sein Herz pumpte nur mit großer Mühe das Blut durch seine Adern. Wenn er sich jetzt schnitt, dachte er matt, würden vermutlich rote Eissplitte aus der Wunde rieseln. Zeit verging, vermutlich nur wenige Minuten, die ihm aber wie ebenso viele Stunden vorkamen, in denen er sich wassertretend und um jeden Atemzug ringend gegen die raue Wand in seinem Rücken presste, und in denen er beständig erwartete, doch noch entdeckt zu werden. Seine Kraft hätte noch gereicht, unter Wasser wegzuschwimmen und sich in Sicherheit zu bringen, aber das wagte er nicht, schon aus Angst, die Stelle nicht mehr zu finden, an der die Männer Abudun ins Wasser geworfen hatten. So blieb ihm nichts anderes übrig, als sich in Geduld zu fassen und zu hoffen, dass er nicht erfrohr, bevor sie endlich verschwanden. Zumindest seinem Gefühl nach fehlte nicht mehr viel dazu, als es über ihm endlich stiller wurde. Die Fackel erlosch, und kurz darauf entfernten sich auch die Stimmen. André ließ vorsichtshalber noch Zeit verstreichen, bevor er sich herumdrehte und die Arme ausstreckte, um nach der Kaimauer zu greifen. Doch als er links von sich Geräusche hörte, ließ er sich hastig wieder ins Wasser zurücksinken. Als schwarzer Schatten löste sich nur einen Steinwurf entfernt ein Boot von der Kaimauer, einen halben Atemzug darauf gefolgt von einem zweiten. Ruder wurden ins Wasser getaucht, und die beiden kleinen Schiffchen entfernten sich beinahe lautlos. Das Klappern seiner eigenen Zähne jedenfalls kam ihm deutlich lauter vor. André wartete, bis das Echo der Ruderschläge mit den Lauten der Nacht verschmolzen war, wappnete sich innerlich gegen die Dunkelheit und die Kälte, die ihn nun erwarteten, und sog seine Lungen noch einmal vor Luft, bevor er all seinen Mut zusammennahm und tauchte. Er brauchte vier Anläufe, um Abudun zu finden. Das Wasser war so kalt, dass er das Gefühl hatte, sich durch flüssiges Feuer zu bewegen. Es war zwar nur gute drei Meter tief, aber schon eine Handspanne unter der Oberfläche pechschwarz, sodass er allein auf seine tastenden Hände angewiesen war. Das Netz und die Seile, mit denen der Nubier gefesselt war, waren äußerst stabil, und seine Finger vor Kälte längst gefühllos und ungelenk, und ihm fehlte die Kraft, die Stricke einfach zu zerreißen. Er musste weitere dreimal zur Oberfläche zurückkehren und Luft holen, bevor es ihm gelang, seinen Waffengurt in dem knietiefen Morast auf dem Meeresgrund zu finden und den Dolch herauszuziehen, und dann noch zweimal, um die Maschen des stabilen Netzes weit genug zu zerschneiden. Andre war klar, dass seine Kräfte nicht mehr ausreichten, um Abudun auf die Kaimauer zu hieven, aber er erinnerte sich an die beiden Boote, deren Abfahrt er beobachtet hatte, drehte den Nubier auf den Rücken und zog ihn hinter sich her, während er mit immer mühsamer werdenden Bewegungen losschwamm. Die Strecke war nicht weit. Unter normalen Umständen hätte er sie unter Wasserschwimmen zurücklegen können, ohne auch nur einmal zum Luftholen auftauchen zu müssen. Jetzt aber war er nicht einmal mehr sicher, es überhaupt zu schaffen, und er wusste schon gar nicht, was ihn dort erwartete. Das Glück war ihm ein zweites Mal heute, obwohl er nicht darauf zu hoffen gewagt hatte. Aus dem Schatten, auf den er zuhielt, wurde ein wuchtiges, steinernes Gebäude mit einem zum Wasser hin offen stehenden Tor. Vielleicht ein Bootshaus oder eine der zahlreichen kleinen Werften, die so typisch für dieses Viertel waren. Andre schwamm hinein und entdeckte einen schmalen, hölzernen Steg nahezu auf Höhe der Wasserlinie. Er spürte, dass seine Kräfte nun nachließen. Irgendjemand hatte ihm einmal gesagt, dass Erfrieren ein angenehmer Tod sei, aber dieser jemand wusste es ganz offensichtlich nicht aus eigener Erfahrung. Mit letzter Kraft und schwer keuchend zog Andre Abudun auf den Steg hinauf und dann auf festen Boden. Allein der mit Wasser vollgesogenen Mantel des nubischen Riesen war schwer wie Blei von seinem Besitzer ganz zu schweigen. Zu Tode erschöpft ließ sich Andre neben ihm zu Boden sinken, schloss die Augen und konzentrierte sich für endlose Minuten auf nichts anderes als tief ein- und auszuatmen und sein Herz mit purer Willenskraft zum Weiterschlagen zu zwingen. Er wollte nichts mehr, als sich in die warme Umarmung einer erlösenden Ohnmacht sinken zu lassen, und zugleich hatte er fast schon panische Angst vor dem, was jenseits der Schmerze auf ihn warten mochte. Und das war nicht alles. Abudun hätte längst wieder aufwachen müssen, ertrunken oder nicht, und obwohl Andre im Moment selbst um sein Leben kämpfte, überwog doch die Sorge um seinen Freund. Matt und noch immer mit vor Schmerz zusammengebissenen Zähnen stemmte er sich in eine halbwegs sitzende Position hoch und sah in Abuduns Gesicht. Doch statt erleichtert aufzuatmen, schrak er zusammen, als er die schreckliche Leere in Abuduns Augen sah. Schmerz und Schwäche waren augenblicklich vergessen. »Pirat«, fragte er. Er bekam keine Antwort. Aber etwas flackerte tief in Abuduns Blick, noch kein Erkennen, aber immerhin ein schwaches Echo davon. »Abudun«, fragte er noch einmal und etwas lauter. Sein Herz schlug schon wieder hart, und ein bittermetallischer Geschmack lag auf seiner Zunge. Da war etwas in Abudun, das ihn erschreckte, eine Dunkelheit, die er nicht kannte. »Ist alles in ...«, begann er. »Nein«, murmelte Abudun. »Neinmal, Hexenmeister. Dann habe ich aufgehört zu zählen.« André verstand nicht gleich. »Neinmal was?«, fragte er. »Ich bin neunmal ertrunken, André«, antwortete Abudun. »Hintereinander.« Es gelang ihm, das Flackern seines Blicks unter Kontrolle zu bekommen und zu André aufzusehen. »Bist du schon einmal ertrunken, Hexenmeister?« Auf diese rhetorische Frage erwartete er weder eine Antwort, noch bekam er eine. Jeder von ihnen hatte dieses Martyrium schon erlitten, mehr als einmal, und wusste, wie grässlich es war. Aber neunmal hintereinander? André versuchte sich gar nicht erst vorzustellen, wie das sein mochte. Wortlos schüttelte er den Kopf. »Mehr als neunmal, André«, flüsterte Abudun. Allmählich kehrte das Leben in seine Augen zurück, aber sein Blick ging geradewegs durch André hindurch, und er sprach mit einer Stimme, wie er sie noch nie von ihm gehört hatte. »Irgendwann konnte ich nicht mehr zählen. Es war so. So entsetzlich. Ich weiß jetzt, was ihr Christenmenschen meint, wenn ihr über die Höhle spricht. Es ist kein Feuerhexenmeister. Es ist Wasser.« Er hustete, wälzte sich mühsam auf die Seite und hustete noch einmal und qualvoller, bevor aus dem Husten ein wirkendes Erbrechen wurde. »Es tut mir leid«, sagte André. »Es war ehrlich gemeint, klang aber sogar an seinen eigenen Ohren billig. Beinahe hoffte er, dass Abudun es nicht gehört hatte. Er fühlte sich so hilflos, dass es fast wehtat.« »Wo warst du, André?« fuhr Abudun fort sich wieder zu ihm herumdrehend, aber immer noch geradewegs durch ihn hindurchstarrend, den Blick auf einen Punkt im Nichts fixiert, dort, wo unsagbares grauen wohnte. »Ich hab auf dich gewartet, André. Aber du bist nicht gekommen.« »Es ging nicht schneller«, sagte André. »Es tut mir leid, wirklich. Ich kann mir vorstellen, was du durchgemacht hast.« »Nein«, antwortete Abudun. »Kannst du nicht.« Er versuchte, sich aufzusetzen, aber das Gewicht seines nassen Mantels zog ihn zurück. Keuchen stemmte er sich dennoch hoch, schlug die Beine unter und ließ die Schultern hängen. Selbst in dieser Haltung war zu erkennen, dass er ein großer Mann war, aber sie schien seine Schwäche nur noch zu unterstreichen. »Wir sollten von hier verschwinden«, sagte André. »Jemand könnte die Schüsse gehört haben und herkommen. Ich habe keine Lust auf neugierige Fragen.« »Wie lange braucht eine Kette aus Eisen, um durchzurosten?«, fragte Abudun unvermittelt. »Mit«, verwirrte André ihn an. »Erinnerst du dich an den Dämon?«, mummelte Abudun immer noch mit leiser, brüchiger Stimme und weiter mit gesenktem Blick. »Auf Malta?« André nickte. »Ja, ja, das ist lange her.« »Mehr als hundert Jahre«, flisterte Abudun. »Wir haben ihn in Ketten gelegt und ins Meer geworfen, weil wir uns keinen anderen Rat wussten.« »Weil er es verdient hatte.« »Und dann haben wir ihn vergessen«, fuhr Abudun mit einer Stimme fort, der nun ein neuer, schrecklicher Ton mitschwang, der André einen eisigen Schauer über den Rücken jagte. »Bete, dass er uns auch vergessen hat, André.« »Warum?« »Irgendwann werden seine Ketten durchrosten und ich bete zu Allah, dass er bis dahin vollkommen den Verstand verloren hat und sich nicht mehr an uns erinnert, Hexenmeister. Denn wenn nicht, dann wird er die ganze Welt einreißen, um unser Habhaft zu werden.« »Dann sollten wir vielleicht nach Malta zurückkehren und eine Schiffsladung Felsen auf ihn abwerfen«, schlug André mit einem angedeuteten und verunglückten Lächeln vor. »Stein rostet nicht.« »Er wird uns finden, André«, sagte der Nubier. »Und er wird«. Etwas raschelte, und André fuhr mit einer fließenden Bewegung hoch und herum und riss den Dolch in die Höhe, um ihn zu schleudern und die Zeit blieb stehen. Die Welt zerbarst, als wäre sie ein täuschend echt auf Glas gemaltes Bild, das vom Hammerschlag eines zornigen Riesen getroffen wurde. Was blieb, war Schwärze auf der anderen Seite des Bootshauses und darin eine kindergroße, bleiche Gestalt, die ihn aus schwarzen Augen anstarrte. Seine persönliche Nemesis, die mit einem einzigen Schritt über den Abgrund des Wahnsinns hinweg in seine Welt getreten war, um ihn endgültig zu zerstören. »Vater, ich habe auf dich gewartet, aber du bist nicht gekommen. Warum hast du mich allein gelassen?« André schrie auf, riss den Dolch erneut in die Höhe und legte all seine gewaltige Kraft in diesen einen Wurf, obwohl er wusste, dass keine Waffe dieser oder irgendeiner Welt eine Kreatur töten konnte, die nie gelebt hatte und nur im Dunkelsten aller Abgründe existierte, dem, der in seiner eigenen Seele lauerte. Vielleicht war der Schrecken einfach zu groß, sodass seine Hand zitterte. Vielleicht lähmte die Kälte auch seine Muskeln und nahm ihm die gewohnte Treffsicherheit und möglicherweise begriff auch irgendetwas in ihm im allerletzten Moment seinen Irrtum und versetzte der Waffe einen Drall in eine andere Richtung. Der Dolch wurde ein silberner Blitz und verfehlte sein Ziel, wenn auch nur so knapp, dass er eine von Corinnas schwarzen Locken abtrennte, bevor er sich hinter ihr bis zum Heft in das morsche Mauerwerk bohrte. Corinna schrie auf, zuckte zur Seite und zurück und hob die Hand ans Gesicht. Sie betrachtete ihre Finger, als könne sie nicht glauben, kein Blut darauf zu gewahren. Dann drehte sie mit einem Ruck den Kopf herum und starrte ihn aus aufgerissenen Augen an. »André!« flüsterte sie. »Aber was?« Sie stockte und ihre Augen wurden noch größer. »Aber wieso?« André spürte die Gefahr mehr, als dass er die Bewegung registrierte, fuhr auf dem Absatz herum und stieß Abudun die flache Hand mit solcher Kraft vor die Brust, dass der Nubier mit einem überraschten Grunzen wieder zurücksank. »Nein!« sagte er scharf. »Es ist alles ganz anders. Ich erklär's dir später, Corinna.« Ihr Blick war fest auf Abudun gerichtet. »Aber wieso?« hauchte sie. »Er ist noch am Leben. Wieso lebt er noch? Das ist unmöglich.« Abudun versuchte noch einmal, sich aufzurappeln, sank aber erneut mit einem fast überraschten Keuchen wieder zurück. »Aber wie kann er...« »Wie kann er noch leben?« flüsterte Corinna. Ihre Augen schienen noch größer zu werden und ihr Gesicht hatte auch noch das allerletzte bisschen Farbe verloren. André sah, dass ihre Hände zu zittern begannen. »Er hatte Glück«, sagte er schnell und wusste sofort, wie fadenscheinig sich diese Erklärung anhören musste. »Da ist ein Hohlraum unter dem Kai, in dem sich wohl eine Luftblase gebildet hatte. Aber ich hätte nicht eine Minute später kommen dürfen.« »Du hast ihn...« Corinna versagte die Stimme. Sie versuchte, den Blick von Abuduns Gesicht loszureißen, doch es gelang ihr nicht. Auch der Nubier starrte wortlos zu ihr hoch. »Mord« stand in seinen Augen geschrieben. »Aber... aber wie...« stammelte Corinna. Ihre Hände zitterten stärker. »Es ist... nicht möglich. Er ist tot. Er... er muss tot sein.« »Jemand wird tot sein«, bestätigte Abudun. »Bald.« »Wir müssen hier weg«, sagte André rasch, nur um sie beide zum Schweigen zu bringen. Da war noch immer etwas in Abudun, was ihn erschreckte, und es wurde stärker. Eine Düsternis, so als wäre die vollkommene Schmerze seiner Haut nun gleichsam in seine Seele gekrochen und würde nun jedwedes Licht und alles Leben darin ersticken. Und Corinna, die im Moment nur fassungslos und schockiert war, mussten irgendwann Zweifel kommen, ob André's fantastisch improvisierte Ausrede. »Was tust du überhaupt hier?« herrschte er sie daher an, bewusst grob, damit sie nicht auf die Idee kam, sich selbst und ihm Fragen zu stellen, auf die er keine Antworten hatte. Noch während er sprach, ging er an ihr vorbei und zog das Messer aus der Wand. Die Klinge war gebrochen, mit solcher Wucht hatte er es geschleudert, und er las in Corinnas Augen, dass sie ihr auch das nicht entging. »Ich hätte dich umbringen können, ist dir das eigentlich klar? Du hast einfach nur Glück, noch am Leben zu sein.« »Ich, ich hatte Angst um dich,« antwortete Corinna. Ihr Blick irrte unstet zwischen dem zerbrochenen Dolch in seiner Hand und seinem Gesicht hin und her, und ganz allmählich gesellte sich Furcht zu der Verwirrung und der Verständnislosigkeit in ihren Augen. Eine Furcht, aus der etwas anderes und Schlimmeres werden würde, wie André nur zu gut wusste. Er hatte diesen Ausdruck zu oft gesehen. »Ich dachte, du wärst ertrunken. Sie haben auf dich geschossen, und das Wasser ist so kalt, dass ...« »Ich habe schon Schlimmeres überstanden,« antwortete André immer noch bewusst barsch. Er baute sich in beinahe drohender Haltung vor ihr auf und wedelte mit dem Messer. »Du musst lebensmüde sein, Kind. Du hast gesehen, was hier passiert ist. Ist dir nicht für eine Sekunde der Gedanke gekommen, ich könnte dich für einen von ihnen halten?« Corinna starrte ihn an, und er konnte in ihren Augen lesen, dass ihr dieser Gedanke tatsächlich kam. »Aber erst jetzt.« »Wenn du das nächste Mal in die Kirche gehst,« fuhr er fort, »dann solltest du eine Kerze anzünden, um dich bei deinem Schutzengel zu bedanken.« Wiederhob er das Messer. »Normalerweise. Verfehle ich mein Ziel nicht.« »Schick sie weg, Hexenmeister,« sagte Abudun hinter ihm auf Arabisch, »solange ich mich noch beherrschen kann.« Corinna konnte die Worte nicht verstanden haben, aber sie wirkte trotzdem noch verängstigter, denn der gefährliche Klang in seiner Stimme war ihr sicher nicht entgangen, und sie wusste ihn zu deuten. André ließ sie nicht aus den Augen, als er in derselben Sprache antwortete. »Sie wird es uns erklären, da bin ich sicher. Gib ihr eine Chance. Und mir.« »Was hat er gesagt?«, fragte Corinna. Unsicher machte sie einen Schritt in Abuduns Richtung und blieb abrupt wieder stehen, als der Nubier mit einem Ruck den Kopf hob und sie anstarrte. »Ich... Es ist nicht meine Schuld, das müsst ihr mir glauben. Ich wusste nicht, was sie vorhatten.« »Was hatten sie denn vor?« erkundigte sich André. Er sah Corinna immer noch fest an, lauschte aber auch aufmerksam auf jedes noch so winzige Geräusch hinter sich. Bereit, sofort einzugreifen, sollte Abudun aufspringen, um etwas Dummes zu tun. Nicht, dass er sich einbildete, ihn tatsächlich aufhalten zu können, wenn er es wirklich ernst meinte. Kein Mensch auf dieser Welt konnte das. »Ich weiß es nicht,« antwortete Corinna. »Ich wusste auch nicht, dass...« Sie fuhr sich nervös mit dem Handrücken über das Kinn und kämpfte mit den Tränen. Dann sah André ihr an, wie sie sich einen Ruck gab. Mit plötzlich fester Stimme sprach sie weiter. »Ich kenne den Jungen nicht. Ich habe ihn heute das erste Mal gesehen, aber ich habe von ihm und seiner Familie gehört.« »Von wem?«, fragte André. »Und was?« »Was wird das jetzt?«, fragte Corinna. »Ein Verhör?« Ihre Augen blitzten zornig auf, doch der Ärger erlosch auch genauso schnell wieder, wie er gekommen war. »Verzeiht,« sagte sie. »Ihr wird beinahe getötet worden. Da habt ihr wohl ein Recht darauf, mir ein paar Fragen zu stellen.« André schwieg. »Eines der anderen Mädchen hat mir von ihnen erzählt,« fuhr sie fort. »Sie sind Muschelfischer von einer der Inseln.« »Von welcher?«, fragte André, bekam aber nur eine Mischung aus Kopfschütteln und Schulterzucken zur Antwort. »Das, das weiß ich nicht, aber sie stellen seit Monaten Fragen.« »Was für Fragen?« Corinnas Blick huschte unruhig durch den Raum und weh nicht nur dem Andrés aus, sondern vor allem dem Abouduns. »Sie suchen nach zwei schwarzen Frauen, Frauen, die aussehen wie dein Freund. Aber ich wusste nicht, warum. Bitte glaub mir, niemand wusste es.« »Anscheinend hat es ein Unglück gegeben.« »Sie haben Balians Vater getötet,« sagte Corinna. »Das hat mir Enrico gesagt, bevor sie weggegangen sind. Aber ich habe es vorher nicht gewusst, dass das müsst ihr mir glauben. Ich hätte euch niemals hergebracht, wenn ich das gewusst hätte.« »Was hast du denn gewusst?«, fragte André. »Nur das, was ich gerade gesagt habe,« beharrte Corinna. »Ich wollte doch nur helfen.« »Ja,« knurrte Aboudun diesmal auf Italienisch. »Das müsste von rechts wegen auf einer ganzen Menge Grabsteine stehen.« »Aber ich wollte wirklich nur...«, begann Corinna erneut, und Aboudun unterbrach sie mit einem abfälligen Schnauben und streckte die Hand aus, um sich von André aufhelfen zu lassen. André wusste nicht, ob er tatsächlich so schwach war oder sich nur so anstellte, um ihn zu ärgern, aber er musste jedes bisschen Kraft aufbieten, das er hatte, um den schwarzen Koloss auf die Beine zu ziehen. »Und jetzt? Lass uns verschwinden,« sagte er, »bevor uns am Ende wirklich noch jemand findet.« »Da wäre nur noch eine Kleinigkeit.« Aboudun schüttelte sich wie ein nasser Hund, sodass Corinnas Haar und Gesicht benetzt wurde und auch ihr Kleid einige Spritze abbekam. »Und was?« »Unsere Waffen,« antwortete Aboudun, Corinnas hochgezogene Braun und ihren leicht vorwurfsvollen Blick ignorierend. »Sie liegen noch im Wasser.« »Und?« »Und ich habe für heute genug gebadet,« sagte der Nubier, »und auch für morgen und den Tag danach und den darauf folgenden.« André seufzte und versuchte sich damit zu trösten, dass ihm wohl kaum noch kälter werden konnte, als ihm sowieso schon war. Er täuschte sich. Auch wenn er nur wenig Schlaf brauchte, wachte er doch am nächsten Tag erst gegen Mittag auf, mit dumpfen Gliederschmerzen, einem schlechten Geschmack im Mund und den Kopf voll wirre Erinnerungen, die zum Großteil gar keine waren, sondern bloße Traumfetzen. Im ersten Moment und noch bevor er die Augen öffnete, empfand er nichts als eine absurde Erleichterung. Denn die Träume waren schlimm gewesen, hatten aber wenigstens nichts mit seinem Sohn zu tun gehabt, dafür umso mehr mit Kälte und Dunkelheit und sehr viel Wasser. Die Erleichterung hielt an, bis er die Augen aufschlug und feststellte, dass er wieder in seinem Zimmer war und die Sonne beinahe senkrecht am Himmel stand. Er hatte Mühe, sich zu erinnern, wie er hierher gekommen war und was seither geschehen war, oder ob überhaupt irgendetwas geschehen war, was das Erinnern lohnte. Etwas kitzelte an seiner Wange. André drehte den Kopf und sah, dass es etwas gab, an das er sich gern erinnerte, auch wenn es ihm zuerst nicht recht gelingen wollte. Als hätte sie seinen Blick gespürt, stug Corinna die Augen auf und schenkte ihm ein ebenso müdes wie warmes Lächeln. Und ich dachte schon, du wirst gar nicht mehr wach, sagte sie. Guten Morgen, auch wenn es ja eigentlich schon guten Tag heißen müsste. Bist du schon lange wach und beobachtest mich, fragte er. Vielleicht eine Stunde, antwortete Corinna, stützte sich auf den Ellbogen und strafte sich selbst Lügen, als sie die Zähne aufeinander biss, um ein Gähnen zu unterdrücken. Er konnte sehen, wie sich die Muskeln an ihrem Hals anspannten und ihre langen, tiefschwarzen Wimpern waren verklebt vom Schlaf. Und warum, fragte er trotzdem. Weil ich dich gern betrachte, antwortete das Mädchen, vor allem wenn du schläfst. André nickte und forschte in seinem Gedächtnis. Er wusste immer noch nicht, was Erinnerung an tatsächlich Geschehenes war und was bloßes Strandgut, das der Traum zurückgelassen hatte. Was war los mit ihm? War es etwa die Angst, in ein blasses Engelsgesicht mit weißem Haar und schwarzen Augen zu blicken, wenn er sich tatsächlich zwang, sich zu erinnern? Gibt es irgendetwas, woran ich mich erinnern müsste? fragte er. Corinna sagte erst gar nichts. Dann zog sie einen Schmollmund und versetzte ihm einen Derbenknuff mit dem Ellbogen, der wirklich wehtat, selbst ihm. Hey, protestiert er. Stell dich nicht so mädchenhaft an, schallt ihn Corinna. Für einen so großen, tapferen Krieger wie dich kann das doch nicht schlimm sein. Hey, auch große, tapfere Krieger spüren Schmerz, sagte André. Ich hoffe, doch Schmerz ist nicht alles, was sie spüren, erwiderte Corinna. Hm, machte André. Hm, wiederholte das Mädchen, sah ihn so durchdringend an, dass er ihrem Blick nur mit Mühe standhielt, und zog dann erneut eine beleidigte Schnute. Also gut, das nehme ich dann mal als Kompliment, sagte sie schließlich. Du bist ein seltsamer Mann, André, fuhr Corinna fort. Ich weiß, antwortete André. Weil man dir das schon öfter gesagt hat, nehme ich an, vermutete Corinna. Aber das meine ich nicht. Du bist so, so ganz anders als die anderen. André sparte sich die Frage, von welchen anderen sie sprach. Weil ich nicht so gut bezahle? Wenn man es genau nimmt, hast du gar nicht bezahlt, erwiderte Corinna. Vielleicht nicht viel, aber ich habe dir deinen Geldbeutel zurückgebracht, erinnerte sie ihn. Die beiden Münzen, die du mir am Abend zuvor gegeben hast, habe ich wieder hineingetan. Weil ich so gut war? Corinna zog die linke Augenbraue hoch und verzichtete darüber hinaus darauf, seine Worte zu kommentieren. Sie deutete lediglich ein Kopfschütteln an, schlug die Decke ganz zurück und rollte sich kurzerhand über ihn hinweg, um aus dem Bett zu kommen und sich nach ihren Kleidern zu bücken. André fiel erneut das wertvolle Collier auf, das sie trug, und das nicht minder kostbare Armband. Sie musste einige wirklich großzügige Kunden haben. Wo ist Abodun? fragte er. Er blieb auf der Bettkante sitzen, statt ganz aufzustehen, und konnte ein eisiges Frösteln nicht unterdrücken, als seine nackten Fußsohlen den Boden berührten. Das intensive Licht der Mittagssonne, das durch das Fenster über seinem Kopf hereinfiel, suggerierte eine Wärme, die es nicht gab. Er nahm auch noch Corinnas Decke und schlang sie sich um die Schultern, aber es half nicht viel. Die Kälte rief auch wieder die Erinnerung an die vergangene Nacht wach, den Kampf, das eisige Wasser und die Angst um Abodun. Er ist schon sehr früh weggegangen, antwortete Corinna, während sie sich, aufreizend langsam, wie es ihm vorkam, anzuziehen begann. Aber er hat sich tadellos benommen, keine Sorge. Ich muss gestehen, dass ich mich in ihm getäuscht habe. Ich habe ihn für einen Barbaren ohne Manieren gehalten, aber damit habe ich ihm wohl Unrecht getan. Er hat die ganze Zeit diskret auf seinem Stuhl gesessen und kein Wort gesagt. André richtete sich kerzengerade auf und starrte sie an, und das Mädchen hielt seinen Blick mit todernster Miene stand und begann dann schallend zu lachen. Nein, keine Sorge, er hat nebenan geschlafen. Ich musste gar nichts sagen. Oder wäre es dir lieber gewesen, wenn er neben dir gelegen und ich ihn aufgewärmt hätte? André erwiderte nichts. Es gab Dinge, über die er nicht gerne sprach. Wie schon nach der ersten gemeinsamen Nacht von Schamhaftigkeit erfüllt, schlüpfte er unter der Decke in seine Hose und verzog das Gesicht, als er feststellen musste, dass sie immer noch klamm und kalt war. So feucht, wie es hier drin war, würde es wahrscheinlich bis zum nächsten Frühjahr dauern, bevor sie endgültig trocknete. Und du bist ganz sicher, dass du die nassen Kleider wieder anziehen willst? erkundigte sich Corinna. Es war nicht das erste Mal, dass ihm auffiel, was für eine ausgezeichnete Beobachterin sie war. Du wirst dir noch den Tod holen. Ich werde nicht krank, antwortete André, bemerkte ihr verblüfftes Blinzeln und fügte hastig hinzu. So schnell, meine ich. Habe ich euch schon gesagt, dass ihr ein ganz erstaunlicher Mann seid, André Delany? fragte Corinna spöttisch. Mehrmals. André schlüpfte in seine Stiefel, die so nass und kalt waren, dass er kaum hineinkam und sich seine Zehen auf der Stelle wieder verkrampfen wollten. Und dass sie allmählich aussieht wie ein Landstreicher, fuhr sie in unverändert spöttischem Ton fort, ihr solltet euch neue Kleider zulegen. Unsere Reisekasse begann André und brach dann ab, als sie in ihrer Manteltasche grub und ihm einen schäbigen Lederbeutel reichte, der ihm wohl bekannt war. Ich habe alles eingesammelt, was ich in der Dunkelheit finden konnte, sagte sie. Üppig ist es nicht, aber besonders viel war ja auch vorher nicht drin, wie du ja bestens weißt. Corinna überging die Spitze. Ich kenne einen Schneider, der euch gute Preise machen wird. sagte sie. Und ich kann euch etwas leihen, wenn es nicht reicht. Lieber nicht, sagte André, während er sein immer noch nasses Hemd in die Höhe hielt und schon einmal vorsorglich bei dem Gedanken schauderte, den durchweichten Fetzen auf der Haut zu spüren. Corinna hatte recht, seine äußere Erscheinung, die ist wirklich zu wünschen übrig. Weil es gegen deine Ehre geht, dir Geld von einer Frau zu borgen? Weil borgen auch immer heißt, dass man etwas zurückgeben muss, antwortete André. Wir bleiben nicht mehr lange genug dafür in der Stadt. Und du bleibst ungern jemandem etwas schuldig. Wie ich es mir gedacht habe, ein echter Ehrenmann, seufzte Corinna, als hätte er etwas Verwerfliches gesagt. Aber du könntest es abarbeiten. Und ich dachte, das hätte ich schon. Nicht so, Corinna grinste schämisch. Aber für einen Mann wie dich habe ich immer Verwendung. Du könntest meine Kleider bügeln, einige Botengänge machen, den ein oder anderen säumigen Schuldner verprügeln. Sie hob die Schultern. Es wird sich schon eine geeignete Tätigkeit finden. André schlüpfte schließlich doch in sein nasses Hemd. Als er sich nach seinem nicht minder feuchten Mantel bückte, beobachtete er, wie Corinna, die die Gelangweilte spielte, ihm aber in Wahrheit bei jedem seiner Handgriffe aufmerksam zusah, fragend die Stirn runzelte, als sie das winzige, runde Loch im Stoff gewahrte, nur ein kleines Stück unter seiner rechten Schulter. Er konnte sich nicht erinnern, getroffen worden zu sein, was aber angesichts des Chaos der zurückliegenden Nacht nichts zu bedeuten hatte. Er war nahe daran, einfach so zu tun, als habe er ihr Erstaunen nicht bemerkt, entschied sich aber dann doch dafür, den Mantel am ausgestreckten Arm vor sich auszubreiten. Das nennt mein Glück, sagte er. Ein Finger breit weiter nach links, und du hättest Abudun aufwärmen müssen. Corinna blieb ernst. Sie betrachtete das Einschussloch, und er konnte ihr ansehen, dass sie sich vergeblich darüber klar zu werden versuchte, wie es kam, dass derjenige, der in diesem Mantel gesteckt hatte, noch am Leben war. Dein Freund ist getroffen worden, sagte sie nachdenklich, mindestens zweimal. Er hatte Glück, antwortete André. Er schlang den feuchten Mantel um die Schultern. Ich habe mich immer über seine Manie lustig gemacht, sich so dick anzuziehen, dass man ihn für die Mumie eines seiner Vorfahren halten könnte. Jetzt hat es ihm wohl das Leben gerettet. Corinna blickte zweifelnd, sodass sich André bemüßigt fühlte, hinzuzufügen, diese alten Musketen haben keine nennswerte Durchschlagskraft. Doch der Zweifel im Blick des Mädchens wurde noch größer. Du willst mir weismachen, dass sein Mantel eine Gewehrkugel aufgehalten hat? Nicht zu vergessen Abuduns natürlichen Panzer, feigste André. Die eine oder andere Speckschwarte. Du verstehst nicht viel vom Kampf, oder? Sollte ich? Statt direkt zu antworten, zupfte André spielerisch an ihrem Dekolleté. Dein Unterkleid ist aus Seide, nicht wahr? Ist sie von guter Qualität? Das will ich hoffen, antwortete sie verwirrt. Jedenfalls war sie teuer genug. Warum? Solltest du jemals in die Verlegenheit geraten, um dein Leben kämpfen zu müssen? Mach es nass, antwortete er. Nasse Seide hält sogar einer Messerklinge stand, mit ein bisschen Glück. Und wenn sie nicht gerade von jemandem wie Abudun geschwungen wird. Corinna sah nach wie vor wenig überzeugt aus, aber sie bohrte nicht weiter, sondern streifte nur ihrerseits ihren Mantel über und folgte ihm zur Tür und aus dem Zimmer. André warf einen raschen Blick in die benachbarte Kammer, deren Tür weit offen stand, stellte aber nur fest, dass sie ebenso leer war wie in chaotischer Unordnung. Vermutlich war Abudun schon seit langem unten und tat sein Möglichstes, um die Vorräte der Wirtsleute zu vertilgen. So schnell, dass Corinna ihm kaum folgen konnte, eilte er die steile Treppe hinab, fand sich in einer leeren Gaststube wieder und steuerte die offenstehende Tür zur Küche an. Von Abudun war auch hier keine Spur. Nur die Wirtin stand am Herd und rührte in einer eisernen Pfanne. André konnte nicht erkennen, was sie enthielt, aber der Geruch erinnerte ihn an den Geschmack dessen, was hier im Allgemeinen kredenzt wurde. »Euer Freund ist nicht hier,« sagte sie, ohne ihr alchemistisches Experiment zu unterbrechen oder sich gar zu ihm umzudrehen. »Er ist schon vor Stunden fortgegangen.« Corinna erschien hinter ihm in der Tür, und die Wirtin musste wohl das Eintreten einer weiteren Person gespürt haben, denn sie wandte sich nun doch um und eine steile Falte erschien auf ihrer Stirn, die jedes weitere Wort überflüssig werden ließ. »Hat er gesagt, wohin er geht?« fragte André rasch. Die Wirtin schüttelte den Kopf, ohne Corinna aus den Augen zu lassen. »Er hat nur nach den Muschelfischern gefragt.« »Und wo finde ich die?« André fragte sich, warum er eigentlich überrascht war. Schließlich kannte er Abudun lange genug. »Es gibt kein«, sie suchte einen Moment nach dem richtigen Wort, »Muschelfischerviertel, wenn ihr das meint«, sagte sie schließlich, »und jetzt im Winter sind viele von ihnen ohnehin nicht in der Stadt. Es ist zu kalt, um aufs Wasser hinauszufahren. Das habe ich ihm gesagt, und daraufhin ist er gegangen. Ich weiß nicht, wohin.« »Vielleicht kann ich es ja herausfinden«, schlug Corinna vor. »Ja, darauf wette ich«, sagte die Wirtin Spitz. »Ich nehme an, ihr kennt eine Menge Männer in der Stadt.« Corinna sah leicht verdutzt aus, revanchierte sich aber zur Andres Erleichterung nicht mit einer ähnlich scharfen Bemerkung, sondern zuckte nur mit den Achseln und wandte sich um. »Ich warte dann draußen auf dich.« André sah ihr nach, bis sie die Gaststube verlassen hatte, suchte vergeblich nach einem versöhnlichen Wort und wollte dann mit einem stummen Nicken gehen. »Auf ein Wort, Signor André«, war die Wirtin. André blieb stehen und sah sie immer noch schweigend an. »Die Signorina«, begann die Frau unsicher, »sie hat hier übernachtet.« »Das ist richtig«, bestätigte André. »Wenn es um die Kammer geht, in der Abudun geschlafen hat, ich zahle selbstverständlich dafür.« »Sie stand ohnehin leer, und das spielt gar keine Rolle. Aber diese ... diese Signorina, sie passt nicht hierher. Ich möchte nicht, dass sie wiederkommt.« Statt auszusprechen, was ihm auf der Zunge lag, fragte André nur, »Warum? Weil sie das ist, was sie ist?« »Eine Dirne? Das interessiert mich nicht. Aber sie ... sie passt nicht hierher, nicht zu uns. Sie bringt Unruhe in mein Haus. Die anderen Gäste reden schon.« »Worüber?« »So feine Herrschaften und einfache Leute wie wir, das geht nicht zusammen. Ich kann euch verstehen, denn sie ist ein ... ein wirklich hübsches Ding, und ihr seid ein Mann in den besten Jahren, aber ... ich will euch trotzdem bitten, sie nicht noch einmal mitzubringen.« »Ganz wie ihr wünscht«, antwortete André steif, legte ihr kühl zu, und beeilte sich nun Corinna, nach draußen zu folgen. Ihm war, als wäre es über Nacht noch einmal kälter geworden, was aber wohl eher an den klammen Kleidern liegen mochte, die er trug. Corinna wartete am Ende der kurzen Straße auf ihn, sah aber nicht in seine Richtung, sondern betrachtete mit geneigtem Kopf scheinbar konzentriert die Fassaden der ärmlichen Häuser, die die schmale Straße säumten. Auf den ersten Blick sah es so aus, als suche sie nach etwas Bestimmtem, vielleicht jemandem, aber schon im nächsten Moment war André nicht einmal mehr so sicher. Er dachte zurück an die Worte der Wirtin, und mit einem Male kamen sie ihm gar nicht mehr so falsch vor. »Es ist nicht die Gegend, in der du sonst arbeitest, was?« fragte er gerade heraus. »Wie kommst du darauf?« »Du siehst so aus, als wärst du, na ja, eine andere Umgebung gewohnt.« »Es scheint ziemlich schwierig zu sein, etwas vor dir geheim zu halten«, sagte Corinna. Was umgekehrt nicht der Fall war, dachte André, zwang sich aber trotzdem zu einem schiefen Lächeln. »Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Unsretwegen, meine ich?« »Unsretwegen?« »Immerhin lebe ich hier.« »Vorübergehend nehme ich an, und durch widrige Umstände bedingt«, sagte Corinna. »Und außerdem findet man nicht auch die prachtvollsten Diamanten stets dort in der Erde, wo es am dunkelsten und schmutzigsten ist?« »Ich gebe auf«, saufzte André, »was Schmeicheleien angeht. Seid ihr mir überlegen, Signorina?« »Und nicht nur, was Schmeicheleien angeht«, erwiderte Corinna lachend. Sie deutete mit dem Kopf zum Kanal. »Ich weiß nicht, wo diese Muschelfischer zu finden sind, aber ich kann noch einmal mit dem Mädchenreden, das mich mit Balearen zusammengebracht hat.« »Vertrauenswürdige Verbündete sind immer wertvoll«, sagte André spöttisch. Er sah, wie ihre Augen zornig aufblitzen, aber sie antwortete trotzdem und mit ruhiger Stimme, »Sie kann uns sicherlich sagen, wo wir seine Familie finden. Ich nehme doch an, dass Abudun auf der Suche nach ihnen ist. Ich an seiner Stelle würde es tun.« »Ja«, dachte André und unterdrückte ein eisiges Frösteln. »Das würde wohl jeder. Aber kaum jemand wäre imstande, das zu tun, was Abudun vielleicht tat, wenn er ihn nicht vorher fand und aufhielt.« »Wie es aussah,« dachte er missmutig, »würde er Corinnas Angebot, ihnen finanziell unter die Arme zu greifen, vielleicht doch noch annehmen müssen. Dies war nun bereits das dritte Boot, das sie mieteten, und obwohl Corinna mit einer Hartnäckigkeit gefeilscht hatte, die jeder Marktfrau aus Abuduns Heimer zur Ehre gereicht hätte, war sein Geldbeutel bereits spürbar leerer geworden, nachdem er die Überfahrt bezahlt hatte. Mit der Bezahlung der Rückfahrt würde sich ihre Barschaft tatsächlich halbiert haben, dabei wusste er noch nicht einmal, ob sein Geld gut angelegt war. Als er die Ansammlung der von Wind und Salzwasser angenagten, ärmlichen Bretterbuden betrachtete, zu denen der schmale Steg führte, kamen in ihm ernsthafte Zweifel. Sie waren auf der Suche nach Muschelfischern, und auch wenn er keine rechte Vorstellung von diesem Beruf hatte, so schienen in diesen Verschlägen doch keine Menschen zu leben oder auch nur einmal gelebt zu haben. »Soll ich warten, Senior?« erkundigte sich der Bootsführer, der sie hergebracht hatte, ein Mann von gut sechzig Jahren, der so dürr war, dass sich Andres Gewissen rührte, weil er sich von ihm über das eisige Wasser rudern ließ. Das Gefühl verging allerdings rasch, als er ihnen die Summe nannte, die er für seine Dienste verlangte. »Ich bin nicht ganz sicher,« antwortete er ausweichend. »Einen Moment Geduld noch.« Im Grunde glaubte er zu wissen, dass sie den Jungen und seine Familie auch hier nicht finden würden. Corinna hatte sie noch einmal zurück in die Carampane gebracht und damit in das bedeutendste Rotlichtviertel der Stadt, wie er inzwischen wusste, und war dann wieder für eine geraume Weile verschwunden. André hatte diese Zeit nicht in einem Gasthaus wartend verbracht, sondern frierend draußen in der Kälte. Gefühlt waren es sicherlich mehrere Stunden gewesen, in Wahrheit wohl nicht einmal eine halbe. Auch heute herrschte dasselbe fröhliche Treiben und Lärmen und Kommen und Gehen wie bei seinem ersten Besuch. Die Musik kam ihm heute sogar lauter vor, und es gab eindeutig noch mehr Farben in Form von bunten Tüchern und Markisen und sogar eine Anzahl bunter Blumen, über deren Herkunft zu dieser Zeit des Jahres er sich vergeblich den Kopf zerbrochen hatte. Doch heute trafen ihn zwar neugierige, manchmal auch kritische, wenn nicht gar misstrauische Blicke, die vermutlich seinem abgerissenen Aussehen galten, aber die offene Feindseligkeit fehlte, die Abudun und ihm noch vor kurzem entgegengeschlagen war. Oder, um genauer zu sein, Abudun. »Signore!« Die Stimme des Fährmanns riss ihn aus seinen Grübeleien, wofür er im ersten Moment fast dankbar war. Wenngleich auch nur so lange, bis er das gierige Funkeln in dessen Augen gewahrte. »Ich warte gerne auf euch, aber wenn es lange dauert, muss ich euch einen Aufschlag berechnen. Wenn ich tatenlos hier herumsitze, entgeht mir eine andere Fahrt.« »Schon gut, du kannst fahren.« Corinna tauchte zwischen den Bretterbuden auf und wedelte unwillig mit der Hand. »Wir benötigen deine Dienste nicht mehr.« Der Fährmann sah sich demonstrativ um. »Aber es ist kein anderes Boot da. Wie wollt ihr zurückkommen?« »Wenn es sein muss, schwimmen wir eben.« Corinna ergriff André kurzerhand am Arm und zerrte ihn hinter sich her. Sie wirkte verstimmt. »Schwimmen?«, wiederholte André. »Warum nicht? Ich dachte, das wären genau die Temperaturen, bei denen du am liebsten badest,« witzelte Corinna, wurde aber auch sofort wieder ernst und ging rasch noch ein paar Schritte weiter, bis sie außer Hörweite des Fährmanns waren. André konnte hören, wie er mit einem Klatschen die Ruder ins Wasser tauchte. »Der Kerl wollte uns übervorteilen,« sagte sie. »So etwas mag ich nicht.« »Aber ich habe sie gefunden,« fuhr Corinna fort, und André vergaß den missmutigen Fährmann augenblicklich. »Die Frau, mit der ich gerade gesprochen habe, kennt den Jungen.« »Balean?« Corinna nickte. »Er lebt mit seiner Familie in einem alten Hof, nicht einmal weit von hier. Sie hat ihn heute noch gesehen.« »Und du weißt, wo das ist?« »Ich bring dich hin.« »Komm nicht in Frage,« sagte André. »Erklär mir den Weg.« »Sie werden mir nichts tun,« beharrte Corinna. »Wenn sie das wollten, hätten sie es schon gestern Nacht tun können.« »Ich werde nicht mit ihr diskutieren,« sagte André ruhig. »Es ist zu gefährlich. Du kannst mir den Weg beschreiben, aber ich kann mich auch selbst durchfragen, wenn es sein muss.« »Ganz wie du meinst,« erwiderte Corinna schnippisch. »Aber die Leute hier sind nicht sehr gesprächig, und eigentlich mögen sie keine Fremden. Niemand wird mit dir reden. Ach ja, und da ist noch etwas.« »Abudun ist hier,« vermutete André. »Eigentlich war es mehr als eine Vermutung.« Jetzt, einmal darauf aufmerksam geworden, spürte er die Nähe eines anderen und Sterblichen, noch sehr weit entfernt und noch sehr schwach. Aber er war da. »Noch nicht lange, und ganz bestimmt hat ihm niemand den Weg beschrieben,« bestätigte sie. »Aber ja, ich denke, er ist hier. Eine der Frauen hat eine Andeutung gemacht, und ich konnte spüren, dass sie Angst hatte.« Corinna sah ihn mit dem unschuldigsten Augenaufschlag an, den er jemals gesehen hatte. »Wollen wir uns noch ein bisschen streiten, oder gehen wir weiter und versuchen, ein paar Leben zu retten?« André gab nach. Sie hatte ja recht. In der Zeit, in der sie sich hier wie die Kinder herumzanken, starben vielleicht Menschen. »Also gut,« wollte er, »aber du tust genau das, was ich sage. Hast du das verstanden?« Corinna nickte. »Und über das hier, über das hier reden wir noch,« fügte er ihn zu. Jetzt versuchte Corinna, zerknirschung zu heucheln, wenn auch mit wenig Erfolg. »Wie ihr befehlt, Sahib?« André starrte sie an. »Was… was hast du gesagt?« fragte er stockend. »Sahib!« wiederholte Corinna. »Nennt dich nicht dein großer, schwarzer Freund immer so?« »Schon, aber eher…« »Ich dachte, das bedeutet so etwas wie Freund,« Corinna blinzelte. »Tut es das nicht?« »Ähm, nicht unbedingt,« antwortete André. Das hatte sie ganz gewiss nicht geglaubt, aber auch darüber würden sie später sprechen. »Wohin?« Corinna sah ihn zweifelnd an, machte dann aber gehorsam eine Geste in eine Richtung. »Es ist nicht sehr weit, aber wir sollten uns trotzdem beeilen. Dein Freund ist schon eine ganze Weile hier, wenn ich mich nicht täusche.« Sie eilten los, Corinna auf dem letzten Stück so schnell, dass er Mühe hatte, nicht zurückzufallen. Nachdem sie die Reihe aus baufälligen Schuppen und Bootshäusern hinter sich gebracht hatten, veränderte sich die Umgebung. Es war, als würden sie einen Schritt zurück in die Vergangenheit tun, fünfzig oder auch dreihundert Jahre zurück. Die Gegend hatte nicht mehr die mindeste Ähnlichkeit mit der modernen Stadt, in deren Sichtweite sie sich immer noch befanden. Vor ihnen lag eine schmale, nicht ganz gerade Straße, die früher einmal gepflastert gewesen war, jetzt aber zum größten Teil aus Schlamm und halbgefrorenem Morastbestand. Das Aussehen der Häuser passte zum Zustand der Wege. Irgendwann einmal waren sie wohl im typisch südländischen Stil weiß verputzt und mit ordentlich roten Dachziegeln gedeckt gewesen, aber die Zeit hatte sichtlich ihren Tribut gefordert. Von den meisten Fassaden war die Farbe längst abgeblättert, und zahlreiche Dächer waren mit Holz oder auch Stroh notdürftig gepflickt, und trotzdem wirkte der Anblick nicht schäbig oder gar abstoßend, sondern auf eine angenehme Weise vertraut, und auf seltsame und schwer in Worte zu fassende Art freundlicher als das Labyrinth aus schmutzigen Straßen und nicht minder schmutzigen Kanälen, aus dem sie gerade kamen. Die unerwartet wenigen Menschen, die er sah, waren einfach, aber zweckmäßig gekleidet, statt so farbenfroh und zum Großteil unpraktisch wie die meisten Venezianer, denen er bisher begegnet war. Auch hier wurde er neugierig gemustert, wenngleich auch auf eine andere Art. Etwas wie eine fühlbare Gelassenheit hatte die Stelle der allgemeinen Hektik eingenommen, die den Rest der Stadt auszeichnete. Es gefiel ihm. Ist es hier immer so ruhig? fragte er. Nur im Winter, antwortete Corinna. In ein paar Wochen geht die Arbeit auf den Feldern wieder los, und im Moment sind auch viele in der Stadt, um sich während des Karnevals eine Arbeit zu suchen oder auch einfach nur zu feiern. Aber im Sommer könntest du hier keinen Schritt tun, ohne irgendwem auf die Füße zu treten. Sie hatten eine Abzweigung erreicht, und Corinna blieb stehen, um sich nachdenklich umzublicken. Dort entlang, sagte sie schließlich und deutete nach links. Die Geste wirkte nicht so überzeugt, wie André es sich gewünscht hätte. Glaube ich, fügte sie noch hinzu. Das hatte André jetzt nicht hören wollen, schluckte aber eine Erwiderung hinunter und bedeutete ihr, mit einer jetzt ganz bewusst ungeduldigen Kopfbewegung weiterzugehen. Abudun war hier. Das spürte er nun ganz deutlich, und ihnen blieb nicht mehr viel Zeit. Längst machte André sich Vorwürfe, nicht schon am vergangenen Abend mit Abudun gesprochen zu haben. Immerhin hatte nicht viel gefehlt, und ihre Angreifer hätten ihn umgebracht oder ihm ein noch schlimmeres Schicksal bereitet. Und der Nubier war niemand, der rasch vergab. Als sie noch zweimal abbogen, musste Corinna nichts sagen, um in André den Verdacht zu wecken, dass sie sich ihrer Sache nicht einmal annähernd so sicher war, wie sie ihn und möglicherweise auch sich selbst glauben machen wollte. Immer wieder sah sie sich auf eine Art um, die sie für Verstohlenheit mochte, und einmal machte sie sogar kehrt und ging ein paar Schritte weit den Weg zurück, den sie gekommen waren. Vielleicht sollte ich doch nach dem Weg fragen, schlug er vor. Corinna dankte ihm den Vorschlag mit einem giftigen Blick unter einer knappen und jetzt ganz eindeutig befehlenden Geste. »Warte hier«, sagte sie, klopfte an die Tür des nächstbesten Hauses und trat ein, ohne auf eine Antwort zu warten. André dachte kurz daran, die Gelegenheit zu nutzen und einfach auf eigene Faust weiterzumachen, entschied sich aber dann dagegen. Er traute sich durchaus zu Baleans Familie und damit Abudun auch ohne Hilfe zu finden, aber nicht unbedingt vor ihr, falls sie in diesem Haus die gewünschte Auskunft bekam. Seine Geduld wurde auf die Probe gestellt. Er hörte Corinnas Stimme und die einer zweiten Frau. Sie sprachen italienisch, aber zu schnell und zu leise, als dass er sie hätte verstehen können. Allerdings war nicht zu überhören, dass es sich um keine besonders freundschaftliche Unterhaltung handelte. Auch fiel ihm erneut der befehlsgewohnte Ton in Corinnas Stimme auf. Nicht wie der Ton eines Soldaten, der seine Untergebenen zusammenbrüllt, aber doch der eines Menschen, der keinen Widerspruch duldet. Vielleicht wäre es doch ratsam herauszufinden, wer dieses Mädchen wirklich war. Andererseits spielte es auch keine Rolle mehr, dachte er, und ein flüchtiges Gefühl von Melancholie überkam ihn, bevor er es fast erschrocken wieder verscheuchte. Es wurde Zeit, dass sie dieser sonderbaren Stadt den Rücken kehrten, und er würde Corinna nicht wiedersehen. Sie war ein wirklich hübsches Mädchen, und er empfand auch etwas für sie, aber nicht genug, um hier zu bleiben. Er musste Abudun finden, bevor dieser große Tölpe etwas Unbedachtes tat, und dann würde er auf seinen eigenen Rat hören und von hier verschwinden. Vielleicht hatte er ihn sogar schon gefunden. Andri spürte eine Bewegung hinter sich, fuhr herum und sah gerade noch einen Schatten hinter dem nächsten Haus verschwinden, zu schnell, um ihn selbst mit seinen scharfen Sinnen zu erfassen. Er hatte nur einen früchtigen Eindruck von etwas sehr Großem und Dunklem mit wehenden Umrissen. Abudun, was machte der denn hier? Ohne den Namen des Nubias zu rufen, rannte er hinter ihm her, stürmte um die Ecke und sah wieder nur einen Schatten, der hinter der nächsten Biegung verschwand, beschleunigte seine Schritte aber nur noch mehr. Es gab nur sehr wenig, worin er Abudun körperlich überlegen war, aber laufen gehörte eindeutig dazu. Nur noch ein kurzes Stück hinter dem Nubia erreichte er auch die nächste Abzweigung, bog ab und rannte noch zwei oder drei Schritte weiter, bevor er doch langsamer wurde und schließlich enttäuscht stehen blieb. Vor ihm endete der Stadtteil. Es gab noch zwei Häuser auf der rechten und eines auf der linken Seite. Dahinter war der Boden trotz des von raureif bedeckten Matsches als fruchtbare Ackerkrume zu erkennen, die nur auf das Erwachen des Frühlings wartete. Wo er die Gestalt des flüchtenden Nubias erwartete, erhob sich die erste Baumreihe einer ordentlich gepflanzten Obstplantage, die sich so weit erstreckte, wie er sehen konnte. Abudun dorthin zu folgen wäre sinnlos gewesen. Trotz seiner Größe vermochte sich der nubische Riese nicht nur vollkommen lautlos zu bewegen, sondern hinterließ auch keine Spuren, wenn er es nicht wollte. Doch warum lief Abudun vor ihm davon? Enttäuscht und ein bisschen ärgerlich auf sich selbst, dass er sich so leicht hatte übertöpeln lassen, ging er zurück. Corinna stand vor der Tür und erwartete ihn mit missbilligender Miene. »Ich dachte, ich hätte etwas gesehen«, sagte er, bevor sie den Mund öffnen konnte. »Aber ich, ähm, ich muss mich wohl getäuscht haben.« »Dafür war ich umso erfolgreicher«, antwortete sie in leicht schnippischem Ton. »Wir sind auf dem richtigen Weg. Der Hof liegt gleich hinter der Apfelplantage. Sie muss ganz hier in der Nähe sein.« »Ich weiß, wo das ist«, sagte André. Er freute sich ganz ungeniert an ihrem verblüfften Blick und lief dann los, gerade so schnell, dass sie mithalten konnte, wenn auch mühsam. Die Insel St. Erasmo, die von den Einheimischen auch Garteninsel genannt wurde, machte ihrem Namen alle Ehre. Die Obstplantage war deutlich größer als so manches Dorf, durch das sie auf dem Weg in die Stadt gekommen waren, und selbst jetzt im Winter ein fast undurchdringliches Dickicht, sodass er mehr als einmal in Versuchung war, seine Waffe zu ziehen und sich den Weg mit Gewalt frei zu haken. Danach schlossen sich Reihen um Reihen ordentlich auf den Frühling vorbereiteter Äcker und Beete von fast schon absurden Ausmaßen an, auf denen Gemüse, Feldfrüchte, aber auch Blumen angepflanzt wurden, wie Corinna ihm auf dem Weg hierher verraten hatte. Worauf sie ihn nicht vorbereitet hatte, war die schiere Größe Sand Erasmus. Auch wenn er sich jetzt sagte, dass er sich das eigentlich hätte denken können, immerhin versorgte diese eine Insel einen Großteil der Stadt mit Lebensmitteln. Die schlafenden Felder schienen sich meilenweit zu erstrecken, und der Hof, von dem Corinna gesprochen hatte, war mindestens eine Meile entfernt, wenn nicht zwei, sodass er beinahe nicht glauben konnte, dass sie sich tatsächlich auf einer Insel befanden. »Und du bist sicher, dass Baleans Familie dort lebt?«, fragte er. Corinna blickte missmutig auf ihre Schuhe hinab, die der schlammige Weg, auf den sie auf der anderen Seite der Apfelplantage gelangt waren, ruiniert hatte. »Jedenfalls hat man mir das gesagt. Der Hof steht schon seit Jahren leer, und niemand hat etwas dagegen, wenn sie den Winter hier verbringen, bis sie ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Die Leute hier sind sehr gastfreundlich.« Während er Corinnas Worten lauschte, ließ er seinen Blick noch einmal aufmerksam über die brachliegenden Felder schweifen. Von Abudun war weit und breit nichts zu säen, auch wenn er seine Anwesenheit nach wie vor zu spüren glaubte. Da war etwas, das intensive Gefühl angestarrt zu werden. »Dann wartest du hier auf mich,« sagte er vielleicht eine Spur Barsche, als er eigentlich beabsichtigt hatte. »Kommt nicht in Frage,« erwiderte Corinna auch prompt und wedelte mit ihrem ruinierten rechten Schuh. »Bis du zurück bist, bin ich wahrscheinlich bis zum Hals im Horast versunken. Außerdem seid ihr nicht meine Gouvernante, Signor Delany,« sagte sie wie ein verstocktes Kind, das seine Suppe nicht essen will. »Ganz wie er meint, Signorina,« erwiderte er. »Dann folgt mir einfach.« Und damit schlug er seinen Mantel zurück und rannte los so schnell er konnte. Corinna fiel so bald zurück, dass ihr empörter Ausruf sein Ohr kaum noch erreichte. André empfand kindische Schadenfreude, als er über die Schulter zu ihr zurücksah und sah, wie sie mit finsterer Miene hinter ihm herstapfte. Vermutlich konnte sie noch von Glück sagen, wenn sie sich nur ihre Schuhe ruinierte. Als er den Blick wieder nach vorne wandte, gewahrte er einen gewundenen Trampelpfad zwischen den Feldern vor sich und ging darauf zu. Wieder auf festerem Boden zurück, beschleunigte er seine Schritte noch mehr, und das, was Corinna als Bauernhof bezeichnet hatte, kam nun rasch näher, im Grunde nicht mehr als ein langgestrecktes, eingeschossiges Haus mit winzigen Fenstern und einem spitzen Dach, das auf einer Seite eingesunken und niemals richtig repariert worden war. Eine Anzahl kleinerer Nebengebäude, die sich in noch schlechterem Zustand befanden, drängte sich wie eine Herde verängstigter Jungtiere um die schäbige Ruine, und vor langer Zeit musste es auch einmal eine steinerne Einfriedung gegeben haben, von der jetzt nur noch knöchelhohe Reste zu sehen waren. André war noch gute hundert Schritte entfernt, als er auch schon begriff, dass er zu spät kam. Auf halber Strecke zwischen der Mauer und dem Haus lag der Kadaver eines großen Hundes, dem jemand das Genick gebrochen hatte. Die Tür zum Haus war eingeschlagen worden und hing schräg in den Angeln. Lärm drang aus dem Haus. Schreie, ein dumpfes Poltern, hastige Schritte und das Scharren von Metall, das über Stein oder Holz schrammte. André fluchte ungehemmt und wäre in seiner Hast beinahe über den toten Hund gestolpert. Mit einem ausgreifenden Schritt fand er sein Gleichgewicht wieder, stürzte mehr durch die Tür, als er lief, und sah seine schlimmsten Befürchtungen nicht nur bestätigt, sondern übertroffen. Der Raum, der das gesamte Innere des Hauses einnahm, glich einem Schlachtfeld. Wenn es einmal eine Einrichtung gegeben hatte, so lag sie nun in Trümmern, und er erblickte gleich drei Männer, die reglos am Boden lagen oder sich vor Schmerz krümmten. Die Füße eines Vierten, den er voller Schrecken als Enrico identifizierte, strampelten in fast einem halben Meter Höhe über den Boden, weil Abudun den unglückseligen Mann am ausgestreckten Arm vor sich hielt. Die andere Hand des Nubiers war zur Faust geballt und holte genau in diesem Augenblick aus, um in Enricos Gesicht zu krachen und es zu zermalmen. »Abudun!«, schrie André. »Nicht!« Er wartete nicht, ob Abudun auf seine Warnung reagierte, sondern war mit einem Satz bei ihm und versuchte, seinen Arm zurückzureißen, wobei er allerdings selbst mit nach vorne geschleudert wurde. Immerhin traf die Faust den Muschelfischer nicht, sondern streifte nur seine Schulter. André hörte trotzdem den trockenknirschenden Laut, mit dem das Gelenk aus der Pfanne sprang und einen Sekundenbruchteil später Enricos gequälten Schrei. Abudun schüttelte ihn ab, ließ ein gereiztes Knurren hören und warf Enrico quer durch den Raum, sodass er auf eines der letzten stehen gebliebenen Möbelstücke fiel, und es unter sich zermeimte. »Du kommst spät, Hexenmeister«, knurrte er, »und du mischst dich in Dinge, die dich nichts angehen.« André rappelte sich auf, las in Abuduns Augen, dass der gefährliche Moment vorüber war, und warf einen raschen Blick in die Runde, bevor er sich wieder dem Nubier zuwandte. Erst jetzt bemerkte er zwei weitere Gestalten, die sich angstvoll in die entfernteste Ecke zurückgezogen hatten, Gina und den Jungen. Balean war vor Schrecken erstarrt und sah aus aufgerissenen Augen und ohne zu blinzeln zu dem tobenden Nubier hoch, der ihm wie ein Dämon aus einer fremden Welt vorkommen musste, der ohne Vorwarnung über sie gekommen war. Auch in den Augen der Frau lasse nichts als Furcht, aber auch eine Entschlossenheit, die ihm zu denken gab. »Was geht hier vor?« herrschte Abudun an. »Bist du verrückt geworden?« Abudun würdigte ihm keine Antwort, sondern schürzte nur abfällig die Lippen, sah sich ein Moment lang stirnrunzelnd in dem verwüsteten Zimmer um und bückte sich dann, um einen wimmernden Mann am Arm in die Höhe zu ziehen. André erkannte sein Gesicht wieder, hielt instinktiv den Atem an und machte sich innerlich bereit, nötigenfalls einzugreifen, doch der Nubier beließ es dabei, sein wehrloses Opfer so hart gegen die Wand zu schubsen, dass es in gekrümmter Haltung stehen blieb. »Es tut mir leid, wenn ich gegen eure Sitten verstoßen haben sollte, Senior«, sagte er böse. »Ich bin fremd hier, müsst ihr wissen, und ich habe mich nur anzupassen versucht.« »Abudun, bitte«, sagte André. Der schwarze Riese ignorierte ihn, bückte sich abermals und hob eine Muskete auf. Der Geruch von verbranntem Schießpulver stieg André in die Nase. »Das gehört euch, glaube ich.« Und damit brach er das altertümliche Gewehr ohne sichtbare Anstrengung in zwei. »Oh, nun habe ich es kaputt gemacht«, sagte Abudun mit geheucheltem Bedauern. »Das wollte ich nicht.« »Jetzt hör verdammt noch mal endlich auf«, sagte André scharf. »Was soll das? Was haben diese Leute dir getan?« Abudun wedelte mit der Hälfte der zerbrochenen Muskete herum. Die andere warf er mit solcher Kraft eine Handbreit neben dem Gesicht des Mannes an die Wand, das Putz und Steinsplitter flogen. »Auf mich geschossen?«, antwortete er in fragend naivem Tonfall. »Ja, und anscheinend hat er nicht gut genug gezielt«, fauchte André. Er riss Abudun den verbogenen Lauf aus der Hand, warf ihn zu Boden und postierte sich wie zufällig so, dass er zwischen ihm und dem verletzten Mann stand. Vielleicht ein Fehler, denn der nubische Riese machte nun seinerseits einen halben Schritt und ragte drohend über ihm auf. Und etwas ganz und gar Unglaubliches geschah. Er kannte Abudun seit Jahrhunderten und vermochte auch dann in seinem Gesicht zu lesen, wenn sich scheinbar nichts regte. Und jetzt sah er, dass Abudun für den Bruchteil eines Atemzuges bereit war, sich auf ihn zu stürzen. Ganz einfach, weil da plötzlich etwas in ihm erwachte, das töten wollte, egal wen. »Abudun«, murmelte er auf schwarbisch. »Pirat, komm zu dir!« »Geh aus dem Weg«, rollte der Nubier. »Geh zur Seite oder ... oder was?« Andrés Hand senkte sich auf den Schwertgriff. »Hört auf, Signori! Ich bitte euch!« Enrico stemmte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Höhe, schlug die Hand gegen die linke Schulter und sog zischend die Luft zwischen den Zähnen ein, bevor er mit zitternder Stimme fortfuhr. »Ich bitte euch, hört auf, André! Euer Freund hat Recht! Es war unsere Schuld!« Abuduns Augen wurden schmal. Er sagte nichts, doch André konnte fast körperlich spüren, wie sich sein Zorn auf ein neues Ziel fokussierte. Seine Hand schloss sich fester um den Griff des Degens, obwohl er wusste, wie wenig diese Waffe gegen den siebenfußgroßen Koloss ausrichten würde. »Abudun, was geschieht mit uns?« fragte er leise. Zwei, drei schier endlose Atemzüge lang, starrte Abudun Enrico aus brennenden Augen an, und André konnte ihm ansehen, wie sich etwas änderte, und er mit einem Male vor sich selbst erschrak. Dann fuhr er ohne ein Wort herum und stürmte aus dem Haus. Die Reste der Tür, die ihm im Wege waren, zertrümmerte er mit einem beiläufigen Fausthieb. »Was ist hier passiert?« wandte André sich an Enrico. »Er hat euch angegriffen?« »Warum?« »Her«, antwortete der Fischer, biss sich auf die Unterlippe und schüttelte ungelenkt den Kopf. »Ich weiß nicht, was er wollte. Er hat den Hund erschlagen und die Tür eingetreten, und Marco hat die Nerven verloren und auf ihn geschossen. Es ging alles ganz schnell.« André sah kurz zu Marco hin, der mittlerweile an der Wand zu Boden gesackt war, und aus großen Augen das Gewehr anstarrte, das Abudun so mühelos in Stücke gebrochen hatte. Er fragte sich, wie so ein angeblich harmloser Fischer eine schussbereite Muskete im Haus hatte. Wäre er nur eine halbe Minute später gekommen. »Warum sprichst du mit diesem Teufel?« fragte Gina. »Er hat deinen Bruder umgebracht.« André war ebenso überrascht wie erschrocken, als er ihre Stimme hörte, denn es war nicht mal eine Spur von Furcht darin, sondern nur blanker Hass. »Sie sind Teufel! Peichte! Die Hölle selbst hat sie geschickt! Er ist tot! Er muss tot sein! Du hast ihn doch selbst erschossen!« »Abudun hat Glück gehabt«, sagte André rasch und mit eindringlicher Stimme an Enrico gewandt. »Großes Glück! Da war eine Luftblase unter dem Pier, in der er atmen konnte. Wäre das nicht so, wäre er jetzt tot, und ich würde persönlich dafür sorgen, dass ihr alle den Rest eures Lebens im Kerker verbringt. Bedankt euch beim Schicksal und bei Gott!« »Was für ein Unsinn!« begehrte Gina auf. »Du hast doch gesehen, wie er...« »Halt den Mund, Gina!« unterbrach Enrico sie. Seine Stimme bebte. Schweiß bedeckte seine Stirn, obwohl es sehr kalt war. »Wir hätten das nicht tun dürfen! Signor Delanyi hat recht! Sei froh, dass nichts passiert ist!« »Das sind keine Menschen!« begehrte Gina auf. »Wie können sie doch am Leben sein?« »Du sollst jetzt endlich den Mund!«, begann Enrico, brach dann mit einem schmerzerfüllten Zischen ab und drückte die Hand auf die verletzte Schulter. »So machst du es nur noch schlimmer.« André trat mit zwei schnellen Schritten hinter ihn und ergriff seinen Arm, während er die andere Hand auf seinen Rücken legte. Bevor Enrico begriff, was er tat, ringte er ihm die Schulter mit einem Krachen wieder ein, das noch draußen vor dem Haus zu hören sein musste, und Enricos jenen Schmerzensschrei verschluckte. »Lass ihn in Ruhe!«, kreischte Gina, sprang mit unerwarteter Behändigkeit hoch, wobei sie Balearen einfach zu Boden stieß und warf sich mit erhobenen Fäusten auf André. Er drehte den Kopf zur Seite, um nicht im Gesicht getroffen zu werden, und versuchte, ihre Handgelenke zu ergreifen. Doch Enrico packte blitzschnell ihr Haar, riss ihr brutal den Kopf in den Nacken und zerrte sie weg. »Jetzt ist es aber genug, Weib!«, brüllte er. »Hör endlich auf! Du hast uns schon genug Ärger eingehandelt! Muss erst doch jemand sterben, bis du endlich Vernunft annimmst!« Er stieß sie derb gegen die Wand, sodass sie beinahe gestürzt wäre, und funkelte sie so zornig an, dass sie es nicht einmal mehr wagte, Luft zu holen. Dann drehte er sich zu André um. »Bitte verzeiht, André. Können wir draußen reden?« André machte einen Schritt zurück, vorher aber wandte Enrico sich noch einmal und mit jetzt wieder finsterer Miene an seine Schwägerin. »Kümmere dich um Marco und die anderen, und gnade dir Gott, wenn du uns auch nur nachkommst!« Sie verließen das Haus. Abudun stand in einiger Entfernung da und starrte sie finster an, und sie entfernten sich ein Stück weit in die entgegengesetzte Richtung. Hinter ihnen stürmte Balean aus dem Haus, gab einen entsetzten Laut von sich und fiel neben dem toten Hund auf die Knie. Aus den Augenwinkeln sah André, dass auch Corinna näher kam. »Erzähl mir, was geschehen ist,« verlangte er. »Euer Freund hat die Tür eingetreten, da an, und sie entfernten sich ein Stück weit in die entgegengesetzte Richtung. Hinter ihnen stürmte Balean aus dem Haus, gab einen entsetzten Laut von sich und fiel neben dem toten Hund auf die Knie. Aus den Augenwinkeln sah André, dass auch Corinna näher kam. »Erzähl mir, was geschehen ist,« verlangte er. »Euer Freund hat die Tür eingetreten und nicht heute,« sagte André. »Und sag die Wahrheit, es ist auch in deinem Interesse.« Enrico sah ihn unsicher an und begann, seine Schulter zu massieren, die noch immer Hölle schmerzen musste. »Ich war nicht dabei, und es ist auch schon ein halbes Jahr her.« »Dann erzähl mir, was du weißt,« verlangte André. »Und jetzt sag nicht nichts. Ihr hättet uns um ein Haar umgebracht. So etwas tut man nicht wegen nichts.« Enrico wich seinen Blick aus und sah unsicher zu Abudun. »Ich weiß,« bestand er nach einer Weile, »und es tut mir leid, bitte glaubt mir, ich. Ich habe mir große Vorwürfe gemacht, dass ich es nicht verhindert habe. Mir bricht das Herz,« unterbrach ihn André kalt. »Warum sagst du das nicht, Abudun?« Dabei tat ihm der Mann im Grunde leid. Er spürte seine Angst und auch, dass sein Bedauern ehrlich gemeint war. Aber trotzdem konnte er von Glück sagen, dass er noch am Leben war. »Viel kann ich euch nicht erzählen,« antwortete der Fischer nervös. »Es war mein Bruder. Er hat sich mit dieser Frau eingelassen.« »Welcher Frau?« »Ich habe sie zuvor noch nie gesehen. Niemand hat das. Sie waren fremd hier und wollten nur ein paar Vorräte für die Reise kaufen.« »Welche Reise?« Es war nicht André, der diese Frage stellte. Doch er fuhr genau wie der Fischer, fast erschrocken zusammen, als Abudun wie aus dem Nichts neben ihnen auftauchte. Er hatte bemerkt, dass der Nubi sich ihnen genähert hatte, und natürlich hatte der jedes Wort gehört. »Das ... das weiß ich nicht, Signori,« antwortete Enrico unsicher. »Sie haben nur gesagt, dass Sie von hier fortgehen wollen und Proviant für eine Reise brauchen, gepökeltes Fleisch und Gemüse und ...« »Und dann haben Sie deinen Bruder angesprochen,« unterbrach ihn André. Abuduns Geduld neigte sich spürbar ihrem Ende zu. »Nein,« Enrico zögerte einen Moment, als wäre es ihm unangenehm, weiterzusprechen. »Es war ... es war andersherum. Er war mein Bruder, und man soll nicht schlecht über Tote reden, aber er war ein schlimmer Weiberheld. Kein Rock war vor ihm sicher, und es hat ihm schon eine Menge Ärger eingebracht, auch mit seiner Frau. Wahrscheinlich hätte sie ihn eines Tages umgebracht, wenn es anders gekommen wäre.« »Diese Frauen,« drängte Abudun, »wie haben sie ausgesehen?« »So wie ihr,« antwortete Enrico, nachdem er den Nubier mit einem Blick von Kopf bis Fuß gemustert hatte, der ganz gewiss nicht nötig gewesen war. »Nicht so groß, aber sie waren genauso gekleidet, und ihre Gesichter waren genauso schwarz.« »Alle beide?« vergewisserte sich André. Enrico brachte das Kunststück fertig, gleichzeitig zu nicken und den Kopf zu schütteln. »Es waren drei.« André tauschte einen vielsagenden Blick mit Abudun. »Und sie waren alle gleich?« »Nein,« antwortete Enrico nervös. »Die eine war anders. Ich weiß nicht, wieso.« »Sie hatte anderes Haar,« vermutete Abudun. »Das konnte ich nicht erkennen,« erwiderte der Fischer. »Es war etwas mit ihrem Gesicht, ihren Augen, aber ich weiß nicht was.« »Mir Ruhe,« sagte Abudun. André gewahrte einen Schemen hinter ihm, Corinna, die nun mit schnellen Schritten näherkam. »Weiter,« sagte er, »und beeil dich.« Auch der Fischer sah kurz in Richtung des näherkommenden Mädchens, fuhr aber gehorsam und sich einer schnelleren Sprechweise befleißend fort. »Viel mehr kann ich euch nicht sagen. Gina und mein Bruder hatten wieder einmal Streit an jenem Abend. Ich glaube, es ging darum, dass er der Fremden schöne Augen gemacht hat. Irgendwann ist er wütend aus dem Haus gerannt, und Gina hat ihm noch nachgerufen, dass sie ihm den Tod wünscht.« »Und den hatte er dann auch gefunden.« Enrico nickte, und ein Schatten huschte über sein Gesicht, als wäre ein großer Vogel vor der Sonne vorbeigeflogen. »Und sie macht sich auch große Vorwürfe deshalb. Natürlich weiß jedermann, dass das Unsinn ist, aber sie gibt sich trotzdem die Schuld an seinem Tod.« »Und was ist wirklich geschehen?« »Das weiß ich nicht«, behauptete Enrico. »Sie haben ihn am nächsten Morgen in der Apfelplantage gefunden. Er war einfach tot, versteht ihr? Nur so, ich meine, er war...« Als er nicht weitersprach, half André ihm auf die Sprünge. »Er hatte keine Verletzung, willst du sagen. Niemand hat ihm die Kehle durchgeschnitten oder ihm das Genick gebrochen oder so etwas.« »Ja«, ganz flüchtig, flackerte Misstrauen in seinen Augen auf und erlosch beinahe sofort wieder. Trotzdem fragte er, »Woher wisst ihr das?« »Weil du es gerade selbst gesagt hast,« polterte Abudun, »dass er nicht verletzt war.« Corinna schloss nun mit wenigen, weit ausgreifenden Schritten zu ihnen auf. Sie war sichtlich außer Atem und von Kopf bis Fuß mit Schlamm bespritzt, setzte aber trotzdem dazu an, eine empörte Frage zu stellen. Doch André wandte sich mit erhobener Stimme an den Fischer. »Wenn das alles so war, wie du sagst, warum habt ihr dann gestern versucht, uns umzubringen?« Der unsichere Blick in Abuduns Richtung, den Enrico sich nicht verkneifen konnte, machte recht deutlich, dass der Anschlag wohl nicht, wie von André behauptet, ihnen beiden gegolten hatte. Dennoch antwortete er hastig, »Das war nicht unsere Absicht, ich schwöre es bei meiner Seele. Balian ist zu uns gekommen und hat von einem schwarzen Mann gesprochen, und ihr wollt nur mit ihm reden, das ist die Wahrheit.« »Mit einer Muskete in der Hand«, fauchte Abudun. »Und worüber?«, fragte André, schon um Enrico die Peinlichkeit einer Antwort zu ersparen, die er nur schwer geben konnte. »Gina«, antwortete Enrico unbehaglich, »meine Schwägerin, sie, sie wollte ihn sehen, das ist alles. Ich war dagegen, aber sie hat darauf bestanden. Vielleicht hat sie gehofft, von ihm etwas über diese Frauen zu erfahren.« Abudun und er hatten ihn praktisch in die Zange genommen, aber es gelang ihm trotzdem, ihren beiden Blicken auszuweichen. »Wir hatten nicht vor, jemandem etwas anzutun, das müsst ihr mir glauben. Es ist, es ist einfach so passiert.« »Einfach so?«, rief Corinna ungläubig. André sah sie überrascht an. Er hatte angenommen, sie würde die Partei des Fischers ergreifen. »Du meinst, ihr hättet fast einfach so einen Menschen umgebracht?«, sie warf einen fast verlegenen Blick zu André hoch. »Zwei?« »So etwas passiert«, sagte er rasch, bevor er sich wieder an Enrico wandte. »Diese schwarzen Frauen. Wohin sind sie gegangen?« »Das weiß niemand«, antwortete Enrico. »Wir haben sie gesucht, aber sie waren nicht mehr da. Seither hat sie niemand mehr gesehen.« »Welche Frauen?«, mischte sich Corinna ein. »Was ist mit ihnen?« »Nichts«, sagte André rasch. »Es war genau so, wie ich es gesagt habe. Ein schlimmes Missverständnis.« »Tu mir einen Gefallen und kümmere dich um den Jungen.« Er wies mit dem Kopf auf Balearen, der nur ein paar Schritte entfernt kniete und über dem toten Hund weinte. »Er braucht Trost. Sein Hund ist ums Leben gekommen.« »Ums Leben gekommen?« Corinna maß zuerst ihn und dann Abudun aus flammenden Augen. »Ja, ja, so kann man es auch nennen.« Aber sie drehte sich gehorsam um und ging zu Balearen hin, um ihm sanft die Hand auf die Schulter zu legen. Er hob nicht den Blick. Enrico trat unbehaglich von einem Fuß auf den anderen. »Das gestern Nacht«, begann er unsicher, und André unterbrach ihn. »Wir nehmen es dir nicht übel. Niemand wird etwas davon erfahren. Aber du solltest mit deiner Schwägerin sprechen. Sie wird euch noch alle in Schwierigkeiten bringen.« »Das werde ich«, versprach Enrico, »und ich werde auch niemandem etwas von dem verraten, was heute passiert ist.« »Was ist denn passiert?«, erkundigte sich Abudun harmlos. Enrico sah ihn verschreckt an, und André sagte rasch. »Da wäre nur noch eine Sache. Ihr seid doch Fischer, oder?« Enrico nickte, und André fügte hinzu. »Dann hast du doch bestimmt auch ein Boot.« Schwester Innozenz persönlich erwartete sie am Tor und öffnete ihnen die schmale Schlupftür darin, noch bevor Abudun die Hand an die Tür heben und anklopfen oder sie auch kurzerhand einschlagen konnte, so schlecht gelaunt, wie er auf dem ganzen Weg hier heraus gewesen war, hätte es André nicht einmal gewundert. Jetzt jedoch wirkte er verdutzt, und André erging es kaum besser, als sie sich unversehens der kleinwüchsigen Ordensschwester gegenüber sahen. Enrico hatte sie nicht nur gehorsam zurückgerudert, sondern sich auch schon fast übereifrig angeboten, sie so nah an ihr Gasthaus heranzubringen, wie es ihm mit seinem plumpen Boot auf den schmaler werdenden Kanälen möglich war. Doch André hatte sein Angebot ebenso höflich wie bestimmt abgelehnt. So sehr er Corinnas Gegenwart auch genoss, hatte er auch zwei- oder dreimal nach Vorwänden gesucht, sie wegzuschicken, was sie hingegen geflissentlich ignoriert hatte. »Signor Delany«, die barmherzige Schwester zog die schmale Tür ganz auf, machte aber keine Anstalten, den Durchgang freizugeben, sondern maß zuerst Abudun mit einem sehr langen und finsteren Blick und dann ihn kaum weniger unfreundlich. Erst als sie Corinna gewahr wurde, erschien zumindest die Andeutung eines Lächelns in ihren von Falten umrandeten Augen, erlosch aber schnell wieder, als sie sich abschließend wieder zu Abudun umwandte und den Kopf in den Nacken legte. »Mein Freund, der Vater des Todes«, sagte sie spöttisch, »ich hoffe doch, du bist allein gekommen, schwarzer Mann, und hast deine Verwandtschaft nicht mitgebracht.« »Die väterlicherseits«, Abudun schlug mit der flachen Hand auf den riesigen Krummsäbel an seinem Gürtel. »Wie ihr seht, Schwester, trage ich sie stets bei mir. Ich habe sie nur festgebunden, damit sie beim Anblick einer Christenseele nicht von selbst aus der Scheide springt. Christenblut lässt sich so schwer abwaschen.« »Worin ihr zweifellos Erfahrung habt, Heide«, konterte Innozenz und wandte sich mit zwar strafender, aber doch freundlicher Amina an André. »Ihr kommt spät, Signor Delany. Ich hatte schon Angst, ihr würdet gar nicht mehr auftauchen.« »Wir wurden aufgehalten«, antwortete André, der nicht wenig erstaunt war. Schwester Innozenz hatte es sich zwar nicht nehmen lassen, ihn an jedem einzelnen der zurückliegenden Tage persönlich zu Marius zu bringen, aber dabei kein Wort mit ihm gesprochen, sodass er bisher davon ausgegangen war, sie wurde seine Besuche missbilligen. Hatte er sich getäuscht? »Aufgehalten, so«, Schwester Innozenz trat immer noch nicht zur Seite, sondern musterte ihn mit höchster Missbilligung. »Und ich möchte wetten, ihr habt auch nicht besonders viel Zeit und müsst gleich wieder fort, aber wahrscheinlich kann euer Sohn noch froh sein, dass sein Vater an einem Tag wie diesem die Zeit findet, ihn zu besuchen. Und lasst mich raten, ihr werdet auch in den kommenden Tagen keine Gelegenheit haben, herzukommen.« André verstand nicht einmal im Ansatz, wovon sie sprach, wollte aber keine weitere Zeit damit verschwenden, sondern machte nur eine auffordernde Geste zur Tür, die sie immer noch blockierte. »Bringt ihr mich jetzt zu ihm?« Auch noch der Rest von Freundlichkeit wich aus Innozenz' Blick. »Ganz wie er es wünscht, Signor Delany.« Sie trat zurück und gab den Weg frei. »Habt ihr auf uns gewartet, Schwester Innozenz?«, fragte er, während sie in den kleinen Innenhof der Turmruine traten und darauf warteten, dass sie die Tür genauso umständlich wieder hinter sich verriegelte, wie sie sie aufgeschlossen hatte. André kamen diese Vorkehrungen hoffnungslos übertrieben vor. Das Tor war so alt und morsch wie der gesamte Turm. Man musste nicht über die Kraft eines Abudun verfügen, um es mit der bloßen Faust einzuschlagen. »Nehmt ihr euch jetzt nicht zu wichtig?«, fragte Innozenz. »Ich wundere mich nur,« antwortete André. Voller Unbehagen sah er sich um. Das uralte Gemäuer hatte bei keinem seiner Besuche etwas von seiner unheimlichen Ausstrahlung verloren, aber heute erschien sie ihm sogar noch stärker. Es fiel ihm fast schwer zu atmen. »Vielleicht lag es am Licht,« überlegte er. »So kurz, wie die Tage zu dieser Jahreszeit waren, war die Sonne schon wieder hinter dem zerbröckelnden Rand der Turmruine verschwunden, und die Schatten wurden länger. Doch auch das Licht hatte sich verändert, auf seltsame Weise, als würde etwas fehlen, dessen Existenz man erst bemerkte, wenn es nicht mehr da war, und es war deutlich kühler, als es sein sollte. André verscheuchte den Gedanken und führte seinen begonnenen Satz zu Ende. »Bisher musste ich immer klopfen und eine Weile warten, bis ich eingelassen wurde. Jetzt konnte man den Eindruck gewinnen, ihr hättet nach mir Ausschau gehalten.« Er rechnete fest mit einer spitzen Antwort, doch Innozenz ließ nur den Schlüssel in der Tasche verschwinden und bedeckte sie mit der flachen Hand, wie, um sich davon zu überzeugen, dass er auch wirklich darin war, oder ihn zu beschützen. »Ich war ein paar Mal am Tor,« gestand sie, »und ja, ich habe auf euch gewartet. Der Junge war unruhig und ich hatte Angst, dass es nur schlimmer wird. Ihr tut ihm nicht gut, Signor.« »Scharmant wie immer,« sagte Abudun. Schwester Innozenz ignorierte ihn und steuerte mit überraschend schnellen Schritten die Tür auf der anderen Hofseite an. »Folgt mir, wir sollten den armen Jungen nicht noch länger warten lassen, er ist schon ganz aufgeregt.« »Aufgeregt?« André tauschte einen fragend überraschten Blick mit Abudun, bekam aber nur ein Schulterzucken zur Antwort. Nun hatte er es umso eiliger, der barmherzigen Schwester zu folgen und die schmale Treppe hinter ihr hinabzulaufen. Überraschenderweise bewegte sie sich so schnell, dass er sich nicht wie üblich zurückhalten musste, sondern ganz im Gegenteil beinahe Mühe hatte, mit ihr Schritt zu halten. Der niedrige Gang war heller als bei seinen letzten Besuchen. An den Wänden brannten jetzt gleich mehrere Fackeln, in deren Schein zwei ärmlich gekleidete Männer mit strähnigem Haar und schmutzigen Gesichtern damit beschäftigt waren, den Boden zu säubern und frisches Stroh auszubringen. Die Luft duftete nicht gerade, roch aber nicht mehr annähernd so schlecht wie bisher. »Das war die Idee des Dottore,« sagte Innozenz, der sein überraschter Blick nicht entgangen war. »Ihr war der Meinung, wir sollten es hier unten ein wenig, ähm, ein wenig wohnlicher gestalten.« André ließ ihre Erklärung unkommentiert, und Abudun war voll und ganz damit beschäftigt, die beiden Männer mit ihren Besen und Eimern zu mustern, alles andere als freundlich. André stellte mit einem Gefühl vager Sorge fest, dass es sich bei einem von ihnen um einen wahren Riesen handelte. Er war nicht annähernd so massig und stark wie Abudun, von seiner Gesundheit gar nicht zu reden, aber fast ebenso groß, und er kannte den Nubier nun weiß Gott gut genug, um zu wissen, wie diese auf Männer reagierte, die seiner Statur nahe kamen. Schwester Innozenz kramte einen anderen Schlüssel aus der Tasche und nestelte ihn ins Schloss, ohne hinzusehen, drehte ihn aber noch nicht um. »Vielleicht ist es nicht gut, wenn zu viele zu ihm hineingehen,« sagte sie. »Der arme Junge ist schon aufgeregt genug.« »Aufgeregt?« Abudun hatte offenbar doch zugehört. »Was hat er getan? Laut gehustet oder zweimal in einer Minute geblinzelt?« »Man kann auch erregt sein, ohne etwas zu sagen oder sich zu bewegen,« belehrte ihn Innozenz, sah André dabei aber weiter mit großem Ernst an. »Ich weiß nicht genau, was ich von euch halten soll, Senior Delany. Ein Teil von mir möchte euch verachten, wie es einem Mann zusteht, der sich so wenig um sein Eigenfleisch und Blut zu scheren scheint, wie ihr es tut. Und ein anderer Teil sagt mir, dass ihr im Grunde eures Herzens ein guter Mensch seid, auch wenn euch ein dunkles Geheimnis umgibt.« »Vielleicht ist ja beides wahr,« antwortete André. »Ich bitte euch nur um eines,« fuhr Innozenz fort, »fügt diesem armen Jungen nicht noch mehr Leid zu, als er ohnehin schon ertragen muss.« Sie hob rasch die Hand, obwohl er gar nicht vorgehabt hatte, zu widersprechen. »Ich habe nicht vergessen, was ihr über ihn gesagt habt, dass er gefährlich ist und schreckliche Dinge getan hat. Vielleicht ist das sogar die Wahrheit. Aber ich fühle auch, dass er tief in seinem Inneren nichts als ein verängstigtes Kind ist, dem großes Leid zugefügt wurde und das sich nach Liebe sehnt.« »Hat er das gesagt?« spöttelte Abudun. Innozenz würdigte ihn keines Blickes, aber einer der beiden Männer, der Größere, unterbrach seine Tätigkeit und sah den Nubier finster an. »Ich werde ihm nicht wehtun,« versprach André. Das schien Innozenz zu genügen. Sie drehte den Schlüssel, entfernte das Vorhängeschloss und zog zuerst den Riegel zurück, dann die schwere Tür auf. Gebückt betrat er die Zelle, wartete, bis Abudun ihm gefolgt war und schüttelte dann den Kopf, als Corinna sich ihnen anschließen wollte. Enttäuschung malte sich auf ihrem Gesicht, aber sie zog sich schweigend zurück. André zog die Tür hinter ihr zu und betrachtete lange die weißhaarige Gestalt auf dem Bett. Das blasse Licht der kleinen Sturmlaterne, die die Zelle beleuchtete, ließ Marius' Gesicht noch fahler erscheinen, und sein Haar glänzte, als wäre es weiß lackiert. Er hatte weder auf ihr Eintreten reagiert, noch war in seinen Augen etwas zu erkennen, das an Leben erinnerte. Dennoch wechselte André erneut die Sprache und sagte mit gesenkter Stimme und auf Deutsch »Wir müssen reden, Pirat.« Abuduns Blick flog zwischen Marius und André hin und her. Er schwieg, und in dem Dämmerlicht war es André unmöglich, in seinem Gesicht zu lesen. »Du hattest recht«, begann André nach kurzem Zögern. »Wir hätten Marius nicht in Mirus Obhut geben dürfen. Ich muss ab, bitte leisten.« »Warum erzählst du mir nicht etwas, das ich noch nicht weiß?« knurrte Abudun. Natürlich genoss er die Situation, und André war klar, dass er sie bis zum Letzten auskosten würde. »Wir verschwinden von hier«, fuhr er fort. »Gleich morgen früh. Ich sage dem Dottore Bescheid, damit er alles vorbereitet. Sobald es hell wird, holen wir Marius und machen uns auf den Weg nach Konstantinopel.« »Kommen wir da nicht gerade her?«, wollte Abudun wissen. »Ist das nicht offensichtlich?«, gab André leise zurück. Als Abudun keine Anstalten machte, darauf zu antworten, fuhr er deutlich lauter fort. »Mein Sohn, geht hier vor die Hunde, Abudun. Wir müssen irgendetwas tun. Und da ist Konstantinopel die beste Anlaufstelle für uns. Schließlich treffen dort Abend- und Morgenland aufeinander. Dort gibt es Ärzte und Heiler, die einen viel tieferen Einblick in die Abgründe des Seins haben als irgendwo sonst.« Abudun nickte. »Es ist doch immer wieder die Weisheit des Morgenlandes, die lockt.« »Mich lockt die Aussicht auf Heilung für Marius«, antwortete André ernsthaft. »Wir müssen jemanden auftreiben, der ihm wirklich helfen kann.« »Und mehr Ruhe?«, fragte Abudun. »Hatten sie jetzt endgültig die Rollen getauscht?« »Du hast die Fischer gehört. Es ist ein halbes Jahr her, dass irgendjemand sie gesehen hat. Sie sind nicht mehr in der Stadt. Und selbst wenn, finden wir sie nicht.« »Vielleicht finden sie ja uns«, sagte Abudun, sah aber dabei nicht ihn, sondern den Jungen an, als erwarte er von Marius eine Antwort, nicht von André. »Das hätten sie längst, wenn sie es wollten«, beharrte André. »Es gibt keinen Grund mehr, noch länger in dieser Stadt zu bleiben.« Er deutete auf Marius. »Deine Freundin Innozenz hat recht. Der Junge leidet.« »Und das hat er dir gesagt?«, vermutete Abudun spöttisch. »Nein«, antwortete André so ruhig, wie er es gerade noch konnte. »Aber ich besuche ihn jetzt seit vier Tagen. Sie sagt die Wahrheit. Er leidet, wenn ich bei ihm bin.« »Du tust ihm eben nicht gut«, witzelte Abudun, »genau wie die barmherzige Schwester es sagt. Vielleicht hörst du besser auf sie.« André funkelte ihn an, und Abudun schlug breitfeixend vor. »Dann komm einfach nicht mehr her.« Das machte André wütend. Nicht, was er gesagt hatte, denn eine sarkastische Antwort hatte er von dem Nubier erwartet. Es war die Art, wie er es gesagt hatte. Ohne dass sich sein Tonfall änderte, war aus einem Derbenscherz bitterer Ernst geworden. Schon um Abudun nicht anzufahren, wechselte er das Thema und stellte ihm eine Frage, die er in Gegenwart Enricus und später Corinnas nicht zu stellen gewagt hatte. »Warum bist du zu den Fischern hinausgefahren? Wolltest du sie umbringen?« »Wenn ich das gewollt hätte, dann wären sie jetzt tot«, erwiderte Abudun gelassen. »Ich wollte die Wahrheit wissen, und die haben wir auch erfahren.« Er zuckte mit den Schultern und stieß dabei mit dem Turban an die Zellendecke. Es raschelte und das Geräusch schien in dem engen Raum seltsam lange in der Luft zu engen. Länger als es sollte, wie ein Echo. »Das mit dem Hund. Tut mir leid.« André zog es vor, nichts darauf zu sagen. »Vielleicht lag es an diesem Gebäude,« versuchte er sich selbst einzureden. »Dies war ein Ort, an dem Kranke wie Verstoßene gehalten wurden, vom Schicksal gestrafte, deren Schmerzen niemand sehen wollte, niemand ertragen konnte. André glaubte, den dunklen Schatten aus Verzweiflung, Einsamkeit und Leid zu spüren, der über all dem hier lag, als wolle er die hier unglücklich Eingesperrten ersticken. Als hätte er seine Gedanken gelesen, sagte Abudun, »Und wenn er es ist?« »Marius.« Tatsächlich hatte auch André schon gegen seinen Willen darüber nachgedacht. Aber wie konnte dieser in Ketten gelegte Junge auch nur irgendetwas tun, außer ihn in seinen Träumen heimzusuchen? Und wahrscheinlich nicht einmal das, denn die einzigen Gespenster, die ihn wirklich quälten, waren in seiner eigenen Seele. »Unsinn,« widersprach er, »wenn auch zögernd und nicht überzeugt.« Abudun verzog nur abfällig die Lippen, was Andrés dumpfen Gräuel zusätzlich schürte. »Gehst du und holst, Galzi?«, war der mühsam beherrscht. »Selbstverständlich, Sahib,« erwiderte Abudun leuchtselig. »Kann ich dem Herrn vielleicht noch etwas anderes bringen? Etwas zu essen oder einen Krug Bier?« »Warm,« bestätigte André, und ohne Schaum, so wie wir es gewohnt sind.« Abudun starrte ihn zwar noch einen Moment lang missmutig an, verließ dann aber ohne ein weiteres Wort die Zelle. André drehte sich wieder zu Marius um. Der Junge hatte sich nicht gerührt, seit sie hier hereingekommen waren. Sein Blick ging nach wie vor ins Leere, und hätte er es nicht besser gewusst, dann hätte er geschworen, dass er die ganze Zeit über nicht einmal geatmet hatte, geschweige denn geblinzelt. Mit einem Male fühlte sich André befangen und wusste weder, was er sagen, noch was er denken sollte. Statt vor ihm in die Hocke zu gehen, wie er es die letzten Male getan hatte, um ihn schweigend anzusehen und auf irgendeine Regung in diesen leeren Augen zu warten, ließ er sich neben dem Jungen auf die Kante der harten Pritsche sinken. Der Junge reagierte auch auf seine unmittelbare Nähe nicht und atmete so flach, dass es kaum noch zu sehen war. Lange Minuten saß André still da und zermarterte sich vergeblich den Kopf auf der Suche nach etwas, das er sagen konnte, und sei es noch so unsinnig, aber die Worte wollten nicht kommen. Es war, als scheue sich etwas in ihm Marius direkt anzusprechen, und dabei hatte er doch das Gefühl, dass er nur das richtige Wort finden müsse, und der Junge würde aus seiner Starre erwachen. Aber vielleicht war es ja auch genau das, was er fürchtete. Vielleicht würde ihr etwas sehr, sehr Schlimmes passieren, wenn Marius erwachte. Etwas raschelte, so leise, dass ein normales Ohr es gar nicht wahrgenommen hätte, und zugleich spürte er eine Bewegung hinter sich. Um Marius nicht zu erschrecken, drehte er nur langsam den Kopf und zog dann überrascht die Brauen zusammen. Hinter dem Jungen war eine Ratte erschienen. Sie war nicht besonders groß und sah auch nicht wild aus, sondern so gepflegt und harmlos wie ein Haustier und auch genauso wohlgenährt. Zuerst saß sie einfach nur da und blickte André aus ihren ebenso dunklen wie beunruhigen klugen Augen an. Dann schien sie zu dem Schluss zu kommen, dass keine Gefahr von ihm ausging. Sie trippelte weiter, sprang auf Marius' Schoß und machte Anstalten, es sich bequem zu machen, wie eine Hauskatze, die darauf wartete, gestreichelt zu werden. Spontan streckte André den Arm aus, um sie zu verscheuchen, hielt dann aber inne, als er sich daran erinnerte, was Schwester Innozenz bei seinem ersten Besuch über dieses Tier erzählt hatte. »Gut, dass du das nicht tust«, sagte eine Stimme von der Tür her. André sah auf und gewahrte einen vertrauten Schatten, der sich schwarz gegen den hellen Hintergrund der Tür abhob, als wäre er mit einem Messer aus der Farbe der Nacht herausgeschnitten worden. Corinna fuhr auf die ihr eigene liebenswertspöttische Art fort. »Nicht, dass ich mir nicht gerne immer wieder an dir zu schaffen mache, aber ich bin keine Krankenschwester und das Ergebnis wäre wahrscheinlich nicht besonders zufriedenstellend.« Sie kam näher und wies mit dem Kopf auf die Ratte, die nun sie auf dieselbe sonderbare Art ansah wie zuvor André. »Sie beißt.« »Ach ja?« War es möglich, dass das Geschöpf begriff, dass von ihm die Rede war, dachte André beunruhigt. Jedenfalls wandte es genau in diesem Moment den Kopf und sah nun wieder ihn an, und die Tasthaare an seiner spitzen Schnauze begannen nervös zu zittern. »Schwester Innozenz behauptet, sie wäre harmlos.« »Soweit es ihn angeht, stimmt das auch,« sagte Corinna. »Ich weiß es von Innozenz. Sie tut Marius nichts zu leide. Aber so ziemlich jeden anderen hier hat sie schon gebissen. Von den Männern, die ihn waschen und ankleiden, bis zu Dr. Skalzi selbst. Sie soll sogar eure schwarzen Freundinnen attackiert haben, gleich am ersten Tag. Seltsam, nicht? Fast, als würde sie ihn verteidigen wie ein treuer Hund seinen Herrn.« Ungläubig musterte André die Ratte. Das Tier musste wohl genug von der allgemeinen Aufmerksamkeit gehabt haben, denn es stand fast gemächlich auf und rollte sich, um in seinem Versteck in der Wand zu verschwinden. »Es ist traurig, dass er nur dieses Tier zum Spielkameraden hat,« sagte Corinna. Sie setzte sich neben ihn, und obwohl sie im Vergleich zu André praktisch nichts wog, ächzte das hölzerne Bett nun unter der zusätzlichen Last. »Viele Spielkameraden wird er hier schwerlich finden,« sagte André. »Ja,« »Das ist ein schlimmer Ort.« Corinnas Finger krochen über seinen Oberschenkel und legten sich auf seine Hand. Nach einem kurzen Moment zog er den Arm dann beinahe erschrocken weg, gerade weil die Berührung so angenehm war. »Aber es ist trotzdem gut, dass es ihn gibt. Wer würde sich sonst um all diese, diese armen Menschen kümmern?« André musste an das denken, was er in jenem schrecklichen Korridor weiter oben gesehen und vor allem gefühlt hatte. »Mir gefällt er nicht.« »Mir auch nicht,« gestand Corinna. »Der Doktor hat sich zu Recht beklagt, dass ich ihn so selten besuche, und ich habe geantwortet, dass ich wenig Zeit habe. Das ist auch die Wahrheit, aber wahr ist auch, dass mir dieser Ort Angst macht. Ich weiß, das gilt für jeden Ort, an dem man mit Krankheit und dem Wissen um die eigene Sterblichkeit konfrontiert wird. Jedenfalls sagt man das ja, aber dieses Spital ist irgendwie anders. »Ich weiß, was du meinst,« sagte André. »Und du lässt ihn trotzdem hier?« »Nicht mehr lange. Ihr wollt ihn mitnehmen, wenn er nach Konstantinopel geht?« André sah sie überrascht an. »Du hast mir ja nicht gesagt, dass du Deutsch sprichst.« »Und dass ich scharfe Ohren habe,« bestätigte Corinna, »und sie werden sogar schärfer, je leiser einer spricht, damit ich ihn nicht verstehe.« Sie machte eine Kopfbewegung zur Tür und fuhr mit einem leisen Lachen fort. »Eine alte Frauenkrankheit, unter der wir fast alle leiden. Nur reden wir nicht gerne darüber. Aber des Deutschen bin ich nicht mächtig.« André blickte zweifelnd, und Corinna zog spöttisch die Augenbrauen hoch. »Das Wort Konstantinopel klingt in allen Sprachen gleich.« »Du hast offensichtlich ein paar von den Sprachen noch nicht gehört, die in Abuduns Heimat gesprochen werden.« »Und du hast erzählt, dass eure Freundin ihn nach Konstantinopel bringen wollte,« fuhr Corinna ungerührt fort. »Du bist nicht nur schön, sondern auch klug,« sagte André, aber Corinna sah ihn an, als hätte er eine abfällige Bemerkung gemacht, statt eines Kompliments. Ein unangenehmes Schweigen breitete sich zwischen ihnen aus. »Warum haben sie ihn hier gelassen?« fragte sie schließlich mit einem nachdenklichen Blick in Marius Gesicht. »Wenn sie wirklich so sehr um sein Wohl besorgt gewesen sind, wie du es gesagt hast.« André wusste, worauf sie hinauswollte, und er wollte nicht darüber sprechen, antwortete aber trotzdem mit einem Achselzucken. »Vielleicht hatten sie keine andere Wahl.« Corinna dachte nach. »Du wolltest mir erzählen, was ihm zugestoßen ist,« sagte sie schließlich. »Aber du hast es nicht getan, oder willst du nicht?« Sie sah wieder kurz zu Marius hin, und erneut fiel André die schon fast gespenstische Ähnlichkeit zwischen Corinna und ihm auf. »Willst du nicht hier darüber reden?« Beinahe hätte er ganz automatisch den Kopf geschüttelt, aber dann drehte er sich nur herum und sah seinen Sohn an. Dass er puppengleich da saß und auf nichts reagierte, was um ihn herum geschah, hieß nicht, dass er auch nichts hörte. Vielleicht ließ ihn das Ungeheuer, dass seine Träume tyrannisierte, ja an Ruhe, wenn er sich ihm endlich stellte, und wo wäre ein besserer Ort dafür als hier? »Es ist lange her,« sagte er. »Sehr lange.« »Als er noch ein Kind war,« vermutete Corinna. André nickte, und Corinna legte erneut ihre Hand auf seine. Diesmal ließ er die Berührung nicht nur zu, sondern genoss sie, spendete sie ihm doch Trost. »Es waren schlimme Zeiten damals,« begann er. »Es war Krieg. Es gab einen großen Kampf, und er wurde verletzt, sehr schlimm verletzt. Ich habe ihn gefunden, aber ... aber ich bin zu spät gekommen. Er war tot.« »Tot?«, wiederholte sie verwirrt. »Ich dachte, er wäre tot,« antwortete André mit leiser werdender, zitternder Stimme. Die Worte beschworen einen Schrecken herauf, dessen er kaum Herr wurde. Aber wenn er ihm jetzt nicht ins Gesicht sah, wann dann? Er war so schlimm verletzt, und ich konnte sein Herz nicht mehr schlagen hören, also ... also habe ich ihn begraben.« Es dauerte eine Weile, bis Corinna wirklich begriff, was er gesagt hatte. »Aber ... er war noch am Leben,« hauchte sie entsetzt. »Du hast ihn.« »Der bin nicht begraben.« »Ja.« Seine Hand schloss sich so fest um Corinnas Finger, dass er ihr wehtun musste, aber sie versuchte nicht, sich seinem Griff zu entziehen. »Das ... das ist entsetzlich,« flüsterte sie. »Und wie ... wann hast du ... wann hast du es ...« »Gemerkt,« fragte André, als ihre Stimme versagte. Er schüttelte den Kopf. Sein Blick ließ Marios Gesicht nicht los. Nichts regte sich darin. Und doch schien da plötzlich eine Bewegung zu sein, deren Grund ihr erst begriff, als er die brennende Nässe in seinen Augen spürte. »Gar nicht. Ich bin weggegangen, so schnell und so weit ich konnte.« »Dann hat er sich selbst aus dem Grab befreit,« flüsterte Corinna. André nickte, und dieses Mal verging noch mehr Zeit, ehe sie weitersprach. »Und wie lange hat es gedauert?« »Ich weiß es nicht,« antwortete André. »Zu lange. Er ist herausgekommen, irgendwie. Vielleicht hatte er Hilfe. Ich habe es nie erfahren.« »Und seitdem ist er so?« »Seitdem hasst er mich,« antwortete André. »Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, viele Jahre. Ich dachte, er wäre tot, aber das war er nicht. Er war am Leben und ist.« Er suchte nach Worten und fand nicht die Richtigen. »Zu dem geworden, was er jetzt ist. Er hasst mich. Wie könnte es auch anders sein nach dem, was ich ihm angetan habe.« »Aber du hast es doch nicht gewusst.« »Und?« fragte André bitter. »Ändert das etwas?« »Was erwartete er, dass sie ihm widersprach oder ihm gar die Absolution erteilte? Wie hätte sie das gekonnt? Und wie hätte er dieses Geschenk annehmen können?« Sie tat nichts von alledem, sondern ergriff seine Hand nun auch mit der linken, und ihr Blick wurde weich. »Vielleicht ist es gar nicht er, der dich hasst, sondern du selbst,« flüsterte sie. »Warum hast du mir nicht davon erzählt?« »Weil es nichts war, worauf er besonders stolz sein konnte. Das wäre die Wahrheit gewesen, aber es hätte auch so billig geklungen, dass er die Worte nicht über die Lippen gebracht hätte.« »Das muss entsetzlich gewesen sein,« sagte Corinna. »Wie hast du es ertragen, all diese Jahre?« »Wie hatte Marius es ertragen?« fragte er sich, gab sich aber auch gleich selbst die Antwort. »Gar nicht.« Corinna ließ seine Hand los, schlang die Arm um seinen Hals und versuchte, ihn zu küssen. Doch André schob sie mit sanfter Gewalt weg. »Nicht hier.« Sie war nicht verletzt. Ihr Blick wurde weich, und alles, was sie an ihren Augen las, war tief empfundenes Mitleid. »Das verstehe ich,« sagte sie, aber nun gesellte sich auch noch Trauer zu dem Ausdruck in ihren Augen. »Werdet ihr gleich fortgehen? Noch heute, meine ich.« »Morgen, sobald es hell wird.« Er hätte sie gerne belogen, brachte es aber nicht übers Herz. Da sind noch ein paar Vorbereitungen zu treffen, aber wir müssen ihn von hier wegbringen. Hier wird sich sein Zustand nur noch weiter verschlimmern.« »Dann bleibt uns noch eine Nacht,« sagte Corinna mit einem traurigen Lächeln. »Das ist weniger, als ich gehofft hatte, aber besser als nichts. Und wer weiß, vielleicht kann ich dich ja doch überreden, noch ein wenig zu bleiben.« »Wer weiß,« sagte André. Sie beide wussten, dass das nicht geschehen würde. Trotzdem zwang sich Corinna zu einem neuerlichen Lächeln und sagte, »Ich werde jedenfalls mein Möglichstes tun, um dich davon zu überzeugen. Das verspreche ich dir.« »Ich freue mich darauf.« André lachte. »Aber nicht hier.« Er stand auf, streckte ihr mit gespielter Galanterie die Hand entgegen, um ihr aufzuhelfen, und deutete mit der anderen zur Tür. »Vielleicht sollten wir nachsehen, ob Abudun und Schwester Innozenz noch am Leben sind.« »Oder wenigstens einer von beiden,« bestätigte Corinna. Sie ließ sich von ihm aufhelfen, was ganz und gar nicht nötig gewesen wäre, sie aber zugleich sichtbar genoss, machte erst einen Schritt auf die Tür zu, drehte sich dann noch einmal um. André begriff beinahe zu spät, was sie vorhatte, als sie sich in die Hocke sinken ließ und die Hand nach Marios Gesicht ausstreckte, um ihn zärtlich an der Wange zu berühren. André riss sie so darb zurück, dass sie mit einem erschrockenen kleinen Schrei das Gleichgewicht verlor und hart auf dem Hinterteil landete. »Rühe ihn nicht an!« keuchte er. Corinna sah ihn aus tränenlassen Augen an. Sie hatte sich wehgetan und das nicht wenig. »Aber was?« rief sie. »Niemals! Hast du das verstanden?« unterbrach sie André. »Ganz gleich, was auch passiert. Rühe ihn niemals an!« Corinna sagte nichts, aber in ihren Augen erschien ein Ausdruck, der ihn wie ein Messerstich traf. Angst. Angst vor ihm. Als er die Hand erneut ausstreckte, um ihr aufzuhelfen, ignorierte sie sie dieses Mal und stemmte sich aus eigener Kraft auf die Füße. »Das hat wehgetan, Signor Delany,« beschwerte sie sich mit scherzhaft weinerlicher Stimme. »Wenn es einen blauen Fleck gibt, dann werdet ihr dafür bezahlen.« Er war ebenso wenig nach Scherzen zumute wie ihm, dessen war er sich sicher, aber er wusste den Versuch zu schätzen. »Für beschädigte Ware,« erwiderte er todernst, »das muss ich mir überlegen und sie erst einmal gründlich inspizieren, bevor ich eine endgültige Entscheidung treffe.« »Ich bestehe darauf,« sagte Corinna. Sie verließen die Zelle, und das angedeutete Lächeln wich wieder von Andres Lippen, als er die Tür zuschob und Marius dabei noch einmal ins Gesicht sah, das noch immer genauso leer und erstarrt war wie am Anfang. Ob er wohl gehört hatte, was er Corinna erzählt hatte, diese Geschichte, die war und trotzdem so weit von der Wirklichkeit entfernt war. Und ob er ihm verzeihen konnte? »So lange, Vater, so unendlich lange.« Er schloss die Tür, legte den Riegel vor und sah sich nach Schwester Innozenz um, damit sie ihm das Vorhängeschloss reichte, konnte sie aber so wenig entdecken wie Abudun. Nur die beiden Männer waren nach wie vor damit beschäftigt, den Boden zu säubern. André hatte den Eindruck, dass sie nicht nennenswert von der Stelle gekommen waren. Oder, um es anders auszudrücken, eigentlich gab es hier gar nichts für sie zu tun. Der Boden war so sauber, wie ein Boden es eben war, den so gut wie nie jemand betrat. Und auch das frische Stroh, das sie ausbrachten, war lediglich ein wenig trockener als das alte. Vielleicht nur, um Corinna nicht ansehen zu müssen, bedachte er die beiden Männer mit einem nachdenklichen Blick, dann trat er an eine der drei anderen identischen Türen heran. Sie war verriegelt, aber anders als an Marius' Zelle gab es hier kein Vorhängeschloss, sodass er den Riegel zurückschieben und sie öffnen konnte. Der Raum dahinter kam ihm vor wie eine Kopie von Marius' Gefängnis, nur dass auf dem Bett keine Strohsäcke lagen. Er spürte, dass diese Zelle schon seit langer Zeit verwaist war. Die Geräusche hinter ihm verstummten. Die beiden Burschen hatten ihre Arbeit eingestellt und blickten André an. Der Kleinere gab eine Folge unartikulierter, aber aufgeregter Laute von sich, während der Größere nur glotzte. André tastete behutsam nach dem Bewusstsein der Männer und stellte fest, dass es ebenso leer war wie die Gesichter, hinter denen es sich verbarg. Anscheinend, dachte er, hatte der gute Dottore eine Möglichkeit gefunden, seine Schutzbefohlenen zu beschäftigen und zugleich das Geld für Arbeitskräfte einzusparen. Aus einem Grund, den er selbst nicht genau benennen konnte, beunruhigte ihn dieser Gedanke. Er trat an die nächste Tür, öffnete sie und fand eine weitere fensterlose und seit einer Ewigkeit verlassene Zelle. Das Blubbern und Schnattern hinter ihm wurde lauter, und als er sich der vierten und letzten Tür nähern wollte, hörte er schlurfende Schritte, und der Größere der beiden Männer vertrat ihm den Weg. Sein Gesicht mit den hängenden Zügen war wie eine Maske, aber seine Augen funkelten aufgeregt. »Nicht«, brachte er undeutlich hervor. »Der Dottore will das nicht«. André war überrascht, den Burschen noch dazu in einem ganzen und halbwegs korrekten Satz reden zu hören, und musterte ihn genauer. Er war tatsächlich fast so groß wie Abudun, und André wusste nur zu gut, wie unglaublich stark Menschen wie er sein konnten. Dennoch stellte er keine Gefahr da, weder für ihn noch für sonst jemanden. In diesem muskelbepackten Berg lebte der Geist eines Kindes, eines gutmütigen Kindes. André spürte Aufregung, aber keinen Zorn oder Geheimtücke. »Ist ja schon gut«, sagte er, hob die Hand und schob den Burschen fast sanft aus dem Weg, was ihn unerwartet große Anstrengung kostete. Er war tatsächlich noch stärker, als André ohnehin schon angenommen hatte. Dennoch trat er an die Tür heran, öffnete sie und wollte nur einen flüchtigen Blick in den dahinterliegenden Raum werfen. Doch irgendetwas ließ ihn zögern. Etwas war hier anders als in den anderen Zellen, ohne dass er sagen konnte, was. »Tut es lieber nicht, André«, sagte Corinna. Tatsächlich war das Schnattern und Glucksen lauter geworden und klang jetzt aufgebracht. Doch André achtete nicht darauf, sondern trat mit einem großen Schritt ganz in die Zelle hinein und sah sich um. Es gab kein Bett oder den obligaten Eimer, und auf dem Boden lag frisches Stroh, als warte dieser Raum nur auf einen neuen Bewohner. Es roch beinahe frisch, soweit es an einem Ort wie diesem überhaupt möglich war und ein wenig feucht. Nachdenklich ließ sich André auf ein Knie herabsinken und grob die Fingerspitzen in die frische Strohschicht. Der steinerne Boden darunter war kühl und feucht und roch, als hätte ihn jemand sorgfältig mit Seifenlauge gereinigt. Dennoch vermochte der Geruch, das süßliche Aroma von Blut nicht ganz zu überdecken. Und jetzt, einmal darauf aufmerksam geworden, roch er auch noch andere und schlimmere Dinge. Tod und Gewalt und grässliche Geschehnisse, die erst vor kurzer Zeit hier stattgefunden hatten. Jemand war hier gestorben, und es war kein leichter Tod gewesen. Beinahe glaubte er, einen lautlos gellenden Schrei zu hören und ein unsichtbares Augenpaar zu sehen, das schwarzen Feuerrädern gleich im Nichts schwebte und sich an diesem Schmerz weidete. »Was ist hier passiert?«, fragte er. Erwartungsgemäß bekam er keine Antwort. Stattdessen erklang hinter ihm ein erschrockenes Keuchen, und André sprang gerade im richtigen Moment und Winkel auf, um von Corinna getroffen und von den Füßen gerissen zu werden. Instinktiv schloss er sie in die Arme und hielt sie fest, damit sie sich nicht verletzte, schlug aber selbst so hart mit dem Hinterkopf auf dem Stein auf, dass er die berühmten Sterne sah. »Nicht so eilig, Konzessa«, sagte er, »das ist nicht der richtige Ort, um...« Er brach im gleichen Moment ab, indem die Tür zufiel und sie von vollkommener Schwärze eingehüllt wurden. Ohne Corinna loszulassen, stand er auf, stellte sie behutsam auf die Füße und überzeugte sich rasch davon, dass sie auch sicher stand, bevor er zur Tür ging. Sie war verschlossen, obwohl er das Geräusch des Riegels nicht gehört hatte, und rührte sich auch nicht, als er mit beiden Händen dagegen drückte. »Was ist passiert?«, fragte er. Corinna bewegte sich raschelnd in der Dunkelheit. »Dieser... dieser große Kerl hat mich einfach gepackt und hier hereingestoßen«, beschwerte sie sich. André schlug mit der flachen Hand kräftig gegen die Tür, aber sie zitterte nicht einmal. »Macht auf«, rief er. »Auf der Stelle! Das ist nicht witzig!« Er bekam keine Antwort, und erst recht wurde die Tür nicht geöffnet. Wahrscheinlich drang seine Stimme nicht einmal durch das dicke Holz. Dennoch versuchte er es noch einmal. »Lasst uns raus! Der Dautore wird das nicht gutheißen!« Auch jetzt erfolgte keine Reaktion, und André spielte einen Moment lang ernsthaft mit dem Gedanken, die Tür kurzerhand einzutreten, entschied sich aber dann dagegen. Wahrscheinlich hatte sich dieses zu groß geratene Kind nur einen Spaß gemacht, und er sah keinen Sinn darin, ihm noch mehr Ärger zu bereiten. Er würde einfach abwarten, bis Abudun zurückkam und sie befreite, auch wenn er sich die bissigen Kommentare des Nubias schon jetzt lebhaft vorstellen konnte. Er hörte, wie Corinna sich rasch irgendwo hinter ihm bewegte. Dann folgte wieder atemlose Stille. »André?«, sagte Corinna. »Ich weiß«, erwiderte André. »Ich spüre es auch.« Es war, als hätte etwas den Raum betreten. André wusste, dass es unmöglich war. Selbst der flüchtige Blick, den er in die Runde geworfen hatte, hat ihm gezeigt, dass es keinen zweiten Eingang gab, nicht einmal ein Fenster. Dennoch spürte er mit fast körperlicher Intensität, dass sie nicht länger allein waren. Jemand war hier. Etwas. Etwas sehr Altes. Sehr Mächtiges. Und sehr Gefährliches. Ohne auch nur eine weitere Sekunde zu vergeuden, wandte er sich wieder der Tür zu und rammte den Handbein in Höhe des Riegels dagegen. Das Holz ächzte hörbar und die gesamte Tür zitterte, erwies sich aber dennoch als weit widerstandsfähiger, als er angenommen hatte. Er wich einen halben Schritt zurück und versuchte es diesmal mit einem Fußtritt. Das Schloss zerbarst mit einem Laut wie ein Peitschenknall und die Tür flog auf und mit solcher Gewalt gegen die Wand, dass eine der geschmiedeten Angeln brach. Ein überraschter Schrei erklang und ein Schatten huschte davon. André fuhr auf dem Absatz herum, ergriff Corinnas Arm und zerrte sie mit sich aus der Zelle. Die Dunkelheit hinter ihr bewegte sich, als wäre da etwas Großes und unsagbar Finsteres, das nach ihr hatte greifen wollen und sie nur um Haaresbreite verfehlte. Draußen im Gang war der Kleinere der beiden Männer gegen die gegenüberliegende Wand gestolpert und starrte ihn aus weit aufgerissenen Augen an. Seine Hände umklammerten den Stiel seines Besens, als wäre es das Letzte, was ihn noch in der Welt der Lebenden hielt. Der Größere war zu Boden gegangen und glotzte ihn fassungslos an. Seine linke Hand, deren Gelenk er mit der anderen umklammerte, blutete heftig. Wahrscheinlich hatte ihn die Tür getroffen. André zog Corinna rasch ein paar Schritte zur Seite, überzeugte sich mit einem Blick in ihr Gesicht davon, dass sie zumindest innerhalb der nächsten Sekunden nicht in Panik ausbrechen würde, und wandte sich dann zornig an die beiden Männer. Den Blick in die jetzt weit offen stehende Zelle vermied er sorgfältig. »Was sollte das?« fuhr er sie an. »Findet ihr das etwas spaßig?« »Niemand darf da rein«, sagte der große Bursche. Seiner Stimme war anzuhören, dass er mit den Tränen kämpfte. »Das hat der Dottore verboten.« »Und deshalb«, André kämpfte seinen Zorn mit einiger Mühe nieder und zwang sich ruhiger weiter zu sprechen. »Was ist in dieser Zelle passiert?« »Das darf ich nicht sagen«, antwortete der Mann. »Weil der Dottore es dir verboten hat«, vermutete André, wartete das zögerliche Nicken seines Gegenübers ab und fuhr dann sanfter, aber in bewusst ermahnenden Ton fort. »Aber er hat doch bestimmt nicht gesagt, dass ihr uns einschließen sollt, oder? Weil ja niemand wissen darf, was da drin passiert ist.« Ein neuerliches Nicken. André machte ein angestrengt nachdenkliches Gesicht. »Aber wenn ich erzähle, dass du die hübsche Signorina und mich dort eingesperrt hast, dann wird er auch wissen, dass wir sein Geheimnis kennen und sehr böse auf dich werden.« »Aber er hat doch gesagt«, »ich weiß«, unterbrach ihn André, »aber hab keine Angst. Ich werde dich nicht verraten und deinen Freund auch nicht. Das bleibt unser Geheimnis, das verspreche ich dir. Aber dafür musst du auch etwas für mich tun.« »Und was?« fragte der Bursche misstrauisch. »Du musst mir verraten, was in diesem Raum passiert ist. Wenn du das tust, dann sage ich dem Doktor nicht, was du gemacht hast.« Der Mann dachte einen Moment lang angestrengt, stirnrunzelnd über diesen Vorschlag nach und nickte dann bedächtig. »Das versprichst du?« »Mein Ehrenwort.« André legte sich die rechte Hand aufs Herz. »Da war Blut«, antwortete der Große. »Ganz viel Blut. Und ein Mann, der war tot. Aber er war ganz schlimm tot. Wir haben alles weggemacht. Aber es war ganz schlimm. Und der Doktor hat gesagt, dass wir keinem etwas sagen dürfen.« »Das werde ich auch nicht,« versprach André. »Keine Angst. Es bleibt unser Geheimnis.« Er ließ dem Mann noch Zeit, in seinem Gesicht zu lesen und sich davon zu überzeugen, dass er die Wahrheit sagte. Dann nahm er eine der Fackeln von der Wand, trat wieder an die Tür heran und schwenkte sie. Rotes Licht huschte durch den winzigen, steinernen Würfel. Abgesehen von der fast unheimlichen Illusion von Leben, das der Fackelschein erweckte, war die Zelle leer. »Schaurig nicht.« Corinna war neben ihn getreten und wagte es genauso wenig wie er, noch einmal ganz in diesen unheimlichen Raum hineinzugehen. »Dich hätte geschworen, dass ich etwas gehört habe. Und gespürt.« Sie schauderte übertrieben. »Wahrscheinlich bin ich nur ein hysterisches, altes Weib.« »Du bist nicht alt,« antwortete André, während er die Fackel ein weiteres Mal und noch langsamer schwenkte. Das feurige Licht huschte zitternd hin und her, enthüllte auch noch den letzten Winkel und zeigte ihm, dass die Zelle tatsächlich leer war. »Danke.« »Das heißt dann wohl, dass ich hysterisch bin,« seufzte Corinna. Dann, nach einer kurzen Weile, »Hast du noch mehr Kinder, André?« »Jedenfalls nicht, dass ich wüsste,« antwortete er. »Warum?« »Nach dem, was ich gerade gehört habe, glaube ich, dass du ein wirklich guter Vater sein könntest,« sagte Corinna. Sie lachte leise. »Wenn auch wahrscheinlich der reine Albtraum für deine Kinder.« André fand nicht, dass dies der passende Moment oder gar die Umgebung für solche Gespräche war und schweg. In diesem Augenblick hörte er Schritte hinter sich und eine aufgebrachte Stimme, die rief. »Was zum Teufel geht hier vor?« André trat aus der Zelle heraus, hielt die Fackel so, dass die Flammen möglichst weit von Corinnas Gesicht entfernt waren. Abudun, Schwester Innozenz und der dort Tode waren am anderen Ende des schmalen Korridors erschienen, und sowohl Skalzi als auch die barmherzige Schwester beschleunigten mit empörten Minen ihre Schritte, während Abudun beinahe gemächlich hinter ihnen hertrottete und die so radikal veränderte Szenerie allenfalls mit geringem Interesse musterte. »Ich habe gefragt, was hier vorgefallen ist,« herrschte Skalzi sie an. »Eine gute Frage,« erwiderte André. »Ich wollte gerade dieselbe stellen. Ist das nicht ein Zufall?« Er machte eine Kopfbewegung, um hinter sich zu deuten. »Was ist hier passiert?« »Ein... ein Unfall!« Skalzi war einer der schlechtesten Lügner, dem André jemals begegnet war, aber auch sehr zornig. Mit wenigen schnellen Schritten war er bei dem verwundeten Mann, der noch immer mit weit aufgerissenen Augen dasaß und André ebenso ängstlich wie beinahe flehend anstarrte, untersuchte flüchtig seine immer noch blutende Hand und versuchte dann, dem viel größeren und sicherlich doppelt so schweren Burschen auf die Beine zu helfen, was ihm zwar gelang, aber einigermaßen komisch aussah. Erst dann, und in kein bisschen weniger barschem Ton, fügte er hinzu. »Und ich wüsste auch nicht, was euch das anginge, Signor Delany.« »Mein Sohn befindet sich hier,« erinnerte André überflüssigerweise. »Wenn es hier also einen Toten gegeben hat, dann geht mich das sehr wohl etwas an, Dottore.« Sein Blick streifte Abuduns Gesicht und sah, dass dieser zwar in einigen Schritten Abstand Halt gemacht hatte und Skalzi und den großen Mann neben ihm scheinbar nachdenklich betrachtete, aber André wusste sehr wohl, was er wirklich anstarrte. Es war das Blut auf dessen Hand. Nicht einmal besonders viel. Seine Knöchel waren zerschrammt, und ein Splitter hatte sich in seinen Handrücken gebohrt und ihm eine eher harmlose Fleischwunde zugefügt. Aber auch er konnte den Geruch des Blutes wahrnehmen, diese sachte, aber unendlich süße Verlockung. In Abuduns Augen war eine Gier erschienen, die ihm nicht gefiel. »Ist alles in Ordnung?« fragte er. Der Nubier nickte, und André wandte sich wieder an den Arzt. »Noch einmal, was ist hier passiert?« Schwester Innozenz wollte etwas sagen, verstummte aber dann, als sie seinem Blick begegnete, und Skalzi schien regelrecht zu schrumpfen, fasste sich aber auch erstaunlich schnell wieder und sah ihn fest an, auch wenn André spürte, welche große Überwindung es ihn kostete. »Wie ich es sagte, ein schreckliches Unglück, eine wirklich schlimme Sache, aber ich kann euch versichern, dass euer Sohn nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde und wohl auch gar nichts davon gemerkt hat.« »Das reicht mir nicht,« sagte André, und er spürte auch, dass der Mann nicht die Wahrheit sagte. »Es gab...« Skalzi verlor seine Selbstsicherheit ebenso schnell wieder, wie sie gekommen war. Er wich Andrés Blick aus und begann sich unruhig auf der Stelle zu bewegen. »Wirkliches, es war ein schreckliches Unglück, nicht mehr.« »Ein Unglück?« Abudun kam näher und machte ein abfälliges Geräusch, aber sein Blick fixierte weiter die blutende Hand des Verletzten. »Was genau ist denn geschehen? Ist sein Pferd durchgegangen, oder hat ihn ein Blitzschlag aus heiterem Himmel getroffen?« »Dein Spott ist unangebracht, schwarzer Mann,« sagte Skalzi. »Ich sage es gerne noch einmal. Es war ein Unglück, an dem niemand die Schuld trifft. Und wenn, dann, dann allerhöchstens mich. Der Mann in dieser Zelle war tobsüchtig, und wir haben beschlossen, ihn hier herunterzubringen und in Ketten zu legen, zu seiner eigenen Sicherheit und der der anderen. Ich selbst habe seine Fesseln überprüft, und ich war sicher, dass sie halten würden. Irgendwie ist es ihm gelungen, seine Ketten zu lösen und sich selbst zu töten. Es war kein schöner Anblick, und ich mache mir schwere Vorwürfe, nicht besser auf ihn Acht gegeben zu haben. Aber es ist nun mal geschehen, und ich kann es nicht wieder rückgängig machen.« »Wie bedauerlich,« sagte Abudun böse. Er kam einen weiteren Schritt näher, und André versuchte, sich unauffällig so zu postieren, dass er das Blut auf der Hand des Mannes nicht sehen konnte, was ihm aber nicht gelang. Etwas geschah, und es war ganz und gar nicht gut. Sie mussten hier heraus. Schnell.« »Wie dem auch sei,« sagte er rasch, und bevor Skalzi etwas erwidern konnte, was Abudun Anlass zu einer weiteren Spitze gab, ganz egal, was es auch sein mochte. »Wir sind nur gekommen, um euch davon zu unterrichten, dass wir Venedig morgen früh verlassen werden, und wir nehmen Marius mit.« Skalzi wirkte regelrecht schockiert. »Morgen?« »In aller Frühe,« bestätigte André. »Ich möchte euch bitten, alles Notwendige zu veranlassen, damit wir ihn bei Sonnenaufgang abholen können.« »Aber so schnell!«, stammelte Skalzi brach ab und schüttelte den Kopf. Mühsam beherrscht, setzte er neu an. »Ich weiß nicht, ob das so rasch möglich ist.« »Wisst ihr überhaupt, was ihr eurem Sohn damit antut, Signor Delany?«, mischte sich Schwester Innozenz ein, die ihre Überraschung überwunden hatte, und sich nun auf ihre gewohnte Art empörte. »Das ist unverantwortlich!« »Unverantwortlich wäre es, ihn weiter hier zu lassen.« antwortete André Kühl. »Ich danke euch für alles, was ihr getan habt, Schwester, und euch auch, Dr. Skalzi. Aber mein Entschluss steht fest. Wir sehen uns dann morgen früh.« Er warf Abudun und Corinna einen auffordernden Blick zu und drehte sich rasch um, und vielleicht wäre alles gut gegangen und nichts geschehen, wenn nicht der Dottore, der sich offenbar daran erinnerte, wer er war, unerwartet schnell seine Sprache wiedergefunden hätte. »Das geht nicht!«, sagte er. »Hört ihr, was ich sage? Das geht nicht!«, Mit einem überraschend schnellen Schritt vertrat er André den Weg und gab sich zumindest Mühe, Autorität zu verströmen. »Hört ihr! Ich verbiete es!« André beschloss nicht zu antworten und machte einen halben Schritt zur Seite, um um Skalzi herumzugehen, als eine kräftige Hand, die nach süßem Blutroch sich auf seine Schulter legte und ihn unsanft zurückriss. »Der Dottore hat gesagt, er verbietet es!« André griff, ohne auch nur hinzusehen nach dem zu der Hand gehörigen Gelenk, verdrehte es mit einem harten Ruck und brachte den Mann aus dem Gleichgewicht, sodass dieser gegen die Wand stolperte und beinahe gestürzt wäre. »Dann also bis morgen früh, Dottore«, sagte er und wollte endgültig gehen, kam aber auch diesmal kaum einen Schritt weiter. »Der Dottore hat es verboten!«, heulte der Mann und machte Anstalten, sich mit erhobenen Fäusten auf ihn zu stürzen. André empfing ihn mit einem Hieb in den Leib, der ihm den Atem nahm und ihn endgültig in die Knie brechen ließ, ohne ihn zu verletzen, und begriff einen Sekundenbruchteil zu spät, dass er den zweiten Mann vergessen hatte. Hinter ihm splitterte Holz, als dieser seinen Besenstiel über dem Knie in zwei brach und mit dem zerborstenen Ende wie mit einer heimtückischen Waffe auf ihn losging. André wich dem Angriff mit einem raschen Schritt zur Seite aus, und der Bursche stürzte an ihm vorbei und zielte nun, vielleicht sogar unabsichtlich, auf Abuduns Gesicht. Der Nubier wich dem ersten Stoß sogar noch aus, doch als der Mann mit einem schrillen Jaulen herumfuhr und seinen Besenstiel nun wie eine Keule schwang, um ihm den Schädel zu zertrümmern, empfing er ihn mit einem Schlag seines Handballens, der so schnell war, dass ihn außer André vermutlich nicht einmal jemand sah. Zu hören war er dafür umso deutlicher. Ein dumpfes Knacken ertönte, als würde ein uralter Balken zerbrechen. Der Besenstiel klapperte zu Boden, gefolgt von seinem Besitzer, der auf die Seite rollte und Blut erbrach, bevor er qualvoll, aber sehr schnell erstickte. Er war bereits tot, als Skalzi und fast im gleichen Moment auch Schwester Innozenz ihren Schrecken überwandten und neben ihm auf die Knie fielen. Corinna hatte die Hand vor den Mund geschlagen und stand da, wie er starrt. Er … er ist tot, stammelte Skalzi. Sein Kopf flog in den Nacken und er starrte Abudun aus weit aufgerissenen Augen an. Du … du hast ihn umgebracht. Habe ich das? Abudun zuckte gleichmütig mit den Achseln. Mir kam es so vor, als hätte er versucht, mich umzubringen, und ich hätte mich nur verteidigt. Du … hast ihn umgebracht, beharrte Skalzi. Einfach so, mit einem einzigen Schlag. Ich hätte auch zweimal zuschlagen können, erwiderte Abudun. Hätte das etwas geändert? Der große Bursche begann plötzlich mit einer schrillen Kinderstimme zu weinen, und Abudun drehte mit einem Ruck den Kopf und sah ihn an. Tatsächlich aber, dachte André schaudernd, sah er seine Hand an und das rote Blut darauf. Seine Nüstern blähten sich wie die eines Bluthundes, der Witterung aufnimmt. Warte oben auf uns, Abudun, sagte er rasch. Abudun sah weiter die blutbesudelte Hand an, und dann war da plötzlich noch etwas. Etwas, das nicht von ihm kam. Etwas, das mit jedem Atemzug stärker wurde. Gewalt lag in der Luft, Mord und eine schlechte, abgrundtiefschwarze Erwartung. Abudun, jetzt schrie André fast, geh, ich regle das hier. Der Nubia starrte den Mann noch einen endlosen, schweren Herzschlag lang an, aber dann hob er mit einem Ruck den Kopf und verzog die Lippen zu der bösen Karikatur eines Lächelns. Ganz wie ihr wünscht, Sahib, sagte er, drehte sich auf dem Absatz herum und stapfte hinaus. André wartete, bis er am oberen Ende der Treppe verschwunden war und die Tür zuschlug, bevor er sich wieder zu Skalzi und der barmherzigen Schwester umdrehte. Das tut mir leid, Dottore, sagte er, das hätte nicht passieren dürfen, aber ich glaube, ich weiß jetzt, was ihr meintet, als ihr sagtet, es habe ein Unglück gegeben. Seid ihr ein so herzloses Ungeheuer oder tut ihr nur so? fragte Schwester Innozenz. Dieser Mann ist tot, euer Heidenfreund hat ihn umgebracht. Er hat sich nur verteidigt, antwortete André, selbst wenn er sich auch anders hätte wehren können. Aber seltsam, irgendetwas sagte ihm, dass es nicht Abodun schuld war, nicht allein. Dieser Mann hat niemandem etwas getan, begehrte Innozenz auf. Wir? Skalzi legte ihr die Hand auf die Schulter und brachte sie damit zum Schweigen. Es ist gut, Schwester, sagte er. »Señor Delany hat recht. Der Musemane hat sich nur verteidigt.« »Sein Name ist Abodun«, sagte André. »Abodun, ja«, bestätigte Skalzi. »Es war nur ein Unglücksfall. Schlimm aber, so etwas passiert. Gerade an einem Ort wie diesem.« Alles Gefühl war aus seinem Gesicht verschwunden. Als er sich an den großen Mann wandte, klang seine Stimme, als spiele er eine Harfe aus kaltem Glas. »Bring ihn nach oben, Claudio. Wir schaffen ihn später zur Insel.« »Ist alles gut, Tortore?«, fragte Claudio. »Alles ist gut«, bestätigte Skalzi. »Es ist nicht deine Schuld. Du hast alles richtig gemacht. Bringt ihn nach oben und bereitet das Boot vor. Und ihr, Signor Delany«, er wandte sich an André, »dürft versichert sein, dass morgen bei Sonnenaufgang alles bereit ist.« Er wartete noch eine Weile, bevor er Abodun folgte. Corinna hatte die ganze Zeit über nichts gesagt. Sie wich seinen Blick aus, doch es gelang ihr, ihre wahren Gefühle zu verhehlen. Sie war noch immer kreidebleich, und ihre Bewegungen wirkten abgehackt und gezwungen, als müsse sie sich selbst auf etwas so Einfaches wie das Gehen konzentrieren. Ein- oder zweimal setzte sie an, etwas zu sagen, brachte dann aber die Kraft oder den Mut doch nicht auf, und starrte wieder an ihm vorbei auf einen Punkt im Nichts. André war fast froh. Er hätte nicht gewusst, was er antworten sollte, hätte sie ihn in diesem Moment auf Aboduns unfassbares Verhalten angesprochen. Der Nubier wartete im winzigen Innenhof des Turmes auf ihn, sicher nicht zufällig so weit von der schmalen Tür entfernt. Sein Gesicht war wieder zu einer schwarzen Maske erstarrt, und er reagierte auch nicht, als er das Geräusch der Tür und dann das ihrer Schritte hörte. »Bleib hier«, sagte André, wartete Corinnas Reaktion nicht ab und eilte mit schnellen Schritten auf den Nubier zu. Abodun wandte den Kopf und sah ihn scheinbar gleichmütig an. André wusste nicht einmal, ob dieser Ausdruck tatsächlich nur aufgesetzt war. Der Tod, auch das Töten, gehörte seit Jahrhunderten zu ihrem Leben dazu. Dennoch erschreckte ihn der Anblick. Abodun gefiel sich darin, den Tumpen Riesen zu spielen, dem ein Menschenleben nichts bedeutete, aber die Wahrheit war eher das genaue Gegenteil. »Was ist in dich gefahren?« fuhr er ihn auf Arabisch an. »Hast du den Verstand verloren? Du hast den Mann vollkommen grundlos umgebracht!« »Es war ganz so, wie ihr es gesagt habt, Sahib«, antwortete Abodun kalt, auf Italienisch und so laut, dass Corinna es verstehen musste. »Es war ein Unfall.« »Solche Unfälle passieren dir nicht, Pirat«, beharrte André. »Du wolltest diesen Mann töten, und ich will jetzt wissen, warum.« »Er hat mich angegriffen«, erwiderte Abodun. »Du hast es doch gesehen. Oder waren deine Gedanken so mit deiner neuen Gespielin beschäftigt, dass du keine Augen mehr für etwas anderes hattest?« Ohne hinzusehen wusste André, dass seine Gespielin leicht zusammenfuhr. Es kostete ihn Überwindung, sich weiter zu beherrschen. »Du weißt ganz genau, was ich meine. «, sagte er leiser und immer noch auf Arabisch. »Was ist los mit dir?« Abodun maß ihn mit einem langen, verächtlichen Blick von Kopf bis Fuß, knurrte ein einzelnes Wort, das André nicht verstand, und wandte sich dann brüsk zum Gehen. Er machte sich nicht die Mühe, das Schloss zu öffnen, sondern zertrümmerte es mit einem beiläufigen Schlag und bückte sich durch die aufliegende Tür hinaus. Schon aus Gewohnheit wollte André ihm hinterher eilen, um ihn zur Rede zu stellen, machte aber nur einen Schritt und kehrte dann wieder um, um zu Corinna zurückzugehen. Diesmal war er es, der ihren Blick auswech. »Es tut mir wirklich leid,« begann er. »Ich wollte nicht, dass du das mit anhören musst.« Das war wahrscheinlich das Dümmste, was er überhaupt hatte sagen können, aber auch das Erste, was ihm einfiel. Er war nicht einmal sicher, ob sie die Worte gehört hatte. Unruhig trat sie auf der Stelle. Ihre Hand knetete etwas Schwarzes, das er nicht genau erkennen konnte, und in ihrem eben noch schreckensstarren Gesicht lieferten sich jetzt Entsetzen und Beherrschtheit einen stummen, ungleichen Kampf. »Das ... das war schrecklich,« flüsterte sie schließlich. »Ich wusste nicht, dass es so leicht ist.« »Leicht?« »Was denn?« »Einen Menschen zu töten,« antwortete sie. »Er hat ihn kaum berührt.« »Abudun ist sehr stark,« sagte André. »Manchmal glaube ich, er weiß selbst nicht, wie stark. Ich glaube nicht, dass er es so wollte.« Corinna maß ihn mit einem langen, schwer zu deutenden Blick, der immer noch von Schrecken erfüllt war, aber jetzt auch auf eine sonderbare Art wieder warm. »Du bist ein wirklich guter Freund, André.« »Wie meinst du das?« »So, wie ich es sage.« Corinnas Hände wrangen weiter den schwarzen Stoff. »Du hast genau wie ich gesehen, was er getan hat, und du versuchst immer noch, ihn in Schutz zu nehmen.« Vielleicht gerade, weil sie recht hatte, wollte André nicht darüber reden. Er würde mit Abudun sprechen müssen, bald, aber nicht jetzt und nicht hier, und nicht mit ihr über ihn. Vergeblich zerbrach er sich den Kopf darüber, was er nun sagen sollte, blickte dann wieder auf ihre Hände hinab und runzelte die Stirn. »Was hast du da?« Corinna hob eine Hand und sah sie mit einem Ausdruck an, als stelle sie sich dieselbe Frage, zuckte dann mit den Achseln und hielt sie ihm entgegen. »Das ... das habe ich in der Zelle gefunden,« sagte sie. »Ich weiß nicht, was es ist.« Sie hob abermals die Schultern und machte Anstalten, ihr Fundstück einfach wegzuwerfen, doch André griff rasch nach ihrem Handgelenk und hielt es fest. Auf Corinnas ausgestreckter Handfläche lag ein schwarzer Stofffetzen, nicht einmal halb so groß wie ein Taschentuch und offensichtlich grob aus einem größeren Stück herausgerissen. André nahm ihn mit spitzen Fingern, betrachtete ihn von allen Seiten und rieb das Tuch schließlich prüfend zwischen Daumen und Zeigefinger. Es fühlte sich genauso an, wie er erwartet hatte, und ein eisiger Schauer ran über seinen Rücken. »Was hast du?« fragte Corinna. »Das ist ... nichts.« Doch er hörte selbst, wie wenig überzeugend er klang. Corinna sah ihn misstrauisch an und streckte dann die Hand aus, als würde sie ihm das Tuch wieder wegnehmen, aber das ließ er nicht zu. »Es sieht aus wie der Mantel, den dein Freund trägt,« stellte sie fest. Es sah nicht nur so aus. Es war der gleiche Stoff, vielleicht nicht auf demselben Webstuhl gefertigt, wohl aber im gleichen Teil der Welt, und André war sich darüber im Klaren, wie lächerlich es gewesen wäre, diese Tatsache zu leugnen. Er versuchte es trotzdem. »Sicherlich nichts als ein Zufall.« »Ich habe es in der Zelle gefunden,« sagte Corinna nachdenklich. Ganz allmählich erlosch der Ausdruck von Schrecken auf ihrem Gesicht und machte Wachsamkeit Platz, die André so sehr traf, als gelte sie ihm. Und vielleicht tat sie das ja tatsächlich. »Es lag auf dem Boden. Im Stroh.« »Das hat nichts zu bedeuten,«, sagte André vielleicht eine Spur grober, als er beabsichtigt hatte, und ganz gewiss nicht auf eine Art, die Corinnas Argwohn zerstreuen würde. Rasch steckte er den Fetzen ein und war froh, in diesem Moment das Geräusch der Tür hinter sich zu hören. Schwester Innozenz trat ins Freie, mit erstaunlichem Erfolg bemüht, ihn nicht zur Kenntnis zu nehmen. Corinna dagegen bedachte sie mit einem vorwurfsvollen Blick, ging wortlos an ihnen beiden vorüber und steuerte die kurze Treppe auf der anderen Seite des Hofes an. Ihr folgte der Dottore, der sich genau andersherum verhielt, als hätten sie es vorher abgesprochen. Er ignorierte Corinna, warf André einen Blick zu, der ihm Anlass zur Sorge gegeben hätte, ihres galt sie einen Meter größer und bewaffnet gewesen. Auch er sagte nichts, ging aber nicht hinter der barmherzigen Schwester her, sondern zog die Tür noch weiter auf, da ihm der große Bursche folgte, der den Leichnam seines Kameraden auf den Armen trug. Er bangte sichtlich unter seinem Gewicht, was André endgültig bewies, dass er zwar ob seiner Größe beeindruckend kräftig wirkte, ist aber nicht wahr. Rasch trat er hinzu und nahm ihm den Toten ab. »Was habt ihr vor?« fragte Skalzi scharf. »Das Mindeste, was ich tun kann,« antwortete André. »Ich helfe euch.« Er wandte sich an Claudio. »Wohin?« Der Mann streifte Dr. Skalzi mit einem scheuen, infragenden Blick und reagierte erst, als dieser nach einem Moment des Zögerns nickte. Wortlos und in weit größerem Abstand als notwendig gewesen wäre, ging er an André vorbei, um das Tor einer niedrigen Remise zu öffnen, die ein Gutteil der linken Hofseite einnahm. André folgte ihm ebenso schweigend und steuerte den niedrigen Leiterwagen an, der hinter dem Tor zum Vorschein kam. Er lud den Leichnam auf dem Wagen ab und verbarg ihn unter einer der schmutzigen Decken, die darauf lagen. Dann wartete er, bis der Mann die Tür wieder geschlossen und sich so schnell entfernt hatte, dass es seiner Flucht gleich kam. »Es tut mir wirklich leid,« sagte er wieder an Skalzi gewandt, »und meinem Freund auch. Ich bin sicher, dass er das nicht beabsichtigt hatte.« Aber stimmte das auch? »Niemand wird etwas davon erfahren,« antwortete Skalzi kühl. Er war direkt neben Corinna stehen geblieben und brachte das Kunststück fertig André an und gleichzeitig durch ihn hindurch zu säen. »Macht euch keine Sorgen.« »Das tue ich nicht,« erwiderte André und schluckte mit Mühe die Erwiderung hinunter, die ihm noch auf der Zunge lag. Skalzis Verhalten irritierte ihn. Der Mann war schockiert und entsetzt über das, was er gerade hatte mit ansehen müssen, aber dennoch reagierte er merkwürdig. Auch jetzt hob er nur die Schultern und wartete offenbar darauf, dass André endlich ging. Aber das konnte er nicht. Nicht jetzt, wo er wusste, was Corinna in der Zelle gefunden hatte. Mit einer Kopfbewegung auf die geschlossene Scheunentür hinter sich fragte er. »War er ein Patient?« »Ja,« antwortete Skalzi und hob abwehrend die Hände. »Oder vielleicht sollte ich sagen, ein Schutzbefohlener, eine weitere Seele, die mir anvertraut wurde und die ich nicht beschützen konnte.« André fragte sich, ob Skalzi wirklich so empfand oder ob er es vielleicht nur sagte, um ihn zu treffen. Wenn ja, hatte er Erfolg. »Macht euch keine Vorwürfe«, fuhr Skalzi fort. »Er war ein schlechter Mensch, immer auf Streit aus und meistens betrunken. Niemand wird Fragen stellen und niemand wird ihn vermissen.« »Er hatte keine Familie?«, vergewisserte sich André. »Das weiß ich nicht. Jedenfalls hat er niemals eine erwähnt und nie hat jemand nach ihm gefragt. Und selbst wenn, dann ist sie wahrscheinlich froh, dass er nicht zurückkommt.« »Und wohin bringt er ihn jetzt?«, wollte André wissen. »Auf die Insel«, erwiderte Skalzi. Wieder musste sich André beherrschen, um nichts Unhöfliches zu sagen. In einer Stadt, die aus nichts anderem als mehr als einhundert Inseln bestand, war das nicht die Antwort, die er hatte hören wollen. Trotzdem nickte er und sagte, so ruhig er konnte, »Dann werden wir euch helfen, das ist das Mindeste, was wir tun können.« »Was?«, fragte Skalzi. Er sah nicht begeistert aus. »Dafür Sorge zu tragen, dass er ein christliches Begräbnis bekommt«, erwiderte André. »Aber ihr«, begann Skalzi, doch André gab ihm keine Gelegenheit, den Satz zu Ende zu sprechen, sondern eilte durch die aufgebrochene Tür hinaus, um nach Abodun zu suchen. Der Nubier hatte sich bereits ein gutes Stück entfernt und ging jetzt in eher gemächlichem Tempo weiter. André musste zwei- oder dreimal mit zunehmender Lautstärke seinen Namen rufen, bevor der Nubier stehen blieb und sich missmutig zu ihm umdrehte. In unmittelbarer Nähe von Skalzis Turmruine waren keine weiteren Gebäude so, als hielten die Menschen einen instinktiven Abstand zu dem Schrecken ein, der hinter den uralten Mauern lauerte. Doch jetzt, als sie sich den ersten Behausungen näherten, klang ihm die Warnung im Ohr, dass Fremde hier nicht gern gesehen waren. Obwohl niemand in Sichtweite war, meinte André, die misstrauischen Blicke, mit denen sie beobachtet und eingeschätzt wurden, fast körperlich spüren zu können. Und zweifellos wurde jedes Wort, das sie ihr Sprachen belauscht. »Verdammt, warte«, sagte er schwer atmend, als er Abudun endlich eingeholt hatte. »Oh, verzeiht«, sagte Abudun böse. »Ich habe ganz vergessen, dass es ja bald Nacht ist. Ich wollte euch nicht zumuten, allein bei Dunkelheit nach Hause zu gehen, Sahib.« Er neigte demütig den Kopf. »Mein Fehler.« André ignorierte den höhnischen Ton, sah ihn nur ärgerlich an und zog dann den Stofffetzen aus der Tasche, den Corinna ihm gegeben hatte. Abudun betrachtete ihn ungefähr so begeistert, als hielte er eine hässliche Spinne auf der Handfläche und nicht nur ein Stück schwarzes Tuch, wartete sichtlich auf ein Wort der Erklärung und fragte schließlich. »Und?« »Das lag in der Zelle, in der es den Toten gegeben hat«, antwortete André. Zu stur, um sich eine Regung anmerken zu lassen, betrachtete Abudun das Tuch weiter, streckte schließlich mit allen Anzeichen von Widerwillen die Hand aus und nahm es mit so spitzen Fingern auf, als handle es sich um etwas ganz besonders unappetitliches. Aber schließlich hatte er wohl selbst genug von seinen eigenen Albernheiten, drehte es ein paar Mal hin und her und roch schließlich daran. »Blut«, sagte er. »Und nicht wenig«, bestätigte André. »Es ist nur ein paar Stunden alt«, fügte der Nubier hinzu. Sein Interesse war geweckt, ganz egal, wie sehr er auch immer noch versuchte, sich das nicht anmerken zu lassen. »Das habt ihr in der Zelle neben der deines Sohnes gefunden?« »Skalzis Unfall«, sagte André. »Ja.« »Der gute Doktor ist uns eine Erklärung schuldig«, sagte Abudun. Er roch noch einmal an dem Stoff, schloss dann so fest die Hand darum, als versuche er, ihn zu zerdrücken, und fuhr dann auf dem Absatz herum, wie um augenblicklich loszustürmen und seine Ankündigung vermutlich unter Zuhilfenahme seiner Fäuste augenblicklich in die Tat umzusetzen. Doch André hielt ihn mit einer raschen Bewegung zurück. »Warte«, sagte er. Abudun riss sich brüst los, blieb aber gehorsam stehen und sah nur stumm auf ihn hinab. »Verrätst du mir, was du jetzt vorhast?«, fragte André. Abudun schwenkte den schwarzen Pfützen. »Den guten Doktor fragen, wo der Rest davon ist.« »Ja. Und ich kann mir auch ungefähr vorstellen, wie die Befragung aussehen wird«, antwortete André kopfschüttelnd. »Komm mit, aber überlass das Reden mir. Hast du das verstanden?« »Bitte vergebt eurem unwürdigen Diener, Sahib«, sagte Abudun eisig, »aber vielleicht ist es doch besser, wenn ihr nicht nur das Reden übernehmt, sondern auch alles andere. Nicht, dass ich am Ende noch etwas Dummes tue.« Und damit machte er auf dem Absatz kehrt und stürmte davon. Die Tage waren nun kurz, und der Himmel hatte schon einen größeren Anteil an Grau als an irgendeiner anderen Farbe. Auf dem Wasser wehte ein eisiger Wind, und selbst André konnte die schweren Ruder mittlerweile nur mit Anstrengung bewegen. Sein Atem bildete Dampf vor seinem Gesicht, und spätestens, wenn die Sonne ganz untergegangen war, würde die feuchte Kälte ihnen in die Kleider kriechen, sodass er sich Sorgen um Corinnas Gesundheit zu machen begann, deren dünner Mantel ihr allenfalls Schutz vor neugierigen Blicken bot. Er hätte auf sich selbst hören und sie nicht mitnehmen sollen, dachte er. Oder noch besser, auf Abudun. Dann wäre er jetzt gar nicht erst in dieser verfluchten Stadt. Während er mit Abudun geredet hatte, hatte sich der Dottore einfach mit seinem verbliebenen Helfer und dem Leichnam aus dem Staub gemacht. Misstrauisch geworden, hatte André die Verfolgung aufgenommen und sich mächtig in die Riemen legen müssen, um Skyt sie nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Das war ihm auch bis eben noch gelungen. Doch nun hatten sie den Dottore an der Küste der kleinen Insel verloren, die dieser vermutlich anlief. Die Friedhofsinsel. Dort drüben! Corinna hob die Hand unter dem Mantel hervor und deutete auf ein lang gestrecktes Gebäude am Ufer, vielleicht noch zwei oder dreihundert Meter entfernt, dessen Umrisse von der hereinbrechenden Dämmerung bereits aufgelöst wurden. Man konnte dennoch erkennen, wie beeindruckend und groß es war. Nach Andrés Dafürhalten schien es nicht wirklich in diesen Teil der Welt zu passen, sondern erinnerte ihn eher an einen alten griechischen Tempel oder eine der monumentalen Bauten, wie er sie aus Aboduns Heimat kannte. Aber es war ein festes Gebäude auf festem Grund, und diese beiden Eigenschaften waren es, die ihn zurzeit am meisten interessierten. Dennoch griff er noch beherzter in die Riemen, um das letzte Stück möglichst rasch zurückzulegen, und korrigierte den Kurs des kleinen Bootes. Ihm schien, als würde es mit jedem Augenblick kälter, und auch die Dünung hatte in den letzten Minuten spürbar zugenommen, was der Tatsache geschuldet war, dass die Flut eingesetzt hatte und die Friedhofsinsel im Gegensatz zu den meisten anderen tatsächlich eine Insel war und ein gutes Stück weit draußen in der Lagune lag. Noch nicht wirklich im offenen Meer, aber dennoch zu weit draußen, als dass es ihm angeraten schien, sich mit einer solchen Nussschale von Boot dorthin zu wagen. Außerdem war ihm gerade wieder eingefallen, wie sehr er Schiffe verabscheute. Wieder irrte sein Blick nach Westen und damit zu der schmalen Landzunge, hinter der Skalcis Boot verschwunden war. Er versuchte sich einzureden, dass Skalzi und sein schlichter Begleiter ihn unmöglich gesehen haben konnten. Das Boot, mit dem der dort Tore aufgebrochen war, war schon seit einer ganzen Weile nicht mehr zu sehen, und er hatte auch vorher einen Abstand eingehalten, indem selbst seine scharfen Augen das Boot nur noch als winzigen, dunklen Punkt ausmachten, der auf den schmutzigen, trüben Wellen höpfte. Dennoch blieb er nervös. Wenn Skalzi bemerkte, dass er verfolgt wurde, konnte er genauso gut kehrt machen und in ihre Nobelherberge zurückgehen, um sich Abuduns schadenfrohe Kommentare anzuhören. Er sprang auf den schmalen Kiesstrand hinab, doch bevor das Boot knirschend darauf zum Stillstand gekommen war. Mit kraftvollen Bewegungen zog er es noch ein weiteres Stück auf den Strand hinauf. Das fehlte ihm noch, dass das Boot abtrieb und er womöglich bis zum Morgengrauen auf einer Insel festsaß, die in Wahrheit nichts anderes als ein einziger großer Friedhof war, und streckte erst dann die Hand aus, um Corinna von Bord zu helfen. Wie üblich ignorierte sie seine angebotene Hilfe und trat mit einem weit ausgreifenden Schritt auf den Kiesstrand hinab, der dennoch genauso elegant aussah wie fast alles, was sie tat. Sie sah sich mit demonstrativer Missbilligung um. »In spätestens einer Stunde geht die Sonne unter, Signor Delany«, sagte sie, »wenn ihr eine Führung zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt wünscht, warum dann nicht bei Tage und noch dazu ausgerechnet heute?« Sehenswürdigkeiten. André sah sich ebenso um wie sie und mit kaum weniger zur Schau gestellter Missbilligung. Was er sah, war ein ganz normaler Strand, der von niedrigen Bäumen und einer Mauer aus verwilderten Büschen gesäumt wurde. Wäre das große Gebäude nicht gewesen, das ihn aus der Nähe betrachtet mehr denn je an einen tausend Jahre alten griechischen Tempel und nicht an eine Kirche erinnerte, hätte diese Insel genauso gut in einem Teil der Welt liegen können, den noch keines Menschen Fuß zuvor betreten hatte. André meinte, die Verlassenheit dieses Ortes beinahe mit Händen greifen zu können. Er war auf unzähligen Friedhöfen gewesen und hielt sie für eine gute Einrichtung, boten sie den Toten trauern und ihrer in gebührender Umgebung gedenken konnten. Aber mit dieser Insel hier verhielt es sich etwas anders. Die Idee, eine ganze Insel diesem Brauch zu widmen, war ebenso praktikabel wie schlicht, genauso wie er es von den Verwaltern einer Stadt wie Venedig erwartet hatte, aber es gelang ihm einfach nicht, die Eleganz dieser Lösung auch zu würdigen. Eine ganze Insel den Toten zu überlassen, erschien ihm unangemessen. Willst du hier auf mich warten oder lieber dort drinnen? Er deutete auf das mit Säulen geschmückte Gebäude in 20 Schritt Entfernung. Dort ist es wärmer. Du willst eine hilflose junge Frau ganz allein nachts auf einem Friedhof zurücklassen? In einer Kirche und am Rand eines Friedhofs, verbesserte er Corinna. Hilflos? Und erzähl mir jetzt nicht, du hättest Angst allein und bei Dunkelheit. Und wenn es so wäre? Würde ich sagen, dass ihr mich beschwindelt, Signorina, antwortete André, lächelte flüchtig und bemühte sich gleich darauf, um so ernster zu klingen. Ich möchte, dass du auf mich wartest. Ich dachte, das hätten wir geklärt, bevor wir losgefahren sind, um dem Dottore ein bisschen auf die Finger zu schauen, hm? Um genau zu sein, hast du es vorgeschlagen und ich habe gar nichts dazu gesagt, antwortete Corinna, was übrigens voll und ganz den Tatsachen entsprach. Er hatte sehr deutlich gemacht, dass er überhaupt nur unter dieser Bedingung damit einverstanden war, dass sie ihn begleitete und sie hatte natürlich nicht darauf reagiert, was, wie er mittlerweile wusste, nichts anderes hieß, als dass sie nicht einmal im Traum daran dachte, dazu gesagt, antwortete Corinna, was übrigens voll und ganz den Tatsachen entsprach. Er hatte sehr deutlich gemacht, dass er überhaupt nur unter dieser Bedingung damit einverstanden war, dass sie ihn begleitete und sie hatte natürlich nicht darauf reagiert, was, wie er mittlerweile wusste, nichts anderes hieß, als dass sie nicht einmal im Traum daran dachte, ihm zu gehorchen. Ich werde nicht mit dir darüber diskutieren, sagte er, wohl wissend, dass er bereits verloren hatte. Dann ist es ja gut, erwiderte Corinna lächelnd. Gehen wir. Du brauchst meine Hilfe und das weißt du genauso gut wie ich. Ohne mich findest du den guten Dottore nie. Diese Insel ist ziemlich groß. Also gut, seufzte André. Dann sag mir, wohin wir gehen. Dorthin. Corinna lächelte spöttisch und nickte in die Richtung, in die sie ohnehin unterwegs waren. Ich spiele gerne weiter das kleine Dummchen für dich, wenn das dem tapferen Recken schmeichelt, und vielleicht bin ich es sogar, wer weiß. Aber so dumm bin ich nun auch wieder nicht. Ich weiß, wie schnell du laufen kannst. Nein, sagte André, weißt du nicht. Ein Grund mehr, mein kleines Geheimnis für mich zu behalten, ehe du mich wieder schnöde im Stich lässt. Corinna hakte sich bei ihm unter. Warum sagst du mir nicht, was dein Geheimnis ist, André? Vertraust du mir nicht? Warum sagt ihr mir nicht, wer ihr wirklich seid, Contessa? fragte André. Contessa? Corinna seufzte. Ach ja, der gute Dottor, dann. Ich frage mich wirklich, warum wir ihm auf diese Insel nachfahren müssen. André zögerte. Es gab einen Grund, der schwerer wog als alles andere. Er traute dem Mann nicht, der seinen Sohn in Gewahrsam genommen hatte. Weil ich auch wissen will, wer der Dottor wirklich ist, sagte er laut. Erst dann kann ich unsere weiteren Schritte entscheiden. Er winkte ab, als Corinna etwas dazu sagen wollte. Aber jetzt erst einmal zu euch, Contessa. Welch edlem Geschlecht entstand ihr? Corinna lachte leise. Manchmal wünschte ich mir, ich entstammte wirklich einem edlen Geschlecht. Dann müsste ich mir mein Geld nicht so mühsam verdienen, aber wahrscheinlich würde es auch nicht so viel Spaß machen. Apropos, sie legte den Kopf in den Nacken, um zu ihm hochzusehen. Dir ist doch hoffentlich klar, dass du mir etwas schuldig bist. Ach, bin ich das? Ich gehe mit dir nachts auf einem Friedhof spazieren und helfe dir, einen der wenigen Männer zu bespitzeln, die mir wirklich vertrauen. Und ich weiß nicht einmal genau, warum. Statt in der Stadt zu sein und eine Menge Geld zu verdienen, gerade heute. Das sagte sie jetzt zum zweiten Mal. Und nun erinnerte er sich, dass auch Schwester Innozenz vorhin eine ganz ähnliche Bemerkung gemacht hatte. Was ist denn heute so Besonderes? fragte er. Heute ist der schmutzige Donnerstag, antwortete Corinna. André überlegte kurz und schüttelte dann den Kopf. Heute ist nicht Donnerstag. Ich weiß, man nennt ihn auch nur so, Corinna kicherte. Und die Betonung liegt auch nicht auf Donnerstag, wenn du verstehst. Ich fürchte, seufzte André. Jedenfalls beginnt morgen der Karnevale, fuhr Corinna fort. Sie hatten die niedrige Böschung erklommen, und Corinna steuerte eine Lücke in der sonst nahezu undurchdringlichen Mauer aus dornigem Gebüsch und blattlosen Bäumen an, und das eindeutig zu zielsicher, um weiter behaupten zu können, sie wäre noch nie oder auch nur selten hier gewesen. Heute und in den nächsten drei Tagen kann ein fleißiges Mädchen wie ich mehr Geld verdienen als den ganzen Rest des Jahres. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie du meine Schadenersatzansprüche befriedigen willst? Naja, irgendetwas wird mir schon einfallen, versprach André. Wohin? Corinna folgte seinem Gedankensprung sofort. Sie blieb stehen, ließ seinen Arm los und sah sich scheinbar unschlüssig um. Schließlich deutete sie erneut nach vorn. André verlängerte den Kurs in Gedanken, der zu einem Punkt führte, den er auch ohne ihre Anweisung angesteuert hätte, der anderen Seite der Landzunge, hinter der Skalzi's Boot verschwunden war. Er vermutete, dass es dort einen kleinen Hafen gab und sah seine Annahme auch wenige Minuten später bestätigt. Nur, dass der Hafen alles andere als klein war und das Boot, mit dem Skalzi und sein Begleiter gekommen waren, das mit Abstand kleinste, das hier vor Anker lag. Allerdings war weder von seinen Passagieren etwas zu sehen, noch sah oder spürte André irgendein anderes menschliches Leben. Eine Anzahl bescheidener Gebäude flankierte den kleinen Hafen, den die Natur in den Strand gegraben hatte, aber in keinem einzigen brannte Licht. Vielleicht solltest du wirklich hier warten, sagte André. Etwas an dieser vermeintlich so friedvollen Szenerie gefiel ihm nicht. Er spürte eine Bedrohung, die er aber weder orten noch greifen konnte. Ja, vielleicht, sagte Corinna. André wartete darauf, dass sie weitersprach, aber das tat sie nicht, sondern sah ihn nur lächelnd und herausfordernd an, und André gab endgültig auf. Letzten Endes war es ihre Entscheidung und ihr Leben. Ja, wohin? fragte er abermals. Das weiß ich nicht, antwortete Corinna. Er starrte sie unglaublich an und wollte gerade auffahren, als sie fortfuhr. Aber ich nehme an, dass er den armen Burschen irgendwo auf dem Armenfriedhof beisetzen wird. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der für sein Begräbnis zahlt. So weit war André auch schon gekommen. Er nickte ein wenig unwillig. Und wo finde ich den? Indem ihr mir einfach folgt, Signor Delany, feigste Corinna. André seufzte tief und tat, was sie von ihm verlangte. Welche andere Wahl hatte er schon? Die Friedhofsinsel war tatsächlich sehr groß, vielleicht nicht wirklich so riesig, wie Corinna behauptet hatte, aber auch entschieden zu groß, um einfach auf gut Glück loszustürmen. Also gut, aber ich meine es ernst, Corinna. Mir wäre wohler, wenn du hier auf mich warten würdest. Ich weiß, antwortete Corinna und lächelte nur. André gab auf. Aber du bleibst an meiner Seite und ich tue genau, was du verlangst, fiel ihm Corinna ans Wort. Ich verspreche es bei allem, was mir heilig ist. André war nicht sicher, ob es überhaupt etwas gab, was Corinna heilig war, winkte sie aber nur näher heran. Corinna schien wohl zu begreifen, dass sie alles erreicht hatte, was sie in diesem Augenblick erreichen konnte, und machte eine knappe Kopfbewegung nach links. André hatte das Gefühl ziemlich willkürlich. Selbst Corinna schien trotz ihrer aufgesetzten Fröhlichkeit, die Ablehnung zu spüren, die dieser Ort allem entgegenbrachte, was lebte und atmete. Sie alberte zwar noch eine Weile herum, wurde aber immer leiser und einsilbiger, und auf dem letzten Stück sagte sie schließlich gar nichts mehr und antwortete nur noch auf direkte Fragen. Obwohl der Weg, wie ihm hinterher klar wurde, nicht einmal besonders weit war, kam er ihm doch endlos vor. Vielleicht war die Friedhofsinsel, genau wie St. Erasmo ganz und gar nicht seinen Erwartungen entsprach. Es war kein einheitlicher großer Gottesacker, sondern eine Ansammlung der unterschiedlichsten Friedhöfe verschiedenster Religionen, die sich um ebenso unterschiedliche Kapellen, Synagogen und Tempel gruppierten, voneinander getrennt durch schmale Alleen oder Büsche oder auch nahtlos ineinander übergehend, eine unheimliche Landschaft aus Kreuzen und Grabsteinen, kleinen Mausoleen oder schlichten Gräbern, die allenfalls mit schmucklosen Holztafeln gekennzeichnet waren, wenn überhaupt. Zumindest seinem Gefühl nach mussten sie das kleine Eiland einmal zur Gänze durchquert haben, als Corinna endlich langsamer wurde und dann auf eine kleine Kapelle nur noch ein Stück vor ihnen deutete, die in der immer rascher verblassenen Dämmerung etwas sonderbar Abweisendes hatte, als verlöre sie mit dem schwächer werdenden Licht des Tages ihre Bestimmung. »Hier beginnt der armen Friedhof«, flüsterte sie, doch die Dunkelheit gab ihren Worten zusätzliches Gewicht, sodass sie ihre Angst hörte, so als fürchte sie etwas, das zwischen den Gräbern lauern mochte. »Ich nehme an, dass wir den Dottore hier finden.« Das musste sie nicht annehmen. Gleich neben der verfallenen Kapelle stand ein zweirädriger Karren, den er vor einer Stunde schon einmal gesehen hatte, in dem kleinen Schuppen in Skalcis Spital. Und da waren Geräusche, sehr leise, aber für sein feines Gehör dennoch wahrnehmbar. Statt auf den Leiterwagen deutete er jedoch auf die Kapelle. »Er ist jemand!« Corinnas zweifelnder Blick flog zwischen dem kleinen Gebäude und ihm hin und her. Sie wollte etwas sagen, doch André ging bereits weiter und legte wie zufällig die Hand auf den Schwertgriff, was sie auf der Stelle zum Schweigen brachte. Auch aus der Nähe betrachtet bot die Kapelle einen Anblick des Verfalls. Wie er erwartet hatte, gab es nur zwei schmale, vergitterte Fenster. Die Tür hing zwar ein wenig schief in den Angeln, sah aber dennoch äußerst stabil aus. Mit einiger Mühe zog er sie auf, spähte in den dunklen Raum dahinter, und er blickte genau das, was er erwartet hatte, nämlich eine Menge Staub und sonst nichts. »Und«, spöttelte Corinna hinter ihm, »irgendwelche versteckte Unholde, gegen die ihr mich verteidigen müssen, mein tapferer Recke.« »Nein, aber es ist ...« »Interessant«, antwortete André. »Sie selbst.« Gehorsam, aber misstrauisch trat sie neben ihn und versuchte, das staubige Zwielicht mit Blicken zu durchdringen. »Da ... da ist niemand.« »Doch«, antwortete André, legte ihr die Hand auf die Schulter und schob sie durch die Tür. »Du!« Und noch bevor sie begriff, trat er einen Schritt zurück, zog die Tür zu und verkantete sie mit einem entschlossenen Ruck. »Hey«, drang Corinnas protestierender Ausruf durch das Morscheholz. »Was fällt dir ein?« André wartete, bis sie etliche Male vergebens an der morschen Klinke gerüttelt und ihn dadurch überzeugt hatte, dass sie auch wirklich gut verwahrt war. Dann antwortete er, »Macht es euch bequem, Signorina, und keine Angst, ich hole euch auf dem Rückweg wieder ab.« »Das ... das wagst du nicht«, giftete Corinna. »Ich warne dich, André Delany. Du machst sofort die Tür auf, oder ich schwöre dir, dass ich ... dass ich ...« André hörte vorsichtshalber nicht mehr hin, um zu erfahren, was für ein schlimmes Schicksal sie ihm zugedacht hatte. Er würde es früh genug herausfinden, sondern wandte sich rasch ab und ging. Die Geräusche, die er gerade schon einmal gehört hatte, wiesen ihm zuverlässig den Weg. Dennoch bewegte er sich nur einige Schritte weit, bevor er abermals stehen blieb und mit der Dunkelheit verschmolz. Vor ihm bewegten sich Schatten, aber es waren zu viele, drei, wenn nicht mehr, die offensichtlich damit beschäftigt waren, in dem hartgefrorenen Boden ein flaches Grab auszuheben. Sie schienen noch nichts von seiner Anwesenheit bemerkt zu haben, was ihm immerhin bewies, dass Abudun nicht bei ihnen war, was er insgeheim befürchtet hatte. Auf die vielleicht zwanzig Schritte, die sie noch voneinander trennten, hätte der Nubier nicht nur seinen Atem, sondern selbst seinen Herzschlag gehört. Je länger er hinsah, desto weniger Sinn schien das zu ergeben, was er erblickte. Es waren tatsächlich drei Gestalten, obwohl er ganz sicher war, nur Skalzi und seinen tumpen Begleiter in dem kleinen Boot gesehen zu haben, von denen zwei mit Graben beschäftigt waren, während die dritte einfach dastand und die Arbeit der anderen zu überwachen schien, vielleicht auch Anweisungen gab. Aber wozu? André warf noch einen raschen Blick über die Schulter, nur um sicherzugehen, dass Corinna ihm nicht doch nachgekommen war. Dann richtete er sich auf, schlug den Mantel zurück und überwand das letzte Stück mit wenigen schnellen Schritten. Nebenbei bemerkte er, dass die Männer kein neues Grab aushoben, sondern eine Grabstelle öffneten, die offensichtlich erst vor kurzer Zeit angelegt worden war. Eigentlich ein perfektes Versteck, um einen Leichnam loszuwerden, ohne dass irgendjemand Fragen stellte. »Guten Abend, die Herren«, sagte er ruhig, »darf ich fragen, was hier vor sich geht?« Hätte sich der Tote in diesem Moment aufgerichtet, um aus eigener Kraft in das geschändete Grab hinabzuklettern, hätte der Schrecken auch nicht größer sein können. Einer der Burschen fuhr mit einem keuchenden Schrei herum und erstarrte zur sprichwörtlichen Salzsäule, um ihn aus aufgerissenen Augen anzuglotzen. André registrierte wenig überrascht, dass es Claudio war, aber um diesen Burschen würde er sich später kümmern. Jetzt galt seine ganze Aufmerksamkeit erst einmal dem dritten Mann, der auf der anderen Seite des flachen Grabes stand und ihn ansah. Falls es ein Mann war oder überhaupt ein Mensch. Weder des einen noch des anderen konnte er vollkommen sicher sein. Dazu war seine Ausstrahlung zu seltsam. »Aber was tut ihr?« André erkannte im allerersten Moment nicht einmal Skalcis Stimme, geschweige denn sein Gesicht, das vor Schmutz starrte. Sein Atem ging pfeifend und André konnte hören, wie schnell und mühsam sein Herz schlug. Erst danach sah er die kurzstädige Hacke, mit der der alte Mann versucht hatte, dem vom Frost erneut steinharten Boden zu Leibe zu rücken. »Was tut ihr hier, Signor Delany?« fragte Skalci noch einmal und mit noch immer zitternder, jetzt aber schon wieder fester Stimme. Sein Zorn war nicht gespielt. »Spioniert ihr uns nach?« Statt zu antworten, versuchte André die dritte Gestalt auf der anderen Seite des Grabes mit Blicken zu fixieren, was ihm aber aus irgendeinem Grund nicht gelang. Die Dunkelheit und der verblassene Tag lieferten sich ein lautloses Ringen, das farbenverwischte, Umrisse auflöste, sodass er, obschon sie nicht mehr als ein Dutzend Schritte entfernt stand, nur eine ungefähre Gestalt erkannte, eine seltsam flatternde Silhouette von annähernd seiner eigenen Größe, die einen breitkrempigen Hut trug, wie er schon seit einem guten Jahrhundert aus der Mode gekommen war. Das Gesicht darunter sah merkwürdig verzerrt, verschwommen aus, aber es gelang André einfach nicht zu sagen, was ihn davon abhielt, es zu erkennen. »Was geht hier vor?« fragte er scharf. »Was tut ihr hier?« Die unheimliche Gestalt rührte sich nicht, sondern starrte ihn nur an, aber für den unfreiwilligen Totengräber waren seine Worte offensichtlich das Signal endlich aus seiner Starre zu erwachen. Er ließ die Schaufel fallen und stürmte los, direkt auf ihn zu. André trat fast gelassen einen halben Schritt zur Seite und empfing ihn mit einem Schlag mit dem Handrücken, der ihn einen halben Salto vollführen und dann auf dem Rücken wieder in das geschändete Grab zurückschlittern ließ. Der Schlag war so hart gewesen, dass seine Hand summte. Er fragte sich, ob er den Kiefer des Mannes gebrochen hatte, sah aber nicht einmal hin, sondern ließ den unheimlichen Fremden nicht für eine Sekunde aus den Augen. Seine Umrisse wogten und zitterten weiter, was an seinem obsonderlichen Kleid lag, das aus einem hauchdünnen Seidenstoff zu bestehen schien, der in einem Wind flatterte, den es gar nicht gab. André ging noch näher und blieb schließlich am Rand des aufgebrochenen Armengrabs stehen. Durchdringender Verwesungsgestank schlug ihm entgegen und noch eine Spur von etwas anderem, Wildem. Etwas raschelte. Struppiges Fell rieb einander mit einem Geräusch, als wurde ein Draht über einen anderen gezogen, und er konnte die Blicke winziger, tückischer Augen mit fast körperlicher Intensität spüren. André versuchte angestrengt das Gesicht unter dem breitkrempigen Hut zu erkennen. »Wer seid ihr?« fragte er, als ob er das nicht längst wusste. Natürlich bekam er keine Antwort, doch die unheimliche Gestalt trat einen Schritt zurück. »Bleibt stehen«, sagte er drohend, »ir werdet mir ein paar Fragen beantworten.« »Senior Delany, was tut ihr hier?« ereiferte sich Skalzi. Mit einem Mut, den André sicherlich bewundert hätte, wäre er in der Verfassung gewesen, auch nur einen einzigen Gedanken daran zu verschwenden, vertrat er ihm den Weg und versuchte sogar, ihn an der Jacke zu ergreifen, doch André schob ihn einfach zur Seite. »Mehr Ruhe?« fragte er. Die Gestalt wich einen weiteren Schritt zurück. André spürte eine Bewegung hinter sich und fuhr er verärgert als wirklich erschrocken herum, darauf gefasst Claudio zu erblicken, der sich wieder hochgerappelt hatte, um seinem unheimlichen Herrn beizustehen, oder sogar Corinna, der es irgendwie doch gelungen war, sich aus ihrem improvisierten Gefängnis zu befreien. Stattdessen sah er sich einer ganz in schwarz gekleideten Gestalt gegenüber, die ihn mit ihrem kunstvoll gebundenen Turban ein gutes Stück überragte. »Abu!« Die Gestalt rammte ihm den Handbein mit solcher Gewalt vor die Brust, dass er den Boden unter den Füßen verlor und rücklings in das offene Grab geschleudert wurde. Wuchtig genug, um ihm vermutlich auch noch ein paar Rippen zu brechen, landete er auf dem bewusstlosen Claudio, blieb eine Sekunde lang reglos liegen und schnappte nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen. Als er endlich wieder Luft bekam, war in seinem Mund der Geschmack von Blut und jeder einzelne Atemzug wurde von einem heftigen Stechen in seiner Brust begleitet. Etwas Kleines mit scharfen Krallen huschte über sein Gesicht und floh mit einem erschrockenen Quieken, als er sich benommen auf die Ellbogen hochstemmte. Alles drehte sich um ihn. Der Schlag war nicht hart genug gewesen, um ihm das Bewusstsein zu rauben, aber er hatte ihm mindestens zwei oder drei Rippen gebrochen, die jetzt bei jedem Atemzug tief in sein Fleisch bissen. Er brauchte ein paar Augenblicke, in denen sich sein Körper regenerierte und die zerbrochenen Knochen wieder zusammenwachsen konnten, bevor sie sich noch tiefer in seine Brust bohrten, wenn er sich aufrappelte. André schüttelte den Kopf, um die Benommenheit loszuwerden, erreichte damit aber eher das Gegenteil. Das Blut rauschte in seinen Ohren und die riesige Gestalt verschwamm immer wieder vor seinen Augen. Trotz allem war er aber mehr verwirrt als zornig. Da Bescherze war er von Abudun gewohnt, auch solche, die anderen nachhaltig die Gesundheit oder gar das Leben gekostet hätten, aber dieser Hieb war ernst gemeint gewesen. André stemmte sich weiter hoch, spuckte Blut und biss die Zähne zusammen, um ein Stöhnen zu unterdrücken. »Verdammt, Pirat!« brachte er mühsam hervor. »Bist du verrückt geworden?« »Wie kam er überhaupt hierher?« Der riesige Schatten über ihm legte den Kopf auf die Seite, sah noch einen Atemzug lang schweigend auf ihn herab und verschwand dann mit einem einzigen Schritt rückwärts in der Dämmerung. Umständlich stemmte André sich weiter hoch, trat auf etwas Weiches, das auf eine widerwärtige Art unter seinem Gewicht nachgab und machte einen so hastigen Schritt zur Seite, dass er auf dem unsicheren Untergrund prompt ausglitt und den Arm ausstrecken musste, um nicht erneut zu stürzen. Hinter ihm kam Claudio stöhnend wieder zu sich und versuchte aufzustehen. André ließ seine üble Laune ohne die Spur eines schlechten Gewissens an ihm aus, indem er ihm, ohne auch nur hinzusehen, den Ellbogen gegen die Stirn rammte. Die Gestalt war gerade dabei, mit schnellen Schritten in der Dämmerung zu verschwinden, als André aus dem Grab herausstieg. Abudun schien wie vom Erdboden verschluckt. Erst nach einem Augenblick meinte André einen dunklen Schemen zu erkennen, der lautlos hinter dem Fremden her eilte, lief um das Grab herum und folgte den beiden Schatten mit schnellen Schritten. »Wenn ihr jetzt nicht stehen bleibt, dann...« Diesmal war er darauf vorbereitet, dass Abudun wie aus dem Nichts vor ihm auftauchte, um ihm den Weg zu vertreten. Umso erstaunter war er, dass er, als er blitzschnell zur Seite sprang, sich auch dort Abudun gegenüber sah, der lautlos wie ein Gespenst aus der Dunkelheit auftauchte. Seine Überraschung war so groß, dass er nicht einmal versuchte, einem neuerlichen Stoß mit dem Handbein auszuweichen, mit dem der schwarze Riese ihn diesmal zwar nicht ganz niederwarf, der ihn aber immerhin auf ein Knie sinken ließ und ihm abermals den Atem nahm. Mehr aus Überraschung als gelähmt von dem halbherzigen Schlag, blieb er einige Sekunden lang auf den Knien hocken, schüttelte schließlich die Benommenheit ab und richtete sich weit langsamer auf, als nötig gewesen wäre. Die beiden Gestalten, vor denen er stand, waren natürlich nicht Abudun in doppelter Ausführung, hätten aber auf den ersten Blick durchaus als seine Doppelgänger durchgehen können, abgesehen davon vielleicht, dass sie nicht ganz so groß waren wie er und nicht annähernd so massig. Dennoch waren beide hochgewachsen und trugen knöchellange schwarze Mäntel und gleichfarbene Turbane. Und auch ihre Gesichter, von denen allerdings nur ein schmaler Streifen über den Augen sichtbar war, waren von derselben nachtschwarzen Farbe wie das des Nubias. »Nefatili?« fragte André überrascht. »Khalili?« Weder die zuerst Angesprochene noch ihre Schwester antworteten, doch das mussten sie auch nicht. André hätte sie auch erkannt, wenn ihre Gesichter vollkommen verhüllt gewesen wären. Ein Klapper ließ ihn aufsehen. Er sah, wie die Gestalt mit einer sonderbar anmutigen Bewegung weiter in die verblassene Dämmerung zurückwich. »Warte!« rief er. »Das ist ein Missverständnis. Ich will nur mit dir reden. Mehr Ruhe!« André machte einen Schritt in ihre Richtung und sofort vertraten ihm die beiden nubischen Kriegerinnen in einer synchronen Bewegung den Weg, als wäre die eine tatsächlich nichts als das Spiegelbild der anderen. »Was soll das?« fragte André. »Erkennt ihr mich etwa nicht? Ich bin es!« Weder Khalili noch Nefatili antworteten, doch als André einen weiteren Schritt machte, zog die eine ihr Schwert und die andere schlug ihren Mantel zurück und legte die Hand auf den Griff des Krummsäbels, den sie darunter am Gürtel trug. Es war André unmöglich zu sagen, wer wer war. Die beiden Kriegerinnen ähnelten sich wie eineige Zwillinge und waren es vermutlich auch. Es war ihm noch nie gelungen, sie auseinanderzuhalten. Er war nicht einmal sicher, ob mir Ruhe es je gekonnt hatte. »Was soll das?« fragte er noch einmal. »Ich bin es, André, und ich will nur mit ihr reden. Das ist alles!« Als einzige Antwort zog auch die zweite Kriegerin ihr Schwert. Ganz instinktiv wollte André seine eigene Waffe ziehen, doch er besann sich anders. Dadurch wäre die Situation nur eskaliert. Der Umstand, nur zwei Frauen, noch dazu Sterblichen gegenüber zu stehen, verleitete ihnen keine Sekunde lang dazu, sie zu unterschätzen. Merua hatte die beiden Kriegerinnen nicht von ungefähr zu ihren Leibwächterinnen gemacht. Selbst für ihn stellten die Schwestern ernstzunehmende Gegnerinnen dar. Aber er war nicht hier, um mit ihnen zu kämpfen. »Also nur, falls ihr es vergessen haben solltet,« sagte er mit einem nervösen Lächeln. »Wir stehen eigentlich auf derselben Seite.« Er war nicht überrascht, dass er keine Antwort bekam. Damit hatte er gerechnet. Aber Merua war mittlerweile in der Dämmerung verschwunden, und auf dem hartgefrorenen Boden würden selbst seine scharfen Augen keine Spuren mehr finden. »Warum läuft sie weg?« fragte er besänftigend. »Ich bin es, André. Warum redet ihr nicht mit mir?« Er machte einen Schritt, und die beiden Nubierinnen griffen ihn an, wieder vollkommen synchron. Das Schwert der einen stieß nach seiner Kehle, während der Krummsäbel der anderen blitzartig nach unten auf sein Knie zielte. Doch André trat noch schneller und gerade weit genug zurück, um beide Hiebe ins Leere gehen zu lassen, schlug das nach seiner Kehle züngelnde Schwert aus der Hand seiner Besitzerin und fegte die andere mit einem Fußtritt von den Beinen. Eine zweite geschickte Bewegung ließ auch ihre Waffe davonschlittern. Dann sprang er zurück und hob abwehrend die Hände. »Hört auf!« rief er. »Ihr wisst, dass ihr mich nicht besiegen könnt!« Wenn sie es wussten, dann interessierte es sie wohl nicht. Die beiden Kriegerinnen verschwendeten keine Zeit damit, ihre Schwerter wieder aufzunehmen, sondern zogen stattdessen ihre Dolche und begannen ihn leicht geduckt und mit halb ausgebreiteten Armen zu umkreisen. André wusste, was nun kam. Schließlich hatte er den beiden selbst beigebracht, wie sie einen Gegner gemeinsam so attackieren konnten, dass ihm praktisch keine Chance blieb, sie abzuwehren. Wie es aussah, war er ein guter Lehrmeister gewesen. Es gelang ihm, dem Durchstoß der einen Kriegerin auszuweichen und ihr zugleich einen Schlag mit dem Handrücken zu versetzen, der sie benommen zurückstolpern ließ. Die Klinge der anderen aber zog eine brennende Linie aus purem Schmerz über seinen Unterarm, die für den Bruchteil eines Atemzuges abbrach und sich dann an seiner Flanke fortsetzte, wo die Schneide den Stoff seines Mantels ebenso mühelos teilte wie Haut und Fleisch darunter. André keuchte vor Schmerz, warf sich instinktiv zur Seite und bezahlte diesen Fehler mit einer weiteren klaffenden Schnittwunde in seinem Oberschenkel, die für ihn nicht wirklich bedrohlich war, aber höllisch wehtat und, was viel schlimmer war, ihn langsamer machte. Blut floss in Strömen über sein Bein, und der wütende Hieb, mit dem er der Kriegerin die Waffe aus der Hand zu schlagen versuchte, ging ins Leere. Wie zur Strafe traf ihn ein Fußtritt der anderen Kriegerin so hart in den Rücken, dass er hilflos nach vorn stolperte und um ein Haar in das schon wieder hochgerissene Messer seiner momentanen Gegnerin gestürzt wäre. Doch es gelang ihm gerade noch, der Klinge auszuweichen, indem er sie mit der bloßen Hand umschloss und zur Seite bog, wobei er sich einen bis auf den Knochen reichenden Schnitt zuzog. Er stug mit der Faust nach ihrem Kinn und verfehlte sie. Statt sie niederzuschlagen, streifte seine Faust nur die Schulter der Kriegerin, wirbelte sie aber trotzdem herum und ließ sie haltlos ein paar Schritte zurücktaumeln. André gab sich mit diesem kleinen Sieg zufrieden und fuhr auf dem Absatz herum, als ihn ein brutaler Fußtritt an der Schläfe traf. Schmerz explodierte hinter seiner Stirn. Benommen taumelte er zurück, machte eine rein automatische Abwehrbewegung und spürte, dass er etwas traf. Zumindest wurde er mit einem schmerzerfüllten Grunzen belohnt und der Tatsache, dass ihn in den nächsten zwei oder drei Sekunden kein Schlag mehr traf. Mit einer puren Willensanstrengung blendete er den Schmerz aus, registrierte eine Bewegung aus den Augenwinkeln und reagierte auch jetzt, ohne nachzudenken. Wieder spürte er einen grausamen Schmerz, als die Dolchklinge seinen Unterarm durchbohrte, aber André schwang den Arm mit solcher Gewalt zurück, dass die Waffe ihrer Besitzerin einfach aus den Fingern gerissen wurde. André nutzte den Sekundenbruchteil der Überraschung, die er in ihren Augen erkannte, indem er ihr mit der anderen Hand einen Hieb in den Leib versetzte. Verzweifelt schnappte sie nach Luft und fiel auf die Knie. André stolperte zurück und nahm ganz bewusst einen weiteren und noch härteren Drehtritt in den Leib in Kauf, der zwar fest genug war, ihm die Luft aus den Nungen zu treiben, ihm aber auch die Gelegenheit gab, die Angreiferin beim Fuß zu packen und diesen mit einem Ruck zu verdrehen. Die Kriegerin stieß einen überraschten, schrillen Schrei aus, drehte sich in der Luft einmal um ihre Achse und verstummte mit einem Keuchen, als sie mit vernichtender Wucht auf dem Boden aufschlug. Wäre dies ein normaler Kampf gewesen, hätte er diesen Augenblick, als er kurz Luft hatte, genutzt, um seine beiden Gegnerinnen zu töten und sich hinterher die Zeit genommen zu leiden und sich selbst zu bedauern. Aber dieser Kampf war kein gewöhnlicher Kampf. Und die beiden nubischen Kriegerinnen waren nicht seine Feinde. Statt es zu beenden, wich er rasch um einige weitere Schritte zurück, biss die Zähne zusammen und zog das Messer aus seinem Unterarm. Eine Woge von Übelkeit folgte, und als sich die klebrigen Schleier von seinen Augen hoben, stemmten sich die beiden Nubierinnen bereits wieder in die Höhe, auch jetzt in einer bizarr-synchronen Bewegung. »Hört jetzt auf!« stieß er atemlos hervor. Selbst das Sprechen fiel ihm schwer. Ein heftiges Schwindelgefühl plagte ihn, und der Schnitt in seinem Oberschenkel blutete zwar nicht mehr, tat aber noch immer so weh, dass er nicht wirklich gehen, sondern nur humpeln konnte. »Hört auf!« sagte er. »Bitte! Ich will euch nicht verletzen, aber... »Aber wenn ihr weitermacht, dann muss ich es!« Die beiden Kriegerinnen schienen weniger Hemmungen als er zu haben. André wusste, wie hart er sie getroffen hatte, aber dennoch begannen sie erneut, ihn zu umkreisen. Eine bewegte sich nicht ganz so geschmeidig wie die andere. André vermutete, dass er ihr die Schulter ausgerenkt hatte, wenn nicht gebrochen, aber das machte sie kaum weniger gefährlich. André war fünfmal so stark wie ein normaler Mensch und mindestens zehnmal so schnell, aber seine beiden Gegnerinnen waren keine gewöhnlichen Menschen, sterbliche zwar, deren Fleisch blutete, wenn man es schnitt, und deren Knochen brachen und nicht binnen weniger Augenblicke wieder zusammenwuchsen, aber sie waren die Besten der Besten. Kriegerinnen, die es ohne Mühe mit einem halben Dutzend Gegner aufgenommen hätten, gleich ob mit oder ohne Waffen, und die er selbst ausgebildet hatte. Er hatte keine Chance. Die beiden Kriegerinnen waren schneller als er, leichtfüßiger und entschlossener und vor allem skrupelloser, und sie kämpften, obwohl sie Sterbliche waren, als hätten sie nichts zu verlieren. Ihre Schläge und Tritte hagelten auf andere herab, trafen seine Oberschenkel, seine Knie und Hüftknochen und seinen Kopf. Finger stocherten nach seinen Augen und seiner Kehle, und Ellbogen und Handballen, die mit der dreifachen Wucht eines Fausttiebes trafen, hämmerten auf seine Muskeln ein und raubten ihm mit jedem Mal ein winziges bisschen mehr Kraft. Ihm blieb keine Wahl. André befreite sich mit einem einzigen, weit ausholenden Schlag aus dem doppelten Angriff, sprang ein gehöriges Stück zurück und riss das Schwert aus dem Gürtel. Die schlanke Klinge zuckte hoch und zur Seite, drehte sich im letzten Moment und traf die Kriegerin mit der flachen Seite und mit solcher Wucht, dass sie wie vom Blitz getroffen zusammenbrach und Blut aus ihrem Mund, ihrer Nase und den Ohren schoss. André wirbelte herum, hieb nach der zweiten Kriegerin und verfehlte sie, nutzte aber ihr instinktives Zurückweichen, um ihr einen Tritt gegen die Kniescheibe zu versetzen, der sie zu Boden sinken ließ. Noch bevor sie ganz stürzte, schlug André ihr den Schwertknauf mit solcher Wucht gegen die Stirn, dass sie halbbewusstlos nach hinten kippte. Damit waren auch seine Kräfte erschöpft. André taumelte zurück, sank auf die Knie und ließ das Schwert fallen. Er brauchte für einen Moment all seine Kraft, um nicht in einen Zustand völliger Erschöpfung zu versinken. Gegen einen Feind anzutreten, den man schonen wollte, war anstrengender als ein tödlich gemeinter Angriff. Und es war noch nicht vorbei. André beobachtete mit resigniertem Entsetzen, wie die beiden Nubierinnen schon wieder hochkamen. Beide hatten sichtbare Mühe und ihre Bewegungen hatten ihre Eleganz und Mühelosigkeit verloren. Sie wankten, aber in der Hand der einen blitzte schon wieder ein Messer, dessen Klinge rot war von seinem Blut. Müde griff André nach seinem Schwert, rammte die Spitze in den Boden und stemmte sich auf der Klinge in die Höhe. Er wollte es nicht, aber die beiden Kriegerinnen ließen ihm wohl keine andere Wahl, als sie zumindest hart genug zu treffen, um sie von einem weiteren Angriff auf ihn abzuhalten, der durchaus damit enden konnte, dass sie ihn in Stücke schnitten. Als hätten die beiden Nubierinnen seine Gedanken gelesen, ließen sie einander los und wichen wieder ein Stück weit auseinander, vermutlich, um ihn auch jetzt aus zwei unterschiedlichen Richtungen zugleich anzugreifen. André suchte nach festem Stand und dachte fieberhaft über eine Taktik nach, die ihn nicht zwang, sie allzu schwer zu verwunden. Wie sich zeigte, musste er es nicht. Die beiden Kriegerinnen täuschten einen gleichzeitigen Angriff vor, prallten dann jedoch mitten in der Bewegung zurück, um mit einer Behändigkeit in der Dämmerung zu verschwinden, die selbst André überraschte. Dann stand der eine Moment einfach nur da und glotzte, bevor er endlich mit einem Fluch aus seiner Starre erwachte, das Schwert in seine Umhüllung zurückrammte und hinter den flüchtenden Kriegerinnen herstürzte. Vielleicht ein Dutzend Schritte weit, dann verschmolzen zuerst die Schritte der einen mit den Geräuschen der Nacht, dann auch die der zweiten. Nur einen Augenblick später hörte er ein Scharren und dann den typischen Laut, mit dem ein Ruder ins Wasser getaucht wird. Wütend auf sich selbst nicht genau das vorausgesehen zu haben, versuchte André noch schneller zu laufen und kam nur mit Mühe und Not und heftig rudernen Armen zum Stehen, als der Boden vor ihm plötzlich abbrach und gute drei Meter tiefer zu einem kaum armbreiten Strand aus grobem Kies wurde. Das Licht reichte gerade noch aus, um das schlanke Boot zu erkennen, das mit schon fast unheimlicher Schnelligkeit davonschoss. Zuerst war André ernsthaft versucht, die Verfolgung fortzusetzen. Er war ein ausgezeichneter Schwimmer und würde vermutlich selbst ein von zwei Ruderern angetriebenes Boot einholen können, wenn er sich wirklich anstrengte. Aber was dann? Die beiden Kriegerinnen würden ihm wohl schwerlich an Bord helfen und sich bei ihm entschuldigen, ihn zu diesem unfreiwilligen Bart gezwungen zu haben, von mehr Ruhe selbst ganz zu schweigen, falls es mehr Ruhe gewesen war. Aber wer sonst sollte es sein? André blieb so lange reglos stehen, bis das Boot vollends in der Dämmerung verschwunden war, nutzte die Zeit, um sich nach Kräften über sich selbst zu ärgern. Dann machte er kehrt und ging zu Skalzi und seinem Gehilfen zurück. Er hatte ein paar Fragen an den guten Doktor. Als André zurückkam, kniete Skalzi neben dem geöffneten Grab und bemühte sich um seinen verletzten Gehilfen. Die Dunkelheit hinter ihm bewegte sich, als wären die Schatten zum Leben erwacht, um André zu belauern. Vielleicht waren es aber auch nur die Gespenster seiner außer Rand und Band geratenen Fantasie. Seine Hand blutete immer noch, also ballte er sie zur Faust und presste sie unauffällig so an die Seite, dass es in der Dunkelheit nicht sofort auffiel. An seinen zerschnittenen Kleidern und dem Blut darauf konnte er nichts ändern. Andrés Sorge erwies sich jedoch als überflüssig. Skalzi sah nicht einmal zu ihm hoch, sondern bemühte sich weiter um den Verletzten. André sah bewusst nicht hin, registrierte aber trotzdem das Blut, sehr viel Blut, sowohl auf Skalzi's Hemden als auch auf Claudius' Gesicht, dessen Atem rasselnd und schwer ging. Rollt ihn auf die Seite, befahl er, damit er nicht an seinem eigenen Blut erstickt. Skalzi starrte ihn beinah hasserfüllt an, tat aber trotzdem, wie ihm geheißen, und drehte den Verletzten auf die Seite. Claudio begann zu weinen wie ein verängstigtes Kind, übergab sich würgend auf Skalzi's Schoß und Hände und heulte dann noch lauter weiter. Ihr habt ihm den Käfer gebrochen, sagte Skalzi. Er wird sterben, und ich dachte, er wird anders als diese, diese schwarzen Bestien. Er stirbt nicht, antwortete André bewusst rüde. Was er getan hatte, nagte an ihm, aber er ließ nicht zu, dass ein schlechtes Gewissen seine Handlungen beeinflusste. Und schon gar nicht daran. Und wen habt ihr mit den schwarzen Bestien gemeint, Dottore? Skalzi sah zum ersten Mal wirklich zu ihm hoch, beinahe, glaubte André, so etwas wie Erschrecken in seinen Augen zu erkennen. Aber vielleicht war es auch nur Furcht. Skalzi war Arzt und sollte den Tod gewohnt sein, auch das Sterben, aber vielleicht nicht das Töten. Nicht so. So endlos ihm selbst der Kampf auch vorgekommen war, hatte er in Wahrheit doch nur wenige Augenblicke gedauert. Der Dottore wäre nicht der erste Mann, der im Angesicht einer solchen Explosion brutaler Gewalt zusammenbrach. Skalzi schwieg. Abudun ist nicht her, fuhr André fort, und er hat auch nichts, er deutete mit dem Kopf auf das aufgebrochene Grab, damit zu tun. Skalzi sagte immer noch nichts, und der Schrecken in seinem Gesicht war keinen Deutsch schwächer geworden. André setzte dazu an, ihn anzuherrschen, überlegte es sich dann aber anders und wandte sich in der Hocke um, um das geschändete Grab, das er gerade schon unfreiwillig erkundet hatte, noch einmal in den Augenschein zu nehmen. Er sprang hinein, und als er behutsam mit der unversehrten Hand in der lockeren Erde grub, stieß er schon bald auf grobe Sackleinen, in denen ein lebloser Körper gehüllt war. Er musste nicht fragen, er wusste auch so, was er da gefunden hatte. »Er hat mich belogen, Dottore«, sagte er. »Er hat behauptet, die schwarze Frau nur ein einziges Mal gesehen zu haben. Aber das war nicht die Wahrheit, habe ich recht?« Skalzis Augen waren fast schwarz vor Angst. André war schon beinahe zu dem Schluss gekommen, dass er auch jetzt nicht antworten würde. Doch dann sagte er. »Aber ich durfte nichts sagen. Sie hat gedroht, mich zu töten, und jeden anderen in unserem Spital auch.« »Und darum habt ihr zugelassen, dass sie Menschen umbringen?«, fragte André empört. Er wollte nicht darüber nachdenken, was Skalzis Worte wirklich bedeuteten. »Aber das haben sie nicht«, protestierte Skalzi. »Niemandem ist etwas angetan worden.« André blickt in das Grab hinab und Skalzi fuhr leiser, aber jetzt verzweifelt fort. »Wir wussten nicht, was dort geschieht. Das ist die Wahrheit.« »Ich verstehe«, sagte André verächtlich. »Ihr habt nur die Leiche weggebracht, nicht wahr?« »Wir haben nichts zu verbergen«, protestierte Skalzi. »Es war schrecklich, was passiert ist, aber es war genau so, wie ich es gesagt habe, ein Unfall. Ich war von allen am meisten entsetzt, das müsst ihr mir glauben.« »Muss ich das?«, fragte André angewidert. »Ich sage die Wahrheit«, beharrte Skalzi, entweder mit dem Mut der Verzweiflung oder weil es tatsächlich so war. »Niemandem sollte je etwas geschehen. Ich wusste nicht, was in dieser Zelle vorgeht.« »Und es hat euch auch nicht interessiert?« André hielt Skalzis Blick unerbittlich fest und suchte nach der Lüge darin, aber alles, was er spürte, war Verwirrung und eine so große Angst, dass sie alles andere auslöschte. Vielleicht war ganz tief darunter doch noch etwas anderes, aber er konnte es nicht greifen, und bereits im nächsten Moment war es auch schon wieder fort. »Ihr werdet mir jetzt alles erzählen«, sagte er, »die ganze Geschichte, von Anfang an. Und es sollte die Wahrheit sein, Dottore, oder ich verspreche euch, dass ihr diese Insel nicht mehr verlassen werdet.« André fragte sich, was er tun würde, falls diese Drohung nichts bei Skalzi bewirkte. Er mochte den Mann nicht und hatte ihn nie gemocht, aber er konnte auch unmöglich Gewalt anwenden, um ihn zum Reden zu bringen. Zum einen war dies nicht seine Art, zum anderen war der Mann bereits so eingeschüchtert, dass sein Herz einfach stehen bleiben und er buchstäblich vor Angst sterben konnte, wenn er ihm noch weiter zusetzte. »Es war genau so, wie ich es euch und eurem schwarzen Freund gesagt habe«, beharrte Skalzi. »Eure Freundin und ihre beiden Dienerinnen haben den Jungen zu mir gebracht und mir Geld gegeben und auch präzise Anweisungen, wie mit ihm zu verfahren sei, und ich habe mich streng daran gehalten. Danach sind sie gegangen.« »Aber sie sind zurückgekommen?« »Nicht oft«, beteuerte Skalzi. »Vielleicht einmal im Monat oder sogar seltener.« »Um was zu tun?« »Das, das weiß ich nicht. Sie waren unten bei eurem Sohn. Vielleicht haben sie mit ihm gesprochen, vielleicht auch nicht. Niemand von uns war je dabei, auch ich nicht. Aber manchmal haben wir Laute aus den angrenzenden Zellen gehört.« »Schreie«, vermutete André. Doch Skalzi schüttelte erschrocken den Kopf. »Laute. Seltsame Laute. Vielleicht auch ein bisschen unheimlich, aber mehr nicht. Niemandem wurde Schaden zugefügt.« »Und woher wollt ihr das wissen, wenn ihr nicht dabei wart?« »Weil ich sie gefragt habe. Wofür haltet ihr mich, Signor Delany. Ich bin Arzt.« »Ihr habt wen gefragt?« »Die Patienten in den angrenzenden Räumen. Sie haben mir versichert, dass in letzter Zeit niemand bei ihnen war.« André zeigte auf das Grab. »Ihr wollt behaupten, mehr Ruhe hätte diesen Mann getötet.« »Das weiß ich nicht«, antwortete Skalzi. Seine Augen waren immer noch weit vor Angst und seine Stimme bebte. Aber dennoch war da auch zugleich eine neue Kraft darin, die André davon überzeugte, dass er die Wahrheit sagte oder es wenigstens glaubte. »Sie haben uns weggeschickt, wie auch zuvor, aber danach war dieser arme Mann tot. Claudio sagt, er hätte einen Schrei gehört, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.« »Waren Sie bei ihm?« »Nein«, ins Skalzi Stimme war jetzt trotz zu hören. Er fand seine Fassung erstaunlich schnell wieder, fand André. »Die Zelle war verschlossen und es gibt nur einen einzigen Schlüssel.« »Eine verschlossene Tür würde mir Ruhe oder die beiden Kriegerinnen kaum daran hindern können, einen Raum zu betreten«, dachte André, »und das auch ohne Spuren zu hinterlassen.« Aber trotzdem, was er gerade erlebt und schmerzhaft genug am eigenen Leib zu spüren bekommen hatte, weigerte er sich noch immer zu glauben, dass es sich so abgespielt hatte, wie der Arzt behauptete. Er kannte mir Ruhe seit mehr als einem Jahrhundert und wusste nur zu gut, was für eine erbarmungslose Kriegerin sie sein konnte, wenn die Umstände es von ihr verlangten. Aber eine Mörderin? Statt Skalzi mit einer weiteren Frage zuzusetzen, zog er seinen durch und schlitzte den Sack mit einer entschlossenen Bewegung auf. Der Leichnam, der darunter zum Vorschein kam, war in schmuddelige Fetzen gehüllt und fast zum Skelett abgemagert. Aber das hatte er erwartet, nachdem er einen von Skalzis Patienten gesehen hatte. Was er nicht erwartet hatte, war der Anblick seines Gesichts. Oder dessen, was noch davon übrig war. Es war beileibe nicht der erste Tote, den er sah, und ganz gewiss auch nicht der erste gewaltsam ums Leben gekommene. Dennoch saß er ein paar Sekunden lang einfach nur da und sah in das verheerte Antlitz hinab. Er musste schon angestrengt überlegen, um sich daran zu erinnern, wann er das letzte Mal etwas Schrecklicheres gesehen hatte. Das Gesicht des Mannes war … war verschwunden. Eine bessere Beschreibung fiel ihm nicht ein. Wo die Augen sein sollten, starrten ihn leere Höhlen an, die mit braunen Seen aus geliertem Blut gefüllt waren. Die Nase war halb zerstört, als hätte jemand mit einem stumpfen Messer darauf eingehackt und die Lippen zerfetzt, sodass der Mund zu einem ewigen Totenkopfgrinsen erstarrt war. Hier und da schimmerte weißer Knochen durch die zerschundene Haut, und die Schlagader an seinem Hals war aufgerissen. »Er hat sich die Zunge abgebissen«, sagte Skalzi, »und dann versucht sie hinunter zu schlucken. Daran ist er wohl erstickt.« »Wer hat ihm das angetan?«, murmelte André schockiert. Statt zu antworten, machte Skalzi nur eine knappe Kopfbewegung, und André beugte sich ein zweites Mal über den Toten und besah sich seine Hände. Sie waren so schmutzig und dürr wie die gesamte Gestalt, mit verschorfter Haut und abgebrochenen Fingernägeln, unter denen sich Haarreste gesammelt hatten, und etwas, das André erst für Schmutz hielt, bis er roch, dass es eingetrocknetes Blut war. Die Splitter der Nägel steckten im aufgerissenen Fleisch seiner Wangen. André saß einfach da und starrte das unglaubliche Bild an. Skalzi ersparte es ihm, angemessene Worte zu finden, als er sagte, »Er hat sich das selbst angetan, Signor Delany. Es ist meine Schuld, ich wusste, dass dieser arme Mann eine Gefahr für sich selbst darstellte, und ich habe ihn in Ketten legen lassen, aber nicht sicher genug.« »Damit konntet ihr nicht rechnen«, antwortete André. Sein Mund war so trocken, dass er ein paar Mal schlucken musste, um zu sprechen. Was hatte Skalzi gerade gesagt? Der Mann hatte sich die Zunge abgebissen und war daran erstickt. »Aber das wäre meine Aufgabe gewesen«, antwortete Skalzi, »ich wäre es ihm schuldig gewesen. Er hat sich selbst die Augen ausgerissen. Warum tut ein Mensch so etwas?« »Weil er etwas sieht, das zu schrecklich ist, um seinen Anblick zu ertragen«, dachte André. Laut sagte er, »Sagt ihr es mir, Dottore?« Skalzi hob nur die Schultern und beugte sich wieder über seinen verletzten Gehilfen, um irgendetwas an seinem Gesicht zu tun, was diesem vermutlich kein bisschen half, dem lauten Schluchzen nachzuschließen. »Sie haben verlangt, dass ich ihn hierherbringe und niemandem etwas sage, auch euch nicht.« »Ganz besonders mir nicht«, vermutete André. Skalzi hob abermals die Schultern, hörte endlich auf, Claudie zu malträtieren und sagte leiser und in verändertem Tonfall, »Wenn ihr nicht gekommen wärt, dann hätten sie Claudie und mich auch getötet, nicht wahr?« »Ganz bestimmt nicht«, dachte André beinahe empört. Aber dann wurde ihm klar, wie sich die Situation für Skalzi dargestellt haben mochte. Egal, ob nun ein guter oder schlechter, er war Arzt, kein Krieger, und vermutlich erinnerte er sich vor allem an die Angst, die er in diesen wenigen Augenblicken ausgestanden hatte. »Wie kommt ihr darauf?«, fragte er. »Die Frau«, antwortete Skalzi, »die, die vor euch geflohen ist. Sie hat Claudio angewiesen, das Grab tief auszuheben, viel tiefer als notwendig. Ich habe mir nichts dabei gedacht, aber...« Er atmete hörbar ein und zwang sich, André fest anzusehen. »Es war für Claudie und mich gedacht, habe ich recht?« André bezweifelte das und sah es nur, weil er sich immer noch weigerte zu glauben, dass mir Ruhe zu einer solchen Handlungsweise fähig war. Seine Antwort bestand trotzdem nur aus einem Schulterzucken. »Werdet ihr mir helfen?«, fragte Skalzi. »Sobald die Sonne aufgeht, kommen Abudun und ich zu euch und holen Marius ab«, versprach er, falls er Abudun bis dahin wiedergefunden hatte, und falls sie bis dahin noch am Leben waren, denn sie alle waren in Gefahr. Das spürte er ganz deutlich. »Wer kann ich wohl nicht erwarten«, sagte Skalzi. »Ich hätte euch von Anfang an die Wahrheit sagen sollen, es... es tut mir leid.« Um nicht antworten zu müssen, steckte André umständlich den Dolch ein und schloss den zerschnittenen Sack, so gut es ging, wieder über den Toten. Als er damit begann, mit den bloßen Händen Erde auf den Leichnam zu schaufeln, gesellte sich Skalzi wortlos zu ihm. Sie bedeckten den Toten mit einer dünnen Erdschicht, bevor sie den Leichnam des Mannes dazulegten, den Abudun am Morgen erschlagen hatte. Wenig zufrieden betrachtete André das Ergebnis, aber er tröstete sich damit, dass dies schließlich der Armenfriedhof war und hier wohl niemand unnötige Fragen stellen würde. Und außerdem konnte es ihm vollkommen gleich sein, ob die Schändung entdeckt wurde. Als sich Skalzi zu Claudio hinabbeugte und unbeholfen versuchte, ihn auf die Beine zu ziehen, steigerte sich das Schluchzen des armen Burschen zu einem gepeinigten Heulen, das noch am anderen Ende der Lagune zu hören sein musste. Aber nicht nur aus diesem Grund griff André rasch zu, legte sich den Arm des Mannes um die Schultern, berührte mit der freien Hand den Nervenknoten in seinem Nacken und drückte rasch zu. Claudio verdrehte erleichtert seufzend die Augen und er schlaffte in seinem Griff. Keine Angst, sagte André schnell und noch bevor Skalzi wirklich erschrecken konnte. Er ist nur bewusstlos, so hat er wenigstens keine Schmerzen. Wenn auch nur im Moment. Die nächsten Wochen, wenn nicht Monate, würden die Hölle für den armen Karl werden, sofern er sie überhaupt überlebte. Und André schlechtes Gewissen meldete sich nun mit Nachdruck. Schließlich war er es gewesen, der diesem armen Karl den Kiefer gebrochen hatte. Ich trage ihn, sagte er, und ich zeige euch auch, wie ihr seine Wunde versorgen müsst, um ihm das Schlimmste zu ersparen. Wir nehmen mein Boot. Ihr seid mit einem Boot hier? Erwiderte Skalzi. Nein, ich bin geschwommen. Oder wie der Sohn eures Gottes über das Wasser gewandelt, hätte André um ein Haar laut gesagt. Doch er wusste, dass Skalzi unter Schock stand. Vermutlich hatte er im Augenblick Mühe, sich an seinen eigenen Namen zu erinnern. Ja, sagte er, und ich bin auch nicht allein. Corinna ist bei mir. Die Kontesse? Skalzi wirkte ein bisschen entsetzt. Sie, sie ist hier? Wo? Sie, ähm, sie wartet in der Kapelle auf mich, antwortete André. Er versuchte, Claudius Gewicht auf seiner Schulter zu verlagern und lud sich den großen Burschen schließlich einfach auf die Arme. Skalzi staunte noch mehr, als ihm Andrés kraftbewusst wurde. Aber das war ihm mittlerweile gleich. Was immer der Arzt auch später über die Ereignisse dieser Nacht erzählen mochte. Wer würde ihm schon glauben? Bevor Skalzi noch eine weitere Frage stellen konnte, setzte André sich in Bewegung und ging schnell genug voraus, dass der Doktor gerade noch mit ihm Schritt halten konnte. Corinnas Stimme war schon von Weitem zu hören. André ging unwillkürlich schneller, sodass der Arzt nun tatsächlich zurückfiel und erst wieder zu ihm aufschloss, als er den bewusstlosen Claudius vorsichtig ins Gras neben die verkeilte Tür legte. Sein schlechtes Gewissen meldete sich erneut und nun unüberhörbar, als ihm klar wurde, in welche Gefahr er Corinna gebracht hatte, allein, weil er sie auf diese Insel mitgenommen hatte. Rasch öffnete er die Tür, trat vorsichtshalber einen Schritt zurück und wurde von Corinna erwartungsgemäß mit einem Schwall wüster Beschimpfungen und Vorwürfe empfangen, der dann jedoch mitten im Wort abbrach, als sie die reglose Gestalt zu seinen Füßen bemerkte und im gleichen Augenblick wohl auch das Blut auf seinen Kleidern und Händen. »Heilige Jungfrau Maria, was ist passiert?« fragte sie, ließ sich rasch in die Hocke sinken und streckte die Hand nach Claudia aus. André hielt sie mit einem fast erschrockenen Griff zurück, was ihm einen zornigen Blick einbrachte, aber noch bevor sie ihm weitere Vorwürfe machen konnte, mischte sich Skalzi ein. »Ein Unfall, Contessa! Ein schreckliches Unglück! Er ist verletzt, aber es sieht schlimmer aus, als es ist!« André war ein wenig überrascht, als Skalzi im Beistand. Corinnas Zweifel in der Blick machte auch klar, was sie von dieser Behauptung hielt. »Ein Unfall?« Sie sah auf Claudius blutverschmiertes Gesicht hinab, das selbst jetzt noch, da er bewusstlos war, vor Schmerz zuckte und bereits anzuschwellen begann. Dann maß sie André mit einem sehr langen, von einem kritischen Stirnrunzeln begleiteten Blick und verzog spöttisch die Lippen. »Ein Unfall!« sagte sie noch einmal. »Er muss wirklich schlimm gewesen sein, André. Bist du in ein Messer gefallen? Ungefähr zwei Dutzend Mal?« »Aber es war wirklich nur«, begann Skalzi, aber André brachte ihn mit einer raschen Geste zum Verstummen. »Ich glaube, es hat keinen Sinn, der Contessa etwas vormachen zu wollen, Dottore«, sagte er zwar an Skalzi gewandt, aber ohne Corinna auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen, und ganz wie er es erwartet hatte, fuhr sie beim Klang des Wortes Contessa leicht zusammen. »Es gab, ähm, es gab da wohl ein kleines Missverständnis.« »Missverständnis?« Corinna Stirnrunzeln vertiefte sich noch. »Mit Messern?« »Wir sind überfallen worden«, sagte Skalzi. »Wenn Senior Delany nicht gekommen wäre, dann wären wir jetzt vielleicht tot.« »Überfallen? Von wem?« Corinna war nicht die Einzige, die Skalzi ehrlich überrascht ansah. André hatte sich auf dem Weg zur Kapelle den Kopf zerbrochen, um sich eine Ausrede für seinen unübersehbaren Zustand einfallen zu lassen, die auch nur einen Hauch von Glaubwürdigkeit besaß, hatte aber keine gefunden, und dass es nun ausgerechnet Skalzi war, der seinetwegen log, erstaunte ihn. Falls er es tat, wenn, dann war er sehr überzeugend. »Das weiß ich nicht, Contessa«, behauptete Skalzi. »Sie waren zu zweit, und sie haben nichts gesagt. Vielleicht Räuber, die auf unsere Wertsachen aus waren.« Corinna sagte nichts, aber André konnte sich denken, was sie von der Behauptung hielt, es gebe Räuber, die die Trauernden auf einem armen Friedhof überfielen, noch dazu an einem Tag wie heute. Sie maß den Tortore nur mit einem langen, strafenden Blick, der auf seine Art mehr ausdrückte, als alle Worte es hätten tun können. Dann sah sie angestrengt in die Dunkelheit hinter ihnen und wandte sich schließlich ganz zu André um. Sie musterte seine Hände und sein Gesicht, auf denen nicht nur Claudius' Blut allmählich einzutrocknen begann, und seine zerfetzte Kleidung und Schrecken verdrängte den Ärger in ihren Augen. »Keine Angst«, sagte André rasch, »mir ist nichts passiert.« Corinna hatte sichtlich Schwierigkeiten, das zu glauben. Ihre Finger zeichneten den langen Riss in seinem Mantel nach und tasteten schließlich über seine Jacke, wo die Dolchklinge seinen Arm durchbohrt hatte. Der Stoff war auf beiden Seiten zerfetzt und immer noch nass von seinem Blut, und nun erschien etwas vollkommen Neues und fast Beunruhigendes in ihren Augen. Selbst in der nächtlichen Dunkelheit musste sie erkennen, dass die Haut darunter unversehrt war. »Ich hatte Glück«, sagte André hastig. »Es waren Dummköpfe, die nicht mit einer ernsthaften Gegenwehr gerechnet haben.« »Glück?« Corinna sprach das Wort auf eine Art aus, als höre sie es zum ersten Mal. »Vielleicht mehr als nur Glück«, antwortete er mit einem schiefen Lächeln. »Vielleicht hat Gott ja seine schützende Hand über mich gehalten, weil er der Meinung war, dass für einen Tag genug Blut geflossen ist.« »Du bist nicht verletzt?«, vergewisserte sie sich, in einem Ton, der ihm klarmachte, dass das Thema damit noch nicht ausgestanden war. »Nicht einen Kratzer«, bestätigte André. »Das fällt mir schwer zu glauben, Signor Delany«, murmelte Corinna, warf noch einen Blick auf seinen Arm und gab sich dann sichtbar einen Ruck, um mit einem nervösen Lächeln und verendeter Betonung fortzufahren. »Ich werde später nachsehen, ob das stimmt. Sehr gründlich.«